Abschnitt 1 von Homo Sapiens Romantrilogie Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Homo Sapiens Romantrilogie von Stanislaw Pschibiszewski Teil 1 Überbord Dem Bildhauer Gustav Wickelang gewidmet Vorbemerkung des Verfassers Ich war durch verschiedene Umstände veranlaßt, das, was organisch zusammengehört, in einzelne Stücke zu zerreißen und die drei Teile des Homo Sapiens einzeln herauszugeben. So kam es, dass der erste Teil zuletzt erscheint. Aber es ist selbstverständlich, dass Menschen, die nicht die ehrliche Absicht haben, mich von vornherein mißzuverstehen, Die Romanserie Homo Sapiens jetzt im Zusammenhang noch einmal lesen und nicht einzelne Teile, sondern das Ganze beurteilen werden. Erstes Kapitel Falk sprang wütend auf. Was war's denn? Er wollte nicht in der Arbeit gestört werden, jetzt gerade, wo er sich endlich entschlossen hatte, wieder zu arbeiten. Gott sei Dank, kein Freund. Nur ein Postbote Er wollte die Karte wegwerfen. Es hat Zeit. Da plötzlich Mikita Es wurde ihm ganz heiß. Mikita, mein teurer Mikita. Er überflog die Karte. Sei morgen nachmittags zu Hause. Ich bin von Paris zurück. So viel hat er wohl schon lange nicht geschrieben, seit er sich vor vielen Jahren den berühmten Aufsatz geleistet hatte. Falk lachte herzlich auf. Dieser wunderbare Aufsatz, dass er damals nicht ausgewiesen wurde. Neujahrseindrücke, abgefasst in Form einer Neujahrsgratulation in den überschwänglichsten Phrasen. Jeder Satz zwei Seiten lang. Und dann, nein, das war herrlich, der alte Fränke, wie er schimpfte. Nun, die Geschichte war brenzlig. Falk dachte nach, wie er Mikita überredet hatte, eine Apologie zu schreiben, in der ein wunderbarer Kalauer als Grunddominante durchging. Was einem Schiller erlaubt ist. Sollte einem Schüler nicht erlaubt sein? Und dann, am nächsten Tage, sie schrieben die Apologie, die ganze Nacht hindurch, legten sich am frühen Morgen schlafen und schickten zum Fränke ein Entschuldigungsschreiben. Falk konnte es noch nicht verstehen, wie so etwas durchgehen konnte. Diese famose Entschuldigung. Es sei selbstverständlich, dass man in die Schule nicht kommen könne, wenn man die ganze Nacht hindurch an der Apologie gearbeitet habe. Zwanzig Seiten lang. Nun musste er aber arbeiten. Er setzte sich wieder hin, aber die Arbeitsstimmung war vorbei. Er suchte sich zu zwingen, fischte ordentlich nach den Gedanken, kaute an dem Federhalter, schrieb auch ein paar Zeilen, die vollkommen banal waren. Nein, es ging nicht. Ein anderes Mal hätte er sicherlich eine jener bekannten Grabesstimmungen bekommen, die er im Alkohol ersäufen mußte. Diesmal war er froh. Er lehnte sich in den Stuhl zurück. Deutlich sah er die furchtbare Mansarde, in der sie beide das letzte Jahr im Gymnasium gewohnt hatten. In der einen Wand drei Fenster, die nie geöffnet werden durften, weil sonst die Gefahr vorlag, dass die Scheiben rausfliegen könnten. Alle Wände mit Schimmelpilzen über und über bedeckt. Unkalt, daß ich Gott erbarme. Wie sie einmal am frühen Morgen erwachten und sich erstaunt in dem Zimmer umsahen. Merkwürdig, frische Luft hier, sagte Mikita. Ja, merkwürdig. Und es war ein Staunen ohne Grenzen über dies seltsame Phänomen. Ja, nachher wurde es klar, es war eine Kälte, daß die Vögel erstarrt aus der Luft fielen. Falk stand auf. Ja, das waren doch seine schönsten Erinnerungen. Und der lange Kerl, der ihnen immer alle Bücher ausführte, wie hieß er doch nur? Er konnte sich lange nicht auf den Namen besinnen. Ja, endlich. Longinus. Sonderbarer Mensch. Falk dachte nach, wie Mikita sich heimlich zu der stets verschlossenen Bude des Longinus Zugang verschafft und ihm ein Buch weggenommen hatte, das er ihm nicht leihen wollte. Plötzlich, an einem Sonntag. Ja, es war wohl wieder frische Luft im Zimmer. Er wachte auf, seltsame Szenerie. Mikita im Hemd, den Türschlüssel in der Hand, Longinus aufs Höchste empört, zitternd vor Wut. Mach die Tür auf, zischte Longinus mit theatralischem Pathos. Leg das Buch wieder hin, dann werde ich dir aufmachen. Longinus in Heldenpose, mit großen, konturnen Schritten hin und her, hin und her. Mach die Tür auf, früllte er heißer. Leg das Buch zurück. Longinus schäumte. Plötzlich kam er an Falk heran. Du bist ein feiner, gebildeter Mann. Du kannst doch nicht leiden, dass ich in meinem Rechte nach irgendwelcher Richtung hin beeinträchtigt werde. Ja, Longinus pflegte immer in sehr gewählter und wohlgesetzter Rede zu sprechen. Ja, bedauere, Mikita hat den Schlüssel. Nun schritt Longinus feierlich an Mikitas Bett heran. Ich spreche dir jeder Art Bildung ab. Das war das größte Schimpfwort, das er je ausgesprochen hatte. Mach die Tür auf, ich bin vergewaltigt und überlasse dir das Buch. Gott, wie sie gelacht haben. Und es war Sonntag. Sie sollten eigentlich in der Kirche sein. Die Kirche hatten sie immer geschwänzt. Sie waren doch gar zu überzeugungstreue Atheisten. Aber gefährlich war es. Der fanatische Religionslehrer spionierte in der Kirche herum. Ha, 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 Falk dachte, wie er einmal in der Kirche seiner Flamme gegenüber saß. Ja, er saß auf dem Katafalge, wollte recht graziös und interessant erscheinen und verharrte die ganze endlose Messe hindurch in einer recht unbequemen Stellung, in der er einmal Bayron auf dem Grabe Chalice abgebildet gesehen hatte. Gab das einen Skandal? Nun wollte er sich wieder zur Arbeit aufraffen, aber er konnte die Gedanken nicht sammeln. Das flog und schwirrte alles in seinem Gehirn herum um diese herrliche Zeit. Er kaute gedankenlos an dem Federhalter und wiederholte. War das eine herrliche Zeit. Wie sie plötzlich Ibsen entdeckt hatten. Wie ihnen Brandt den Kopf verdrehte. Alles geben oder nichts. Ja, nun wurde das ihre Parole. Und sie suchten die Spelunken der Armen auf und scharrten die Proletarierkinder um sich herum. Wieder saß sich Falk in der Manzarte. Fünf Uhr morgens. Ein Gepolter von Holzschuhen auf den Treppen, als ob man eine Kanone nach oben schleppte. Dann wurde die Türe aufgemacht. Und nun im Gänsemarsch ein Junge, ein Mädchen, zwei Jungen, zwei Mädchen, die ganze Stube voll. Alles am Ofen um den großen Eichentisch herum. Mikita, steh auf. Ich bin wahnsinnig müde. Mikita fluchte. Er könne nicht aufstehen. Er habe die ganze Nacht an dem lateinischen Aufsatz gearbeitet. Mit einem Ruck waren sie beide auf. Ganz wütend und hasserfüllt gegeneinander. Das Zähneklappern in dieser Kälte. Und nun er am Ofen. Prustend und fluchend, weil das Holz kein Feuer fangen wollte. Mikita an dem großen Milchkessel, den er mit Spiritus erwärmte. Allmählich wurden sie weicher gestimmt. Die Kinder wie junge Raubtiere über die Milch und das Brot her. Mikita von der Seite strahlend glücklich. Und dann Kinder hinaus. Jetzt sahen sie sich regelmäßig freundlich an. Falk wurde es ganz warm ums Herz. Er hatte das längst vergessen. Es stak, weiß Gott, ein großer, schöner Inhalt da drin. Dann gewöhnlich Scham, weil sie sich auf Sentimentalität, äh nein, Ästhetik nannten sie es, ertappen ließen. Und schließlich zank. Nibelungenlied ist doch eigentlich ein leeres, dummes Gewäsch. Mikita erkannte Falks schwache Seiten sehr gut. Das wollte er selbstverständlich nicht zugeben. Er disputierte mit unglaublichem Eifer und schnitt das Brot zum Frühstück. Mikita war schlau. Er verwickelte Falk immer in einen Disput und ließ sich das Brot schneiden, weil Falk im Eifer niemals merkte, wie beschwerlich es war. Und plötzlich, Herrgott, zwei Minuten über voll, die Bücher zusammenkraft und den eiligsten Galopp in die Schule, er voran, Mikita hinter drein, humpelnd. Ob er das Überbein jetzt kuriert hatte? Nun merkte Falk gewöhnlich, dass er hungrig war. Mikita hatte das ganze Brot aufgegessen. Der herrliche Kerl. Dann Falk stockte. Brand aufs Erotische übertragen. Alles oder nichts? Er stockte wieder. Er hatte eigentlich Janinas ganze Zukunft zerstört. Hm. Warum sie nur von ihm nicht lassen konnte. Und wie er sie gequält hatte mit den Brandschen Forderungen und der Brandschen Härte. Ja, er musste wohl eine Art Hypnose auf sie ausgeübt haben. Wie war es sonst möglich, dass sie von zu Hause weglief und ihm nachreiste? Unangenehm. Er hatte sie ja niemals geliebt. Er wollte ja nur zusehen, wie sich bei einem Mädchen die Liebe entwickelt. Ja, er wollte eine Biogenese der Liebe schreiben. Kein übler Gedanke für einen 18-jährigen Jungen. Nun, er hatte damals Büchner und das Trist Cochon-Pourget gelesen. Er musste sie doch mal besuchen. Nein, lieber nicht. Wenn sie ihn nur vergessen könnte. Falk stand auf und ging gedankenvoll auf und ab. Es ist doch schändlich, sie immer von Neuem zu verführen und dann hinterdrehen sich auf einen überlegenden Standpunkt zu stellen und klarzumachen, dass Liebe überwunden werden muss, dass sie ein rudimentäres Gefühl sei, eine Art pathologischen Ausschlags in dem Geistesleben des modernen Menschen. Ja, darin war er unvergleichlich. Wenn sie nur ein bisschen froher werden möchte. Er hörte, wie sie ihm auf seine höhnenden Erklärungen antwortete. Ich würde dir nur das eine wünschen, dass du dich einmal verliebst. Wie naiv sie war. Nein, nein. Liebe, hm, was war das eigentlich? Der alte Herr an Königsberg, der hat es durchschaut. Liebe ist doch wohl sicher eine krankhafte Äußerung. Ja, er musste es wissen. Er zündete sich eine Zigarette an und legte sich lang hin aufs Sofa. Was Mikita jetzt wohl malte. Es war doch eine unglaubliche Kraft in dem Menschen, sich so mühsam durchzuringen und nicht einen Strich vom Weg abzulenken. Jetzt hätte er schon reich werden können, wenn er es wie die anderen machen wollte. Diese schreckliche Zeit auf der Universität. Hast du zehn Pfennig, Mikita? Mikita hatte nichts. Er hatte den ganzen Wurken alle Sachen durcheinander geworfen, in rastlosem Suchen nach dem Zehnpfennigstück, das sich doch irgendwo verkrochen haben musste. So werden wir hungern. Allerdings. Mikita ließ sich in seiner Arbeit nicht stören. Du, übrigens ist das Geld jetzt sehr billig. Der russische Staat hat seine Schulden konvertiert. Ja, ja, ich weiß schon. Na also. Mikita malte weiter. Und sie hungerten. Gräßlich. Falk schüttelte sich. Halb verrückt war er geworden. Sonderbar, dass er es nicht ganz wurde. Wie er einmal ganz kraftlos auf der Straße stehen blieb und beinahe überfahren wurde. Schließlich hatten sie nur eine Hose. Mikita mußte in Unterhosen malen, wenn Falk ins College ging. Nun lachte Falk laut auf. Er erinnerte sich, wie die Mutter den Gutsinspektor mit dem Gelde zu ihm schickte. Sie hatte den Wald verkauft. Dann gingen sie alle drei in eine Kneipe und verblieben da vom frühen Morgen bis in die späte Nacht hinein. Der Inspektor kroch auf allen Vieren die Treppe hinauf. Mikita zog ihn beständig an einem Bein herunter, bis der Inspektor ihm in seiner Entrüstung einen starken Schlag mit dem Absatz gerade auf die Nasenwurzel versetzte. O Gott! Wie der Inspektor sich übergeben wollte und den Kopf durch die Scheibe hindurchsteckte, weil er das Fenster nicht aufmachen konnte. Und nun dachte Falk wieder an seine Hungerperiode und an die Mutter, die doch immer geholfen hatte. Ihm überkam eine weiche Zärtlichkeit. Ja, ja, die Mutter, die Mutter. Na, Mikita wird schön gehungert haben in Paris. Die armen Bahnbrecher! Er lachte höhnisch. Aber nein, zum Trotz, nicht eine Linie nachgeben, lieber verhungern. Er dachte nach. Was war es eigentlich? Was hielt ihn aufrecht, trotz all der Beschimpfungen, all der Misserfolge? Er legte sich wieder hin. Die große, die herrliche Kunst, die eine neue Welt aufsucht. Eine Welt, die hinter der Erscheinung, hinter dem Bewusstgedachten, hinter jeder Äußerungsform liegt. Eine Welt, so unfassbar fein, dass die Zusammenhänge sich verwischen und ineinander fließen. Eine Welt in einem Blick, einer Geste. Herrlich! Und die neuen Symbole? Ja, ja, das neue Wort, die neue Farbe, der neue Stimmungston. Alles da gewesen. Nein, nein, verehrte Herr, nicht alles. Nicht der Schmerz, der über dem Schmerze steht. Nicht die Freude, die zum Schmerze wird. Nicht der ganze neue Vorstellungsinhalt, in dem alle Sinne ineinander münden. Ja, ja, all die tausend Empfindungswerte, die zwei, drei, höchstens zehn brave Zeitgenossen nachzuempfinden verstehen. Das alles nicht da gewesen. Sonst würde es auch schon die Menge verstehen, die hundert Jahre nötig hat, um einen Gedankenbrocken durchzukauen. Nun, es war doch am Ende sehr gut, dass man nicht von jedem Pressbuben verstanden würde, sonst müsste man sich vor sich selbst schämen. Er schaute der Rauchwelle nach, die sich in einem feinen Streifen von der Zigarette loslöste und sich in seltsamer Windung nach oben hinauffand. So sah er einmal einen Bach, gemalt auf einem chinesischen Bilde. Plötzlich kam ihm vor, als höre er Mikitas Stimme. Ja, er erinnerte sich. Nie wieder hatte er diese unsagbar mystische Stimmung erlebt. Er war damals krank, konnte nicht die Augen aufmachen, das ganze Gesicht war aufgeschwellen. Mikita pflegte ihn. Oh, er verstand, mit ihm umzugehen. Tag und Nacht wachte er bei ihm. Und wenn Falk nicht einschlafen konnte, dann las er ihm vor. Ja, er las die florentinischen Nächte von Heine. Und Falk hörte ein monotones, weiches Singen. Ja, Singen, halb wie ein Gebet, das immer mehr verebte, wie die letzten Wellen am Seestrand, wenn sich die See klettet. Immer mehr, immer weicher. Er schlief ein. Zweites Kapitel Mikita, mein teurer Bruder! Ja, ich bin es. Beide Freunde umarmten sich herzlich. Falk war sehr aufgeregt. Er lief hin und her, kramte alle möglichen Sachen heraus und fragte unaufhörlich. Sag, sag, was willst du haben? Bier? Schnaps? Da, warte mal, richtig. Ich habe hier einen herrlichen Töckeier von der Mutter bekommen. Weißt du, noch von Vaters Zeiten her. Er hat sich auf diese Dinge verstanden. So lass doch endlich. Setz dich doch hin. Lass dich sehen. Endlich beruhigte sich Falk. Sie sahen sich glücklich in die Augen und stießen mit den Gläsern an. Großartig, aber Mensch, siehst du schlecht aus. Du hast so viel geschrieben. Putztausend, dein letztes Buch. Weißt du, ich kam in eine solche Aufregung. Nein, war das merkwürdig. Ich kaufe mir das Buch. Fange an, auf der Straße zu lesen. Bleibe stehen. Das Buch packt mich derart, dass ich es auf der Straße auslesen muss und halb verrückt werde. Du bist doch ein ganzer Kerl. Falk strahlte. Das macht mir große, große Freude. Du hast ja doch immer diese furchtbaren Ansprüche an mich gestellt. Also gefiel es dir wirklich? Na, Mikita machte mit der Hand einen weiten Kreis in der Luft. Falk lachte. Da hast du dir eine neue Bewegung angewöhnt. Nun weißt du, sprechen kann man doch wirklich nicht mehr. Alle diese unerhört feinen Dinge, die lassen sich nur mit Gesten ausdrücken. Ja, du hast recht. Das ist nämlich die große Linie. Verstehst du? Der große Zug. Der heiße Unterstrom. Das verstehen wenige. So bin ich in Paris zu einem von den Großen gegangen. Weißt du, dem überhaupt, der Naturalisten oder wie sie da heißen. Er verdient. Na ja, der Pöbel fängt jetzt an, dass St. das Napoleon in Polen entdeckte, Labou und ein paar Kartoffelstängel darauf zu kaufen. Früher waren es die Pfefferkuchenpuppen des Hoftapeziermeisters seiner Apostolischen Majestät. Raphael hieß er, nicht wahr? Nun, jetzt sind es die Kartoffelmaler. Also, ich frage das Oberhaupt, wozu man eigentlich das male, was in der Natur tausendmal besser sei und schließlich doch keine Bedeutung habe. Ach was, Bedeutung, nämlich die Natur, verstehen Sie? Ja, ich verstand. Die Natur ist Bedeutung. Aber doch nicht die Kartoffel. Nun kam der Kartoffelmaler in eine große Begeisterung. Ja, gerade die Kartoffel, das ist Natur. Alles übrige Quatsch. Phantasie? Phantasie, wissen Sie, Phantasie, lächerlich. Notbehelf. Beide Freunde lachten herzlich. Mikita dachte nach. Na, aber jetzt sollen Sie sehen. Herrgott, mein Kopf bürst vor lauter Gedanken. Hätte ich tausend Hände, tausend Linien würde ich dir vorfuchteln. Dann würdest du mich verstehen. Weißt du, das Sprechen verlernt man nämlich. Ich war bei einem Bildhauer. Na, weißt du, du wirst Skitzen von ihm bei mir sehen. Ich lag auf dem Bauch vor diesem Menschen. Ich sagte ihm, das ist herrlich. Was? Ich beschrieb ihm die Sache. Ach so, Sie meinen dies. Und nun beschrieb er in der Luft eine unerhört großartige Linie. Er hat es verstanden. Aber Herrgott, ich rede, dass sich mir der Mund verdreht. Wie geht es dir? Nicht besonders, was? Nein, nicht besonders. Er habe viel Qual in der letzten Zeit ausgestanden. Diese tausend feinen Empfindungen, wofür es noch keine Laute gäbe. Diese tausend Stimmungen, die so momentan in einem Aufsteigen und jemand nicht festhalten könne. Mikita unterbrach ihn heftig. Ja, eben, gerade dies. Siehst du, der Bildhauer, der Prachtkerl. Weißt du, was er gesagt hat? Prachtvoll hat er es gesagt. Sehen Sie, hier sind die fünf Finger. Die kann man sehen und betasten. Und nun spreizte er die Finger auseinander. Aber hier, hier, das zwischen den Fingern, das kann man nicht sehen, kann man nicht betasten. Und doch ist das die Hauptsache. Ja, ja, das ist die Hauptsache, aber lassen wir die Kunst. Du bist wohl ein wenig blasiert? Das nicht, aber zu Zeiten wäre es doch ein wenig langweilig. Alles Leben nicht unmittelbar genießen zu können, sondern nur immer darauf hinzuleben, wie werde man es gestalten, wie werde man was verwerten. Und wozu eigentlich? Ihm werde schon ganz übel, wenn er daran denke, dass er kaum fähig sei, Schmerz oder Freude nur als solche zu empfinden. Du musst einmal lieben. Mikita, du, das sagst du. Ja, ja, lieben, das ist etwas, was nicht ideell wird. Das lässt sich nicht mittelbar empfinden. Gibt es Glück, so könnte man in den Himmel springen, ohne zu bedenken, dass man sich dabei die Beine verrenken kann. Gibt es Schmerz, so frisst es an einem so reellen, na, weißt du, das kann man nicht wegschreiben, das kann man nicht unter Gesichtspunkte ordnen. Mikita lächelte. Ich bin nämlich verlobt. Du, verlobt! Ja, und ich bin unerhört glücklich. Falk konnte aus dem Erstaunen nicht herauskommen. Nun, das Wohl deiner Verlobten. Sie tranken die Flasche leer. Du, Mikita, wir bleiben doch den ganzen Tag zusammen. Freilich, selbstverständlich. Weißt du, ich habe ein wunderbares Restaurant entdeckt. Nein, Bruder, wir gehen zu meinem Fräulein. Ist sie denn hier? Ja, sie ist hier. In vier Wochen sollen wir heiraten. Zuerst nur noch eine Ausstellung in München, damit ich die nötigen Gelder habe, eine würdige Hochzeit zu feiern. Ja, ein Fest, wie es noch kein Maleratelier gesehen hat. Falk sträubte sich. Er habe sich so gefreut. Heute, gerade heute mit ihm allein zu sein. Erinnere er sich nicht mehr an die herrlichen Eurs de Confidants mit den Endlosen des Puden? Aber Mikita bestand hartnäckig auf seinem Vorschlag. Isa sei maßlos auf ihn neugierig. Er habe heilig versprochen, ihr das Wundertier von Falk in Natura vorzuführen. Nein, es ging nicht mehr. Sie mußten zu ihr gehen. Falk mußte sich fügen. Unterwegs sprach Mikita beständig von seinem großen Glück und gestikulierte lebhaft. Ja, ja, das ist merkwürdig, wie ein solches Gefühl einen aufwühlen kann. Das Unterste kommt zuoberst. Es ist, als ob sich ungeahnte Tiefen aufschließen. Zehn Welten kommen hinein. Und dann, was sich so alles an Fremden, Unbekannten regt, Empfindungen so unfassbar, dass sie kaum ein Tausendstel Sekunde im Gehirn aufblitzen. Und doch steht man den ganzen Tag unter dem Einfluss dieses Dinges. Und wie die Natur einem erscheint, weißt du, in der ersten Zeit, als sie sich sträubte, ich lag wie ein Hund vor ihrer Türe, mitten im Winter, in der fabelhaftesten Kälte habe ich die ganze Nacht vor ihrem Zimmer geschlafen. Und ich zwang sie. Aber gelitten habe ich. Hast du einen schreienden Himmel gesehen? Nein. Also weißt du, ich habe ihn schreien gesehen. Es war, als öffne sich der Himmel zu tausend Mundhöhlen und schrienere Farbe in die Welt hinaus. Der ganze Himmel, eine unendliche Reihe von Streifen, dunkelrot, so ins Schwarze hinüber, geronnenes Blut, nein, eine Kotlache, in der sich die Abendröte spiegelt. Und dann ein schmutziges Gelb, häßlich, ekelhaft, aber großartig, Gott, ja, Mensch, dann das Glück. Ich reckte mich und reckte. Hinauf, dass ich an der Sonne meine Zigarette anzünden konnte. Falk lachte auf. Mikita, der ihm kaum an die Schulter reichte. Der wunderbare Kerl. Nicht wahr, komische Vorstellung. Ich an die Sonne reichen. Weißt du, als ich in Paris war, sahen sich die Franzosen nach mir um. Ich hatte nämlich einen Freund. Und neben ihm sah ich wie ein Riese aus. Sie lachten beide. Mikita drückte ihm warm die Hand. Weißt du, Erik, ich weiß eigentlich nicht, wen ich mehr liebe. Siehst du, Liebe zum Weibe, das ist doch etwas anderes. Man verlangt etwas und schließlich, nicht wahr, man liebt doch auf etwas hin. Und nun siehst du die Freundschaft. Ja. Du, Erik, das ist das Unfassbare. Das Feine. Das zwischen den Fingern. Und nun, wenn man so drei Monate ununterbrochen mit einem Weibe zusammen ist. Falk unterprach ihn. Du kannst dir nicht vorstellen, wie ich mich manchmal nach dir gesehnt habe. Hier unter diesem Schreibergesindel gibt es auch nicht einen Menschen... Kann mir's denken. Nun, jetzt wollen wir die Zeit ausnutzen. Ja, wir wollen immer zusammen sein. Sie kamen an. Du, Erik, sie ist so furchtbar gespannt auf dich. Mach dich nur interessant, sonst blamierst du mich. Sehr interessant. Das verstehst du gut, du Teufelskerl. Sie traten ein. Falk überkam ein Gefühl, als hätte er eine große, glatte Spiegelfläche um sich. Dann wurde es ihm, als müsste er sich an etwas erinnern, was er schon längst einmal gesehen oder gehört hatte. Erik Falk, stellte Mikita vor. Sie sah ihn an, wurde sehr verlegen und streckte ihm dann herzlich die Hand entgegen. Sie sind es. Falk wurde lebendig. Ja, ich bin es. Ich sehe doch nicht so merkwürdig aus. Sie mußten wohl nach Mikitas Beschreibung ein seltsames Tier erwartet haben. Sie lächelte. Falk bemerkte etwas, wie einen rätselhaften Schleier, durch den dieses seltsame Lächeln durchschimmerte. Ich war ganz eifersüchtig auf sie geworden. Mikita hat die ganze Zeit nur über sie gesprochen. Er ist ja wohl auch nur ihretwegen nach Berlin gekommen. Sonderbar, derselbe Schleier in den Augen. Ein Schimmer wie von einem intensiven Lichte, das sich erst durch schwere Nebelbahnen brechen mußte. Was war es? Sie setzten sich hin. Falk sah sie an. Sie ihn auch. Beide lächelten verlegen. Mikita hat erzählt, dass sie immer Kognak haben müssen. Ich habe eine ganze Flasche gekauft. Aber er hat sie schon zur Hälfte ausgetrunken. Wie viel darf ich Ihnen eingießen? Bad genug. Ja, ich weiß nicht. Sie sind doch aus Russland her. Es soll, der Zitte sein, Kognak aus Litergläsern zu trinken. Sie glaubt nämlich, erklärte Mikita, dass in Russland Bären ins Haus kommen, um die Überreste aus den Töpfen zu schlecken. Sie lachten alle. Das Gespräch ging hinten her. Mikita sprach fortwährend und fuchtelte dabei mit den Händen. Siehst du, Erik, wir lieben uns nämlich bis zur Verrücktheit. Falk bemerkte bei ihr ein verlegenes Lächeln, als glitte ganz leise ein Schamgefühl über ihr Gesicht. Du darfst Herrn Falk damit nicht langweilen. Ein feiner Streifen Unmut huschte über Mikitas Gesicht. Sie streichelte diskret seine Hand. Mikitas Gesicht halte sich auf. Sie weiß mit ihm Bescheid, dachte Falk. Das Zimmer war in einer sonderbaren, zinnoberroten Beleuchtung. Etwas von einem dicken Rot, wie wenn man feine Rotflagen übereinanderschichtet und das Licht sich in ihnen brechen ließe. War es dies Licht? Nein, es lag um die Mundwinkel. Nein, feine Streifen um die Augen. Wieder verschwand es und legte sich in eine zarte Vertiefung in der Kaumuskulatur. Nein, es war unfassbar. Du bist so still, Erik, was fehlt dir? Gott, sind sie schön! Falk sprach das absichtlich mit einer solchen Nuance von Unwillkürlichkeit, dass selbst Mikita getäuscht wurde. Siehst du, Isa, der Mann ist offen, nicht wahr? Seltsamer Mensch, dies Gesicht. Isa musste ihn immer wieder ansehen. Was hast du eigentlich den ganzen Winter gemacht? Falk raffte sich auf. Mit Ilthys gebummelt. Wer ist Ilthys? Das ist ein Spitzname für einen großen Mann, erklärte Mikita. Isa lachte. Das war ein sonderbarer Spitzname. Sehen Sie, Fräulein Ilthys ist mir persönlich ein sehr sympathischer Mensch, ein guter Mensch und hält es mit den Jungen. Manchmal werden sie ihm zu toll. Dann schleicht er sich still davon. Was ist er denn? Er ist Bildhauer. Das ist aber bei ihm furchtbare Nebensache. Na ja, er interessiert uns nur als Mensch. Und als Mensch wird er von der fixen Idee beherrscht, dass jemand sich auf seine persönliche Suggestion hin erschießen müsse. Hypnose ist nämlich sein Reitpferd. So kam es, dass wir eine ganze Nacht durchgetrunken hatten. Das verehrte Publikum, das uns für die Priester der Kunst hält. Priester der Kunst, großartig. Musentempel und Clio. Ha, ha, ha. Mikita freute sich ungemein. Ja, das Publikum kann sich nicht denken, wie oft das bei den Priestern der Kunst vorkommt. Nach einer solchen Nacht bekommen also die Priester verlangend nach frischer Luft. Die kleinen Priester fielen unterwegs ab. Nur der große Hierophant. Hierophant, Ilthys ist ein Hierophant. Mikita schüttelte sich. Also der Hierophant und ich gehen zusammen. Plötzlich bleibt Ilthys stehen. Ein Mann steht an der Mauer und? Start in die Höhe. Wie es bei Schubert heißt. Mann, sagt Ilthys mit einer unglaublichen Vibration in der Stimme. Aber der Mann rührt sich nicht. Ilthys sprüht förmlich Funken mit seinen Augen. Pass auf, der Mann ist hypnotisiert, flüstert er mir geheimnisvoll zu. Mann. Seine Stimme wird drohend und bekommt den Ton einer heißeren Trompete, mit der Jerichos Mauern erschüttert rum. Hier hast du sechs Mark. Kauf dir einen Revolver und schieß dich tot. Der Mann streckt die Hand aus. Eine vollkommene Hypnose räumt mir Ilthys zu. Er legt mit einer unglaublich großartigen Handbewegung sechs Mark in die offene Hand des Mannes. Im selben Nu macht der Mann einen Luftsprung. Nun brauch ich mir nicht totschießen. Hurra das Leben. Falker Schurke, brüllt ihm Ilthys nach. Mikita und Fräulein Isa lachten herzlich auf. Falk horchte. Es war da ein Schmelz in dem Lachen. Ein... Woran erinnerte ihn das nur? Sehen Sie, wäre ich ein Kultusminister, würde ich den Feigenschurken als einen wohlbestallten Professor der Psychologie anstellen lassen. Verstehen alle Russen so schön zu höhlen? Sie sah ihn mit großen, herzlichen Augen an. Nein, Fräulein, ich bin kein Russe. Ich bin nur an der russischen Grenze geboren. Aber durch die enge Berührung mit den Slaven, die katholische Erziehung und dergleichen schöne Dinge, bekommt man vielleicht etwas in seinen Charakter, das die Deutschen sonst nicht haben. Dann, ja wissen Sie, man bekommt dort so interessante Eindrücke. Falk fing an, mit einer Wärme von seinem Geburtsort zu sprechen, die seltsam von dem leise höhnenden Zug abstach, den er in seiner Stimme hatte. Prachtvolle Menschen! Auf ein Hundert können kaum zwei lesen, weil sie Polen sind und in der Schule gezwungen werden, dem süßen Wohlaut einer fremden Sprache zu lauschen. Ja, man wolle durchaus die polnischen Kinder zu ehrsamen deutschen Bürgern erziehen, und alles, was ehrsam sei, müsste sich bekanntlich der deutschen Sprache bedienen. Man prügle den Kindern mit einer echt preußischen Energie die wannesame deutsche Sprache bei, und die Fortschritte seien auch ganz eklatant. Die Kinder grüßen ja sogar schon mit einem Gruß, der eigentlich gelobt sei, Jesus Christus lauten sollte. Aber die gelenkische polnische Zone weigert sich, solche barbarischen Lautverbindungen wie gelobt auszusprechen. Und so wurde der Gruß zu einem Galopp, Jesus Christus, Galopp umgewandelt. Warum der liebe Jesus Christus galoppieren soll, können die Kinder freilich nicht begreifen, aber bei einem deutschen Christus ist alles möglich. Der polnische ist ja doch ganz anders, und der polnische Gott versteht ja auch nur Polnisch, wie ja auch bekanntlich das Paradies in Polen zu suchen ist. Es war etwas in seiner Sprache, das sie so seltsam fesselte. Er konnte etwas ganz Triviales sagen, und doch sagte er es mit einer Nuance, einer Betonung. »Mikita sprach zu laut.« »Weißt du, Erik, wie wir noch im Gymnasium waren?« »Der eine Lehrer hatte eine kolossale Ähnlichkeit mit Iltis.« Falk bräuchte halb zu. Während Mikita sprach, sah er sie von Zeit zu Zeit an. Jedes Mal begegneten sich ihre Blicke, und beide lächelten. Dies Gefühl hatte er noch nie empfunden. Es war, als ob sich etwas in ihm anspannte, sammelte. Er fühlte eine Wärme und eine Energie. Das strömte und goss sich in seinen Hörn. »Er hatte sich doch wirklich interessant machen wollen.« »Ja, wirklich.« Es war etwas in ihm, das eine verzweifelte Ähnlichkeit mit Absichten hatte. Ja, Absichten, das Weib zu fesseln, sie zu unterhalten. »Wer war dies Weib?« Wieder sah er hin. Sie schienen Mikita nicht anzuhören, und die Augen ließ seltsame Glühen, wie alle die Linien ineinander flossen hinter dem Schleier. Er fühlte fast die Lust, etwas von ihrem Gesicht und ihren Augen abzulösen. Mikita bekam plötzlich mitten in seiner Erzählung einen Ruck. Er sah flüchtig auf sie hin. Ihre Augen waren auf Falk gerichtet. Neigierte. »Ja.« »Vielleicht nicht.« Falk merkte Mikitas Unruhe und lachte plötzlich auf. »Ja, es war merkwürdig, dieser alte Fränkel. Ja, wirklich, ein Doppelgänger von Ilthys. Weißt du noch, Mikita, damals, an dem Sonntag? Wir schliefen. Ich träumte von dem Chemiker, dem Grieser, der mir damals als ein Geistesriese vorkam. Er hat uns beide düppiert. Plötzlich wach ich auf. Jemand klopft an die Türe. »Machen Sie auf!« »Ich, in meinem verschlafenen Zustand, denke an Grieser.« »Aber es ist doch nicht Griesers Stimme.« »Wer sind Sie?« »Fränkel.« »Ich überhöre alles und denke nur an Grieser.« »Aber Sie sind doch nicht Grieser.« »Ich bin Fränkel.« »Machen Sie auf!« »Gott, machen Sie doch keinen Ulk.« »Sie sind nicht Grieser.« »Ich höre nämlich, dass es nicht Griesers Stimme ist.« »Mache trotzdem auf.« »Bin aber so verschlafen, dass ich mich nicht zurechtfinden kann.« »Sie sind doch nicht Grieser.« »Plötzlich werd ich wach und taumle erschrocken zurück.« »Es war wirklich, Fränkel, o Gott!« »Und auf dem Tisch lag Strauß.« »Leben, Jesu!« Mikita war nervös, aber alle die Erinnerungen erwähnten ihn wieder. Es wurde ziemlich spät. Falk fühlte, dass er nun gehen müsse. Aber es war ihm unmöglich, ja, physisch unmöglich, sich von ihr zu trennen. »Du, Mikita, wollen wir nicht in das Restaurant zur grünen Nachtigall gehen? Das wird Fräulein Isa interessieren.« Mikita schwankte, aber Isa schlug sofort ein. »Ja, ja, ich möchte es sehr gern.« Sie zogen sich an. Falk ging voraus. Isa sollte die Lampe auslöschen. Isa und Mikita blieben einen Augenblick zurück. »Ist er nicht wunderbar?« »O herrlich, aber lieben könnte ich ihn nicht.« Sie küßte ihn heftig. Unten setzten sich alle drei in eine Troschke. Es war eine helle Märznacht. Sie fuhren durch den Tiergarten, sprachen kein Wort. In der Troschke war es sehr eng. Falk saß Isa gegenüber. Dies Gefühl hatte er nie empfunden. Es war ihm, als ströme ihm unaufhörlich eine Hitze in die Augen. Ja, es war, als sauge sein Körper ihre Wärme in sich ein, als strahle sie ein saugendes Verlangen aus, das etwas in ihm auflöste, zerschmelzen machte. Sein Atem wurde heiß und kurz. Was war es? Er hatte wohl zu viel getrunken. Aber nein. Plötzlich begegneten sich ihre Hände. Falk vergaß, dass Mikita da war. Er verlor auf einen Augenblick die Selbstberge. Er zog ihre Hand an seine Lippen und küßte sie mit einer Inbrunst, einer solchen Inbrunst. Sie ließ es geschehen. Ende von Abschnitt 1 Abschnitt 2 von Homo Sapiens, Romantrilogie von Stanislaw Pschibiszewski Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Teil 1 Über Bord Drittes Kapitel In der grünen Nachtigall machte Isas Erscheinung großes Aufsehen. Falk erblickte den alten Iltis, wie er die Augen zukniff und wie sein Gesicht unangenehm grinste. Selbstverständlich fing nun seine ausschweifende sexuelle Fantasie zu arbeiten an. Darin war er unübertrefflich. Iltis lief auch gleich an Mikita heran. Gott, sie waren immer so gute Freunde gewesen. Falk grüßte mit einem nachlässigen Kopfnicken und setzte sich mit Isas etwas abseits. Er sah wieder um ihre Augen den heißen, verschleierten Glanz. Ihm schien, als müsse er zusammensinken. War es schwer, sich in der Macht zu haben. Aber er beherrschte sich. Interessant, dass er zuerst aufhusten musste. Er fühlte sich so sonderbar heiser. Ich werde Sie ein wenig mit der Gesellschaft bekannt machen. Er hustete wieder kurz auf. Sehen Sie, der Herr da, der Dicke mit den dünnen Beinen, die Sie leider nicht sehen können. Und Sie sind in der Tat sehenswert. Ja, der da, der Sie so mit dem unheimlich grübelnden Blick anstarrt, als wittere er in Ihnen unheimliche Sozialrätsel. Er ist ein Anarchist. Er macht übrigens Verse, wunderbare Verse. Wir sind die Infanterie. Nein, richtig, die rote Hussaren der Menschheit. Rote Hussaren, herrliche preußische Fantasie. Der hat einen Drill im Leibe. Falk lachte heiser auf. Ja, er ist Anarchist und Individualist. Ja, Sie sind alle, alle so dick und breit, Sie da sitzen, Individualisten. Mit jenen eigentümlichen, dicken, deutschen Pyr-Egoismus. Es klirrte etwas auf den Boden. Alle sahen hin. Falk lachte. Sehen Sie, das ist ein interessanter junger Mann. Er ist Neokatholiker und glaubt an ein Willenszentrum in der Welt, von dem wir nur Willensemanationen sind. Bei ihm speichert sich die Energie in den Fingerspitzen. Er muss sie auslösen, um weitere Energieakkumulationen zu verhindern. Er behilft sich damit, dass er Gläser hinwirft. Der junge, blonde, lockige Mann sah sich triumphierend um. Sein Tun hatte kein sonderliches Aufsehen erregt. Und so rief er nach einem neuen Blase. Iltis besänftigte ihn. Aber kindend. Und der, ja, der links, hat er nicht ein Gesicht wie ein verfaulter Apfel? Nikita kam heran. Wir müssen an Ihren Tisch kommen, sonst glauben Sie, dass wir uns absondern. Nun wurden alle Isar vorgestellt. Falk saß neben Isar. Ihm zu Rechten saß ein Mann, den Falks Freunde den Säugling nannten. Der Säugling war überströmend freundlich. Falk wurde er plötzlich widerlich. Er wusste, dass der Mann ihn hasste. Haben Sie das Gedichtbuch gelesen? Der Säugling nannte einen Namen, der gerade aufkam und sehr angusch war. Ja, darin geblättert. Falk fühlte instinktiv, dass Isar ihm zuhörte. Er verspürte ein heftiges inneres Beben. Finden Sie es nicht entzückend? Durchaus nicht. Nein, er findet das Buch ganz dumm. Falk versuchte, das dumme Zittern zu neutralisieren. Ganz, ganz dumm. Wozu schreibe man diese inhaltleeren Gedichtchen? Um den Frühling zu besingen. Der habe wahrhaftig mehr als genug von der ewigen Singerei. Man schäme sich ja schon, das Wort Frühling bloß auszusprechen. Mikita sah Falk erstaunt an. Er war nicht gewöhnt, Falk in diesen Kreisen so sprechen zu hören. Diese ganze Stimmungsmalerei sei so flach, so nichtssagend. Diese Stimmungen habe jeder Bauernjunge, jede Bauerndirne, wenn in ihr der träge Stoffwechsel des Winters einem schnelleren Verbrennungsprozess weiche. Wären es noch Stimmungen, die auch nur ein Quäntchen von dem furchtbaren, rätselhaften, an dem der Mensch Überfall sei, offenbart hin? Wären es Stimmungen, die doch wenigstens so belanglos sie auch sonst sein mögen, etwas von dem nackten Seele neben Jahr, etwas von der unbekannten Seele geben? Aber alle diese Dinge, die eine höher stehende Gattung Mensch überhaupt nicht mehr erlebe, weil sich das Gefühl dagegen sträube, sich in dieser Frühlingssängerei zu bewegen. Falk stotterte und wurde verwirrt. Es kam ihm vor, als stünde er auf einer Redner-Tribüne. Tausend Zuhörer um ihn herum. Dann wurde er immer dumm und sprach nur banales Zeug. Der Säugling wollte ihn unterbrechen. Aber Falk musste ausreden. Sehen Sie, alle diese Gefühle können Wert haben für Jünglinge und Backfische, weil sie sozusagen das Substrat der Zuchtwahlsempfindungen sind. Aber lieber Falk, der Säugling benutzte eine momentane Pause, in der Falk seine Gedanken zu konzentrieren suchte, Sie verkennen völlig das Wesen der Kunst. Kunst kommt von Können. Er sprach den Satz bedeutungsvoll aus. Das Können allein entscheidet über den Werk eines Kunstwerkes. Die Gedichte sind rhythmisch, vollendet. Sie haben Fluss und Gesang. Und sind ein leeres Strohtreschen, unterbrach ihn Falk. Dein Wohl, Ilthes trang Falk freundlich zu. Mit Falk konnte es nicht richtig sein. So eifrig und so zittrig hatte er ihn noch nie gesehen. Falk erholte sich ein wenig. Nein, lieber Herr, nicht die Form, nicht der Rhythmus entscheidet über die Kunst. Das hatte einstmals Bedeutung, als der Mensch sich erst künstlerische Formen schaffen musste. Ja, musste. Aus einem inneren Trieb, der durch tausend Ursachen bedingt war. Damals hatte der Rhythmus als solcher Bedeutung. Denn in ihm drückte sich das rhythmische Zusammenwirken der Muskeln aus. In der Zeit, als der Rhythmus geboren wurde, war er eine Offenbarung, eine große Tat. Heute hat er nur eine atavistische Bedeutung. Heute ist er eine leere, abgestorbene Formel. Wissen Sie, zu diesen Gedichten war überhaupt nichts mehr nötig, als ein vererbtes Formgefühl. Ich leugne nicht die Bedeutung des Rhythmus für den ganzen künstlerischen Effekt. Aber es muss doch in einem Gedicht etwas drin sein. Wieder drang Ilthes Falk zu. Es fing an, ihn zu langweilen. Nein, nein, nicht der abgedroschene Inhalt von Frühling und Liebe und Weib. Nein, ich will nicht, diese lächerlichen Eier-Papaya-Sänger. Balk sprach heftig und eindringlich. Isa hörte nicht auf das, was er sprach. Sie sah nur den Mann mit dem feinen, schmalen Gesicht und der glühenden Leidenschaft in den tiefen Augen. Was ich will, was ich will, Leben will ich haben, das Leben mit seinen furchtbaren Untiefen, mit seinen schauerlichen Abgründen. Die Kunst ist für mich der tiefste Instinkt des Lebens, der heilige Weg zur Zukunft des Lebens, zur Ewigkeit des Lebens. Und deswegen will ich große zeugende Gedanken haben, die eine neue Zuchtwahl vorbereiten, einer neuen Welt, einer neuen Weltanschauung zur Geburt verhelfen. Die Kunst soll mir nicht im Rhythmus, im Fluss, im Gesang bestehen. Sie soll mir der Wille werden, der neue Welten, neue Menschen aus dem Nichts ruft. Nein, nein, lieber Herr, wir haben eine große, ideenzeugende Kunst nötig. Sonst hat sie überhaupt keine Bedeutung. Falk kam plötzlich zur Besinnung. Herrgott, was sprach er denn nur? Wollte er ein Programm in die Welt ausschreien? Er ertappte sich, dass er zusah, welchen Eindruck er auf Isa mit seinen Reden machte. Das war doch zu knabenhaft. Diese Art Kunst, die Sie loben, kann wohl Bedeutung haben für die Tiere. Sie wissen, dass die Vögel zum Beispiel mit dem Rhythmus, dem Fluss des Trillers und dergleichen mehr die Weibchen anlocken. Das können unsere Dichter nicht. Nein, sicher nicht. Selbst auf die Backfische macht das keinen Eindruck mehr. Ilzis lächelte listig und zwinkerte mit den Augen. Falk trank ihm zu. Er war mit sich unzufrieden. Aber er fühlte ihre Augen, und er sah sie an, so tief, so bis in das Herz hinein. Das war sicherlich lyrisch gedacht. Aber wieder stieg ihm die Hitze in sein Hirn. Der Säugling wurde nervös. Ich bin wirklich neugierig, was Sie als Kunst gelten lassen. Haben Sie Rops gesehen? Ja, sehen Sie, das ist Kunst. Kann man überhaupt mehr vom Leben sagen? Selbstverständlich. Ja, nach oberflächlicher Schätzung selbstverständlich. Selbstverständlich für den, dem alles selbstverständlich ist. Ja, selbstverständlich für Strauß und Vogt und Büchner und, und. Aber das Furchtbare, das Grausige, der große Geschlechtskampf und der ewige Geschlechtshass, ist das selbstverständlich? Ist das nicht ein unheimliches Mysterium? Ist das nicht etwa das, was ewig zeugt, Leben schafft und Leben zerstört? Ist das nicht etwa das, was unsere Handlungsmotive bildet? Mögen Sie noch so harmlos dem bewussten Gehirn erscheinen? Falk stockte. Dann sprach er immer heftiger. Sehen Sie, was für uns nötig ist, das ist das Gehirn, für das nichts selbstverständlich ist. Das Gehirn, das Scheu und Angst und Ehrfurcht vor dem Selbstverständlichsten hat. Das ist das Gehirn, in dem der Verknotungspunkt frei wird, ja, der heilige Verknotungspunkt aller Sinne, in dem Linie zum Ton wird, ein großes Erlebnis zu einer Geste und tausend Menschen ineinander wurden, in dem es eine ununterbrochene Skala gibt, vom Tone bis zum Worte und zur Farbe, ohne die jetzt bestehenden Grenzen. Wieder besann sich Falk auf sich und er lächelte still. Nein, nein, bleibt mir weg mit eurer lächerlichen Bewusstseinslogik und euren atavistischen Zuchtwahlsmittelchen. Isa musste ihn beständig ansehen. Sein dichtes Haar war ihm in die Stirne gefallen und seine Augen waren weit und tief. Das hätte sie nie vermutet, dass er so schön, so dämonisch schön werden konnte. Der Herr Falk scheint bei den Theosophen in die Lehre gegangen zu sein. Der Anarchist sprach gedehnt und bedeutungsvoll. Mit einem plötzlichen Augenaufschlag. Falk lächelte. Nein, verehrte Herr, durchaus nicht. Aber sehen Sie nur zu. Sie sind doch ein großer und jedenfalls, soweit die deutsche Zunge reicht, unerhört bedeutungsvoller Dichter. Ein Mensch lachte plötzlich laut auf, sicher mit einer boshaften Absicht. Der Anarchist sah ihn wütend an, wurde rot im Gesicht und schrie Falk zu. Ich verbitte mir jegliches Anulken. Falk wurde ungemein ernst. Sehen Sie, das war sehr würdig gesprochen, aber leider verfehlt. Es war mein höflichster Ernst. Ich habe nicht damit gemeint, dass ich Sie dafür ansehe. Aber sicher doch die anderen. Der Anarchist kochte. Er sah Isas Augen, die ihn mit unverkennbarem Spott ansahen. Mein Herr, Sie gehen zu weit. Nein, durchaus nicht. Sie vermuten bei mir beleidigende Absichten, die ich nicht habe. Im Übrigen haben Sie auch für mich etwas geschaffen. Ein Bild von einer solchen, ich möchte das Antithesengröße nennen. Ja, ich meine, die roten Hussaren der Menschheit. Wieder lachte derselbe Herr, aber diesmal so deutlich, dass es Falk peinlich wurde. Aber kommen wir zum Resultat. Wenn Sie dichten, nicht wahr? Ist das nicht ein seltsamer, mystischer und meinetwegen auch theosophischer Moment? Weil für Sie alles seltsame Theosophie zu sein scheint? Sie haben doch wohl von Fakiren gehört, die sich künstlich in eine somnambule Ekstase versetzen, in der Sie monatelang lebendig begraben liegen können. Ich habe selbst in Marseille einen Fakir gesehen, der sich im Zustande dieser Ekstase Wunden beibrachte, ohne eine Spur von Blutung. Sehen Sie nun, wenn Sie dichten, ist es derselbe Zustand somnambuler Ekstase, der allerdings nicht künstlich hervorgerufen werden kann. In einem Moment fließt Ihr ganzes Leben auf einen Punkt zusammen. Sie sehen nichts, Sie hören nichts. Sie arbeiten unbewusst. Sie brauchen nicht zu überlegen. Es kommt im Schlafe. Und nun sagen Sie, ist das nicht mystisch? Können Sie das mit Logik erklären? Können Sie einem klar machen, warum Sie der bedeutungsvolle Dichter sind und er nicht? Alle schwiegen betroffen. Falk hatte es doch zu weit getrieben. Der Anarchist erhob sich und ging. Ilzis hatte nichts davon begriffen. Nein, nein, sein Gehirn war zu groß für diese metaphysischen Spielereien, aber er verstand, dass Falk den anderen abgekanzelt hatte und trang ihm wohlwollend zu. Reichen Sie mir die Hand. Der junge Mann, der vorhin die Gläser auf die Erde zu werfen geruhte, stand auf, pathetisch gespreizt und streckte die Hand weit vor. Falk reichte ihm lächelnd die Hand. Isa schwieg. Sie fühlte sich so glücklich. Dies Glücksgefühl hatte sie schon lange, lange nicht gehabt. Falk war ein herrlicher Mensch. Ja, er war ihr schönstes Erlebnis. Sie wurde plötzlich unruhig. Du bist so schweigsam. Mekita kam an sie heran. Ich bin glücklich. Sie drückte ihm leise die Hand. Bist du nicht müde? Nein, gar nicht. Aber wir wollen gehen, nicht wahr? Etwas hielt sie mit aller Macht zurück. Sie möchte um jeden Preis noch bleiben. Aber sie las in seinen Augen eine Stimme bitte. Ja, wir wollen gehen. Es klang fremd, beinahe abweisend. Sie erhob sich. Wollt ihr wirklich gehen, so bleibt doch noch ein Weilchen hier. Falk hätte sie mit Gewalt zurückhalten mögen. Aber Mekita konnte unmöglich länger bleiben. Er müsse Isa nach Hause begleiten. Als sie weggehen wollten, sprang Iltis auf. Also du, Mekita, vergiss nicht. Ja, richtig. Mekita hatte es ganz vergessen, dass er mit Isa zu einer Abendgesellschaft bei Iltis eingeladen war. Ja, er werde sicher kommen. Ob Isa auch mit wolle, das wisse er nicht. Isa wollte herzlich gerne mitkommen. Und du, Falk, du kommst doch selbstverständlich. Iltis klopfte Falk wohlwollend auf die Schultern. Gewiss. Isa drehte sich plötzlich nach Falk um und reichte ihm noch einmal die Hand. Sie kommen doch recht bald zu mir. Falk kam es vor, als risse der Schleier um ihre Augen auseinander. Eine Glut quoll hervor und ringelte sich heiß um die Lieder. Ihr Zimmer ist ja meine Heimat. Mekita wurde unruhig. Er schüttelte besonders kräftig Falks Hand und sie gingen. Die haben Eile. Iltis zwinkerte lüstern mit den Augen. Falk wurde plötzlich sehr gereizt. Er hatte Mühe, ein Wort zurückzuhalten, das Iltis sicher nicht geschmeichelt hätte. Er setzte sich aber wieder hin und sah sich um. Es wurde alles so öde um ihn, und er fühlte sich so einsam. Er war auch sehr unzufrieden mit sich selbst. Er kam sich ein wenig lächerlich und knabenhaft vor. Er wollte doch wirklich krampfhaft einen Eindruck auf Isa machen. Zweifellos, und alles, was er gesagt hat, kam ihm so dumm vor. So viele große und gespreizte Worte. Er hätte das alles doch sicher viel feiner sagen können. Aber er zitterte ja ordentlich, als er sprach. Er wurde im Ernst wütend. Dieser dumme Säugling, wie scheußlich er an dem Glase lutschte. Widerlich. Eigentlich wurde ihm plötzlich alles widerlich, in der berühmten Nachtigall. Alles. Nein, wozu sollte er noch länger sitzen? Er musste frische Luft haben. Er fühlte einen Drang, zu gehen und zu gehen. Endlos alle Straßen entlang. Sich etwas klar machen. Es war da drin etwas, das aufgelöst werden musste. Etwas, ja, etwas Neues. Fremdes. Er zahlte und ging. Viertes Kapitel Als Falk auf die Straße kam, wurde er sehr unruhig. Er fing an, schnell zu gehen. Vielleicht geht es nach einer physischen Ermattung vorüber, und es war, als peitschte ihn etwas immer schneller vorwärts, dass er fast zu laufen begann. Es wurde aber noch schlimmer. Er fühlte deutlich, wie sich eine Welle von Unruhe tiefer und tiefer in seinen Körper hineinringelte. Er fühlte etwas, das schneller und schneller in ihm kreiste und in jede Pore, jeden Nerv sich mit wachsender Wut drängte. Was war das? Er stutzte plötzlich. Kam es wieder. Gefahr? Er blieb stehen. Es musste doch wohl ein tierischer U-Instinkt in ihm sein. Die uralte Warnstimme einer fremden Seele. Er bekam einen heftigen Ruck. Fliehen, ja, fliehen, schrie es in ihm. Und er sah sich plötzlich als vierzehnjährigen Jungen hoch oben im vierten Stock. Zwei Fenster auf den Hof hinaus. Unten ein ewiges Klopfen der Bötschergesellen. Er musste ein großes Pensum auswendig lernen, sonst erwartete ihn eine strenge Strafe. Und er saß und lernte, dass ihm die heißen Tränen wie Erbsen die Backen herunterrollten. Aber sein Gehirn war dumpf. Kaum hatte er einen Vers auswendig gelernt, vergaß er den anderen. Und draußen, ja, draußen vor den Festungsmauern spielten seine Kameraden. Und Jans war selbstverständlich dabei, Jans, den er so liebte. Und der Tag ging zu Ende. Er stürzte sich auf die Knie. Eine namenlose Angst hatte ihn befallen. Er flehte den Heiligen Geist um die Gnade der Erleuchtung an. Aber nichts, nichts konnte er behalten. Ihm schwindelte Verangst. Er musste, er musste. Und er schlug mit den Fäusten auf seinen Kopf. Er wiederholte jedes Wort hundertmal. Aber es half nichts. Und er wusste keinen Ausweg. Da plötzlich, ganz urplötzlich, nun wusste er es, er musste fliehen, weit, weit weg, zu der Mutter. Er lief in die Nacht hinaus. Lief, keuchte, fiel. Jedes Geräusch kroch lähmend durch seine Glieder. Jedes Aufleuchten entzündete ein Meer von Licht in seinen Augen. Dann raffte er sich auf und lief wieder, ununterbrochen, bis er dann atemlos im Walde zusammenbrach. Und jetzt hörte er sie wieder, die starke, gebieterische Stimme. Flieh, flieh! Er sah nach und lächelte. Das Tier ist aufgewacht. Als ob ein bewusster Mensch keine anderen Abwehrmittel hätte, als das Feige fliehen. Warum sollte er denn so urplötzlich fliehen? Da kroch ein Verlangen in ihm hoch. Wie eine Dampffolge breitete es sich über sein Gehirn und erstickte alle seine Grübelei. Er fühlte ihre Hand auf seinen Lippen. Er fühlte ihre körperliche Wärme sich in sein Blut hineinsaugen. Er fühlte den Ton ihrer Stimme seine Nerven entlangkrieseln. Er reckte sich jäh empor. Nein, schrie er laut. Dieser wunderbare Mekita, wie er sie lieben musste. Er sah Mekita, wie er bebend, lauernd sie beide ununterbrochen beobachtete. War er ihrer Liebe nicht sicher? Da plötzlich. Sie? Konnte sie eigentlich Mekita lieben? Nein, lächerlich. Ich meine nur, ob ein so organisiertes Wesen... Nein, nein, nur, ob dies Weib Mekitas Bewegungen angenehm empfinden könnte? Hm. Mekita war doch ein wenig komisch heute, mit der hastenden Sprache und dem Zabligen... Nein, nein, Falk schämte sich. Selbstverständlich muss man Mekita lieben. Ja, außer Frage. Sie liebte ihn. Sie musste ihn lieben. Vielleicht nur seine Kunst? Wirklich? Oder kam es ihm nur so vor? Aber sah er nicht deutlich so etwas von leisen Unmut über ihr Gesicht gleiten, als Mekita über sein Liebesglück sprach? Und wollte sie es nicht wieder gut machen, als sie ihm dann so unmotiviert die Hand streichelte? Mit einem Ruck wurde er wütend. Hatte er sich jetzt nicht darauf ertappt, dass ihm Mekitas Liebe unangenehm wurde? Fühlte er nicht deutlich den Wunsch, dass seine Bedenken zur Wahrheit wurden? Nein, das war abscheulich, das war hässlich. Hässlich? Von wem war es hässlich? Ha, 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 als ob er etwas dagegen tun könnte, dass dumme tierische Instinkte in ihm wach wurden. Er trat in eine Baumallee. Er war ganz verwundert. So herrliche Bäume hatte er noch nie gesehen. Er betrachtete sie aufmerksam. Er sah die mächtigen Äste wie knorrige Speichen um den Stamm herum sitzen. Seltsam verzweigt, zu Netzen geformt. Und er sah, dass Ästegeäder sich gegen den Himmel abzeichnen. Ein riesiges Venengeflecht, das den Himmel umspannte, die heilige Gebärmutter des Lichtes und des Samensegens. Wie schön das war! Und der Merzwind so laut! Er musste sie vergessen. Ja, er musste es! Und wieder überschrie all sein Denken und Grübeln dies, oh Alte. Flieh! Flieh! Nein, er brauchte nicht zu fliehen. Wovor? Aber die Unruhe stieg in ihm höher und höher. Er stemmte sich gegen die wachsende Qual, die sein Herzstocken machte. Wer war dies Weib? Was war ihm? Er hatte noch niemals etwas Ähnliches empfunden. Nein, niemals! Er prüfte sich und prüfte. Aber nein, niemals! War es Liebe? Er fühlte Angst. Wie kam es, dass in einer Stunde ein Weib zu ihm in Beziehung trat, in sein Gehirn übertrat als eine Art Fremdkörper, um den sich nun sein Denken, sein ganzes Fühlen sammelte, in den sich sein Blut goss? Nein, er sollte, er durfte nicht mehr daran denken. Du sollst nicht deines nächsten Weib begehren. Nein, das wollte er sicherlich nicht. Sie war ja Mikitas ganzes Glück, Gott, wie der Mensch strahlte, als er von seiner Liebe sprach. Es war doch herrlich, dass Mikita dies große Glück finden sollte, wie das seine künstlerische Potenz steigern würde, für und durch dies Weib schaffen zu können. Aber wieder fühlte er ihre schmale, heiße Hand an seinen Lippen. Nein, sie wehrte es ihm nicht. Er sah ihr verschleiertes Lächeln und das aufquellende Glühen und Leuchten um ihre Augen. Und er fühlte mit unendlichem Behagen eine zitternde Wärme in seinem Innern. Seine Augen brannten. Es wurde ihm so heiß und so beklommen. Einen Menschen möchte er jetzt um sich haben, zu dem er sehr, sehr zärtlich sein könnte. Janine. Wie ein Blitz schoss ihm der Gedanke durch sein Gehirn. Sie war doch so gut zu ihm. Sie liebte ihn so. Es ist doch, weiß Gott, herrlich, so geliebt zu werden. Er hatte sie doch auch sehr gerne. Mehr, als er sich eigentlich eingestehen wollte. Er sah sie deutlich. Ja, vor Jahren, als noch Brand in seinem Kopf herumspuckte. Er hatte sie geküsst und sie wurde so glücklich. Er ging weg, beobachtete sie aber heimlich. Er sah sie heiß und begehrlich suchen. Dann sah er, wie sie ein kleines Mädchen von dem Nachbarn in ihre Arme nahm und heiß an sich drückte. Ihre Liebe kam ihm plötzlich so schön, so geheimnisvoll schön vor. Sie gab ihm alles. Sie dachte nichts. Sie hatte keine Rücksichten. Sie war ganz, ganz sein. Merkwürdig, dass er ganz in ihrer Nähe war. Was hatte ihn hierher geführt? Ja, nur noch eine Straße. Der Nachtwächter machte ihm das Tor auf. Er flog die Treppe hinauf und klopfte leise an ihre Tür. Erich, du? Sie zitterte heftig und stammelte vor Freude. Leise, ja, ich. Ich hatte Sehnsucht nach dir. Er tastete sich in ihr Zimmer hinein. Sie hängte sich leidenschaftlich an seinen Hals. Wie lieb ihm jetzt diese Leidenschaft war. Ja, ich hatte Sehnsucht nach dir. Und er küßte sie und streichelte und sprach zu ihr, dass sie wirrwurte vor Glück. Dieses Glück, dieses Glück, stammelte sie unerfhörlich. Er presste sie enger und enger an sich und horchte in sich hinein und schrie in sein Gewissen. Mekita, Mekita. Ja, jetzt vergessen, alles vergessen um Mekitas Willen. Ja, Janina, ich bin bei dir. Ich bleibe dir. Fünftes Kapitel Er durfte sie nicht mehr sehen. Das wurde ihm nun klar. Nein, nicht mehr. Angst, schmerzhafte Angst kam in ihm auf. Wie wird das werden? Wie wird er dies zwingende Verlangen ersticken können? In einer Stunde hatte das Weib diese tiefen Wurzeln in ihn geschlagen. Ihr Faserwerk umstrickte seine Seele. Enger und enger zogen sich die Maschen dieses Wurzelnetzes zusammen. Er fühlte sich deutlich in zwei Menschen zerfallen, und während der eine kühl und klar den Willen zu beeinflussen suchte, warf ihm der andere plötzlich Gedanken in sein Gehirn, die den bewussten Menschen zerstörten, und bohrte sich tiefer in ihn hinein, mit einer Sehnsucht und einem Verlangen, dass er rastlos hin und her geworfen wurde und keine Ruhe finden konnte. Was war denn geschehen? Boele Psychologs! Erklärt mir doch mit euren ganzen psychophysischen Grundgesetzen, was in meiner Seele vor sich gegangen ist. Bitte erklärt mir das! Er setzte sich plötzlich auf. Was fehlte nur Mikita? Ahnte er, fühlte er es kommen, aber es war ja nichts geschehen. Warum war er noch heute so einsilbig? Er muss sie unerhört lieben. Es zuckte Leiden um seinen Mund. Ja, Mikita fühlt auf Distanz. Ja, Mikita sieht das Gras wachsen. Der Ton, mit dem er ihm bat, Isa heute zu Ilse zu begleiten. Er habe so viel zu tun, und Isa habe so große Lust darauf. Warum führte er sie nicht selbst? Ja, er werde vielleicht später nachkommen. Aber konnte er denn nicht seine Geschäfte bis morgen vertragen? Falk stand auf. Nein, er wird sie nicht begleiten. Er darf sie nicht mehr sehen. Jetzt könnte er sie vielleicht noch vergessen. Sie könnte jetzt noch ein herrliches Erlebnis werden. Ja, ein Erlebnis, das er literarisch verwerten könnte. Literarisch. Falk lachte höhnend. Er wird zu Hause bleiben und literarisch tätig sein. Ha, ha. Er fühlte Ekel. Dies dumme, blödsinnige Schreiben. Warum ist er nicht genug Aristokrat, um sein persönlichstes, sein feinstes und verschämtestes Empfinden nicht zu prostituieren? Warum wirft er das alles vor die Menge? Die Herren, die auf den Menschheitshöhen wandeln, mitsamt den Ferschten. Ja, den Ferschten, wie sie in den fliegenden Blättern zu finden sind, halb Pudel, halb Affe, mit aufgekrampelten Hosen. Ekelhaft. Nein, jetzt wird er sich entschließen. Ja, nun ist es bestimmt, er wird zu Hause bleiben. Der feste Entschluss tat ihm wohl. Er setzte sich vor den Schreibtisch und fing an zu lesen. Er las eine Seite und verstand nichts. Dann sah er auf. Er musste unwillkürlich an einen Knecht in einem kogolischen Roman denken, dem das rein mechanische Lesen Vergnügen macht, ohne dass er auch nur ein Wort versteht. Er raffte sich auf und las weiter. Was war nur in ihren Bewegungen? Das war keine Bewegung mehr, das war Sprache, das war der vollendetste Ausdruck seines eigenen höchsten Kunstregals. Und die Hand, die Hand! Er fuhr zusammen. Dass er das nur vergessen konnte. Er musste doch an Mikita schreiben, dass er verhindert sei, Isa zu begleiten. Er setzte sich hin und schrieb eine Rohrpostkarte. Wie schön es nun wäre, jemand mit der Karte schicken zu können. Jetzt musste er selbst auf die Post laufen. Er trat auf die Straße. Es stieß ihn, zu ihr zu gehen. Sie nur noch einmal zu sehen. Sich in ihrer Nähe zu reiben. Ja, nur noch einmal sie atmen zu können. Aber das durfte er nicht. Er werde sich doch nicht bezwingen können. Ja, bezwingen. Gerade so bezwingen wie einer seiner Freunde, dessen größtes Verlangen es war, einmal Rom zu sehen. Und er fuhr nach Rom. Aber eine Meile vor Rom hatte er sich gesagt, dass der Mensch sich müsse bezwingen können und kehrte um. Als er in die Heimat zurückkehrte, wurde er verrückt. Ja, das kommt alles von der lächerlichen Idee, dass man sich bezwingen könne. Und gerade das in sich, was das Stärkste ist, weil es von Ewigkeit her da ist. Und er dachte an Heines Worte. Wie war es doch? Könnte ich mich bezwingen? Wäre es schön? Könnte ich es nicht? Wäre es noch schöner? Ja, so ungefähr. Aber der zynische Hintergedanke war ihm peinlich. Er hatte das Gefühl, als hätte er Isa beschmutzt. Warum denn? In welcher Beziehung sollte Isa zu diesem Hintergedanken stehen? Und er ging und grübelte über die geheimen Assoziationen, die sich irgendwo im Verborgenen vollziehen und dann plötzlich ohne jeden Zusammenhang ins Gehirn treten. Ja, scheinbar zusammenhanglos. Das tückische Unbekannte weiß ganz genau, was es zusammenkoppelt. Es machte ihm Freude, an diesem sonderbaren Rebus herumzuretseln. Selbstverständlich tat er es nur, um keinen anderen Gedanken auftauchen zu lassen. Schön war doch die Enge des Bewusstseins. Aber der Gedanke an Mikita brach doch hervor. Er wollte nicht an ihn denken. Es war, als bekäme er jedes Mal einen Herzkrampf. Das Blut staute sich auf Augenblicke zu Herzen. Das tat unsagbar weh. Warum sollte Mikita Rechte auf einen Menschen haben? Ausschließliche Rechte. So eine Art Monopol. Er schämte sich plötzlich, empfand aber deutlich ein heißes Gefühl von... Ja wirklich, es war ein deutliches Hass. Nein, Unmutsgefühl. Mikitas wegen durfte er nicht gehen. Mikitas wegen? Er lachte höhnisch. Erik Falk hält sich für den Unüberwindlichen. Mit einer gewissen prestabilierten Harmonie müsse er jeden Mann zum Hahnreihe machen. Jede Verlogte eines anderen müsse sich mit zwingender Gewalt in ihn verlieben. Das war doch unendlich lächerlich. Wenn er sich noch sagen würde, du, geh nicht hin. Du wirst dich nur verlieben, und du auf keine Gegenliebe hoffen darfst. Das jedoch... Er stockte. Er hatte ein so lächerlich sicheres Gefühl, dass sie ihm näher stand als Mikita. Er fühlte so deutlich, ja... Mikita schien es ihr auch zu fühlen, dass Isa... Nein, nein, aber das eine, das könne er doch mit gutem Gewissen tun, ihr wenigstens räumlich nahe zu sein. Nur über die Straße weg. In dem Restaurant, dort werde er sich hinsetzen und sich ganz mechanisch betrinken, um sich einfach unfähig zu machen, zu Isa zu gehen. Ja, das müssen, das werde er tun. Vor dem Hause, in dem Isa wohnte, blieb er stehen. Nun war es zu spät geworden. Nun konnte er nicht mehr rechtzeitig Mikita benachrichtigen. Was wollte er tun? Herrgott, er müsse am Ende doch hinaufgehen. Sein Herz klopfte heftig, als er die Treppe hinaufging. Er klingelte. Nun erschrak er heftig. Es war ihm, als müsse das Klingeln das ganze Haus in Aufruhr bringen. Flieh, flieh, schrie es in ihm. Die Tür wurde aufgemacht. Isa stand im Korridor. Er sah in ihren Augen eine heiße Freude aufleuchten und sich über das ganze Gesicht gießen. Sie drückte ihm herzlich die Hand, sehr herzlich. Wollte sie damit etwas sagen? Sie wissen schon, dass Mikita erst später nachkommen kann. Ja, er war heute bei mir. Da müssen sie mich hinbegleiten. Es ist ihnen doch nicht unangenehm. Für sie tue ich alles. Es kam so passig heraus. Sie wurden beide verlegen. Ja, er musste wachen, dass er sich nicht wieder vergesse. Wie kam es nur so plötzlich, ohne dass er es hindern konnte? Sie setzten sich hin, sahen sich in die Augen und lächelten. Er fühlte, dass sie auch unruhig war. Er zwang sich und wurde sehr aufgeräumt. Nun, wie hat es ihnen gestern gefallen? Es war ein sehr interessanter Abend. »Iltis ist ein merkwürdiger Mensch, nicht wahr?« Sie lächelte. »Nein, nein, ich meine es im vollen Ernste. Ich nehme den Mann absolut ernst.« Isa sah ihn zweifelnd an. »Ja, Iltis sei direkt ein dilettantisches Genie. Er wisse alles, er habe alles untersucht, alles gelesen. Sein Gehirn arbeite absolut folgerichtig. Nur komme es zu so sonderbaren Schlüssen, die immer seine ganze Arbeit zerstörten. So habe er sich neulich mit dem Problem abgequält, auf welcher Stufe der Entwicklung er die Kinder platzieren solle. Das gab natürlich viel Kopfzerbrechen. Zuerst ein Vergleich mit den Weibern. Alle Kinder seien Larven von Weibern. Oder vielmehr, das Weib sei ein in der Entwicklung zurückgebliebenes Kind. Kinder und Weiber haben runde Formen und zarte Knochen. Kinder und Weiber verstehen nicht logisch zu denken und seien nicht imstande, ihr Gemüt mit dem Gehirn zu bemeistern. Nun kamen aber Schwierigkeiten in den weiteren Vergleich. Die Kinder sind rein und unschuldig. Die Weiber sind boshaft, verlogen, kokett, die reinen Dienerinnen des Teufels. Der Vergleich stimmte also nur formell. Falk wurde immer lebhafter. Aber eines Tages, es war wieder einmal ein früher Morgen, und in solchen Fällen musste ich gewöhnlich Ilthes nach Hause begleiten. Plötzlich bleibt Ilthes an einer Brücke stehen und verliert sich ganz und gar in den Anblick der Schwäne, die in einem großen Schwarm unter der Brücke auftauchten. Ilthes gerät in eine fabelhafte Aufregung. – Erik, siehst du? – Ja, ich sehe. – Was siehst du? – Schwäne. – Nicht wahr? – Ja. Ilthes drehte sich nervös um. In dem Augenblick kam die Semmelfrau von Jericho. Falk lachte nervös auf. – Wunderbar, diese Semmelfrau von Jericho. Sie kennen den prachtvollen Lilienkron nicht? – Nein. – Isa sah Falk erstaunt an. Also, der Lilienkron hat ein Gedicht geschrieben. Die Kreuzigung. Nein, Rabbi Jeschua. In dem Zuge... Aber was war mit Ilthes? Ja, gleich, gleich. Also, in dem Zuge, der sich nun auf Golgatha zu bewegt, gehen die Advokaten, die Leutnants, die Taschentiebe, selbstverständlich auch die Psychologen und die Vertreter des Experimentalromans und schließlich auch die Semmelfrau von Jericho. Aber es gab doch damals keine Semmelfrauen, bemerkte ihm einer seiner Freunde. Lilienkron wurde sehr aufgeregt. Die Semmelfrau sei ja das Herrlichste an dem Gedichte. Er habe ja das ganze Gedicht nur der Semmelfrau wegen geschrieben. Sie lachte. Ja, sie lachte wie ein Kamerad. Es war wirklich etwas von kameradschaftlicher Biederkeit in ihrem Lachen. Er möchte sie immer so sehen. Dann würden sie Freunde werden. Nichts weiter. Als nun die Semmelfrau von Jericho vorbeigeht, packt Ilthes eine Handvoll Semmeln aus dem Korb und wirft sie auf das Wasser. Nun wird er glücklich. Siehst du... Ja, ich sehe. Was siehst du? Schwäne. Lächerlich, das sehe ich auch. Aber das andere, das ich mit meiner Intuition erfasse, siehst du nicht. Schwäne und Kinder stehen auf derselben Stufe. Kinder essen keine Krusten und Schwäne auch nicht. Isa lachte etwas gezwungen. Falk wurde sehr nervös. Das war doch lächerlich. Wie konnte er glauben, dass er sie mit diesen kindischen Geschichten unterhalten könnte? Das war doch zu abgeschmackt. War das denn sein Ernst? Nun platzte er heraus. Nein, an der ganzen Geschichte sei auch nicht ein Jota Wahrheit. Er habe die Geschichte sehr schlecht erfunden. Aber als er zu erzählen anfing, glaubte er, dass etwas Besseres herauskäme. Ja, das sei unendlich dumm und lächerlich. Sie dürfe es ihm nicht übel nehmen, wenn er es gerade heraus sage. Aber er habe die Geschichte nur deswegen erzählt, damit sie sich in seiner Gesellschaft unterhalte. Er habe einen Drang, dass sie sich nicht mit ihm langweile. Er möchte sehr unterhalten sein. Und daher komme es, dass er ungeschickt erzähle und dazu noch idiotische Geschichten. Isa wurde sehr verlegen. Sie nehme es ihm doch nicht übel. Nein. Es dunkelte. Eine peinliche Pause trat ein. In Falks Gehirn fing es an, sich zu verwirren. Tausend Gefühle und Gedanken durchkreuzten sich und lähmten einander. War Mikita heute bei Ihnen? Er fragte nur, um zu fragen. War aber erstaunt, warum er danach fragte. Ja, er war hier. Er war so sonderbar heute. Was fehlte ihm? Er ist wohl ein wenig nervös. Die Ausstellung macht ihm viele Kopfschmerzen. Er scheint noch immer der Alte zu sein. Wir liebten uns maßlos, aber manchmal wurde es ein bisschen schwer. In einer Stunde konnte er hundert verschiedene Stimmungen haben. Isa suchte nach einem neuen Gesprächsstoff. Falk merkte es an einer nervösen Handbewegung. Und ich werde Ihr Brautführer sein? Ja, freilich. Sie sah ihn fest an. Wozu nur so fest? Um seinen Mund flog ein unbestimmtes Lächeln. Isa wurde sehr unangenehm berührt. Was hatte dieses Lächeln zu bedeuten? Ja, in drei Wochen werden Sie das Glück haben, mein Brautführer zu sein. Ich freue mich ungemein. Falk lächelte verbindlich. Wieder entstand eine Pause. Sie stand auf. Ich muss Ihnen eine Sache zeigen, die Sie interessieren wird. Falk sah die japanische Vase aufmerksam an. Ganz wunderbar. Merkwürdige Künstler, die Japaner. Sie sehen die Dinge wie in einer Momentfotografie, nicht wahr? Sie müssen doch Dinge wahrnehmen, die uns nicht ins Bewusstsein treten. So in einer tausendstel Sekunde. Verstehen Sie? Wie meinen Sie das? Ja, ich meine, dass Sie fähig sind, einen Eindruck festzuhalten, der für unser Bewusstsein zu kurz dauert. Oder wie die Fachpsychologen sich so elegant ausdrücken, die physiologische Zeit ist zu kurz, damit ein solcher Eindruck ins Bewusstsein tritt. Er hielt die Vase in den Händen und sah Isa fest an. Manchmal gelingt es mir auch freilich nur selten, aber heute zum Beispiel, als ich sie im Korridor sah, da glitt ein Ausdruck von Freude über ihr Gesicht und verschwand im Nu. So, haben Sie das gesehen? fragte sie spöttisch. Ja, es war wie ein momentanes Aufblitzen von Magnesiumlicht. Aber ich sah es doch. Nicht wahr? Sie freuten sich, als ich kam. Und ich wurde so unendlich glücklich, als ich das sah. Es klang so ehrlich, so herzlich, was er da sprach. Sie fühlte, dass sie rot wurde. Nun müssen wir wohl gehen, sagte sie. Nein, warten wir noch ein wenig. Es ist noch zu früh. Und dann, wissen Sie, ich bin vielleicht ein wenig zu offen, aber ich muss Ihnen sagen, dass ich mich hier so unendlich wohlfühle. Ich habe nie, nein, nirgends noch habe ich ein ähnliches Gefühl gehabt. Die Dämmerung konnte doch die Menschen merkwürdig nahe aneinander bringen. Es ist alles so sonderbar. Es ist sonderbar, dass Mikita mein Freund ist, dass sie seine Verlobte sind. Sonderbar ist das Gefühl, als wäre ich schon tausend Jahre mit ihnen bekannt. Isa stand auf und zündete die Lampe an. Licht schafft Distanz. Ja, sie wollte die Distanz herstellen. Schade, dass Mikita erst spät nachkommen kann. Ja, das ist sehr schade. Er war gereizt. Nun musste er wieder an Mikita denken. Lächerlich, dass Mikita ein ausschließliches Monopol auf einen Menschen haben sollte. Nun dagegen war nichts zu machen. Er sah auf die Uhr. Jetzt ist es Zeit. Jetzt müssen wir gehen. Ende von Abschnitt 2 Abschnitt 3 von Homo Sapiens Roman-Trilogie von Stanislaw Pszewiszewski Diese VibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Teil 1 Über Bord 6. Kapitel Wie war ihm nur plötzlich diese Idee gekommen? Ein Weib musste er haben, mitten auf dem Bilde. Lockend, verführerisch. Und von allen Seiten, ja, von oben, von unten, strecken sich tausend Hände nach ihr. Tausend Hände schreien, huuuh, schreien nach ihr. Magere, nervöse Künstlerhände, dicke, fleischige Börsenjobberhände, mit großen Ringen, tausend andere Hände, eine Orgie von verlangenden, begehrlichen Händen, und sie mit lockenden, geheimnisvollen Blicken. Mikita fieberte. Ja, sofort mußte er es malen, schneller, schneller, sonst fliegt es weg. Und dann kommen die wundersamen Gedanken. Falk ist kein Lump. Verstehst du, Mikita? Falk ist kein Lump. Er schrie es deutlich in sich hinein. Aber plötzlich sah er sie beide staunend und bewundernd sich anschauen. Er sah, wie sich ihre Blicke ineinander wühlten und wie sie dann verlegen lächelten. Und heute bei Iltis? Es wird sicher Tanz geben. Daran hatte er früher nicht gedacht. Tanz! Tanz! Isa liebt den Tanz. Isa ist die geborene Tänzerin. Sie hat nur diese eine Leidenschaft. Er sah sie einmal, wie sie tanzte. Alles brach in ihm. Dieser wüste, berchantliche Aufschwung. Das sollte man malen. Das, lieber Herr Naturalist! Das, wie sich einem die Seele öffnet und das verfluchte Fremde herauskriecht. Dies Scheußliche. Der Othello oder so was Ähnliches. Ekelhafte Natur! Warum konnte es ihm niemals selbstverständlich werden, dass sie ihn liebte? Lieben mußte! Ja, ihn! Ihn! Er taugte doch etwas. Wenn auch nur als Künstler. Verdammte Zustände! Da malt so ein Liebermann drei dumme Schafe auf einem Kartoffelfelde. Oder er malt Kartoffeln auf einem Felde. Oder er malt ein Feld. Und Weiber sammeln Kartoffeln. Und er kriegt Geld und die goldene Medaille. Und ich habe die ganze Menschheit gemalt und noch ein Stück darüber, das Unmenschliche. Und habe nichts davon. Nichts? Dummer Mikita, hast du nicht gesehen, wie sich der süße Pöbel in Hamburg und Paris und natürlich in Berlin vor Lachen wälzte? Na, das soll nicht sein? Und der Ulk in den fliegenden Blättern? Habe ich nicht etwa dazu die Anregung gegeben? Ich sollte Steuern zahlen. Herrgott, kein Brot zu fressen und Steuern zahlen. Schöne Zustände. Mich wollen sie pfänden wegen rückstehender Verpflichtungen, die ich an den Staat haben soll? Was ist Staat? Wer ist Staat? Was habe ich damit zu tun? Sind das Ihre Gemälde? Freilich sind es meine. Das ist ein Wert von 40.000 Mark. Warum lachen Sie? Was soll ich nicht lachen? Wer kauft Ihnen die Dinger ab? Nicht einen Pfennig kriegen Sie davor. Leider gibt es nichts zu pfänden bei Ihnen. Na also, teure Isa, bin ich etwa nicht der große Künstler? Er fing an zu malen und grinste. Aber es bohrte in ihm und bohrte. Merkwürdig. Was ist eigentlich ein Falk? Ich bin doch auch nicht vom Tisch gefallen wie der kleine Ajolf. Mein Rückenmark ist doch ganz. Mein Gehirn hat doch auch Ideen. Haben Sie den Aufsatz geschrieben, Mikita? Freilich habe ich ihn geschrieben, Herr Professor. Hat Ihnen niemand dabei geholfen? Wer sollte mir helfen? Aber ich sehe deutlich fremde Beeinflussung, die sich in aktiver Aggressive auf Ihren Aufsatz äußert. Gut gesprochen, Herr Professor, aber den Aufsatz habe ich selbst geschrieben. Mikita, seien Sie nicht verstockt. Geben Sie doch zu, dass Falk seidene Flicken auf Ihre Filzbandtöffeln gesetzt hat. Wo ist Falk? Aber Falk war bei solchen Gelegenheiten nie in der Schule. Er meldete sich krank und schrieb Gedichte zu Hause. Plötzlich wurde Mikita wütend. Das ist doch schändlich, so von Falk zu denken. Malen Sie mir, Herr Liebermann, diese zweite schändliche Seele, wie sie so einem ein Stück Kot ins Gehirn hineinschmeißt. Malen Sie mir das, und ich schenke Ihnen alle meine Gemälde frei ins Haus. Und Isa tanzt jetzt mit Falk. Der versteht es. Er fühlte Hass. Falk, teurer Falk, wo ist das Weib, das dir widerstehen kann? Isa tanzt. Isa ist Tänzerin. Hast du jemals an etwas geglaubt? Weißt du, was Glaube ist? Selbstverständlich wusste sie es nicht. Weißt du, wer du bist, Isa? Nein, sie wusste nichts. Du bist dir selbst fremd, Isa? Sie nickte. Und er, dem ein Glaube von tausend Jahren im Leibe stak? Ja, ja, daher hatte er den lächerlichen Wunsch, ein Weib ganz zu besitzen, den Glauben an eine Liebe, die Jahrhunderte überdauert. Er raffte sich auf. Nein, er wird nicht zum Iltis gehen. Nein, nun wird er zusehen, ob er sich nicht bezwingen kann. Ja, hinkommen und dort stehen und zusehen, wie sie in seinen Armen liegt, so eng. Nikita riss sich seinen Arbeitskittel auf. Es wurde ihm schändlich heiß. Dastehen und zusehen. Othello, den Dolch im Gewande. Und Iltis zwinkert mit den Augen und sagt zum Säugling, dem geht Isas Tanz an die Nieren. Eine schmerzhafte Unruhe zerrte an seinem Gehirn. Nein, nicht wieder, das musste er bemeistern können. Hatte er Grund, an Isa zu zweifeln? Nein, nein. Also, was wollte er? Seine Unruhe wuchs. Der Schmerz war nicht auszuhalten. Ja, er wird gehen. Er muss doch Isa zeigen, dass er jetzt überlegen ist, dass er das Zweifeln aufgegeben hat. Ja, lustig sein und tanzen. Das kannst du nämlich nicht, lieber Nikita. Du hoppst ja wie ein Pudel in einer Jahrmarktsbude. Und klein bist du auch, kleiner als Isa. Prächtiges Paar, prächtiges Paar, die beiden. Nikita mußte sich setzen. Es war ihm, als hätte man ihm, mit der Sense alle Sehnen, durchschnitten. Donnerwetter tut das weh. Nikita, kommen Sie auf einen Augenblick. Was wünschen Sie, Herr Professor? Sehen Sie, Nikita, es ist doch eigentlich unverschämt von Ihnen, ein solch dummes Zeug wie die Apologie zu schreiben. Und hätten Sie wenigstens das Zeug allein geschrieben, aber das hat ja Falk getan. Wie kam es nur, dass er den alten Kerl nicht geohrfeigt hatte? Plötzlich stand er auf. Bin ich denn verrückt geworden? Was will ich von Falk? Was will ich von Isa? Er bekam Angst. Das war ja schon mehr krankhaft. Das wiederholte sich. Das war nicht das erste Mal, wie er von Isa nach der Bretagne fuhr, um Studien zu machen. Ja, Studien, wie man anfängt, Gemütsblödigkeiten zu bekommen. Komischer Nikita. Plötzlich war er in den Zug gestürzt. So in einem Anfall von Tollwut und raste nach Paris, dass er halb verrückt bei Isa ankam. Bist du schon hier? Sie fand ihn entsetzlich komisch. Dass er sich damals nicht in die Erde verkrochen hatte, vor Scham. Siehst du, Nikita, er fing an laut, mit sich selbst zu sprechen. Du bist ein Esel, ein gründlicher Esel. Liebe muss man nehmen, nicht zweifeln, nicht mit den Fingern betasten und ewig herumgehen, wie die Katze um den heißen Brei. Nein, nehmen, an sich reißen, stolz, selbstverständlich. Ja, dann geht's unter Jochen, nicht als Geschenk, nicht als Almosen. Nein, mein lieber Nikita, mit Betteln geht's nicht. Na, Sie tanzen jetzt. Er fing an zu singen, den einzigen Gassenhauer, den er behalten hatte. Herrlich, und die Zeichnung dazu von Steinen, in Gilles-Place, ein komischer Clown, den das Mädchen so derb abfertigte. Herrlich, herrlich! Und es war doch kein Zweifel. Nein, lieber Nikita, wie schön wär's eigentlich, wenn du nicht zu zweifeln brauchtest. Nicht wahr, Mikitchen? Gestern, in der Droschke. Er stand auf und ging mit hastigen Schritten auf und ab. Sonst fragte sie mich doch, was fehlt dir, Nikita? Sonst streichelte sie mir die Hand. Sonst lehnte sich stumm ihren Kopf an meine Schulter. Gestern nichts, kein Wort. Gute Nacht, Mikita. Good bye, Fräulein Isa, good bye. Nun brüllte er in sein Atelier hinein mit kräftiger, selbstverständlich falscher Intonation. Vanant de nos belles au jardin d'amoures. Siebentes Kapitel Nein, nein, mein Kind, lass es dir gesagt sein, dass alle Gelehrten Dummköpfe sind. Iltis saß unter einer Gruppe von jungen Leuten und predigte ihnen seine Weltweisheit. Merkwürdig, dass er seine 45 Jahre noch nicht vorgebracht hatte. Falk konnte ihm die zynische Bemerkung von gestern nicht vergessen. Er hatte schon den ganzen Abend Acht gegeben, um eine Gelegenheit zu erhaschen, Iltis ein wenig bloß zu stellen. Alle? Ich kenne wenigstens keinen vernünftigen Sedner, das ist bezeichnend für die Herren Professoren. Ich war einmal mit einem Privatdozenten der Geologie zusammen. Er wollte Vermessungen machen. Die Messnadel wollte aber gar nicht in Ruhe kommen. Aha, sagt der kluge Privatdozent, ich habe einen Magneten in der Tasche. Gut, wirf ihn weg, sagte ich. Der Magnet flog weit weg, aber die Messnadel war noch immer unruhig. Du hast wohl ein Taschenmesser bei dir? Ja, richtig, der kluge Mann hatte ein Taschenmesser. Weit flog das Taschenmesser weg, aber die Messnadel war wie verhext. Du stehst wohl auf einer Eisenerzschicht, erlaubte ich mir schüchtern zu bemerken. Kannst du die Schicht nicht wegschmeißen? Nein, das konnte der kluge Mann nicht. Ja, so werden Vermessungen gemacht, und natürlich auf die Resultate hin weiß Gott, welche Theorien aufgebaut. Aber ist das auch sicher, dass das Eisenerz die Ursache war? fragte Falk. Ilthes sah ihn erstaunt an. Natürlich! Nun weißt du, mit den Ursachen ist das eine heikle Geschichte. Man kann doch kaum jemals eine Ursache angeben, ohne dass sie nicht falsch wäre. Kannst du mir, um auf dein beliebtes Thema zu kommen, Ursachen für die Inferiorität der Weiber angeben? Du brauchst ja nur ein physiologisches Lehrbuch aufzuschlagen. Die Atmung... Nun, diese Beweise sind doch einfach lächerlich. Kinder beiderlei Geschlechtes atmen bis zum zehnten Lebensjahre mit dem Bauche. Und ebenfalls alle Weiber, die kein Korsett kennen. Wie die Chinesinnen und Juma-Weiber. Der kostale Atmungstypus ist künstlich erzeugt, wie man es bei den Weibern der Schickesor-Indianer verfolgen kann. Das sind die Angaben von Gelehrten, lieber Falk. Die besagen gerade das Gegenteil. Oh nein, diese Angaben sind von unbefangenen Menschen gemacht. Aber auch der zweite Beweis, dass das Weib auf einer niedrigen Entwicklungsstufe stehe, weil es dem Kinde in Form und Proportionen ähnelt, ist ganz hinfällig. Er spricht im Gegenteil für das höhere Stehen des Weibes. Der kindliche Typus zeigt besonders die wesentlichen Merkmale der menschlichen Spezies, wogegen der Typus des Mannes, morphologisch genommen, ein Hineinwachsen in die Senilität bedeutet. Das ist Metaphysik, lieber Erik. Du bist überhaupt viel zu viel Metaphysiker. Möglich, aber Tatsache ist es, dass du nur durch eine Verwirrung morphologischer Begriffe von höherer und niederer Entwicklung zu deinen Schlüssen gelangt bist. Iltis sah ihn verständnislos an. Das verstehe ich nicht. Das ist auch nicht nötig. Falk suchte Isa mit den Augen. Wozu spreche man überhaupt? Wenn er hergekommen sei, so doch nicht, um sich über Morphologie zu unterhalten. Er wolle tanzen. Und wir wollen Frieden schließen, nicht wahr? Falk trank Iltis freundlich zu. Jemand fing an, einen Walzer zu spielen. Falk ging an Isa heran. Sie stand im Hintergrunde des großen Ateliers. Sie lächelte ihm zu. Nein, das konnte man nicht analysieren, dies saugende Lächeln, als hätte das halbdunkel, in dem sie stand, geheimnisvoll gelächelt. Tanzen Sie, Fräulein? Es flog wie ein Lichtstreifen über ihr Gesicht. Wollen wir tanzen? fragte Falk und er bebte. Das Blut schoss ihm, mit jem Ruck zu Kopfe, als er ihren schlanken Körper an sich drückte. Er kam wie in einen Wirbel, der ihn niederriss. Er fühlte, wie sie zusammenwuchsen, wie sie ein Stück von ihm wurde, und er um sich selbst, mit sich selbst, in einen unendlichen Rausch hineinwirbelte. Er sah sie nicht, denn sie war in ihm, und er zog in sich den Rhythmus und die Linie und den Fluss ihrer Bewegungen und fühlte alles als ein Hin- und Herwogen in seiner Seele, anschwellend und vereppend, leiser und stärker. Und dann plötzlich, ja, ein Gefühl von etwas unendlich Glattem, Kühlendem, einer weichen Spiegelfläche. Er fühlte sie. Sie lehnte ihre Backe an die Seine. Ein Jubel stieg in ihm auf, und er presste sie heftig an sich. Sie war sein. Er vergaß alles um sich. Die Gesichter der Umstehenden verschwammen in einen fleischroten Streifen, der um ihn wie einen Sonnenring kreiste. Er fühlte nur sich und das Weib, das sein war. Er hörte nicht die Musik. Die Musik war in ihm. Die ganze Welt tönte und jubelte in ihm und kreischte auf in heißem Verlangen. Und er trug sie durch alle Welt, und er war groß und stolz, weil er sie so tragen konnte. Wer war Isa? Wer war Mekita? Nur er, er allein war da, und sie ein Stück von ihm, das er in den Händen trug. Beide fielen erschöpft auf ein Sofa. Es war laut um sie herum. Er regte, zusammenhanglose Stimmen drangen in sein Uhr, die er nicht verstand, und noch immer sah er den fleischroten Sonnenring um sich kreisen. Er erholte sich. Der rote Nebel schwand, er sah lange, schmale Schwaden von Zigarrenrauch. Sie lag halb auf dem Sofa, atmete heftig, ihre Augen waren geschlossen. Er nahm leise ihre Hand. Sie saßen allein. Kein Mensch konnte sie beobachten. Sie erwiderte seinen Druck. Und sie hielten sich fester und fester an den Händen. Sie war ihm so nah, noch näher, noch näher. Ihre Köpfe berührten sich fast. Sie sträubte sich nicht. Er fühlte sie, wie sie sich hingab. Er fühlte sie, wie sie sich in sein Herz legte, in das warme Blutbett seines Herzens. Sie löste sich plötzlich los. »Herr Falk, erlauben Sie, dass ich Ihnen den ersten deutschen Kunstmäzen«, Schärmer grinste boshaft, »den Mäzen deutscher Rasse von echtem Schrot und Korn vorstelle, Herr Buchenzweig.« Herr Buchenzweig verneigte sich sehr tief. »Herr Schärmer führt mich einigermaßen mit zu viel Ablomb in Ihre Wertegesellschaft hinein. Aber ich darf sagen, dass ich ein großes Interesse an der Kunst habe.« Herr Buchenzweig setzte sich hin und machte Pause. Er sah merkwürdig aus, bartlos, das Gesicht etwas aufgedunsen und hatte braunlose Augen. »Sehen Sie, Herr Falk, Ihr Buch hat mich in höchstem Maße interessiert und entzückt. Das freut mich.« »Ja, wissen Sie, warum?« »Herr Buchenzweig interessiert sich ungemein für die Kunst.« Schärmer gab sich Mühe, seine Betrunkenheit zu verdecken. »So, so.« »Herr Buchenzweig sprach melancholisch und blähte die Unterlippe auf.« »Wissen Sie, warum?« »Nach vielen Enttäuschungen bin ich dazu gekommen, in der Kunst Trost zu suchen.« Der Säugling kam heran. »Na, Herr Falk, haben Sie wieder ein neues Genie entdeckt?« »Nun, Sie scheinen sich noch nicht entdeckt zu haben, oder sind Sie schon entdeckt?« Isar wurde unruhig. Sie horchte zerstreut zu. »Wie kam es nur so plötzlich über Sie? Wie konnte Sie das nur tun, Falk sich so ganz hingeben? Es war doch lächerlich, einem fremden Menschen, den sie gestern erst kennengelernt hatte, zu erlauben, ihr so nahe zu kommen. Sie fühlte Scham und Unruhe, weil sie fühlte, dass der Mann ihr näher stand, als sie sich eingestehen wollte.« »Wissen Sie, Herr Buchenzweig«, höhnte Schärmer, »sind Sie wirklich der Mensch, der sich für die Kunst interessiert?« »Ja, Sie sprechen ja ewig von deutscher Kunst und sonstigen Kisten. So tun Sie doch etwas für die deutsche Kunst. Ja, tun Sie was. Pumpen Sie einem armen deutschen Künstler, wie mir zum Beispiel zweihundert Mark. Ja, tun Sie das.« Herr Buchenzweig blähte die Unterlippe und steckte die Zeigefinger in die Hosentasche. Er schien alles überhört zu haben und schielte nach Isar hinüber. »Wie unangenehm war ihr der Mensch! Aber warum kommt Mekita nicht? Es ist doch schon spät.« »Haben Sie überhaupt zweihundert Mark?« Schärmer lachte mit offenem Hohn. »Auf wie viele Markstücke beläuft sich Ihr Millionenvermögen?« »Dass der Mensch nicht beleidigt wurde.« Isar wurde die Gesellschaft plötzlich wiedererlich. »Warum kommt er denn nicht?« »Was wollte er denn wieder von ihr?« Sie fühlte sich müde. Diese beständige Eifersucht. Aber er hatte nur sie allein. Er hatte niemanden außer ihr. Selbstverständlich wird er nicht kommen. Nun sitzt er auf seinem Atelier und quält sich und rast und läuft herum. Sie horchte auf. Falk sprach mit einer so gereizten Betonung. »Lassen Sie mich doch mit diesem ewigen Literaturklatsch. Wir haben doch etwas Besseres zu tun, als darüber zu streiten, wem der erste Rang in der deutschen Literatur gebührt, Hauptmann oder Sudermann.« »Nana«, der Säugling war sehr indigniert. »Es ist doch ein kolossaler Unterschied zwischen den beiden.« »Aber es fällt mir gar nicht ein, daran zu zweifeln. Ich bin selbst ein Verehrer von Hauptmann.« »Ich schätze namentlich seine lyrische Produktion.« »Haben Sie den Prolog von ihm gelesen, den er zur Eröffnung des deutschen Theaters geschrieben hat?« »Nein?« »Das ist die kostbarste Perle unserer zeitgenössischen Lyrik.« »Hören Sie nur.« »Und so, wie es uns den Alten doch gelang, in diesem Hause, wollen wir die Fahne halten, ob der Straße maggebrause.« »Das Köstlichste haben Sie vergessen«, höhnte nun Schärmer. »Wie heißt es doch nur.« »Das mit den neunundneunzig Zwiebelstücken und dem Schimmer von der Wunderflamme und das Ding da. Na egal. Ne Perle ist es doch.« Der Säugling warf Schärmer einen verächtlichen Blick zu und sprach dann mit bedeutungsvoller Betonung. »Ich weiß nicht, Herr Falk, ob das Ihr Ernst oder Hohn ist, aber bedenken Sie, was dazu gehört, die Weber zu schreiben.« Schärmer unterbrach ihn heftig. »Das macht keinen Eindruck mehr. An Revolte und Totschlagen sind wir vom Lokalanzeiger hergewöhnt.« Der Säugling fand, dass es unangenehm sei, sich in der Gesellschaft eines betrunkenen Menschen zu befinden, worauf er eine Menge nicht gerade schmeichelhafter Sachen zu hören bekam. Die Gruppe löste sich auf. Nuisa und Falk blieben sitzen. Er fühlte sie plötzlich so fremd, so weit weg. Er war sehr gereizt. Selbstverständlich sitzt sie wie auf Nadeln und wartet auf Mikita. Er empfand einen heftigen Schmerz. »Nein, Herr Falk, Mikita wird heute nicht mehr kommen,« sagte sie plötzlich. »Bleiben Sie doch noch hier. Er kann jeden Augenblick kommen.« »Nein, nein, er kommt nicht. Ich muss jetzt nach Hause. Ich bin so müde.« »Die Gesellschaft langweilt mich. Ich will nicht länger hierbleiben.« »Darf ich Sie begleiten?« »Wie Sie wollen.« Falk biss sich in die Lippen. Er sah ihre unruhige Aufregung. »Vielleicht wünschen Sie nicht, dass ich Sie begleite.« »Nein, nein, doch ja. Aber ich muss jetzt nach Hause.« Achtes Kapitel Sie traten vor die Tür. »Soll ich eine Troschke holen?« »Nein, nein, gehen wir.« »Das war doch sehr rücksichtslos von Mikita.« »Er versprach ihr doch ganz sicher, dass er kommen würde.« »Warum war er nicht gekommen?« »Worauf war er denn wieder eifersüchtig?« »Nein, es war doch zu langweilig.« Sie litt darunter. Sie fühlte sich wie gebunt. Sie wagte ja kaum, mit einem Menschen zu sprechen. Fortwährend fühlte sie seine lauernden Augen auf sich ruhen. Und die Geschichte in Frankfurt. Nein, er ging doch zu weit. Er quälte sie zu viel. Konnte er denn nicht die Freude verstehen, plötzlich in einer fremden Stadt einen Landsmann zu finden? Aber er ging ins Nebenzimmer und schrieb Briefe, um seine Wut zu verbergen. Sie gingen durch den Tiergarten. Die laue Merzluft beruhigte sie allmählich. Jetzt würde er ihr selbstverständlich übel nehmen, daß sie ihn nicht stundenlang bei Ilzis erwartet hatte. »Können Sie begreifen, Herr Falk, warum Mikita nicht gekommen ist?« »Oh, er wird wohl wieder seine Launen haben.« Im nächsten Augenblick schämte sich Falk. Er quält sich wohl mit seiner Arbeit. Dann mag er niemanden sehen und am wenigsten in eine Gesellschaft gehen. Sie schwiegen. Es war so unheimlich still. Ein leises Angstgefühl schlich sich in ihre Seele. Wie gut, daß er um sie war. Darf ich Ihnen meinen Arm geben? Sie war ihm fast dankbar. Nun gingen sie langsamer. Sie dachte an den Abend. Sie dachte an den Tanz. Aber sie fühlte keine Scham mehr, keine Unruhe. Nein, im Gegenteil, eine weiche, angenehme Empfindung von Wärme. »Warum sind Sie so still?« Ihre Stimme klang weich, beinahe zärtlich. »Ich wollte nicht aufdringlich sein. Ich dachte, daß es Ihnen unangenehm wäre.« Nein, nein, Sie irren sich. Die Gesellschaft hat mich nur so nervös gemacht. Deswegen wurde ich so unruhig. Ich bin so froh, daß wir weggegangen sind. Sie hatte ungewohnt herzlich und warm gesprochen. »Ja, sehen Sie, Fräulein Isar.« Falk lächelte still. »Ich hätte eigentlich Grund genug, tief über mich nachzudenken.« Er fühlte, daß sie gespannt aufhorchte. »Sehen Sie, dies Merkwürdige, dies Sonderbare.« Sie dürfen mich nicht mißverstehen. Ich spreche mit Ihnen darüber wie über ein Rätsel. Ja, ein Geheimnis. Als wäre ein Toter wiedergekommen. Falk hustete kurz auf. Seine Stimme zitterte ein wenig. Als ich noch in der Schule war, gefiel mir eine Idee von Plato ungemein. Er hält nämlich das Leben hier auf Erden, nur für ein Abbild eines Lebens, das wir schon früher einmal als Ideen durchlebt haben. Unser ganzes Schauen ist nur eine Erinnerung, eine Anamnese dessen, was wir schon früher, bevor wir geboren wurden, geschaut haben. Sehen Sie, damals war mir die Delit wegen ihres poetischen Gehaltes. Und jetzt denke ich beständig an sie, weil sie sich an mir selbst realisiert hat. Ich erzähle Ihnen diese Tatsache rein objektiv, wie ich gestern über die Unverletzlichkeit der Fakire erzählte. Missverstehen Sie mich nicht. Ich bin Ihnen eigentlich ein wildfremder Mensch. Nein, Sie sind mir nicht fremd. Bin ich das nicht? Wirklich nicht? Sie wissen nicht, wie mich das freut. Ihnen, Ihnen allein möchte ich nicht fremd sein. Sehen Sie, kein Mensch weiß, wie ich bin. Sie hassen mich alle, weil Sie nicht wissen, wo ich zu fassen bin. Sie sind so unsicher mir gegenüber. Nur Ihnen möchte ich meine ganze Seele öffnen. Er stockte. Ob er nicht zu weit gegangen war? Sie erwiderte nichts. Sie ließ ihn sprechen. Ja, aber was ich sagen wollte... Ja, gestern... Gestern... Seltsam, dass es erst gestern war. Als ich Sie gestern sah, kannte ich Sie schon längst. Ich muss Sie irgendwo gesehen haben. Ich habe Sie selbstverständlich niemals gesehen. Aber Sie waren mir so bekannt. Heute kenne ich Sie schon hundert Jahre. Deswegen sage ich Ihnen alles. Ich muss Ihnen alles sagen. Ja, und dann... Ich kann mich sonst sehr beherrschen. Aber gestern in der Droschke, da übermannte es mich. Ich musste Ihnen die Hand küssen. Und ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mir Ihre Hand nicht entzogen haben. Ich verstehe es nicht. Ich sehe sonst alle Menschen draußen. Ja, irgendwo weit draußen. Mein Inneres ist jungfräulich. Kein Mensch ist mir nahe gekommen. Aber Sie fühle ich in mir. Jede ihrer Bewegungen fühle ich an meinen Muskeln niederfließen. Und dann sehe ich die anderen wie einen Feuerring um mich tanzen. Isa war wie gebannt. Sie durfte das nicht hören. Sie fühlte Mikitas Augen auf sich ruhen. Aber diese heiße, leidenschaftliche Sprache, so hatte noch kein Mensch zu ihr gesprochen. Falk überkam ein Taunel. Es war ihm gleichgültig, was er jetzt sprach. Er suchte sich auch nicht mehr zu beherrschen. Er musste zu Ende reden. Es war ihm, als wäre etwas aufgebrochen in seiner Seele, und nun stürzte die Glut unaufhaltsam heraus. Ich verlange nichts von Ihnen. Ich weiß, dass ich es nicht verlangen darf. Sie lieben Mikita. Ja, sagte sie hart. Ja, 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 ich weiß es. Ich weiß auch, dass alles, was ich Ihnen sage, dumm ist, ganz dumm, lächerlich. Aber ich muss es sagen. Das ist das größte Ereignis in meinem Leben. Ich liebte nie. Ich wusste nicht, was Liebe ist. Ich fand sie lächerlich. Ein krankhaftes Gefühl, das die Menschheit überwinden müsse. Und nun mit einem Ruck war es geboren. In einem Moment, als ich sie sah in dem roten Licht. Als sie mit dieser rätselhaften, verschleierten Stimme zu mir sagten. Sie sind es. Und ihre Stimme war mir so bekannt. Ich wusste, dass sie so, gerade so sprechen mußten. Ich erwartete es. Ich wusste auch, dass das Weib, das ich lieben könnte, nur so, nur so, wie sie aussehen müsse. Es hat sich alles in meiner Seele ausgelöst. Alles, was mir bis jetzt unbekannt war. Das tiefste, intimste. Nein, Herr Falk, sprechen Sie nicht weiter. Ich bitte Sie, tun Sie es nicht. Das schmerzt mich. Das tut mir so weh, dass Sie durch mich leiden sollen. Ich kann Ihnen ja nichts, nichts geben. Ich weiß es, Fräulein Isa, ich weiß es nur zu gut. Ich verlange nichts. Ich will Ihnen nur das sagen. Sie wissen doch, Herr Falk, dass ich Mikita liebe. Und wenn Sie tausend Mikitas liebten, müsste ich Ihnen das sagen. Es ist ein Zwang, ein Muss. Plötzlich schwieg er. Was wollte er nun? Er lachte auf. Warum lachen Sie? Nein, nein, Fräulein Isa, ich bin zur Besinnung gekommen. Er wurde ernst und traurig. Er nahm ihre Hand und küßte sie innig. Er fühlte nur das heiße Fieber, dieser langen, schmalen Hand. Nehmen Sie es mir nicht übel. Ich habe mich vergessen. Aber Sie müssen mich verstehen. Ich habe in meinem ganzen Leben nicht geliebt. Und jetzt strömt dies neue, Unbekannte mit solcher Wucht auf mich ein, dass es mich völlig übermannt. Vergessen Sie es nur, was ich Ihnen sagte. Er lächelte traurig. Ich werde nie mehr so zu Ihnen sprechen. Ich werde Sie immer lieben, weil ich es muss. Weil Sie meine Seele sind. Weil Sie das Tiefste und Heiligste in mir sind. Weil Sie das in mir sind, wodurch ich gerade ich bin und kein anderer. Er küsste ihr wieder die Hand. Wir bleiben Freunde, nicht wahr? Und Sie werden das schöne Bewusstsein haben, dass Sie mein Herrlichstes, mein Mächtigstes Erlebnis sind. Mein... Seine Stimme brach. Er küßte ihr nur die Hand. Sie schwieg und preßte heftig seine Hand. Falk beruhigte sich. Sie nehmen mir es nicht übel. Nein. Sie bleiben mir Freundin? Ja. Nun schwiegen Sie den Rest des Weges. Isas Wohnung gegenüber war ein Restaurant, das noch offen stand. Wir sind jetzt Kameraden, Fräulein Isar. Darf ich Sie bitten, mit mir ein Glas Wein zu trinken? Wir wollen die Kameradschaft besiedeln. Isar zögerte. Sie werden mir dadurch ein großes Glück bereiten. Ich möchte mit Ihnen zu unendlich gerne zu Angbon-Kamerad sprechen. Sie gingen hinein. Falk bestellte Burgunder. Sie waren allein. Das Zimmer war durch eine Portiere abgegrenzt. Ich danke Ihnen, Fräulein Isar. Ich habe nie einen Menschen gehabt. Isar hatte Mikita auf der Zunge, aber sie schwieg. Es war peinlich, seinen Namen auszusprechen. Es wurde Wein gebracht. Sie rauchen? Ja. Isar saß zurückgelehnt auf dem Sofa, rauchte die Zigarette und blies Ringe in die Luft. Das Wohl unserer Kameradschaft. Er sah sie mit so herzlicher Innigkeit an. Ich bin so glücklich, Fräulein Isar. Sie sind so gut zu mir. Und dann... Nicht wahr? Wir haben nichts voneinander zu verlangen. Wir sind so frei. Er sah wieder dies heiße Glühen um ihre Augen. Nein, er wollte es nicht sehen. Er trank sein Glas hastig aus, füllte es wieder und starrte auf die rote Reinfläche. Er dachte an den Meniskus. Er musste wohl konvex sein. Ja, ja, die Seele ist ein seltsames Rätsel. Schweigen. Kennen Sie Nietzsche? Er sah auf. Ja. Und diese eine Stelle aus Zaratustra? Die Nacht ist tiefer als der Tag gedacht. Sie nickte. Hm. Nicht wahr? Er lächelte ihr zu. Die Seele ist auch tiefer, als sie sich in dem blödsinnigen Bewusstsein widerspiegelt. Sie sahen sich an. Ihre Augen vergruben sich ineinander. Wieder sah Falk ins Glas. Ich bin nämlich Psychologe von Fach. Verstehen Sie, von Fach. Das heißt, ich habe Schallgeschwindigkeiten gemessen, die Zeit bestimmt, in der eine Sinneswahrnehmung ins Bewusstsein tritt. Aber von der Liebe habe ich nichts erfahren. Da plötzlich. Na ja. Jawohl. Er trank. Nein, nein, aus allen diesen Messungen ist nichts rausgekommen. Heute in der Nacht habe ich weit mehr von meiner Seele erfahren, als in den vier, fünf Jahren, die ich in die sogenannte Psychologie vergeudet habe. Ich hatte einen Traum. Er sah auf. Aber langweilen Sie sich nicht. Nein, nein. Sie lachten sich zu. Ja, ich habe heute geträumt, dass ich mit Ihnen eine Reise auf dem Meere machte. Es war finster. Ein schwerer, dicker Nebel lag auf dem Schiffe. Ein Nebel, den man bis in den Innenraum hineinfühlte. Schwer wie Blei. Beengend. Angstschwül. Ich saß mit Ihnen im Salon und sprach. Nein, ich sprach nicht. Es war etwas in meiner Seele, das sprach. Lautlos. Und die Stimme war auch körperlos. Aber Sie verstanden mich. Und dann standen wir auf. Wir wussten es. Ganz genau wussten wir, dass es kommen werde, das Furchtbare. Und es kam. Ein furchtbarer Krach, wie wenn eine Sonne heruntergestürzt wäre. Ein höllisches Angstgebrüll, wie wenn plötzlich Gletschermassen auf die Erde niederrasten. Ein Dampfer hatte sich in den Unseren hineingebohrt. Nur wir beide hatten keine Angst. Wir fühlten uns nur. Wir verstanden uns und hielten uns fest an den Händen. Da plötzlich waren sie mir verschwunden. Ich sah mich mit einem Mal auf einem Rettungsboot. Die See warf es bis in den Himmel hinein und dann wirbelte es plötzlich in einen endlosen Abgrund herab. Mir war alles gleichgültig, was mit mir geschah. Nur eine entsetzliche, wahnsinnige Angst, was mit ihnen geschehen sei, zersprengte mir den Schädel. Da auf einmal, ich sah, wie der mächtige Dampfer mit einer unerhörten Schnelligkeit untersang. Ich sah nur noch einen ungeheuren Mast aufragen. Und da, da, ganz oben, sah ich sie angeklammert. Und im selben Augenblick stürzte ich in das Meer. Ich erfasste sie. Sie lassen sich kraftlos von mir tragen und sie werden so unendlich schwer. Ich konnte mich nicht mehr festhalten. Noch ein Moment und ich musste mit ihnen zusammen ins Meer sinken. Da plötzlich ballte sich der Nebel und die Wolke zu einer Riesengestalt, über den ganzen Himmel weg, grausam, kalt, gleichgültig. Falk lächelte mit einem seltsam verlegenen Lächeln. Es war das Meer und der Himmel. Das war ich und sie. Es war alles. Das Schicksal, Frau Leneza. Sie bekam Angst. Er sah sie so unheimlich an. Plötzlich schlug er um. Seltsamer Traum, nicht wahr? Lächelte er. Sie bemühte sich, gleichgültig zu erscheinen und antwortete nicht. Er sah sie eine Weile mit großen Augen an, die fiebrig glühten. Dann sah er wieder in sein Glas. Das war die erste Offenbarung des Schicksals in meinem Leben. Seine Stimme klang monoton, gleichmäßig, mit einer Nuance von selbstverständlicher Nachlässigkeit. Sie reizte sich. Sie hatte etwas unsagbar Hypnotisierendes. Sie musste ihn hören. Ich wusste auch nicht, was Schicksal ist, aber jetzt weiß ich es. Sehen Sie, Fräulein Leneza, ich gehe herum, ahnungslos. Ich hielt mein Gehirn so fest in meinen Händen. Es gab kein Gefühl, dass ich nicht hätte unterjochen können. Ja. Und nun plötzlich kommen Sie dazwischen. Sie, das seltsame Urbild meiner Seele. Sie, die Idee, die ich schon früher in einem anderen Dasein angeschaut habe. Sie, die eigentlich das ganze Geheimnis meiner Kunst sind. Kennen Sie meine Produktion? Ich liebe Sie über alles. Haben Sie sich selbst darin gefunden? Ja. Nun sehen Sie, ich war so fest und so hart, und nun kommen Sie mir in den Weg, und mein ganzes Leben wird in dieses eine Erlebnis eingeschlossen. Sie bekommen diese Macht über mich, dass ich an nichts anderes denken kann. Sie werden der Inhalt meines Gehirns. Nein, Falk, sprechen Sie nicht davon. Ich werde so müde von dem Gedanken, dass Sie sich durch mich unglücklich fühlen sollen. Nein, Fräulein Isa, Sie irren sich. Ich bin glücklich. Sie haben mich zum neuen Menschen gemacht. Sie haben mir einen unerhörten Reichtum gegeben. Ich verlange ja nichts von Ihnen. Ich weiß, dass Sie Mikita lieben. Isa fühlte wieder die Unruhe in sich hochwallen. Sie hatte Mikita ganz vergessen. Nein, Sie durften nicht länger hier sitzen. Sie durfte nichts mehr hören. Sie erhob sich. Nun muss ich gehen. Bleiben Sie, bleiben Sie noch einen Augenblick. Es war etwas, das sie niederzwang. Aber sie musste an Mikita denken. Die Angst und die Unruhe wuchs. Sie raffte sich auf. Nein, nein, jetzt muss ich gehen. Ich kann nicht länger sitzen. Ich muss jetzt. Ich muss. Ich bin so müde. Falk unterdrückte mühsam ein nervöses Lachen. Ende von Abschnitt 3 Abschnitt 4 von Homo Sapiens Roman-Trilogie von Stanislaw Pschibiszewski Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Teil 1 Über Bord Neuntes Kapitel Vor der Haustür blieben Sie stehen. Falk machte auf. Es war so schwer, das Schlüsselloch zu finden. Endlich! Sie trat in den Hausflug. Er folgte ihr. Sie blieben wieder stehen. Was wollte er nur? Gute Nacht, Falk. Er hielt ihre Hand fest und seine Stimme bebte. Mir ist, als müssten wir einen herzlicheren Abschied voneinander nehmen. Die Tür war halb offen. Das Laternenlicht fiel im breiten Streifen auf ihr Gesicht. Sie sah ihn so sonderbar, so sonderbar erstaunt an. Er fühlte Scham. Gute Nacht. Er hörte den Schlüssel von innen klirren. Er horchte. Sie ging leicht und schnell die Treppe hinauf. Nun ging er ein Stückchen. Plötzlich schrie er unwillkürlich aus vollen Leibeskräften. Was war denn das? Wollte er seine Kraft in menschlichen Unwillkürlichkeiten auslösen? Herrlich! Ein herrlicher Esel war er, unangenehm, wie teppisch. Dies mit dem herzlicheren Abschied. Nein, wie komisch, wie unendlich komisch mußte sie ihn finden. Er, der große, höhnende Verächter, plötzlich verliebt wie ein kleiner Schulbube. Gott war das unangenehm. Und noch diese Erinnerung dazu, die ihm plötzlich so peinlich wurde. Er war damals volle 13 Jahre alt, als er die erste erotische Anwandlung bekam. Hatte er sich großartig gefunden. Diese tiefen, geistreichen Gespräche, die er mit dem Mädchen über Schiller und Lena führte. Und die gelben Glacés, die er sich anschaffte. Da, eines Abends, hatte ihn der Ordinarius auf einem Tätatät ertappt. Und am nächsten Tage. Wunderbar! Es klingelte. Es war 10 Uhr Pause. Alles drängte hinaus. Falk, du bleibst hier. Ja, nun kam es. Komm her. Er ging ans Katheter. Hol den Stuhl herunter. Er holte ihn. Leg dich. Er legte sich. Und nun sauste das starke Rohr durch die Luft. Schwirrte und pfiff. Immer schneller, immer schmerzhafter. Tat das weh. Was lachen Sie, lieber Herr? Das ist eine große Tragödie. Ich habe seltsam so seelisch gelitten wie damals. Es ist vollendet dumm von Ihnen, dass Sie lachen. Verstehen Sie es nicht, dass dies das Leben ist? Das Lächerliche neben dem Tragischen. Das Gold im Kote. Das Unnennbarheilige im Trivialen. Ja, sehen Sie? Das verstehen Sie nicht. Hegel, der alte preußische Philosoph Hegel. Er war ein klügerer Mann. Kennen Sie überhaupt Hegel? Ja, sehen Sie. Seine ganze Philosophie ist ja nur die Frage, warum die Natur zu ihren herrlichsten Zwecken so unästhetische Mittel bracht. So zum Beispiel das Geschlechtsorgan, das zum Zeugen und zur Absonderung von Stoffwechselprodukten dient. Selbstverständlich ist es unendlich komisch, lächerlich komisch, ekelhaft komisch, aber so ist immer das Heiligste. Falk geriet in Mut. Also machen wir uns das klar. Die Liebe. Und mir gegenüber sitzt Fräulein Isa mit ihrem liebenswürdigen, wissenden Lächeln, mit ihrem seltsamen Blick und ermuntert mich dazu. Nun, auf das Mimen verstehe ich mich ausgezeichnet. Hab ich etwa heute nicht gut gemimt? Na eben, weil ich eben ein sogenannter differenzierter Mensch bin, so verfließt alles in mir ineinander. Absicht und Echtes, Bewusstes und Unbewusstes, Lüge und Wahrheit. Tausend Himmel und tausend Erden wogen ineinander über. Aber trotzdem bin ich lächerlich. Dagegen lässt sich eben nichts tun, absolut nichts. Es ist ein ehrenes Gesetz, eins von den ehrensten, dass der Mann, ehe er seinen komischen Zweck erreicht, erst tausendmal lächerlich von dem Weib seiner Liebe befunden werden muss. Er stockte plötzlich. Er hatte also Schamgefühl. Ja, ja, alles wie bei kleinen Schulbuben. Sie fühlen sich ja auch blamiert, wenn Sie vor Ihrer Flamme vom Pferde runterfallen. Aber das Weib war ihm ja ganz fremd, ganz, ganz fremd. Er wusste nichts von ihr. Nicht eine Linie konnte er in das Geheimnis dieses verschleierten Lächelns, dieses wissenden, liebenswürdigen Wesens eindringen. Und in ein fremdes Weib, von dem er nichts wusste, hatte er sich verliebt. Jäh, mit einem Ruck, in einer Sekunde. He da, tausend Experimentalpsychologen her. Ihr, die ja alles wisst, ihr Seelenanatomen, ihr Pure-Sex-Analytiker, kommt her, macht mir das klar. Also die Tatsache, ich habe mich in einer Sekunde in ein Weib verliebt. Zum ersten Mal verliebt. Weil mein sinnlicher Trieb erwacht sein sollte? Sie irren sich, der war schon längst wach. Weil ich mir etwas gesagt haben wollte? Ich habe mir nichts gesagt. Mein Gehirn hat damit nichts zu tun gehabt. Ich hatte keine Zeit zu reflektieren. Übrigens schämen sie sich. Sie, die sie eine Physiologie der Liebe, eine so famose Physiologie geschrieben haben, sollten wissen, dass das Geschlecht nicht reflektiert. Es ist ein dummes, taubes Tier. Burniert, flegelhaft und komisch. Übrigens ist es mir ganz, ganz gleichgültig. Wenn man im Juni 26 Jahre alt werden soll, dann fragt man nicht mehr nach der Ursache. Das Warum schmerzt nicht mehr. Man nimmt alles als eine gegebene Tatsache. Ja, das tut man. Er sah sich um. Er war inzwischen auf einem öffentlichen Platz angelangt, den er nicht kannte. Sehr schön. Er setzte sich auf eine Bank. Sein Kopf war ein wenig schwer, wahrscheinlich hatte er zu viel getrunken. Aber er hatte keine Ruhe. Es arbeitete etwas in ihm, schon den ganzen Abend. Ein unsankbar peinlicher Gedanke, den er immer von neuem zurückdringte. Der sich aber immer energischer emporarbeitete und nun mit aller Kraft herausbrach. Mikita. Falk stand unruhig auf, ging ein wenig herum und setzte sich wieder. Siehst du, Mikita, nimm es mir nicht übel, ich kann absolut nichts dafür. Wozu hast du mich zu ihr geschleppt? Ich wollte Wein mit dir trinken und mit dir sprechen. Ich wollte nicht zu ihr gehen. Zu seinen Bräuten darf man seine Freunde nicht schleppen. Das ist der wichtigste Paragraf in dem Liebeskodex. Durchaus nicht. Und mögen die Bräute noch so herrlich sein wie deine Isa. Nun, Mikita, sei doch nicht zu verflucht traurig. Das tut mir ganz tierisch weh. Ich habe dich nämlich unendlich lieb. Falk überkam eine große Zärtlichkeit. Ich kann wirklich nichts dafür. Stell dir doch nur vor, ich trete ins Zimmer, ein wunderbares Rot. Und dieses Rot fließt um ein Weib in heißer Wellenbrandung. Um ein Weib, das mir so bekannt war. Ja, mehr wie dir selbst. Obwohl ich sie nie gesehen hatte. War es das Rot? Du bist doch zum Kuckuck-Einmaler. Du musst doch wissen, wie ein solches Rot auf deine Seele wirkt. Nun kommt der ehrbare auch Psychologe her, Dubois-Remond, und sagt, Rot besteht aus Wellen, die 500 Billionen Schwingungen in der Sekunde machen. Die Schwingungen bringen in den Nerven Schwingungen hervor, und so schwinge ich. Verstehst du nun, warum ich mich verliebt habe? Weil ich schwinge. Na also, Falk stand auf und ging aufs Geradewohl vor sich hin. Auf den Straßen war es öde. Nur hin und wieder hörte er eine leise piepende Frauenstimme. Na, Liefchen, kommst du mit? Nein, das wollte er durchaus nicht. Was sollte er bei einem Frauenzimmer? Er war kein Berliner Romanschriftsteller und brauchte nicht die diskrete Unterstimmungen, um Romane zu schreiben. Nein, er hasste alle Weiber, alle und am meisten sie, die sie so hinterlistig in ihn eingeschlichen, und ihn nun in diese verfluchte Unruhe peitschte. Nein, Mikita, das darfst du mir nicht übel nehmen. Nein, nein, du kannst dir nicht vorstellen, wie ich leide. Es sitzt mir etwas Wirkendes in der Kehle, den ganzen Tag schon. Nichts habe ich gegessen, nur getrunken und getrunken. Weißt du, was ich geträumt habe? Von einem hohen Berge bin ich herabgestürzt. Ich saß auf einem Gletscher, der sich mit rasender Schnelligkeit vorwärts schob. Konnte ich dagegen etwas machen? Konnte ich mich wehren? Der Gletscher trug mich. Der Gletscher war breit, er raste und raste, unaufhaltsam. Kann ich die Molekel meiner Nerven in eine andere Lage bringen? Kann ich den Strom in meinem Gehirn ausschalten? Hey, kann ich das? Kannst du es? Der Gletscher trägt mich. Ich stürze und stürze, bis er mich ins Meer ausspeien wird. Das ist das eherne Gesetz. Falk schrie es fast. Naja, ich bin ein wenig betrunken und da ist die Kontrolle schwer. Nein, Mikita, nein, du bist mir so unendlich teuer. Ich habe nichts, nichts dabei gemacht. Plötzlich wurde er wütend. Hast du sie nicht gereizt, lieber Falk? Hast du nicht mit tausend Kniffen ihre Neugierde gestachelt? Herrlich, dies urplötzliche Schuldbewusstsein. Ja, ich nehme mein schuldbeladenes Gewissen und schüttle seinen Inhalt vor den Allmächtigen hin, der mich nicht wie jene Vierfüßler geschaffen hat, die keinen Verstand haben, sondern als zweibeiniges Individuum. Mit Geist und Vernunft begabt, auf das es zwischen Gut und Böse unterscheide und Vermöge der Quinta Essencia, nämlich der Willenskraft, die Handlungen berechne und sie leite. Ja, lieber Mikita, mea maxima culpa, ich habe gesündigt gegen dich. Unterwegs sah er ein Nachtkaffee offen. Oh, er war so furchtbar müde. Er trat ein und setzte sich auf ein Sofa abseits in einer Ecke. Um sich herum hörte er Geschrei und Gekreif. Fluchen und Feilschen. Er sah hin, ob nicht ein Berliner Romanschriftsteller seine Notizen machte, nämlich ein Kollege von der nämlichen Fakultät. Ekelhaft. Wie viel kosten fünf Minuten Fleisch pro Pfund? Er lehnte sich zurück und starrte in die große weiße Lampe des elektrischen Lichtes. Es flimmerte ihm in den Augen. Um die weißen, runden Lichtlampen sah er deutlich heiße Nebel zittern. Und schneller und schneller sah er den Dunst um die Lampen kreisen, heftiger und heißer. Und er fühlte sie in seinen Armen, ihre Backe an die Seine gelehnt. Er fühlte ihre Bewegungen auf seinen Nerven auf und nieder gleiten. Und er sah die Welt als einen roten Sonnenring um sich herum tanzen. Das war das große Problem. Er setzte sich zurecht. Das Problem seiner Liebe. Isa war aus ihm geboren. Oder er aus ihr. Sie war das vollendetste Korrelat zu ihm. Ihre Bewegungen waren so seinem Geiste angepaßt, dass sie ihn in die höchste Ekstase versetzten. Der Klang ihrer Stimme löste etwas in seiner Seele aus, etwas davon, worin das Geheimnis seiner Seele ruhte. Dummes Gehirn, woher weißt du das so sicher? Er lachte höhnisch. Aber plötzlich stützte er. Er sah sich und sie in einem merkwürdigen Bilde. Sie sahen sich ganz gleichgültig gegenüber. Sie sahen sich kalt in die Augen. Ja, sie waren sich ganz gleichgültig. Ja, er war dämonomane. Er sah sie und sich ganz durchsichtig und er sah, wie sich etwas in ihm und etwas in ihr hochreckte, wie die beiden unterirdischen Ichs sich näher kamen und sich so fragend und so begehrend anschauten. Nein, doch, sie saßen ja am Tisch und waren sich gleichgültig und sprachen über dumme, nichtssagende Sachen. Aber das andere in ihm und das andere in ihr waren sich so unendlich nahe. Sie umfassten sich. Sie gossen sich ineinander. Das andere, lieber Mikita, das, das ich nicht kenne, weil es plötzlich ganz unmotiviert da ist, hat sich schon geliebt, bevor ich es merkte. Siehst du, Mikita, mein dummes Gehirn kann ja nur höchstens kontrollieren, dass etwas vor sich geht, nur höchstens eine vollendete Tatsache konstatieren. Ja, teurer Mikita, das ist eine vollendete Tatsache. Ich liebe sie. Dass ich mich interessant machte, dass ich sie lockte und auf meine Tiefen aufmerksam machte. Aber, Herrgott, Mikita, sei doch vernünftig. Das große Agens hat die Räder so eingestellt, dass sie notwendig in dieser und keiner anderen Richtung ablaufen müssen. Dass du das nicht verstehst. Weshalb Mikita nicht gekommen ist? O gnädiges Fräulein, kennen Sie ihn schlecht. Mikita hat Instinkte mit meilenlangen Händen, die das Unfassbare fassen. Mikita sieht, wie sich ein Ton in Farbe verwandelt. Er hat Akkorde gemalt, die sich beim Hören verrückt machen würden. Aber das brutale Auge verträgt selbstverständlich alles. Mikita sieht das Gras wachsen und den Himmel schreien. Das alles sieht Mikita. Mikita ist ein Genie. Was bin ich? Was habe ich gemacht? Blödsinn, Falk. Bist du wirklich betrunken? Nein, doch. Ich bin Psychologe und augenblicklich damit beschäftigt, Mikitas Seele ganz reinlich zu präparieren. Ho! Mikita lässt sich nichts merken. Er lässt die Lauge sich in seinem tiefsten Schachte niederschlagen, bis alles zersetzt und zerfressen ist. Dann kommt der Bruch. Was ist dabei? Herrgott, ein Mann über Bord. Er ist nicht der Erste. Das Kreischen und Lachen um Falk herum wurde lauter und unerträglicher. Er erhob sich wütend und brüllte förmlich still. Dann setzte er sich hin. Die verfluchten Mücken, die ihn immer stören mussten. Nun wurde er sehr unruhig. Er musste Mikita sehen. Er musste durchaus sehen, was er jetzt mache. Ja, er werde zu ihm gehen. Wer ist da? Ich arbeite jetzt. Ich bin es, Erik Falk. Er macht auf. Sieht mich von der Seite an, hat selbstverständlich furchtbar wilde Augen. Was willst du? Was ich will? Tja, ich will dir klar machen, dass ich nicht liebe, sondern das Andere. Ich will dir klar machen, wie das kam. Ich saß mit ihr an einem Tisch, ganz kalt und gleichgültig. Aber während ich sprach, hat das Andere auf eigene Faust gehandelt, an ihr gezerrt und sie gelockt, bis sie nachgab. Nein, nicht sie. Sie höhnt mich und findet mich komisch, weil mein Anderes einen herzlicheren Abschied wünschte. Siehst du, sie ist mir fremd, absolut fremd. Aber die anderen in uns beiden, die kennen sich so gut, sie lieben sich so unendlich, so mächtig, so unlöslich. Du allmächtiger Schöpfer, ich danke dir, dass du mich zum zweibeinigen Wesen geschaffen hast, mit Vernunft und Geist gehabt, auf das ich gut und böse unterscheide, auf das ich nicht Isa begehre, wenn Mikita das Glück gehabt hat, sie zuerst zu treffen. Und da, da sitzt der junge Lümmel neben den hundert Kilo Fleisch, er hat keine Vernunft, er kann auch nicht zwischen gut und böse unterscheiden. Siehst du, dummer Lümmel, was bist du gegen mich, du vernunft- und willenloses Sujet? Falk lachte aus vollem Halse. Nun musste er aber wegen ungebührenden Verhaltens, der Ausdruck gefiel ihm ganz ausnehmend, das Kaffee verlassen. Das kam ihm gerade recht. In dieser verpesteten, schweiß- und fleischriechenden Spelunke konnte es ein Mensch, von der Spezies Homo sapiens, meine Herren, nicht aushalten. Draußen fing es an, hell zu werden. Über den schwarzen Dächern sah er das tiefe Blau in einer unsagbaren, stillen, heiligen Majestät. Die Majestät des Himmels über Berlin. Er lachte höhnisch. So ist nun einmal die Natur. Zehntes Kapitel Warum bist du gestern nicht zu Ilthes gekommen? Isa war ein wenig unsicher. Was sollt' ich da? Ich setzte voraus, dass du dich auch ohne mich amüsieren kannst. Das ist hässlich von dir. Du weißt doch, wie ich glücklich bin, wenn ich mit dir zusammen in Gesellschaft gehe. Bist du's? Nikita sah misstrauisch zu ihr herüber. Was meinst du denn? Sie wurde missmutig, aber plötzlich sah sie sein übernächtigtes, bleiches Gesicht zucken. Sie kannte das. Nein, das ist sehr hässlich von dir. Sie nahm seine Hand und streichelte sie. Nikita entzog ihr leise die Hand. Er ging auf und ab. Aber was ist dir denn? Mir? Nichts. Nein, gar nichts. Sie sah ihn an. Eine fiebrige Unruhe zuckte immer heftiger in seinem Gesicht. Es kochte etwas in ihm, das jeden Augenblick ausbrechen konnte. Willst du nicht zu mir kommen? Er trat an sie heran. Was willst du? Setz dich neben mich. Hier, ganz nah. Er setzte sich hin. Sie nahm seine Hand. Was ist dir, Nikita? Was? Nichts. Habe ich dir wehgetan? Nein. Siehst du, Nikita, du bist nicht aufrichtig zu mir. Du willst es mir nicht sagen, aber ich kenne dich so gut. Du bist eifersüchtig auf Falk. Nikita wollte sie eifrig unterbrechen. Nein, nein, ich kenne dich zu gut. Du bist eifersüchtig, und das ist furchtbar dumm von dir. Falk ist nur interessant. Er ist mir vielleicht der interessanteste Mensch neben dir, aber ich könnte ihn niemals lieben. Nein, niemals. Siehst du, als du gestern nicht kamst, wusste ich sehr gut, dass du zu Hause sitzt und dich mit Eifersucht quälst. Ich habe mich den ganzen Abend ununterbrochen gefragt, welchen Grund du eigentlich hast. Habe ich dir einen Anlass zur Eifersucht gegeben? Nikita fühlte sich beschämt. Du darfst nicht eifersüchtig sein. Das quält mich. Ich werde so müde davon. Schließlich werde ich ja gar nicht wagen können, auch nur ein Wort mit einem Menschen zu wechseln, aus Angst, dass du mir es übel nimmst. Du darfst es nicht. Ich kann es einfach auf die Dauer nicht aushalten. Du hast keinen Grund dazu. Du zerstörst unsere Liebe. Nikita wurde ganz weich und küßte ihr die Hand. Du demütigst mich mit deinem ewigen Misstrauen. Du musst doch bedenken, dass ich auch ein Mensch bin. Man darf mich nicht zu unausgesetzt quälen. Du warst so stolz auf meine Selbstständigkeit und jetzt suchst du sie zu zerstören und mich zu einer Sklafin zu machen. Schließlich wirst du mich noch einsperren wollen. Nikita war ganz verzweifelt. Isa, nein, nein. Ich bin nicht eifersüchtig. Aber du weißt nicht, welche Bedeutung du für mich hast. Ich kann ohne dich nicht leben. Ich wurzele so ganz, ganz in dir. Du bist... Er machte eine weite, komische Handbewegung. Du verstehst es nicht. Du hast nicht das rasende Temperament, dies... dies... Na, weißt du, du kannst es nicht nachempfinden, wie es brennt und quält, wie es einem in die Augen fährt und blind macht für die ganze Welt. Sie streichelte ihm unaufhörlich die Hand. Nein, du weißt es nicht, was du für mich bist. Ich bin nicht eifersüchtig. Ich habe nur die rasende Angst, dich zu verlieren. Ich kann nicht begreifen, dass du mich lieben kannst. Ich... Weißt du, weißt du... Er richtete sich auf. Sieh doch nur den kleinen, komischen Nikita an. Du bist ja höher als ich. Lass doch, lass, ich liebe dich. Du bist ein großer Künstler, der Größte unter allen. Ja, siehst du, du liebst nur den Künstler in mir. Den Menschen kennst du nicht. Ich bin dir als Mensch nichts, gar nichts. Aber der Mensch und der Künstler ist der Eins in dir. Was wärst du ohne deine Kunst? Ja, ja, du hast recht. Nein, Isa, ich bin verrückt. Nimm es mir nicht übel. Nein, um Gottes Willen nicht. Ich werde jetzt vernünftig sein. Aber ich kann nichts dafür. Du müsstest verstehen. Ich... Ich lebe in dir. Wenn ich dich verliere, dann... Dann... Hab ich nichts... Nichts! Tränen liefen über seinen Backen. Sie umarmte ihn. Mein teurer, dummer Nikita, ich liebe dich ja. Nicht wahr? Du liebst mich ja. Nicht wahr? Du, du... Er fuhr mit zitternden Händen über ihr Gesicht. Er presste sie an sich. Du wirst mich nie verlassen. Nein, nein. Du liebst mich? Ja. Sag, sag es mir noch einmal, tausendmal. Du mein einziges. Du... Du kannst nicht begreifen, wie ich mich quälte. Ja, gestern. Ich glaubte, mein Verstand geht mir durch. Ich wollte hinlaufen und konnte nicht. Ich konnte nicht sitzen, nicht stehen. Du, Isa, du wirst mich nie verlassen. Nein? Nein. Dann geh ich zu Kunde. Dann... Dann... Weißt du... Der kleine, schmächtige Körper des Malers zuckte immer heftiger. Siehst du, ich werde malen. Du weißt nicht, was ich kann. Ich werde dir zeigen, was ich kann. Ich werde dich malen. Nur dich. Nur immer dich. Ich werde die ganze Welt zwingen, sich vor dir zu verbeugen. Alles, alles kann ich malen. Gedanken, Akkorde, Worte. Und dich. Ja, dich. Du sollst so stolz auf mich sein. So stolz. Er kniete vor ihr. Seine Worte überstürzten sich. Er stammelte und umfing ihre Knie. Du mein... Du... Sie wurde unrig. Es war ihr peinlich. Wenn er sich nur beruhigen möchte. Ja, ja, du bist mein großer Mikita. Ich bin ganz dein. Ganz. Aber du darfst nicht mehr so hässlich sein. Nein, nein. Ich weiß, dass du mich liebst. Ich weiß, dass du mein bist. Verzeih mir meine Lächerlichkeit. Ich werde nie mehr wieder... Du hast es vergessen. Ja, ja. Er drückte sie so fest an sich, dass sie kaum atmen konnte. Eine dunkle Unruhe wuchs und wuchs in ihr. Sie fühlte es kommen. Und ein Angstschauer durchzuckte sie. Am liebsten möchte sie jetzt weglaufen. Sie löste sich los. Aber er schien nichts zu merken. Die wilde, so lange aufgestaute Leidenschaft löste sich nun und brach jäh hervor. Ich bin so glücklich, so unendlich glücklich mit dir. Du hast mir alles gegeben, alles. Er stammete und die heiße Gier kam über ihn. Ich bin nichts, nichts ohne dich. Das habe ich gestern gefühlt. Ich gehe auseinander ohne dich. Er presste sie immer heftiger an sich. Du, du... Er keuchte heiß. Sie fühlte seinen heißen Atem in ihren Nacken brennen. Ihr Inneres schrumpfte wie ein leerer Schwamm zusammen. Die Angst wuchs in ihr hoch, lähmte sie, verwirrte sie. Oh Gott, was sollte sie tun? Sie sah Falk vor ihren Augen. Es bäumte sich etwas hoch auf in ihr und widerstrebte in wilder, verzweifelter Empörung. Sei mein! Er bettete. Zeig, dass du mich liebst! Sie sah Mikitas Augen, die Augen eines Irren, die nichts sehen. Oh Gott, Gott! Noch einmal raffte sie sich auf, sie wollte ihn wegstoßen und weglaufen, ihn nie mehr sehen, nie mehr dies Ekel über sich ergehen lassen. Aber im nächsten Moment sang sie zusammen. Eine kranke Traurigkeit überkam sie. Sie konnte nicht widerstreben. Sie musste. Ich liebe dich, ich bin krank nach dir, erstammelte wie ein Kind. Und ein Ekel stieg in ihr auf, ein ranziges Gefühl von Ekel. Sie schauderte. Aber sie durfte sich nicht wehren, sie fühlte keine Kraft mehr. Nur Falks Stimme hörte sie. Sie sah seine Augen. Nein, sie hatte keine Kraft mehr. Sie drückte die Augen zu und ließ es geschehen. Du hast mich so glücklich gemacht! Das Glück verzerrte Mikitas nervöses, mageres Gesicht zu einer Grimasse. Aber sie fühlte Ekel. Ein wirkendes Gefühl von Ekel, der ihr in jeden Nerv drang, mit wachsender Empörung, mit einem Hass, den sie bis jetzt nicht kannte. Aber um ihren Mund spielte mechanisch ein liebenswürdiges Lächeln. Und wieder ließ sie ihre Hand über die Seine gleiten. Sie kämpfte mit sich. Es wurde ihr ganz schwarz vor den Augen vor Scham und Empörung. Sie hatte Mühe, ein Wort zurückzuhalten, das sie ihm ins Gesicht schleudern möchte, weil er sie so brutal vergewaltigt hatte. Und der Gedanke an Falk bohrte in ihr und bohrte. Ein wütender Schmerz riss ihr den Kopf auseinander. Oh Isa, ich bin so glücklich, so unerhört glücklich, heute! Sie bezwang sich und lächelte. Aber der Ekel fühlte sie unablässig. Alles wurde ihr zum Ekel, seine Worte, seine Hand. Aber Mikita dachte nur an sein Glück. Das Weib war sein, ganz sein. Sein Kopf wurde heiß vor Freude und Kraft. Sie wollte nicht mehr denken, aber sie konnte den Gedanken an Falk nicht zurückhalten. Der Gedanke schmerzte sie, bis sie goss ihr Hass und Scham in das Herz. Sie atmete schwer auf. Wenn er nur nicht käme, oh Gott, wenn er nur nicht käme! Kommt Falk heute zu dir? Mikita sah sie befremdet an. Wer? Falk! Sie raffte sich auf. Ich möchte so gerne, dass er deine Bilder sieht. Er hat sie doch noch nicht gesehen. Er ist ja der Einzige, der sie verstehen kann. Mikita atmete erleichtert auf. Weißt du, Isa, ich werde ihm jetzt schreiben, dass er gleich kommen soll. Sie schrak auf. Nein, nein, nicht heute. Warum denn nicht? Ich will mit dir allein sein heute. Er küsste ihr innig die Hand und sah sie dankbar an. Es lag etwas von hündischer Unterwürfigkeit da drin. Sie dachte an einen großen Hund in ihrer Heimat, der sie so liebte und den sie nie loswerden konnte. Es war inzwischen dunkel geworden. Was hatte er für ein Recht, sie so brutal zu vergewaltigen? So, nein, nicht denken, nicht denken. Doch ja, sie fühlte sich beschmutzt. Er hatte sie beschmutzt. Sie fühlte plötzlich seine Hand um ihr Handgelenk. Sie schrak zurück. Seine Berührung war ihr widerwärtig. Mach Licht. Mikita stand auf und zündete die Lampe an. Dann heftete er stark seine Augen auf sie. Sie hatte nicht mehr die Kraft, sich zu bezwingen. Es stürzte nun alles auf sie ein. Falk, Mikita, der Ekel, dieser furchtbare Ekel. Es war plötzlich Angst in ihm. Eine Angst, die auf einen Augenblick sein Gehirn lähmte. Sie sah, wie sein Gesicht zuckte. Wie seine Augen sich maßlos erweiterten. Du, was ist dir? fragte er heiser. Nichts, nichts. Sie versuchte zu lächeln, aber es misslang. Wie, wie? Was ist dir? Er fing an zu verstehen. In diesem Augenblick läutete es heftig. Er zuckte auf, konnte nicht verstehen, was das für ein Geräusch war. Du, es klingelt. Mach nicht auf, mach nicht auf, bat sie ängstlich. Aber er lief hinaus. Sie stöhnte auf. Nun kam er. Sie wusste es. Er war es. Nun, oh Gott. Es war ja alles gleichgültig. Oh, das ist ja herrlich. Das ist ja einfach großartig. Wir wollten sie eben an dich schreiben. Mikita konnte sich kaum zusammenhalten. Nun, Isa, endlich ist Falk hier. Er versuchte krampfhaft, sich zu bemeistern. Ich freue mich. Kannst du mir glauben, dass ich mich freue? Na, weißt du, Erik. Na, das ist schön. Wir werden gemütlichen Abend haben. Was willst du? Wein, Schnaps, Bier. Hä? Alles kannst du haben. Meine Bilder willst du sehen? Herrgott, die dummen Bilder. Was ist daran zu sehen? Geh ins Leben. Ja, geh nur auf die Straße. Das sind Bilder. Wozu denn diese dumme Kleckserei? Oh Gott, wozu das alles? Hast du nicht gestern gesagt, dass man damit kein Weibchen locken kann? Ja, ja, geh auf die Straße. Nein, geh ins Nachtcafé. Da sind Bilder. Frachtvoll. Weißt du, so ein Bild, wie ich gestern gesehen habe, das kann kein Mensch malen. Weißt du, was ich gesehen habe? War im Restaurant. Ja, ein Restaurant. Kein Café übrigens. Und ja, da saß ich. Mir gegenüber ein Herr mit zwei Damen. Er machte der einen Dame den Ruf und stellte telegrafische Übungen an, mit den Füßen unter dem Tisch. Er aß Würstchen, verstehst du? Jaursche Würstchen, glaube ich. Da plötzlich, es war ein Moment. Mikita lachte heiser, dass er kaum verständlich war. Ein Moment. Selten sieht man sowas. Also hör mal, das eine Mädel. Mikita unterbrach sich beständig mit nervösen, unangenehmen Lachen. Packt den Teller mit den Würstchen und schmeißt ihm den Galan ins Gesicht. Das war ein Anblick. Hundert meiner Bilder wert. Die Soße droff herab. Weißt du, die schokoladenbraune Aure, mit der man hier in Berlin alle Speisen zu begießen pflegt. Die Würste flogen nur so herum. Sah der Kerl aus. Mikita wollte sich ausschütten vor Lachen. Das war ein Bild. Falk konnte nicht verstehen, was mit Mikita los war. Er sah Isa an, aber sie lag auf der Chasselon und sah nach der Decke. Wahrscheinlich wieder heftige Eifersatzszene. Weißt du, was der Kerl machte? Mikita trette nervös an den Knöpfen von Falks Rock. Nichts, gar nichts. Er wischte sich ruhig die Soße vom Gesicht. Ja, das tat er. Aber die Dame, mit der er die telegrafischen Übungen angestellt hatte, lachte sich halbtot. Mit ihren erotischen Gefühlen war es vorbei. Weißt du, warum? Weißt du es? Mikita schrie kurz auf. Weil er komisch wurde. Komisch. Und wenn man einem Weibe komisch wird, dann ist es vorbei. Falk wurde unangenehm zum Mut. Er dachte an seinen gestrigen Abschied. Verstehst du, was das ist, einem Weibe komisch zu werden? Aber, aber, Mikita stotterte. Man wird es nicht für alle. Es gibt welche, für die man es nicht wird. Weiber, die lieben. Die lieben. Er beruhigte sich. Siehst du, diese Weiber vergessen sich und alles um sich. Sie sehen nicht, dass man komisch ist. Sie denken nicht. Sie beobachten nicht. Er fuhr wieder auf. He Isa, habe ich nicht recht. Du bist doch ein Weib. Isa versuchte, die Situation zu retten. Es war doch unerhört peinlich. Er war ja ganz verrückt. Sie lachte. Ja, du hast wohl recht. Die Geschichte mit den Würstchen ist ja sehr amüsant. Was wurde nun weiter? Mikita sah sich durchdringend an. Ja, weiter. Richtig. Also, der komische Mann war ganz ruhig. Trotzdem sich alle Menschen vor Lachen auf die Tische legten. Sein schöner, hoher Kragen war zum Waschlappen geworden. Und sein steifes Oberhemd hätte man um ein Streichholz wickeln können. Die Missetäterin, weißt du, das Weib, für das man nie komisch werden kann, war ganz blass. Und ich merkte, dass sie zitterte. Sie sah ganz so aus wie ein Hund. So hat Goya die Menschen gesehen. Ja, der herrliche Goya. Der einzige Psychologe auf der Welt. Er sah nur das Tier im Menschen. Und Tiere sind sie alle. Hunde und Esel. Aber das Mädel hatte Temperament. Sie hatte Geschlechtserlan. Sie liebte ihn. Ja, sie liebte ihn. Was? Das interessiert dich nicht. Das nicht? Interessiert dich nicht ein Eifersuchtsgefühl, das zum Verbrecher macht? Die eine wirft Jauersche Würstchen auf den Kopf. Die andere wird zur Vitriolös. Aber das ist dasselbe Gefühl. Das ist stark. Das ist mächtig. Das ist Leben und Liebe. Hey, bei einer äußert sich das so, bei der anderen eben anders. Meine Mutter hatte ein Dienstmädchen, das Tag und Nacht Romane las. Glaubst du nicht, dass an dem Mädel eine kolossale Bertha von Suttner verloren gegangen ist? Nicht wahr? Nicht wahr? Falk wurde unruhig. Was fehlte ihm? Siehst du, Kerl, wozu braucht man da Bilder zu sehen? Ja, richtig, die Pointe. Der Kerl ging mit den Damen ruhig und wirtevoll aus dem Restaurant. Aber plötzlich auf der Straße. Na, das solltest du gesehen haben. Das gibt Sensationen. Mit einem Ruck flog das Mädel von der wuchtigen Ohrfeige gleich in den Rindstein. Aber sie erhob sich und ging an ihn heran und bettelte um Verzeihung. Er stieß sie weg. Aber sie rannte hinter ihm her und heulte und bettelte. Mikita kam in immer größerer Aufregung. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich ging an ihn heran, ich zog meinen Hut bis an die Erde und sagte ihm, Erlauben Sie, gnädige Herr, dass ich Ihnen meine höchste Bewunderung ausspreche. Ja, weißt du, Mikita war in einem höchst beunruhigenden Maße aufgeregt. Aber was fehlt dir? Um Gottes Willen, du bist ja krank. Was hast du denn? Mikita unterbrach, Falk heftig. Ich? Krank? Bist du verrückt? Na, aber siehst du, das hatte der Mann doch gut gemacht. Nicht wahr? Unterjochen muss man das Weib mit der Faust, mit der Peitsche. Erzwingen, erzwingen muss man sich liebe. Er stotterte und wurde plötzlich still. Es trat eine peinliche Stille ein. Falk wurde unruhig. Er ließ seine Augen abwechselnd von Mikita zu Isar schweifen. Aber im Grunde musste er sich eingestehen, dass die Szene ihn freute. Schändlich! Isar setzte sich plötzlich auf und sagte langsam, »Du hättest an dieser Stelle sehr gut Nietzsche zitieren können. Vergiss die Peitsche nicht, wenn du zum Weibe gehst. So klingt das, was du sagtest, beinahe wie ein Plakiat.« Es lag etwas ungemein Wegwerfendes in ihrer Stimme. Falk sah sie erstaunt an. War es ein Bruch? Mit Mikita? Dieser Hass. Mikita wachte auf und lachte plötzlich. »Donner Wetter, das hat Nietzsche gut gesagt, ganz verteufelt gut. Aber was ist euch denn? Ihr wurdet ja ordentlich feierlich. Ich bin ja auch ganz verrückt.« Er wurde sehr freundlich. »Nimm mir nur nicht übel, dass ich so aufgeregt bin, aber ich glaube wirklich, dass ich ein Delirium habe. Die ganze Nacht habe ich mit dem Kerl gekneift. Das bekommt mir nicht gut. Mein Onkel starb an dem schönsten Delirium-Exemplar, das überhaupt in einem menschlichen Gehirn aufwachsen kann. Sein Delirium war üppig wie eine Palme, wie eine große Palme, unter der man nicht ungestraft wandeln kann, wie unsere Geistesheronen zu singen pflegen. Er ging herum und machte sich mit den Bildern zu schaffen. »Herr Gott, was sind Bilder? Ein Mensch, der genug an sich und der ganzen Welt hat, sollte eben daran genug haben und nicht klecksen.« »Also Bilder willst du sehen. Na ja, da musst du eben morgen kommen, wenn Licht ist.« »Ja, Licht muss man haben. Millionen Quadratmeilen Licht in jedem Auge, um das zu sehen, was kein Mensch sieht. Ja, kein Mensch. Was ich nicht gesehen habe. Was ich noch sehen muss, ja, muss. So hatte Falk Mikita noch nie gesehen. Das war nicht normal. »Aber was ist dir? Wozu spielst du diese Komödie mit mir? Was ist mir, was ist mir? Glücklich bin ich. Glücklich wie noch nie. Aber dann brauchst du doch nicht zu schreien. Ja, zum Donnerwetter, ich muss schreien. Denn manchmal bekommst du einen lustigen Zug um den Mund, als ob du mir nicht glaubtest. Was, Isa, sind wir nicht glücklich? Aber Isa hatte jetzt genug. Jetzt prostituiert er noch das ganze Verhältnis. Nein, es war zu viel. Sie erhob sich, zog sich an. Und ohne ein Wort zu sagen, ging sie aus dem Atelier. Mikita sah ihr verständnislos nach. Er war wie zerschmettert. Dann wandte er sich zu Falk um. »Geh du auch. Geh, geh. Ich bin zu aufgeregt. Ich muss allein bleiben. Geh, geh«, schrie er ihm zu. Falk zuckte mit den Achseln und ging. Unten holte er Isa ein. Als Mikita allein war, verriegelte er die Tür, blieb mitten im Atelier stehen und rannte plötzlich mit seinem Kopf gegen die Wand. Der Schmerz ernüchterte ihn. »Ich werde also wirklich wahnsinnig.« Er taumelte auf das Sofa. Der Kopf schmerzte ihm. Plötzlich wurde es ihm schwarz für den Augen. Ein Schwindelgefühl erfasste ihn. Das war grässlich. Er hatte das wehrlose Weib vergewaltigt. Sie gegen ihren Willen genommen. Sie gab sich, weil sie sich geben musste. Aus Pflicht. Aus. Aus. Und er schrie mit allen Kräften. »Schwein, du!« Seine Unruhe wuchs über ihnen aus. Er fühlte jede Fieber in sich zittern. Eine wachsende Wut staute sich in seinem Innern. Er hatte das Gefühl, dass er auseinandergehe, dass alles in ihm ausgerenkt sei, und eine furchtbare Angst hatte ihn befallen. »Es steht schlimm mit dir. Es steht schlimm mit dir«, wiederholte er unablässig. Er packte seine Brust mit beiden Händen. Ein wehrloses Weib vergewaltigt. Eins, das nur Ekel vor ihm empfand. »Warum gab sie sich ihm hin?« »Weil er sie darum bat? Weil, weil...« »Herrgott!« Sie gab sich aus Liebenswürdigkeit hin. Und ein Gedanke schoss ihm durch sein Hirn. »Jetzt gibt sie sich Falken, weil er sie darum bitten wird, weil sie ihn befriedigt sehen will, weil, weil...« Er wirrte verlachen, lelzte sich auf der Chosselon und brach dann plötzlich in ein konvulsives Weinen aus. Er hörte sich weinen. Und wieder wuchs ihm die Unruhe brandend in sein Gehirn. Er raffte sich auf. Er musste sie zurückholen, damit Falk sie ihm nicht nehme. Mechanisch faßte er die Mütze. Er riss die Tür auf, stürzte die Treppen hinunter, rannte die Straßen entlang bis an ihr Haus. Und dann hinein, jagend, zitternd. »Ist Fräulein Isa zu Hause?« »Nein.« Er blieb vor dem Hause stehen. Alles stürzte in ihm zusammen. Er wollte gehen, aber die Füße wollten ihn nicht tragen. Er würde sicher nicht einen Schritt tun können. »Was nun?« »Was nun?« wiederholte er mechanisch. Er blieb stehen. Konnte sich auf nichts besinnen. Dann las er über die Straße weg. »Restaurant Café.« »Aha, Kaffee.« »Ja, bis in das Café hinein.« »Dann sitzen.« »Nicht wahr?« »Sitzen.« »Im Sofa.« »Kaffee trinken.« Zeitung lesen. Ende von Abschnitt 4 Abschnitt 5 von Homo Sapiens Roman-Trilogie von Stanislav Schypiszewski Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Teil 1 Über Bord Elftes Kapitel Isa und Falk saßen in demselben Weinrestaurant wie am vorigen Abend. Nur, dass sie jetzt ganz alleine waren. In einer Chambre-Séparée. Niemals hatte sie das Alleinsein mit einem Menschen zugen lassen. Falk hatte Champagner bringen lassen, zahlte die Flasche und berechnete, ob es zum Bezahlen reiche, was er bei sich hatte. Ja, es reichte. Noch für viel mehr. Sonderbar, dass er daran denken musste. Sie lag halb ausgestreckt auf dem Sofa und blies Ringe von Zigarettenrauch in die Luft. Sie hatte Mikita ganz vergessen. Wenn sie hin und wieder an ihn dachte, so sah sie ihn als eine zappelnde, polternde Masse, eine Art Kobelt vor sich. Ja, wie boshaft er werden konnte, diese versteckten Anspielungen in der Wurstgeschichte. Falk beobachtete sie. Manchmal wunderte er sich, dass sich ihr Gesicht mit Pupuröde übergoss und dass sie heftig erschaute. Und jedes Mal sah er dann, wie sie sich hastig aufsetzte und ein Glas heruntertrank. Wie er sie liebte. Wie er diesen schlanken Körper in den Seinen hineinpressen und den blonden, feinen Kopf streicheln und an seine Brust bergen möchte. Warum tut er es nicht? Warum? Er fühlte, er wusste, dass sie ihn liebte. Warum also nicht? Mitleid mit Mikita? Leide er nicht ebenso wie er und vielleicht viel mehr noch? Er dachte an die peinliche Szene bei Mikita, wie sonderbar, dass er dabei Freude empfand. Was war denn für ein Teufel in ihm, dass er sich daran freute? Er dachte, wie er einmal den Bräutigam eines bekannten Mädchens total betrunken gemacht und eine diabolische Freude empfunden hatte, als das Mädchen sich über die unanständige Trunkenheit ihres Geliebten zu Schanden ärgerte, ja, ihn sogar zu hassen begann. Was konnte das noch sein? Um seine Mundwinkel spielte ein nervöses, schmerzliches Lächeln. Sie sah ihn an. Wie schön er war. So könnte sie ihn stundenlang ansehen, ja sehen, wie seine Augen groß, so funkelnd, so im Fieberglanz es sie anstarten. Und wenn er hin und wieder auf und ab ging, diese geschmeidigen Bewegungen einer Pantherkatze. Und wieder fühlte sie die Schamröte ins Gesicht schießen und einen dunklen Hass in sich aufsteigen. Das war Roh von Mikita. Brutal. Sie trank hastig. Sie sprachen nicht mehr. Er hatte schon zu viel gesprochen. Er wollte jetzt in sich sinken und das um sich, das in sich sinken genießen, es in jede Pore einsauen. Und sie hörte seine Stimme mit dem leisen, heißeren Klang. Es war etwas Zwingendes in der Stimme, das ihren Willen einschläferte und sie hypnotisierte. Sie dachte, wie sie einmal in der Oper Tristan und die Selte hörte. Das war ganz dasselbe Gefühl. Sie sah sich in der Loge. Sie hatte vergessen, wo sie war. Oh, es war herrlich, dieser halbwache Zustand. Sie hörte die Musik, wie sie sich in sie ergoss, mit einer Sehnsucht mit. Ach! Sie sank in das Sofa zurück und schloß die Augen. Es war so gut hier mit ihm. Falk erhob sich, ging ein paar Mal auf und ab. Dann setzte er sich neben sie. Er nahm ihre Hand, er sah ihr in die Augen. Es war wie eine heiße Phosphoreszenz ringsum. Er sah einen Glanz in ihnen zittern, einen heißen, lockenden Glanz. Ja, so sah sie ihn zum ersten Male an. Sie lächelten sich an. Jetzt werde ich widersprechen. Aber vergessen Sie nicht. Was denn? Die Bedingung. Ich habe die Bedingung vergessen. Sie dürfen es nicht. Nein, nein. Er küsste ihr die Hand. Wie sie ihn lockte, wie sie ihn mit diesen Augen an sich zog. Wusste sie das? Woher sind sie, Isa? Ist es nicht wichtiger, wohin ich gehe? Sie lächelte. Ja, ja, Sie beschämen mich, denn Sie haben recht. Und Ihre Hand ist so schön, so schön. Ich habe nie eine so wunderbare Hand gesehen. Sie sah ihn an. Plötzlich übermannte es ihn. Er sank neben sie hin und küsste leidenschaftlich ihre Hand. Er vergub seine Lippen in diese Hand. Dann entzog sie ihm leise, ihre feine, schmale, lange Hand. Tun Sie es nicht, Falk. Das tut so weh, so weh. Sie sprach leise, zögernd, mit verschleierter Stimme. Falk setzte sich wieder. Er rieb sich die Stirn, trank, bebte vor Erregung und schwieg. Lange Pause. Dann fing er an, ruhig, still, mit traurigem Lächeln. Es sind zwei, drei Tage vergangen, seitdem ich Sie kenne. Ja, ich kann es nicht begreifen. Es ist auch nichts zu begreifen. Es ist eine Tatsache. Seien Sie gut. Lassen Sie mich alles sagen, das beruhigt mich. Ich muss darüber sprechen. Das können Sie wohl nicht verstehen, aber ich liebe zum ersten Male in meinem Leben. Er trank hastig. Ja, das wissen Sie nicht, aber es ist etwas Furchtbares, zum ersten Male in meinem Alter zu lieben. Das zerwühlt die ganze Seele, das gibt eine Wirrnis im Gehirn. Sie wurden mein Schicksal, Sie wurden mein Verhängnis. Er wurde erregt. Ich weiß, ja, ich weiß, dass ich so zu Ihnen nicht sprechen dürfte. Ja. Er wirkte mit Kita herunter. Ich weiß auch nicht, weswegen ich so zu Ihnen rede. Es ist ein furchtbares Mysterium. Ich bin heute ein anderer, wie ich vor drei Tagen war. Ich verstehe nicht, was in mir vorgegangen ist. Nun ja, ich kann ja so sprechen. Ich will ja nichts von Ihnen. Ich habe Sie in mir. Ich trug Sie mein ganzes Leben lang als eine große, schmerzhafte Sehnsucht. Und so. Ja, ich habe Ihnen schon hundertmal dasselbe gesagt. Aber. Es brach plötzlich in ihm hervor. Ich quäle mich so unerhört. Ich gehe auseinander. Ich bin so wahnsinnig unruhig. Nein, nein, ich bin nicht verrückt. Ich weiß es. Ich weiß gut, was ich tue und sage. Ich weiß auch, dass ich die Kraft habe, mich loszureißen. Ja, ich werde gehen und Sie in mir haben. Und diese ewige Sehnsucht mit mir schleppen. Und meine Seele zerbröckeln lassen. Wieder sank er vor sie hin. Vor seinen Augen wurde es schwarz. Er fühlte zwei Herzen, die sich aneinander rieben. Nur lieb mich, sag, sag, dass du mich liebst. Er umschlang sie und fühlte, wie ihr Körper nachgab. Er presste sie an sich. Mein, mein. Sie löste sich los. Sie wußte nicht, warum sie sich wehrte. Sie empfand nur plötzlich einen wilden Hass gegen Mikita, der sie beschmutzt hatte. Falk sah sie an. Ihre Augen waren groß und mit Tränen gefüllt. Sie sah weg und umfasste krampfhaft die Sofa dehnen. Er bezwang sich. Ja, Sie haben recht. Er sprach müde und ein wenig kalt. Ja, das war nicht schön von mir. Verzeihen Sie es. Sie sind so müde, um lieben zu können. Sie sah ihn lange mit einem stillen, traurigen Vorwurf an. Und dann, es ist doch eigentlich so schön, so nebeneinander zu sitzen, ohne irgendetwas zu fordern. Ja, wir wollen Kameraden sein, nicht wahr? Falk wurde lustig, aber er fühlte sich elend und krank. Er konnte seinen Schmerz nicht gut maskieren. Wozu auch? Ja, wozu? Er wurde wütend und empfand einen harten, verbissenen Trotz. Er hatte beinahe Lust, mit der Faust auf den Tisch zu schlagen. Das tat er sonst nie. Wieder stand er auf, ging um den Tisch herum und setzte sich neben Isa auf die andere Seite. Nein, es wäre doch lächerlich, wenn ich mit Ihnen Komödie spielen wollte. Das will ich nicht tun. Ich muss es Ihnen doch sagen. Ja, ich muss. Sie könnten mein höchstes Glück werden. Ja, Sie. Nein, du. Du. Lass mich dich so nennen. Ich habe ja nichts auf der Welt. Es ist für mich schon ein unnennbares Glück, dich mit dem Worte du als mein zu empfinden. Es ist für mich ein Glück, dies du aus meinem Herzen herauszuschreien, dies eine du, du. Ihn schwindelte. Er sah nichts mehr. Und er vergrub sein Gesicht in ihrem Schoß. Und sie nahm seinen Kopf in ihre Hände und er fühlte, dass sie ihn küsste. Scheu, dann heftig, in kurzen Abständen hintereinander. Und er bebte und wühlte sich in sie hinein. Dann plötzlich hörte er sie reden mit erstickter Stimme, jagend, abgerissen. Ich folgte ihm. Ich glaubte, dass ich ihn lieben könnte, weil er mich so liebt. Wusstest du, wie ich müde bin? Dich, dich liebe ich schon lange, lange, seit er angefangen hat, von dir zu sprechen. Ich bestimmte ihn, hierher zu kommen. Als ich dich sah das erste Mal, ich zitterte, als sollte ich umsinken. Aber ich darf nicht, ich darf nicht. Ich will nicht von einem zum anderen gehen. Lass mich, lass! Aber er hörte nichts mehr. Er presste sie an sich. Er wühlte sich mit seinen Lippen in die ihren. Er umfasste ihren Kopf und presste und presste ihn mit irrer Leidenschaft in sein Gesicht. Endlich riss sie sich los und schluchzte laut auf. Lass mich, quäl mich nicht, ich, ich kann nicht. Er stand auf, und eine unendliche Traurigkeit kam in seine Seele. Dann fasste er ihre beiden Hände, sie sahen sich stumm an und hielten sich lange, lange fest. So gehen wir auseinander, ja, und werden uns nicht mehr sehen. Sie schwieg. Tränen liefen stumm über ihre Backen. Nicht mehr, Falk zitterte heftig. Jetzt sollte er sein Todesurteil hören. Nein! Zwölftes Kapitel Als Falk wieder allein auf der Straße war, blieb er stehen. Er stand lange, bis er es plötzlich merkte. Ja, zum ersten Male empfand er diese furchtbare, wirkende Traurigkeit. Er war wie gelähmt. Nie mehr! Es kam ihm nicht deutlich zu bewusst sein. Er wiederholte es. Nie mehr! Aber er konnte es sich durchaus nicht vorstellen. An der Ecke blieb er wieder stehen. Nach Hause? Was sollte er zu Hause? Er sah gegenüber elektrisches Licht im Kaffeefenster. Mechanisch ging er hinein. Als er sich nach einem Platz umsah, schrag er heftig zurück. Er entdeckte Mikita in einer Ecke. Er sah schrecklich aus. War es Blut? Ja, Blut. Falk ging an ihn heran. Herrgott, was hast du gemacht? Auf seiner Wange war geronnenes Blut, und die Haare waren mit Blut verklebt. Mikita sah ihn mit gläsernen Augen an. Vor ihm stand eine große Karaffe absinnt. Ah, du bist es! Willkommen, willkommen! Bin hoch erfreut! Was hast du mit dir gemacht? Es war ekelhaft. Na, lieber Falk, was macht die Liebe? Wie geht es mit der Liebe? Das mit der Hauptsache? Leicht, nicht wahr? Isa ist eine Tänzerin, eine pietätlose Tänzerin. Ha, 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 ha! Mikita lachte mit widerlichem Zynismus. Falk empfand ekel, aber bezwang sich. Was hast du denn gemacht? Wiederholte er, Mikita anstarrend. Was ich gemacht habe? Den Kopf habe ich mir ein bisschen zerschlagen. Bisschen Blut, Herrgott! Das zieht die Aufmerksamkeit der Menschen an, und ich kann meine Studien machen. Er zeigte auf die Marmorplatte des Tisches, die ganz und gar mit Bleichtiftzeichnungen bedeckt war. Nein, nein, das tut nichts. Na, sag mal aber, Falk, wie weit bist du denn eigentlich? Falk sah ihn peichtlich an, aber plötzlich entdeckte er dies Gläserne, Seltsame, das er nie vorher gesehen hatte, und ihn packte Angst. Du bist ein dummer Esel, schrie er ihn an. Mikita sank nach der künstlichen Aufregung wieder in sich hinein. Sein Gesicht bekam einen stupiden Ausdruck. Er nickte mechanisch mit dem Kopf an. Weiß war es. Falks Angst wurde noch größer. Er setzte sich neben ihn. Du, Mikita, du bist ein Idiot. Was willst du von Isa? Was willst du von mir? Sag es nur ganz offen. Mikita sah ihn plötzlich wütend an. Willst du mir etwa etwas vorlügen? Warst du nicht heute den ganzen Abend mit ihr zusammen? Falk fuhr auf. Deinetwegen bin ich mit ihr zusammen gewesen. Jagst zuerst die Menschen zur Tür hinaus, und dann willst du, dass sie ruhig nach Hause gehen. Du hast sie den ganzen Abend gequält und mit dummen, nichtswürdigen Anspielungen gestichelt. Und dann willst du, dass sie ruhig auf ihr Zimmer geht und sich schlafen legt. Die moralische Entrüstung war nicht übel. Falk schämte sich. Diese elende Feigheit und Betrügerei. Wo warst du denn mit ihr? Wo? Wo ich war? Ich musste sie beruhigen, weil ihr süßer Bräutigam Gemütsblödigkeiten bekommt. Und solche Auseinandersetzungen kann man wohl nicht auf der Straße halten. Mikita sah ihn misstrauisch an. Geh doch, dummer Mensch. Hier nebenan und frag und forsche bei dem Wirt. Dann wirst du erfahren, wo ich mit ihr war. Übrigens bedanke ich mich hundertmal. Ich will nicht mehr den Vermittler in euren Zänkereien spielen. Ich will nicht mehr deiner Braut die herrlichsten Gemüts- und Geisteseigenschaften ihres künftigen Gemahls breit und weit entwickeln und sie entschuldigen. Mikita sah ihn weit an. Hast du das getan? Sonst würde ich es nicht erzählen. Das ist gemein, das ist gemein, wiederholte sich Falk in seinem Innern. Warum denn eigentlich? Weil ich ihn damit beruhige? Das sollte gemein sein? He, he, mögen sie glücklich werden. Ich werde sie ja nicht mehr sehen. Vor Mikitas Augen flimmerte es. Er griff nach Falks Hand und presste sie so fest, dass Falk hätte vor Schmerz laut aufschreien mögen. Du, du, Falk, stammelte Mikita. Ich, ich, danke. Seine Stimme brach. Nie noch hatte Falk dies peinliche Gefühl gehabt. Er hätte sich ohrfeigen mögen. Aber, er machte ihn ja glücklich. Gleichzeitig fühlte er einen dumpfen Hass. Er empfand Mikita als etwas Untergeordnetes. Herrgott, wie kann man mit dieser blutigen Backe herumlaufen? Wisch dir doch das Blut weg. Mikita wurde verlegen. Er schämte sich und sah Falk hilflos an. Dann ging er in den Toilettenraum und wusch sich. Falk schüttelte sich. Ekelhaft. Jetzt fühlte er sich unwillkürlich als ein Wohltäter des armen, belogenen Mikita. Ja, eine Art Mäzen, der dem betrogenen Zwerg das Glück wiedergab. Ekelhaft. Aber, ja, warum sollte er sein Glück Mikitas wegen Preis geben? Warum? Weil da so ein Stück posthumer Vergangenheit, ein Stück dummen Gewissens in ihm steckte. Atavistische Begriffsüberbleibsel. Von haben, besitzen. Von früher und später. Er hätte ebenso gut vor Mikita sein können. Und Mikita könnte dann ebenso gut das tun, was er tun wollte. Was er nicht mehr tun will. Naja, jetzt ist alles vorbei. Jetzt, jetzt. Mikita kam zurück. Nun siehst du wieder menschlich aus. Falk empfand das Bedürfnis, zu Mikita gut zu sein. Ja, wie früher. Wie ein Bruder. Er versuchte es. Aber Mikita fühlte eine Scham, die sein Gehirn überflutete. Er konnte kaum Falk ansehen. Es wurde ihm heiß und kalt. Und Ekel erfasste ihn mit sich selbst. Du, Falk, wir wollen gehen. Sie gingen stillschweigend nebeneinander. In Mikita kochte es. Dann schloss es über. Du verstehst es nicht, Erik. Du kannst es nicht begreifen. Weißt du etwas von mir? Sag es. Sag, weißt du. Nichts. Nichts. Drei, vier Monate bin ich mit ihr zusammen. Und ich weiß nichts. Ich stürzte mich hinein. Nein, nicht ich. Ich wurde durch einen Wirbel aufgesogen. Und nun stürze ich und stürze. Weiß ich wohin? Du, du, Erik. Er fasste krampfhaft seinen Arm. Du weißt es nicht, wie es frisst. Diese Unsicherheit. Verstehst du? Es packt mich manchmal auf der Straße, mitten im Gehen. Ein Stich ins Herz. Ein Krampf. Ich komme von Sinnen. Ich, ich. Wo wüsste er, wie ich mich quäle? Dachte Falk. Mir das zu sagen. Ha, ha, ha. Plötzlich kam ihm die Situation lächerlich vor. War es nicht unendlich komisch, dass sie beide wie drehkranke Schafe um das eine Weib? Er unterdrückte den Hass, der immer hoch wollte gegen den Menschen, mit dem er dieselbe Leidenschaft und denselben Schmerz teilte. Du kennst deine Braut nicht? Deine Braut. Wie unsagbar das schmerzte. Aber er sollte sie ja nicht mehr sehen. Es wurde ihm plötzlich klar. Ja, endlich hatte er es begriffen. Nicht mehr. Es überlief ihn kalt. Ja, ja, ich kenne sie nicht. Ich weiß nichts von ihr. Mikitas Stimme zitterte. Aber eben, eben. Falk hörte ein unterdrücktes Glucksen. Aber er empfand kein Mitleid. Er wurde hart. Du, Mikita, ich fühle, dass du eifersüchtig auf mich bist. Du hast keinen Grund dazu. Ja, ja, ich weiß, dass du mit dem Verstande dagegen kämpfst. Aber das, das, was von unten kommt, lässt sich nicht überzeugen. Also verstehst du, deine Braut soll mich nicht mehr sehen. Nein, nein, erlaub mal. Das ist kein Opfer. Ich habe deine Braut sehr lieb. Aber du irrst dich, wenn du glaubst, dass es ein tieferes Gefühl sei. Ganz dasselbe ist es bei deiner Braut. Falk weidete sich förmlich an dem Worten Braut. Das tat doch wenigstens weh. Nein, nein, ich kenne dich. Ich kenne deine Freundschaft zu mir. Aber das wird das Beste sein, dass wir uns vorläufig nicht mehr sehen. Na, leb wohl. Mikita war ganz sprachlos. Ja, ja, leb wohl. Mikita wollte etwas sagen, aber Falk sprang in eine Troschke hinein. Wohin soll ich sie fahren? Falk nannte mechanisch, ohne es zu wissen, die Straße, in der Janina wohnte. Er besann sich plötzlich. Was? Wie? Wohin hatte er gesagt? Wie kam es ihm so plötzlich ins Gehirn? Er hatte doch keinen bewussten Gedanken an Janina, den ganzen Tag nicht. Nein, nicht ein einziges Mal hatte er an sie gedacht. Was wollte er von ihr? Aber er verweilte nicht länger dabei. Es war ja gleichgültig, wohin er nun fahre. Und gleichgültig war es ja auch, ob er es wusste oder nicht. Das andere, das tausendmal wichtiger war, wusste er auch nicht. Warum hatte er sich in das Weib verliebt? Warum? Warum leide er so unerhört? Eines Weibes wegen. Ha, 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 da gehen die stolzen, harten Männer umher und verachten das Weib. Falk schüttelte sich vor Lachen. Sie verachten das Weib. Oh, die klugen, harten Männer. Sie leiden auch nicht unter dem Weibe. Sie sind so stolz und so hart. Ja, selbst der alte, komische Iltis verachtet das Weib. Falk lachte nervös, ohne zu wissen, warum. Ich habe nie unter einem Weibe gelitten. Falk sah Iltis vor sich. Weil dein Organismus roh ist, lieber Iltis, dein Geschlecht ist noch unabhängig vom Gehirne. Du bist wie die Hydromeduse, die plötzlich einen Fangarm mit Geschlechtsorganen abwerfen kann und ihm nach einem Weibchen suchen lässt, ohne sich weiter um ihn zu kümmern. Gott, bist du glücklich, lieber Iltis. Aber ich beneide dich nicht um dein Glück. Ich habe niemals das Vieh beneidet, das es Gras fassen kann. Und mag ich noch so lange hungern. Ich leide an mir, liebe Iltis. Ich leide an einem Versuch, meines Gehirns seine Tiefe zu offenbaren, die Nabelschnur bloß zu legen, mit der ich mit dem All zusammenhänge, mit der ganzen Natur. Ich leide, weil ich nicht Natur werde, weil ich das, wovon ich eine Hälfte bin, das Weib, nicht in mich aufsagen kann, weil ich, weil... Es ist ja am Ende gleichgültig, was ich kann und was nicht. Es sind ja nur alles Lügen meines überbildeten Gehirns. Nur die Tatsache, die Tatsache! Ich leide, wie ich noch nie gelitten habe. Er streckte sich in dem Wagen ganz lang aus. Nun sollte er sie nie mehr wiedersehen. Warum? Weil Mikita der Erste war. Ja, vielleicht auch der Ältere. Und dem Alter gebührt ja der Vorrang. Und dann... Ja, weil Mikita leiden würde. Falk lachte höhnisch. Ja, er müsse sich opfern, weil ein anderer leiden würde. Und damit ein anderer nicht leiden solle, müsse er es tun. Hat sich nicht Rabbi Jeschua am Kreuze annageln lassen, damit den anderen der Himmel geöffnet werde? Und er... Ja, er, Herr Erik Falk, nehme die Leiden eines anderen auf sich. Er sei der Wohltäter, der große Erlöser. Nun ist Mikita ganz überschüttet mit meinen Wohltaten. Er konnte sich ja kaum auf den Füßen halten, ob der schweren Last. Ekelhaft! Falk spie aus, was er sonst nie zu tun pflegte. Ja, er wolle wegfahren, um Mikita nicht unglücklich zu machen. Nur deswegen. Natürlich fahre ich weg, weil sie mich darum bittet. Aber warum soll ich nicht von einem anderen als ein Erlöser gelten? Warum nicht? Ich könnte ja Mikita sagen, dass ich wegfahre, weil mir eine Gefahr drohe. Aber das würde sich nicht so schön machen. Vielleicht doch. Naja, gleichgültig. Oder ich hätte sagen können, Mikita, du bist ein Esel und zu Zeiten nicht allzu ästhetischer Herr. Natürlich ist Ästhetik was unglaublich Lächerliches. Aber so viel Zivilisation muss man im Leibe haben, um sich vor Schmerz nicht den Kopf zu zerschlagen. Oh, Allmächtiger, wie danke ich dir, dass du mich nicht so geschaffen hast wie jenen Zöllner da. Ja, man kann in unbewachten Augenblicken fabelhaft brutal denken. Aber was ich noch sagen wollte, siehst du, Mikita, man muss sowas ein bisschen maskieren. Herrgott, ich habe ja nichts dagegen, dass du leidest. Warum nicht? Das tue ich auch. Aber du müsstest dich dabei anders anstellen. Also siehst du, du merkst, dass deine Braut dich mit dem Freunde verrät. Sogleich wirst du ungemein freundlich mit einer gewissen wegwerfenden, nachlässigen Kälte. Du stellst dich ganz gleichgültig an. Nur an deinem Gesicht sieht man hin und wieder ein zuckendes Leiden. Nicht öfter übrigens. Nur da, wo es wirklich angebracht ist. Das ist Sache des instinktiven Taktgefühls. Kurz. Gleichgültig. Kalt. Wegwerfen. Weißt du, was ich dann tun würde? Schämen würde ich mich in Grund und Boden hinein. Ich würde mich als armer Sünder empfinden. Lächerlich würde ich mir vorkommen. Möglich, dass dann all diese negativen Gefühle mich abkühlen, ernüchtern würden. Aber so, ja so bin ich dein Wohltäter, vor dem du dich schämst. Ja schämst, weil du so lächerlich deine Aufersucht zur Schau trägst, weil deine Backe mit Blut besudelt ist. Ja, dein Wohltäter bin ich, vor dem du Worte des Dankes stammelst. Ja, dein Wohltäter bin ich. Warum? Weil du unter mir stehst, weil du ein Strafen gehirn bist und weil ich, ja ich, ein gemeiner, geriebener Lümp bin. Warum bin ich ein Lümp? Weil ich sie liebe und sie mich liebt. Deswegen bin ich ein Lümp. Hey, hey, mein Kitschen, deine Logik ist doch verflucht dumm, ganz hervorragend dumm. Merke er denn nicht, dass Isa ihn nicht mehr liebe? Was zum Teufel, sei er denn blind? Was wolle er denn von einem Weibe, das mit ihrer ganzen Seele einem anderen gehöre? Der Wagen bog von einer Asphaltstraße auf einen Pflasterweg. Das war Falk im höchsten gerade unangenehm. Nun, es konnte ja nicht mehr lange dauern. Aber warum, warum will sie Mikita heiraten? Warum? Und da schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf, der ihn wie einen Gummiball emporschnellte. War sie seine, seine Mätresse? Etwas wühlte mit feinen, schmerzhaften Stichen in seiner Brust. Er duckte sich vor Schmerz. Schneller, Kutscher, schneller zum Teufel! Was geht mich das an? schrie er. Was geht mich, mich, mich das an? Er fiel ganz zusammen. Ich werde sie nicht mehr sehen. Es ist auch besser, viel besser. Das bisschen Leiden wird schon vergehen. Dann werde ich's schon vergessen. Wo war er denn? Aha, der Wagen fuhr langsamer dicht an den Häusern entlang, dann blieb er stehen. Falk stieg aus dem Wagen. Nun musste er auf den Nachtwächter warten. Was wollte er eigentlich bei Janina? Nun wurde ihm ganz deutlich, was kommen werde, wenn er hinaufgehe. Selbstverständlich wird sie weinen, weil er so traurig und so müde ist. Und dann... Nein, das könne er nicht. Nein. Er sah Isa mit dem schlanken, feinen Körper und fühlte ihre Küsse und ihre schmale Hand. Nein, es geht nicht. Na, dann nach Hause. Ja, nach Hause. Er werde die Lampe anzünden. Er betastete nervös seine Tasche. Gott sei Dank, dass er Streichhölzer bei sich hatte. Dann werde er ins Bett gehen. Nein, nein, vielleicht auf dem Sofa einschlafen. Ja, ein wenig Morphin. Ja, aber morgen diese Kopfschmerzen. Er werde sie nicht mehr sehen. Als er nach Hause kam, fand er einen Brief von seiner Mutter. Es war ein sehr langer Brief. Sie erzählte ihm umständlich mit allen Details, dass sie das gut verkaufen musste, weil sie es nach dem Tode des Vaters nicht mehr gut bewirtschaften könne, dass sie der Inspektor unanständig betrogen habe und dass sie nach der Stadt gezogen sei. Dann war da in dem Briefe eine lange Erzählung über einen Herrn Kauer, der ihr so behilflich war, indem sie zum großen Danke sich verpflichtet fühle. Dann eine ebenso lange Lobrede über Herrn Kauers junge Tochter, die ein Engel an Güte und Liebreiz sei. Der Name Marit klang so sonderbar für Falk. Er hatte den Namen nur innerwegen gehört. Und schließlich die Hauptsache. Falk atmete auf. Die Mutter erzählte weit und breit, warum es die Hauptsache sei. Er müsse durchaus zu ihr kommen, um ihr die Geldaffäre zu ordnen helfen. Er müsse dabei sein, weil es die Kuratoren des Vermögens so wünschen. Nun, da trifft es sich gut. Dann werde ich fahren. Er schrieb einen Brief an seine Mutter, das er sofort abreißen wolle und trug ihn sofort in den Postkasten. 13. Kapitel Falk musste noch eine halbe Stunde warten. Die dumme Uhr ging immer zu früh. Sein Kopf war schwer. Das Morphin stag lähmend in seinen Gliedern. Dann hatte er noch Fieber obendrein. Sein Herz flog. Hin und wieder musste er sich von überbeugen, weil er heftige Stiche in der Brust empfand. Er sah sich um. Am Buffet saßen zwei Eisenbahnbeamte und spielten Karten mit dem Kellner. Er wollte Bier haben, aber er durfte wohl den Kellner nicht stören. Dann sah er nach der großen Glastür und las ein paar Mal Wartesaal. Ja, er musste warten. Wieder sah er nach dem Buffet hin. Merkwürdig, dass er früher den vierten Mann nicht gesehen hatte. Der Mann hatte einen schwarzen Schnurrbart und ein aufgedunsenes Gesicht. Er sah eine Weile dem Spiel zu, dann pflanzte er sich vor dem Spiegel auf und betrachtete sich wohl gefällig. Ja, gewiss. Du bist sehr schön, sehr schön. Ob er wohl auch eine Geliebte habe? Gewiss. Er musste ja in den Geschmack der Weiber fallen. Wenn Mikita, na ja, schade, schade, dass er den Kellner doch stören musste. Er klopfte. Verzeihen Sie, Herr Kellner, ich habe Durst. Der Kellner nahm das als einen Verweis hin und entschuldigte sich vielmals. Nein, nein, er habe es nicht so gemeint. Falk behandelte den Kellner mit der ausgesuchtesten Höflichkeit. Nun musste er gehen und es war so gut da in dem Wartezimmer. Als er ins Coupé einstieg, empfand er ein ungewöhnliches Glücksgefühl. Das Coupé war leer. Welches Glück! Er könnte jetzt mit keinem Menschen zusammensitzen. Das würde ihn unerhört stören. Er würde nicht einen Gedanken denken können. Er sah auf die Uhr, noch fünf Minuten. Er drückte seinen Kopf gegen das Coupé-Fenster. Draußen fesselte ihn in das Licht der Gaslaterne. Das Licht sah aus wie ein spitzes Dreieck mit der Basis nach oben. Sie war sehr ausgeschweift, so dass die Kanten wie züngelnde Pfeile hin und her flogen. So, gerade so mussten die feurigen Zungen aussehen, die auf die Köpfe der Apostelhermiter fielen. Er wachte auf. Dass er dies alles sah, daraus würde ein Holz mindestens ein Drama gemacht haben. Schade, dass er kein Notizbuch hatte. Schade, schade, er müsste eigentlich auch mit dem Notizbuch arbeiten, um die Seele zu entdecken. Der Zug setzte sich in Bewegung. Was? Wie? Er sollte wegfahren von ihr. Von ihr? Nein, unmöglich. Kalter Schweiß trat ihm auf die Stirn und ein entsetzliches Angstgefühl stieg in ihm hoch. Vor ihr! Etwas zwang ihn, die Tür aufzumachen und hinauszulaufen zu ihr. Vor ihr hinfallen, ihre Knie umklammern und ihr sagen, dass er ohne sie nicht leben könne, dass sie ihm gehören müsse, dass, dass... Es wirkte ihn, er griff sich nach dem Kopf und stöhnte laut auf. Er hörte den Zug rasen, unaufhaltsam, unaufhörlich, nichts, nichts würde ihn aufhalten können. Ja, doch von der anderen Seite müsste ein anderer Zug kommen und beide müssten zusammen prallen und die Maschinen sich ineinander keilen und die Wagen sich bis zum Himmel auftürmen. Wie die Luft schlecht war in diesem abscheulichen Käfig ganz wie in dem Kaffee. Er riss das Fenster auf. Im Nu füllte sich das Coupé mit unangenehmer nasser Kälte. Er beruhigte sich wieder und schloss das Fenster zu. Das eine wurde ihm klar. Er konnte nicht weg, er durfte es nicht. Sein Gehirn müsste auseinanderfallen. Ja, wie hatte er doch zu Isa gesagt? Seine Seele müsste zerbröckeln. Ja, zerbröckeln in lauter kleine Stücke, ganz so wie der krabbische Gott. Ich in Stücke zerbröckelt und jedes Stück ein Gott, ein Erlöser, ein neuer Rabbi Jeschua, der sich für andere opfert. Ich will mich nicht opfern, ich will glücklich werden, schrie er. Plötzlich besann er sich. Was ist ihm eigentlich? Warum diese ganze unbewusste Raserei? Sollte er recht haben? War Liebe nur eine Krankheit, ein Fieber, um faulende Stoffe auszuscheiden? Ein Genesungsprozeß, ein Blödsinn, ein, ein... Herrgott, wie der Zug raste! Er streckte sich lang aus. Das Coupé fing an, unausstehlich zu schütteln. Ja, es sank etwas unter ihm. Er ging wie auf einem Leinentuch. Er war kühn, er wollte den Dorfjungen zeigen, dass er der Sohn des Gutsherrn Kühner war, als sie alle zusammen. Sie waren feig. Jetzt sollte er es ihnen zeigen. Und er ging auf dem seit einem Tag zugefrorenen See. Ging. Das Eis krachte zu allen Seiten. Er ging auf dem Eis wie auf einem Morastboden. Und dann plötzlich Fall krafte sich auf und legte sich wieder. Und wieder fühlte er das sinken und sinken, dass er unwillkürlich die Hände streckte, um sich festzuhalten. Nein, er konnte nicht weg von ihr. Sie musste, er wird sie zwingen, er wird sie zwingen. Sie liebt ihn. Sie ist nur feige wie alle Weiber. Sie verlangt nach ihm. Er wusste es genau. Oh Gott, Gott, wenn der Zug nur stehen bliebe. Und er ging auf und ab in dem abscheulichen Käfig. Seine Pulse flogen und eine entsetzliche Unruhe nestelte auflösend an seinem bewussten Denken. Fortwährend ertappte er sich auf Gedanken und auf Gefühlen, die, weiß der Teufel, woher, hinaufkrochen und ihn quälten. Was wollte Mekita von ihr? Sie war doch sein, ganz sein. Wollte Mekita ihre Seele vergewaltigen? Plötzlich merkte er, dass der Zug verlangsamte. Eine freudige Erregung lief ihm schauernd über den Rücken. Endlich, endlich! Da sah er, wie sie an einer Station vorüberflogen, ohne anzuhalten. Und er merkte, dass der Zug nach und nach wie früher zu rasen anfing. Nun hätte er laut aufweinen können. Was würde das nützen? Er musste warten, geduldig sein. Er verfiel in eine stumpfe Resignation. Er war doch kein Kind. Er musste warten. Er musste sich beherrschen lernen. Er setzte sich ans Fenster und versuchte etwas zu sehen. Aber die Nacht war so schwarz, die Nacht war so tief, oh so tief, tiefer als der Tag gedacht. Und die Abgründe in ihm waren zu tief. Er schloss die Augen. Da sah er plötzlich eine Lichtung in dem Wald des eines Vaters. Zwei Elche sah er, die miteinander kämpften. Und er sah die Tiere, wie sie mit den riesigen Geweihen auf sich losschlugen, wie sie zurückliefen, um mit einem furchtbaren Ansatz auf sich loszuspringen. Dann sah er, wie sich ihr Gewei ineinander verflocht, wie sie mit wilden Rucken sich losreißen wollten und sich in die Runde führten. Plötzlich ein Ruck, dass er das Krachen des Geweihs zu hören glaubte. Ein Elch hatte sich losgelöst und schlug dem anderen das große Geweih in die Weichen. Er spießte ihn auf. Er wühlte das Geweih immer tiefer hinein, bohrte und bohrte, dass das Blut schäumend hervorspritzte. Und er riss das Fleisch auseinander und zerwühlte mit gieriger Wut die Eingeweide. »Furchtbar, furchtbar«, schrie Falk auf. Daneben stand das Weibchen, um das sie kämpften und graste. Sie kümmerte sich nicht um den wilden Kampf der brunstigen Männchen. Falk bemühte sich, sein Gehirn zu zerstreuen, aber in seinen Augen sah er feurige Klinge, die sich zu glühenden Riesenkreisen dehnten, immer weiter, immer weiter, kaum konnte er ihre Ausdehnung überschauen, und in der Mitte sah er den Sieger, blutend, zitternd, aber stolz und gewaltig. Auf seinem Geweih schüttelte er die Eingeweide seines Rivalen. Dann sah er aber, wie der sieghafte Els sich zu drehen anfing und immer schneller, sich um sich selbst herumkreist, immer schneller. Ein feuriger Wirbel hatte ihn erfasst und riss ihn mit sich. Wie einen gestürzten Planeten sah Falk ihn fallen. Wohin? Wohin? Der Wirbel, der Wirbel, ja Gott, wo hatte er das gehört? Was mit dem Wirbel? Der aufsaugt, der aufsaugt, der hinabzieht. Und wieder wurde ihm schwarz vor den Augen. Er sah Mikita vor sich, er stürzte auf ihn los, er packte ihn und schleppte ihn durch den Korridor, und dann stürzten sie krachend hinab. Das Geländer war gebrochen, und sieh ein Knäuel mit furchtbarer Wucht auf die Steinfliesen eines schwarzen Abgrundes hinab. Falk sah sich verständnislos um. Er hörte deutlich, dass jemand in das Coupé eingetreten war. Er erkannte plötzlich den Schaffner. Ein Jubelgefühl erfüllte ihn ganz. Wo, wo ist die nächste Station? In zwei Minuten sind wir da. Er kam völlig zur Besinnung. Eine geschäftige Unruhe befiel ihn. Er sah auf die Uhr. Nur drei Stunden war er gefahren. Also ist er in drei Stunden zurück, und dann zu Isa. Zu Isa. Der Zug blieb stehen, Falk stieg aus. Wann fährt der Zug zurück? Morgen um zehn Uhr. Falks Knie wankten. Er fiel ganz zusammen. Sternshotel, Hotel Telleurope, Hotel Dunant, hörte er um sich schreien. Er gab irgendjemand seinen Koffer und ließ sich fahren. Als er am anderen Tage, spät am Mittag erwachte, sah er sich in einem Hotelzimmer. Hm, für ein Hotelzimmer sehr komfortabel. Seine Glieder schmerzten ihn, aber er hatte deutlich ein Gefühl, dass er eine Krankheit überwunden hatte. Ja, weil er so nervös war, und seine Nervosität war seine Gesundheit. Die verehrten Herren Ärzte werden noch dahinter kommen. Dann stieg er aus dem Bette und läutete. Als der Kellner kam, fragte er, wo er eigentlich sei, wünschte Kaffee, sonderbar. Er war also wirklich nicht verrückt geworden. Er fühlte eine weite, feierliche Ruhe in sich. Hier werde ich also bleiben. Nun, es ist ja ganz gut hier. Er ließ sich Briefpapier bringen und schrieb einen Brief an die Mutter, in dem er ihr erklärte, warum er nicht kommen könne, wie sie die Sache mit den Kuratoren einrichten solle und dass er wahrscheinlich den ganzen Sommer im Auslande verbringen wolle. Er las noch einmal den Brief seiner Mutter, ob sie noch irgendwelche Auskünfte wünschte. Unwillkürlich fiel sein Blick auf den Namen Marit. Ja, und so lasse er zum Schluss den Engel an Güte und Liebreiz herzlichst grüßen. Als er den Brief beendigt hatte, trank er Kaffee und legte sich wieder schlafen. Er schlief sofort ein, Ende von Abschnitt 5 Abschnitt 6 von Homo Sapiens Roman Trilogie von Stanislaw Pschibiszewski Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Teil 1 Über Bord 14. Kapitel In dem Restaurant zur grünen Nachtigall ging es laut zu. Hiltis saß breit und würdig, wie es sich für einen großen Mann ziemend und setzte Mekita auseinander, warum das Weib tief unter dem Mann stehe. Er kehrte mit großer Ostentation einem jungen Literaten, der neben ihm saß dem Rücken zu. Es war tags zuvor zwischen beiden zu einem unliebsamen Auftritt gekommen, weil der junge Mann sich die Bemerkung erlaubte, dass Hiltisins Frauenhass wohl auf ganz anderen als nur theoretischen Gründen beruhe. Jedes Mal nämlich, wenn eine Dame in ihre Gesellschaft auftauchte, ging es bei Hiltis los. »Siehst du,« sprach Hiltis, »du bist jung und Falk auch. Das könnt ihr nicht begreifen. Aber warte mal, wenn ihr erst zehn Jahre mit einem Weibe in der Ehe zusammen geludert habt.« Er sprach das letzte Wort leise und zischend, aus Rücksicht auf Isa. »Dann werdet ihr's sehen.« »Dann kommt mir der liebe, gute Falk mit seinen Juma-Weibern, chikessor-Indianerinnen und dergleichen wissenschaftlichen Blödsinn. Aber Tatsache bleibt, dass das Weib ein niedrigeres Geschöpf ist.« Der Säugling wollte etwas einwenden, aber Hiltis unterbrach ihn heftig. »Nein, nein! Tatsache bleibt Tatsache!« Er blähte sich ordentlich auf. »Übrigens darf man mit den Beweisen nicht kleinlich sein.« Mikita hörte nicht zu. Ein Gram fraß an ihm, eine Scham, die mit würgender Wut ihm das Blut ins Gehirn peitschte. »Wozu denn noch weiter?« »Es ist alles vorbei.« Er dachte an ihre Härte, ihre, ihre, ja, war das nicht direkt Hass, wie er sie anflehte und vor ihr kroch und sie um Verzeihung bat. Aber sie, hm, ja, dies eisige Lächeln, sagte sie nicht damit, »wozu bettelst du? Wozu setzt du mich in Verlegenheit? Was hab ich noch mit dir zu tun?« Er seufzte schwer auf. »Na, dir scheint's nicht leicht zu sein.« Hildes zwinkerte mit den Augen. »Aber erlauben Sie, die Sache kann doch unmöglich stimmen.« Der Säugling prübelte, wie er seine Gegenbeweise am besten vorbringen solle. Hildes wurde sehr indigniert. »Man darf nicht kleinlich sein. Nur nicht kleinlich sein, sonst kommen wir auf die dumme Wissenschaft.« Soll ich Ihnen mal meine Erfahrungen mit den Wissenschaftlern erzählen? »Wozu bleibt Falk eigentlich weg?« rübelte Mikita. »Das war doch gar nicht nötig, ha, 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 um mir Gelegenheit zu geben, Isa wieder zu erobern. »Posit,« teurer Erich. »Ist nicht nötig, ist nicht nötig.« »Aber warum quäl ich sie denn? Was will ich noch von ihr? Liebe? Kann man das erzwingen? Lächerlich, lächerlich!« »Wie konnte man auch überhaupt ihn lieben? Ja, einen Mann lieben, der nur lächerlich war.« Er sah hinüber zu Isa, die wie gewöhnlich etwas abseits saß. Aber Isa sah ihn nicht an. Sie schien sehr aufgeregt zu sein. Auf ihren Backen brannten rote Flecken und sie ließ ihre Augen erregt und unstet umherschweiben. Die Tür öffnete sich und der blonde Neokatholiker trat ein. Isa sah hastig nach der Tür. Sie konnte sich augenscheinlich in diesem Moment nicht beherrschen. Sie zuckte auf. Sie lächelte dem blonden Jüngling zu, aber sie konnte den Ausdruck einer großen Enttäuschung nicht verbergen. Ja, Enttäuschung. Zum Henker, er war doch nicht blind. So sehen doch nur Menschen aus, die sich enttäuscht fühlen. Und dieser nervöse, bebende Zug der Erwartung. Erwartung! Wen erwartet sie? Wen? Der Romykita, weißt du nicht, wen sie erwartet? Weißt du nicht, warum sie nicht eine halbe Stunde mit dir allein sein will? Weißt du nicht, warum sie dich schon seit drei Tagen beständig hierher schleppt? Er lachte verbissen. Falk erwartet sie. Hey, hey, Falk! Er wiederholte den Namen. Es machte ihm doch sicher eine große Freude. Falk war doch sein Freund. Mehr noch, ein Bruder. Er hatte ihm doch sicher ein großes Opfer gebracht. Ja, ganz sicher. Der Bräutigam, der an Gemütsblödigkeiten leidet, soll seine Braut kriegen, sein Schäfchen ins Trockene bringen. Hi, hallo, hu! schrie er brüllend zu Iltis. Dein Wohl! Alle sehnen sich verwundert um. Das war doch ganz ungewöhnlich von Mikita. Mikita fasste sich. Zum Teufel mit euren Philosophieren! Weib, Mann! Das ist alles Blödsinn! Alles ist Blödsinn! Lustig wollen wir sein! Lustig! Isa sah müde Mikita an. Warum schreie er denn so? Was fehlte ihm nur wieder? Auf wen war er denn jetzt eifersüchtig? Wie der Mann ihr fremd war! Wie konnte sie ihn nur jemals geliebt haben? Nein, sie konnte es nicht mehr aushalten. Jetzt müsse sie ein Ende machen. Heute noch. Wenn er sie nach Hause begleitet. Ja, heute noch. Wie werde sie es ihm nur sagen? Ihr Herz gebte. Wie werde sie es ihm sagen? Ganz ruhig und selbstverständlich. Sei er denn blind, könne er ihr nicht in dieser peinlichen Situation helfen. Aber wisse doch nun, dass sie Falk liebe. Verstehe er es noch nicht. Sie hatte ihm ja so deutlich gezeigt, dass er ihr gleichgültig sei. Aufdringlicher Mensch. Sie hatte Angst, das zu denken. Sie wagte es nicht. Aber jetzt plötzlich hatte sie es doch gedacht. Sie wunderte sich, dass sie nichts dabei empfand. Aufdringlicher Mensch. Ja, sie fühlte Freude, dass sie es denken konnte, ohne dass es ihr peinlich wurde. Wieder knarrte die Tür. Jetzt ist er es sicher. Sie wusste es ganz genau. Sie zitterte. Aber es war ein Unbekannter. Das war doch zu grässig, so zu warten und warten unter all diesen unangenehmen Menschen. Sie fühlte Mikitas Augenstarf sich gerichtet, aber sie vermied es ihn anzusehen. Gott, wie gleichgültig er ihr war. Was machte denn Falk diese furchtbaren fünf Tage lang? Sollte sie zu ihm hinaufgehen? Aber sie wusste ja nicht, wo er wohnte. Mikita hat er nachfragen. Nein, das ging nicht. Sie sank in sich zusammen. Wie könnte sie ihn nur sehen? Warum bat sie ihn um Himmels Willen, dass er sie nie mehr sehen solle? O Gott, sie hatte ja nicht gewusst, wie sehr sie ihn liebte, wie gleichgültig ihr Mikita war, wie ihr die ganze, ganze Welt nur Schmerzen bereitete. Sie war so sinnlos verzweifelt. Warum schrie er denn nur wieder so? Sie sah unwillkürlich auf die leeren Flaschen, die vor Mikita standen. Weißt du denn, was Liebe ist? Mikita war außer sich geraten. Weißt du, was Geschlechtsschmerz ist? Hä? Weißt du das? Hast du überhaupt jemals ein Weib geliebt? Iltis machte eine verächtliche Handbewegung. Das, das... Mikita stotterte. Das Weib hat den Mann gezeugt, daran hat sie genug. Das Weib zeugt und der Mann liebt. Das Weib liebt nie... Niemals. Sie hat am Zeugen genug. Was? Das Weib liebt auch? Was? Aber das Weib begeht ja Selbstmord aus Liebe, warf der Säugling ein. Man könnte ja jeden Tag darüber im Lokalanzeiger lesen. Was? Selbstmord? Fragen Sie ihn, fragen Sie ihn nur. Er weiß es besser. Mikita zeigte auf Iltis, der ihn aufmundernd zulächelte. Die Weiber begehen Selbstmord, wenn sie schwanger sind und von ihren Liebhabern im Stich gelassen werden. Mikita schlug heftig mit der Faust auf den Tisch. Isa sah ihn mit grenzenloser Verachtung an. Er war wieder betrunken. Wie konnte sie nur jemals diesen Menschen geliebt haben? Es trat eine peinliche Stille ein. Isas Anwesenheit drückte alle. Es war das ein wenig rücksichtslos von Mikita in ihrer Gegenwart. Mikita schwieg plötzlich. Er sah, ja, das erste Mal sah er ihn, diesen Blick. Er sah ihn deutlich vor sich. Er ließ den Kopf sinken, ganz deutlich. Der Blick bohrte sich tiefer und tiefer in ihn hinein. Er sah nur das Auge in sich. Es sah ihn an. Wie sah es ihn an? Wenn er es malen würde. Nur drei Schritte zurück. Nein, in die Ecke des Ateliers hinein. In die andere. Und nun durch den Spiegel. Ja, er konnte sich nicht helfen. Es war Verachtung. Große, kalte Verachtung. Für Isar wurde es nun unausstehlich. Sie empfand eine fiebernde Unruhe. Sie fühlte, wie das Herz schneller und schwerer gegen das Korsett schlug. Sie müsse um jeden Preis Falk sehen. Er muss doch endlich kommen. Jeden Tag ist er doch hier. Warum kommt er denn gerade in diesen Tagen nicht? Das Gespräch kam wieder in Gang. Ach, lasst mich doch nur mit der Literatur in Ruhe. Dies ewige Geplapper über Poeten und Verleger und Verlegerpreise macht einen wirklich ganz nervös. Iltis gehend affektiert. Was wollt ihr von Falk? Er ist ein guter Kerl. Isar bruchte auf. Sie sah Mikita, wie er sich plötzlich aufrichtete. Was, was? Falk! Na ja, bezierte der Säugling. Falk hat Talent. Das will ich ja zugeben. Aber es ist noch im Werden. Es muss ausreifen. Es muss ausgären. Man weiß noch nicht, wie er sich entwickeln wird. Er sucht. Er tastet noch. Was? Falk tastet? Mikita lachte mit gespielter Herzlichkeit. Sie sind kostbar. Wissen Sie, Falk ist der Einzige, der was kann. Falk hat das Neue gefunden. Ja, Falk kann das, was ihr alle können möchtet. Falk! Falk! In diesem Moment trat Herr Buchenzweig an Isar heran. Er setzte voraus, dass alle diese Gespräche eine Dame langweilen müssten. Und so wollte er sie unterhalten. Sie sah auf das glatte, feiste, schöne Friseurgesicht. Was wollte nur dieser Mensch? Ja, Herr Buchenzweig hatte die große Ehre gehabt, das gnädige Fräulein auf der Soirée in Gegenwart des Herrn Falk gesehen zu haben. Herr Falk sei ein ungemein interessanter Mann, eigentlich derjenige, der ihn am meisten interessierte. Er sei auch nur hergekommen, um ihm zu begegnen. »Du, Isar«, rief Mikita über den Tisch hinweg, »weißt du, dass Falk von Berlin weggereist ist?« Er heftete, schlach seine Augen auf sie. Isar fuhr zusammen. Sie empfand einen heftigen Schmerz in ihrem Gesicht, ein Schnürgefühl in der Brust. Sie sah mit weiten Augen das wilde, boshaft, stark gerötete Gesicht von Miki da. Dann wandte sie sich ganz mechanisch an Buchenzweig. Sie wollte ein Glas Wein trinken. Es war leer. Buchenzweig lief dienstfertig nach dem Kellner. Alles floss in ihren Augen zusammen. Sie sah nichts. Sie hörte plötzlich jemanden sprechen. Es war Buchenzweig. Aber sie verstand nicht gut, was er wollte. Sie sah ihn nur, lächelte mechanisch. Der Wein wurde gebracht. Sie trank. »Herrn Halbe kenne ich sehr genau. Ein ungemein liebenswürdiger Mensch. Eine große Kraft in unserer Zeit, der so sehr an großen Talenten mangelt.« Lisa sah ihn an. Der Mensch wurde ihr plötzlich widerwärtig. Sie wusste nicht, warum. »Verzeihen Sie, Herr Buchenzweig, Ihre Gesellschaft ist mir sehr angenehm. Aber ich muss nun nach Hause.« Sie ging an Miki da heran. »Ich muss jetzt nach Hause gehen.« »So, so, wirklich? Langweilst du dich hier?« Sie hörte nicht auf ihn und kleidete sich an. Wieder sah sie das widerwärtige Friseurgesicht des Herrn Buchenzweig. An wen erinnerte er sie nur? »Ja, richtig, an den Friseur, bei dem sie sich das Haar schamponieren ließ.« Als sie sich in die Trosch gesetzten, wobei Isis sehr galant Isa behilflich war, schrie ihm Miki dazu. »Wartet nur, bis ich zurückkomme. Wir wollen eine lustige Nacht haben.« Isa zuckte mit den Achseln. Beide sprachen kein Wort. Sie war gelähmt. Sie konnte nicht denken. Sie war so müde. Hin und wieder empfand sie eine trostlose Verzweiflung, die dann wieder in diese schlaffe Müdigkeit umgibte. »Du, Isa, morgen wird meine Ausstellung in München eröffnet.« »Suzu«, der Wagen blieb stehen. »Gute Nacht«, Mikita zuckte es in allen Gliedern. »Gute Nacht. Jetzt fahren Sie mich schnell zurück«, brüllte er den Kutscher an. Der Kutscher schlug auf den Gaul los, die Trosch geflogen nur so über die Asphaltstraße. Inzwischen krümmte und wandte sich Mikita in einem heftigen Anfall von Weinkrampf. Als er in die grüne Nachtigall zurückkam, war er ruhig und gefasst. Er wurde mit einem kräftigen Gejohle begrüßt. »Ja, Isa hat uns alle gedrückt«, dachte er. »Du«, er setzte sich neben Iltis. »Wenn ich heute stark betrunken werde, so setze mich morgen früh in den Zug, der nach München geht. Sieben Uhr dreißig. Merke es dir.« »Weiß schon, weiß schon, aber hundertmal die Strecke befahren.« Fünfzehntes Kapitel Falk saß auf seinem Hotelzimmer und brütete vor sich hin. »Wozu war er eigentlich hergekommen?« »Er hätte sich ja ebenso gut in Berlin quälen können.« »Nun sind es wohl sechs Tage.« Er sah nach. »Ja, er war schon sechs Tage hier.« »Aber jetzt konnte er es nicht mehr aushalten.« »Nein, unmöglich.« »Ja, er musste ohne jegliches Selbstmitleid einfach als eine nackte Tatsache konstatieren, dass er unmöglich länger diese Qual ertragen konnte.« »Er würde sicherlich zugrunde gehen.« »Jeden Tag barst in ihm etwas, das noch gestern heil war.« »Jeden Tag wuchs der Ekel vor dem Leben.« »Und dieser Schmerz.« »An einem Weibe zugrunde gehen.« »Er, der Künstler, er.« »Ha, ha, ha.« »Als ob es nicht besser wäre, an einem Weibe zugrunde zu gehen, als an einem idiotischen Schlaganfall.« »Oder an Typhus.« »Oder an Diphterie.« »O du dummer Iltis, wie flach du bist.« »Dann gehe ich wenigstens an mir selbst zugrunde.« »Dann gehe ich an dem zugrunde, was mich gerade in meiner intimsten Seelenstruktur ausmacht.« »Und sie, ja sie, das bin ich.« »Ich, den du nie gesehen hast, den ich erst jetzt in mir erkannte.« Er konnte nicht zu Ende denken. »Magst du an deinem Säufer oder Verfolgungswahnsinn zugrunde gehen, wenn du das als eines Mannes würdiger ansiehst. Ich gehe an mir zugrunde.« »Aber wozu denn zum Teufel zugrunde gehen? Ich will glücklich sein, ich will leben.« Er verlor plötzlich den Gedankenfaden. »Sein Gehirn war doch gar zu zerfahren in der letzten Zeit.« Er saß und saß und merkte, dass er ganz stumpf war. Er zwang sich zu denken. »Hm, er hatte doch niemals etwas getan, wobei er sich nicht kontrolliert hätte.« »Ja, die ersten zwei Tage hatte er sich noch in seiner Macht. Er wirkte ja auf sie mit bewussten Mitteln.« »Herrgott, die lächerliche Geschichte mit den Schwänen, wie dumm erfunden, wie ungeschickt. Patzig, ja, patzig.« Und dann kam der Strudel, der Wirbel. Das Gehirn fing an, sich um sich selbst zu drehen, und kreiste schneller und schneller in den abgründigen Trichter des Geschlechtes hinab. »Der Tanz, der Tanz!« Er sah plötzlich in einer Ecke ein Spinnengewebe. Er sah es lange und aufmerksam an. Aber seine Augen fielen zu. Ja, er war müde, furchtbar müde. Er fühlte Reisen in seinen Gliedern. Ja, drei, nein, vier Stunden war er gelaufen, um durch die Müdigkeit den Schmerz zu ertöten, um schlafen zu können, ohne dies abscheuliche Gift, dies Morphin. Nun musste er noch einen blanken Gegenstand ins Auge fassen. Er sah eine Zeit lang statt die Messingen mit Türklinke an. Er fühlte nur noch, dass ihm Tränen über die Backen liefen. Es war ein herrlicher Herbsttag. Ganz klarer, heller Mittag. Er sah auf den hohen Wandelturm der Erlöserkirche in Kopenhagen. Mikita stand neben ihm und schwenkte sein Tuch. »Fahrfell, Fahrfell«, hörte er rufen, aber er sah keinen Menschen. Plötzlich entdeckte er einen verweinten Düngling neben sich. Er sollte wohl nach Stettin, in ein Angrobeschäft. Wie viele Seemeilen wohl dieser Dampfer in einer Stunde machte. »Du!« Mikita zeigte ihm ganz erregt einen englischen Kohlendampfer. Zwei Schiffsjungen boxten sich, als wären sie wahnsinnig geworden. Er sah sie wie zwei Hähne aufeinander losspringen. In einem Nu wurden sie zu einem Knäuel, der sich auf dem Boden wälzte, sich dann löste und wieder um sich selbst rollte. Dann sah er sie, wie sie aufschnellten und mit neuer Mut begannen. Er sah die Fäuste hin und her fliegen, dann stürzten sie, die Kurientreppe hinunter, kamen wieder zum Vorschein, und wieder sah er den Knäuel auf dem Verdeck rollen. Falk wachte auf, machte die Augen auf und schloss sie wieder. »Du, Erik, sieh nur diese wunderbare Nacht im Wasser, und dies Glänzen, dies Leuchten, Herrgott, wenn man das malen könnte.« »Du, lieber Kerl!« Und sie saßen und tranken. Die Nacht war so schwarz, sie saßen dicht nebeneinander. Und plötzlich überfiel sie eine Raserei. Sie packten einander. Er hob Mikita in die Höhe und wollte ihn über Bord werfen, aber Mikita war geschmeidig. Er glitt ihm unter den Armen weg und faßte ihn an den Beinen. Verzweifelt hieb Falk mit den Fäusten auf Mikitas Kopf, aber Mikita achtete nicht darauf. Er trug ihn, ja, er wollte ihn ins Meer werfen. Jetzt waren sie dicht an der Barriere, jetzt, jetzt! Nun bekam er etwas Hartes unter seine Füße. Er stürzte sich mit seinem ganzen Leib über Mikita, sodass er einknickte, und mit einem Griff packte er ihn an den Hüften, und nun mit einem furchtbaren Ansatz in weitem Bogen flog Mikita über Bord. Falk wachte auf. Er stand mitten im Zimmer mit geballten Fäusten. Er kam zu sich. Einen wilden Hass fühlte er an sich. Eine wüste Kampfbegier. Über Bord! Über Bord! Er schlug die Zähne zusammen, ihm froh. Er lief hin und her. Wer wollte ihm sein Glück rauben? Um wessen Willen sollte er zugrunde gehen? Allmählich beruhigte er sich. Es wurde ihm nun ganz klar. Einer musste über Bord. Er oder Mikita. Sie liebte Mikita nicht mehr. Was wollte Mikita von ihr? Wer war denn Mikita? Er war mit ihm zusammen auf der Schule gewesen. Hatte mit ihm zusammen gehungert. Und ja, was denn? Was mehr? Er setzte sich und ließ den Kopf schlaff herunterhängen. Diese kranke, wahnsinnige Sehnsucht nach ihr hatte er noch nie empfunden. Über Bord! Er oder ich? Der Strudel packte uns beide. Den einen ins Glück. Nur einen ins Glück. Und das bin ich. Er reckte sich hoch. Den Elch sah er vor sich. Den zitternden, mit Blut bespritzten Sieger. Und eine unerhörte Unruhe erfasste ihn. Er riss die Kleider auf und knöpfte sie wieder zu. Er suchte nach Geld. Durchmühlte alle Taschen. Fand es nicht. Raste. Lief herum. Der Schweiß trat ihm auf die Stirn. Er mußte zu ihr nun. Er mußte. Jetzt konnte er es nicht mehr ertragen. Und er stürzte über das Bett, warf alles übereinander und fand endlich das Portemonnaie unter dem Kissen. Wenn es nur nicht zu spät ist, wenn es nur nicht zu spät ist, wenn es nur nicht zu spät ist. Er sah auf die Uhr. Sie stand. Er läutete heftig. Der Kellner kam eilig heraufgelaufen. Wann geht der Zug nach Berlin? Ungefähr in einer Stunde. Schnell, schnell die Rechnung. Und beeilen Sie sich um Gottes Willen. Als Falk in Berlin ankam, war es schon spät am Abend. Es wurde ihm plötzlich klar, er mußte zu Mikita hinauf. Ja, er mußte ihm ganz offen sagen, dass er sich keiner Täuschung hingeben solle. Dass Isa ihn nicht mehr liebe. Und wenn sie es ihm nicht gesagt habe, so wollte sie ihm nur wahrscheinlich so lange wie möglich die Qual ersparen. Sie habe Mitleid mit ihm. Ja, ganz offen mußte er es ihm sagen. Es war doch grenzenlos peinlich. Nun, warum denn? Mikita war ihm ja ein ganz fremder Mensch. Aber je näher er an Mikitas Wohnung kam, umso schwerer wurde es ihm. Nein, er konnte Mikita das nicht sagen. Er suchte sich klarzumachen, was Mikita früher für ihn war, wie er ihn geliebt hatte. Er konnte kaum atmen. Vor Mikitas Wohnung blieb er unschlüssig stehen. Ja, er mußte, er mußte. Oder, oh Gott, ja, dann mußte er zurückfahren. Und er erlebte innerlich die entsetzliche Qual der sechs Tage. Entsetzlich, entsetzlich, murmelte er. Er ging hinauf. Ist Herr Mikita zu Hause? Nein, er ist nach München gefahren. Falk blieb auf der Treppe stehen. Er konnte das Glück nicht begreifen. Dies Glück. Er wiederholte es noch einmal. Aber er konnte nicht froh werden. Und nun zu Isa. Zu Isa. Er dachte nur an sie. Er versuchte sich vorzustellen, wie sie ihn empfangen werde. Er dachte an tausend Kleinigkeiten, die er bei ihr bemerkt hatte. Er dachte angeschränkt, krampfhaft, um sich zu übertäuben. Ja, etwas in sich das reden wollte. Sich wehrte und sträubte gegen dies große Glück. Da plötzlich, er durfte nicht zu Isa gehen. Er mußte warten, bis Mikita zurückkam. Er mußte ihm alles sagen. Daß Mikita ihm nicht Feigheit vorwerfen. Daß er nicht sage, er habe hinter seinem Rücken ihm die Braut verführt. Ja, er mußte warten. Aber das war für ihn unmöglich. Physisch unmöglich. Jetzt war alles in ihm auf das Äußerste gespannt. Noch ein tausendstel Millimeter mehr, und es mußte zusammenbrechen. Weswegen war er zurückgekommen? Solange er die Qual ertragen konnte, war er ferngeblieben und kämpfte tapfer und war brav. Aber dann? Er raffte sich jäh zusammen. Nein, jetzt genug von Argumenten. Er tue das, was er tun müsse, und mögen zehntausend Gefühle sich dagegen sträuben. Gott, ja, er verkenne gar nicht, dass jedes dieser Gefühle ein gewisses Quantum-Muss repräsentiert. Aber schließlich siege doch immer das Letzte, das Mächtige, unabwendbarer muss. Und er dachte es bis in das feinste Detail hinein. Aber er wurde nicht froh. Ganz im Hintergrund empfand er eine dumpfe Angst, eine verlegene, schamvolle Pein, und dann fühlte er, wie alles in ein Gefühl zusammenfloß, ein grenzenlos trauriges Gefühl. Nicht selbst zu sein, nicht sich selbst zu gehören. Er ging an einer Uhr vorbei, er schrak heftig auf. »In einer Viertelstunde wird die Tür geschlossen sein. Dann kann ich sie nicht mehr sehen. Nicht heute mehr.« Er stöhnte auf. »Jetzt musst du dich entschließen. Du musst, du musst!« Er fühlte eine schmerzhafte Spannung in jeder Fieber, in jedem Muskel. Er ging schneller und schneller. »Nein, nein, nicht mehr denken, nicht mehr. Jetzt muss ich zu ihr. Mag kommen, was will.« Er dachte noch, suchte noch zu kämpfen, aber er wusste, dass er es doch tun werde. Und dann mit einem Ruck warf er alle Gedanken aus seinem Gehirn und stieg schnell die Treppe hinauf. Aber als er läuten wollte, befiel ihm wieder dieses lähmende Angstgefühl. Er setzte mehrmals den Finger an den Knopf der elektrischen Glocke. Aber er wagte ihn nicht zu drücken. Dann lehnte er sich an die Wand, weil er plötzlich sich so schwer fühlte. Nun stieg er ein paar Stufen hinunter, er zählte sie. Dann hörte er unten das Klirren von Schlüsseln, und mit einem Male besann er sich auf sein Muss. Auf das letzte Muss, das doch immer siegen müsse. Er ging wieder hinauf und läutete. Ein Dienstmädchen machte auf. »Ist Fräulein Isa... Fräulein Isa ist nicht zu sprechen, sie hat verboten, jemanden vorzulassen.« »Aber sagen Sie ja, dass ich Sie sprechen muss!« Er schrie es fast, wusste aber nicht, weswegen. In diesem Moment öffnete sich eine Tür. Isa stand im Korridor. Falk ging auf sie zu. Ohne ein Wort zu sprechen, traten sie in das Zimmer. Sie faßten sich an den Händen und zitterten beide. Dann warf sie ihre Arme um seinen Hals und weinte laut auf. Siebzehntes Kapitel Fußnote Im Original fehlt die Zahl 16 in der Kapitelzählung. Ende Fußnote Mikita ging die ganze Zeit in München, wie im Traume. Er tat alles, was ihm seine Freunde rieten. Er ging überall hin, wo man sagte, dass er hingehen müsse. Aber er fühlte, dass es schlecht, sehr schlecht um ihn stehe. Nun musste er abfahren. Er wäre so gerne in München geblieben, aber er hatte nichts mehr zu tun. Und er musste etwas zu tun haben. Gleichgültig was. Er ging langsam zum Bahnhof. Ja, er musste nach Berlin zurück. Eigentlich hätte er sich von seinen Freunden verabschieden sollen. Aber das war so peinlich. Sie würden mit ihm auf den Bahnhof gehen wollen. Dann würden sie Witze machen und ihm Freundlichkeiten erweisen. Nein, er musste alleine bleiben. Merkwürdig, wie seine Gedanken sich in die Breite zogen. Früher jagte das alles sich übereinander, sodass er Mühe hatte zu wissen, was er eigentlich wollte. Und jetzt alles so hübsch, breit und behaglich und übersichtlich. Seine Stimme war auch leiser geworden. Nur die sonderbare Zittern, das ihn stundenlang befallen konnte, die seltsame Verschwinden des Bewusstseins. Oh, das war fürchterlich. Er fühlte Angst, dass es wiederkommen würde. Plötzlich blieb er vor einem Waffenladen stehen. Er erinnerte sich an die tausend Reisegeschichten, die er in den Zeitungen gelesen hatte. Die Möglichkeit war ja nicht ausgeschlossen, dass ihm auch so etwas passieren könnte. Ja, er könnte auch überfallen werden. Herrgott, warum sollte ihm das nicht zustoßen, was tausend anderen zugestoßen war? Er lachte still in sich hinein. Ja, sonderbar dies mit dem Denken. Nicht ein einziges Wort hatte er übersprungen. Er sah die mannigfaltigen Waffen in dem Schaufenster. Furchtbar erfinderisch sind doch die Menschen. To be or not to be, schoß es ihm plötzlich durchs Gehirn. To be or not to be. Nun fehlte ihm noch ein passender Mantel und ein Schädel. Potztausend, das müsste er vorm Spiegel einstudieren. Der kleine Mikita, wunderbar. Er würde ja ungefähr aussehen wie der kleine Opernsänger Sylva in der Robe des Riesenrecken Siegfried. Er ging in den Laden hinein. Das erste, was ihm auffiel, war ein großer Abreißkalender. Erster April las er die riesigen Buchstaben. Prima Aprilis. Da gibt es heute viele Überraschungen. Er verlangte nach einem Revolver, war aber so müde, dass er sich hinsetzen musste. War es denn durchaus nötig, dass er heute noch nach Berlin zurückfahren müsse? Könnte er nicht warten, bis er sich ein wenig erholt habe? Da belebte er sich wieder. Die Entfernung ist ja für die Liebe von der allergrößten Bedeutung. Falk ist auch weg. Sie hat sich die ganze Zeit gelangweilt. Sie musste ja immer jemanden um sich haben. Wenn er jetzt zurückkäme. Warum sollte ihm das nicht passieren, was tausend anderen passiert ist? Hatte er nicht in hundert Romanen gelesen, dass die Entfernung eine erlöschende Liebe wieder in Flamme? Herrgott, die Schriftsteller sind doch wirklich nicht von Pappe. Wie schön und wie ausführlich sie das schon beschrieben haben. Er bezahlte den Revolver und ging. Eine Hoffnung löste die andere ab. Sein Gang wurde hastig, er reckte sich. Es kam ihm vor, als treten plötzlich neue Muskeln in Tätigkeit. Und so kam eine Unruhe über ihn, eine Spannung, dass er glaubte, unmöglich diese lange Reise aushalten zu können. Es fing an, in seinem Gehirn zu fiebern. Er dachte an Isa. Er dachte daran, wie sie glücklich waren, wie sie ihn liebte und bewunderte. Er war ja der mächtige Künstler, den sie in ihm verehrte. Aber es war nicht nur der Künstler. Nein, nein, sie liebte es ja, sich an ihn anzuschmiegen und ihn zu streicheln. Sieh, sieh, oh Gott, wie er sie liebte. Wie er gar nicht selbst war. Wie jeder Faden seines Organismus, mit dem ihren zusammengeknotet war. So unlöslich. Aber selbstverständlich musste sie müde werden. Er hatte sie doch unaufhörlich gequält mit seiner Eifersucht, seiner, seiner, ja, nun, nun, sie war so gut, sie hatte ihm alles vergessen. Da. Ja, da wird sie stehen und ihm die Hände hinstrecken und sich dann an seine Brust werfen. Gott sei Dank, dass du hier bist. Ich habe mich so grenzenlos nach dir gesehnt. Ja, das wird sie tun, schrie er auf. Er wusste es ganz sicher. Aber ja, hatte sie ihm nicht auf seine Briefe nur ein einziges Mal ein Billett geschickt, dass sie sich wohlfühle? Er schlug sich an den Kopf. Oh, du dummer Mikita, was weißt du vom Weibe? Was weißt du von seiner Listigkeit? Ja, selbstverständlich. Wie konnte er sich nur deswegen so quälen? Das ist ja ganz klar. Und es ist ganz recht, dass sie mich so bestraft. Und er überzeugte sich mit deutlichen und eindringenden Argumenten, dass er die ganze Sache total missverstanden hatte. Das ist nur weibliche Schlauheit, weibliche Klugheit. Nein, nein, wie sagte der Falk? Angeborene Zuchtwahlsklugheit. Ja, Falk hatte für alles passende Worte. Aber je näher er an Berlin kam, umso stärker wuchs seine Unruhe. Die alte Qual stieg wieder in ihm hoch. Und die letzten zwei Stunden war er nur noch eine willenlose Beute der wüstesten Schmerzensraserei. Wie ein Tier wurde er gequält. Das ist doch unerhört, was sich so ein Mensch quälen muss. Unerhört! Und er lief in dem Coupé hin und her, sprang und zuckte, und dann plötzlich befiel ihm dieses furchtbare Zittern am ganzen Körper, dass er glaubte, er müsse nun wahnsinnig werden vor Schmerz und Angst. Isa empfing ihn mit kalten, verlegenen Lächeln. Sie war mit Packen beschäftigt. Mit einem Ruck empfand Mikita eine klare, eisige Klarheit. Er konnte ebenso gut gleich gehen. Aber er war so erschöpft, dass er sich hinsetzen musste. Isa wandte sich weg. »Du!« schrie er sie plötzlich heiser an, ohne sie anzusehen. Er kam nicht weiter. Auf dem Tisch sah er ein paar grüne Seitenstrümpfe. Irgendeine verborgene geschlechtliche Assoziation löste sich in ihm aus. Er packte die Strümpfe und zerriss sie in Stücke. Isa sah ihn verächtlich an. Jetzt endlich hatte sie den Mut gefunden. »Was willst du von mir? Ich liebe dich ja nicht.« Sie versuchte nur, ob sie ihm das sagen könne. »Ich liebe dich nicht. Du bist mir vollkommen fremd.« Sie wollte noch etwas von Falk hinzufügen, aber das konnte sie nicht. Sie sah dies Hündische, Unterwürfige in ihm. Er wurde ihr widerwärtig. Sie sagte noch etwas, dann hörte er nichts mehr. Er ging auf die Straße. »Einmal hatte er doch irgendwo gelesen, dass man in solchen Augenblicken nichts verstehe.« Aber er hatte alles verstanden, so klar, so deutlich. Eigentlich brauchte sie es ihm gar nicht zu sagen. »Warum die Straße nur so leer war? Ah, es war ja Sonntag, und da gingen alle Menschen hinaus ins Freie.« »Sonntag.« »Prima, Aprilis.« »Nachmittags.« Er sah auf die Uhr. »Sechs Uhr nachmittags.« »To be or not to be?« »Ja, wenn ich vor dem Spiegel stehe, mit Hamlets Mantel und dem Schädel in der Hand, dann muss ich der Zeitsache in dem Schlussmonolog Erwähnung tun.« Er hätte sich das doch niemals denken können, dass man vor seinem Ende so klar, so ruhig und so vernünftig denken könne. »Ja, Gabbrock hat recht. Wenn man erst weiß, dass man unabwendbar sterben muss, dann ist man ganz ruhig.« »Ja, ja, die Schriftsteller sind immer diejenigen welche.« Er ging sehr langsam, aber jetzt blieb er stehen. Dieser dumme Bengel irritierte ihn schon lange. Ja, schon eine geraume Zeit musste er ihn beobachten. Er ging wohl zu einem Mädchen, wollte kleine Füße haben und hatte sich zu enge Stiefel gekauft. Und jetzt musste er jeden Augenblick stehen bleiben und um seine Hühneraugen zu maskieren, tat er, als ob er die Schaufenster ansah. »Da, da, nun blieb er wieder stehen.« Eine plötzliche Wut erfasste Mikita gegen diesen dummen Bengel. Er trat mit strenger Miene an ihn heran. »Sie, junge Herr, Sie haben wohl mächtige Hühneraugen?« Der junge Herr sah ihn verblüfft an, dann wurde er zürnig, ganz tiefrot vorzürnen. Mikita bekam Angst. »Das ist eine gemeine Unverschämtheit!« schrie der junge Mann. Mikita kroch ängstlich in sich zusammen. »Verzeihung!« »Sie wissen, Wachsmut ring in der Uhr.« Er entfernte sich schnell. »Gott, wie die Menschen ungemütlich werden! Sie schreien mich an, plagen mich, quälen mich bis aufs Blut, ja, Seigneur Abelang!« Ja, er fühlte, dass ihm Tränen über die Backen rollten. »Na, Mikita, es ist dir zwar viel Schlimmes widerfahren, aber deswegen brauchst du doch nicht zu heulen. Zum Teufel! Beruhige dich doch!« Er wurde wütend. »Dummer Mensch mit deinen sentimentalen Komödien! Warum greinst du? Vermutest du etwa was vom schönen Geschlecht in der Nähe, das dir gleich so rührselig wird?« »Hä?« »Das schöne Geschlecht?« »Na ob!« Er ging in sein Atelier hinauf und schloss die Tür zu. Er sah ein Bild an, diese scheußliche Verzeichnung. Dass er das nicht bemerkt hatte, das musste er gleich verbessern. Er fasste einen Pinsel, aber seine Hand flog willenlos umher. Er wurde rasend, packte in sinnloser Wut das Gemälde und riss es in Stücke. Dann warf er sich auf das Sofa, aber von Neuem flog er auf, als wäre er von tausend Teufeln besessen. »Isa!« Er schrie er auf, »Isa!« Er fing an zu lachen, ein Lachkrampf, das er erstickte. Er wälzte sich auf dem Boden, er schlug mit dem Kopf gegen die Dielen, er faßte einen Stuhl, zerschlug ihn in Stücke, eine Vernichtungsraserei wütete in ihm. Als er zu sich kam, war es Nacht. Er war erschöpft, sein Gehirn war irr. Nur das eine, das letzte. »Ja, Gott, was war es denn? Was sollte er doch nur tun?« Plötzlich fühlte er etwas Schweres in der Tasche. »Aha!« »Ja, richtig, richtig!« Er ging suchend im Zimmer umher und wiederholte fortwährend, »Ja, richtig, richtig!« »Das war es.« Der Revolver in der Tasche hatte ihm wohl die Haut am Bein abgeschürft. »Es brannte so.« »Sich hinsetzen, nicht wahr?« »Das war wohl das Richtigste.« Wie die Ruhe wehtat. Er nahm den Revolver, es dauerte lange, bis er ihn geladen hatte. Seine Hände wollten nicht mehr seinem Willen gehorchen. Er wurde sehr böse. »Natürlich sich zuerst hinsetzen.« »Das war das Wichtigste.« Er setzte sich hin. »Ins Herz?« »Freilich.« »Das war eine gute Idee.« »Man schießt gewöhnlich einen Millimeter höher und wird dann kuriert.« »Ha!« Plötzlich verfiel er in ein willenloses Brüden. Er vergaß alles. Mit einem Mal hörte er ein Singen auf dem Hof. Eine jähe Unruhe ergriff ihn. Er umklammerte fest den Revolver. »Schnell, schnell!« Es peitschte ihn etwas in eine furchtbare Unruhe. Nach einer Sekunde würde er es nicht machen können.« Und mit jähem Ruck steckte er die Waffe tief in den Mund hinein und drückte los. Achtzehntes Kapitel Falk und Isa saßen am selben Abend im Coupé. Sie fuhren nach Paris. »Liebst du mich?« fragte sie und sah ihn glücklich an. Falk antwortete nicht. Er drückte ihr die Hand und sah ihr mit unendlicher Innigkeit in die Augen. »Du, mein, du...« Sie saßen lange, eng aneinandergepresst. Sie wurde müde. Er machte ihr Einlager aus Pläts zurecht, wickelte sie ein und sah sie immer an mit derselben heißen, zärtlichen Innigkeit. »Du, mein, mein...« »Küss mich!« Sie schloss die Augen. Er küßte sie flüchtig, als scheute er sich, sie zu berühren. »Jetzt schlaf, schlaf!« »Ja...« Er setzte sich ihr gegenüber. Nun war sie sein Weib. Nun war er glücklich. An Mikita dachte er fast nicht. Sonderbar, wie wenig er sich um ihn kümmerte. Aber wenn... O Gott, man geht zugrunde, weil man keine Lebensfähigkeit hat, weil es an eigentlichen Lebensbedingungen mangelt, also weil man zugrunde gehen muss. Daran ist doch kein Mensch schuld. Wäre er zugrunde gegangen? Nein, seine Qual war etwas ganz anderes. Das waren die Fieberparoxysmen, die den großen Willen erzeugten. Ja, er verstand es plötzlich. Wie sollte er das nur sagen? Der neue Wille. Der Wille, der aus den Instinkten geboren wird. Der Wille... Hm... Wie sollte er das nur sagen? Der Wille der Instinkte. Der durch keine bewussten Schranken, durch keine atavistischen Gefühle gehemmt wird. Der Wille, bei dem Instinkt und Gehirn eins geworden ist. Er musste noch leiden, weil er ein Übergangsmensch war. Er fieberte noch, weil er das Gehirn überwinden musste. Aber er wird nicht leiden, wenn er das Stück Posthumer Vergangenheit, die atavistischen Überbleibsel in sich überwunden hat. Plötzlich lachte er leise in sich hinein. Gott, Gott, dieses dumme, idiotische Resonieren. Dies blödsinnige Schwatzen, von neuem Willen und dergleichen Ding. Am Ende wird er sich noch vor einen Übermenschen halten, weil er nun, weil sein Geschlecht so rücksichtslos war und weil sie ihm aus Liebe folgte. Am Ende wollte er sich doch wohl nur ein bisschen betäuben. Blödsinn! Er sah sie an. Sie war sein, sie war sein, weil sie sein sein musste. Und sie fahren ins Glück hinein. Er trat ans Fenster. Er sah Bäume und Felder und Stationsgebäude vorbeifliegen. Das alles wird dein sein, wenn er dieser neue Wille da ist, der Wille der Instinkte, die durch das Gehirn geheiligt werden. Er dachte an Napoleon. Nein, das war nicht das. Das war der Wille eines fanatischen Epileptikers, eines, sonderbar, dass er unwillkürlich nach Beispielen ähnlicher Rücksichtslosigkeit immer von neuem suchte. Das waren nur wohl die Überreste von seinen Qualen, die er durchgemacht hatte. Jetzt hat er das Glück und er wird es genießen. Und er reckte sich hoch in dem Gefühl seines großen Glückes, dass er sich durch seinen Willen errungen hatte. Alles Übrige lag hinter ihm, als ein Erlebnis, ein starkes, mit Blut gefülltes Erlebnis, ein Vorwurf, ein Stoff zu einem großen, erschütternden Seelendrama. Sie schien zu schlafen. Das war das Weib, das er nicht kannte. Er brauchte es aber nicht zu kennen. Wozu denn? Er hatte sie jetzt. Er hatte sie einem anderen abgerungen. Er war der Elch. Nein, das war zu tierisch. Die Vorstellungen von den Eingeweihten, die zerrissen am Geweihe hingen, waren ihm peinlich. Mit aller Macht wehrte er sich gegen eine Riesenmasse von peinlichen, unangenehmen Gefühlen. He, he, als hätte jemand in ein Wespennest gestochen. Aber er beruhigte sich wieder. Das alles musste so geschehen. Sonderbar, dass er immer wieder in die alten Vorstellungen vom freien Willen verfiel, von einem Willen, der handeln kann. Und jetzt, jetzt, wo trieb es ihn nun hinein? Ins Glück, in ein endloses Glück, voll neuen, unbekannten Freuden und Genüssen. Oh, wie stolz, wie glücklich, wie mächtig er sich fühlte. Und der Zug raste und raste. An den Fenstern flogen Häuser, Dörfer und Städte vorbei. Und ganz tief am Himmel glühte in trübem, violetten Licht ein Stern. Ende des ersten Teils Über Bord Ende von Abschnitt 6 Abschnitt 7 von Homo Sapiens Romantrilogie von Stanislaw Psybiszewski Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Unterwegs Meinem Freunde Julius Mayer Gräfe gewidmet Erstes Kapitel Fräulein Marit Kauer saß und freute sich. Also doch, endlich! Sie hatte schon völlig die Hoffnung aufgegeben, ihn jemals wiederzusehen. Mindestens zehnmal hatte er seiner Mutter geschrieben, dass er kommen würde. Morgen, übermorgen. Dann hatte er wieder so unerhört viel zu tun gehabt, dass er erst nächsten Monat kommen wollte. Dann verging noch ein Monat und noch einer. Aber endlich, jetzt, wirklich! Heute war der kleine Bruder aus der Schule gekommen und erzählte unter tausend dummen Dingen, dass er Falk, ja, ganz bestimmt Herr Erik Falk da sei. Ja, ganz sicher, er sei da. Er lasse die Eltern grüßen und werde sich erlauben, sie am Nachmittag zu besuchen. Fräulein Marit hatte die Sprache für ein paar Sekunden verloren. Nein, sie konnte es noch gar nicht glauben. Gott, wie sie gelitten hatte. Sie war fast von Sinnen gekommen während der grässlichen Zeit, als er nicht kommen konnte oder nicht wollte. Ihre ganze jungfräuliche Würde hatte sie ja geopfert. Sie hatte sich so weit erniedrigt, Briefe an ihn zu schreiben, heiße Bitten an ihn zu richten. Freilich hatte sie es nur im Auftrag seiner Mutter getan. Aber war er denn so dumm, dass er diese Sehnsucht, die in jedem Worte zitterte, nicht verstand? Wollte er nicht verstehen? Sollte es wahr sein? Nein, um Gottes Willen, nein, es war Lüge, schamlose Lüge. Diese furchtbaren, garstigen Geschichten. Er sollte einen Sohn haben. Er hätte sich im Stillen verheiratet, eine Zivilehe mit einer Französin geschlossen. Nein, er war ja so ehrlich, so souverän. Er hätte ihr sicherlich etwas davon geschrieben. So betrügen konnte er sie nicht. Hatte er ihr nicht von Liebe gesprochen? Hatte er ihr nicht versichert, dass sie allein, nur sie allein ihm das große Glück geben könnte? Nein, es war Lüge. Er war ja so unendlich edel und so fein. Ihr Herz begann stark zu schlagen. Sie atmete tief auf. Die Augen fingen an zu tränen. Ein wildes Jubelgefühl stieg in ihr auf. Noch eine Viertelstunde vielleicht, dann würde sie ihn sehen, in seine rätselhaften Augen sehen und auf seine wunderlichen Reden hören. Wie sie ihn liebte. Wie unsäglich sie ihn liebte. Gott hatte sie erhört. Drei Messen hatte sie gekauft, dass er ihn ihr wiederzuführen möchte. Wie ein armes Tier hatte sie zu den Füßen des Gekreuzigten gelegen und hatte gefleht und geweint und gebetet. Wollte sie der himmlische Vater denn nicht erhören? Hatte sie ihn beleidigt? Und sie fastete doch jeden Freitag und jeden Sonnabend, um Buße zu tun für die Sünden, die sie nicht kannte. Aber selbst der Gerechte sündiget ja siebenmal am Tage. Und vielleicht war nicht ihre Liebe eine Sünde? Aber nein, jetzt war Falk da. Gott hatte sie erhört. Sie stand auf. Es war so drückend unter der Veranda. Der ganze Garten war so schwül. Sie trat auf die Landstraße, die in das benachbarte Städtchen führte. Von dort musste Falk kommen. Plötzlich ging ein Ruck durch ihren Körper. Sie fühlte, wie sich ihr das Blut zu Herzen staute. Sie zitterte. Ja, sie sah ihn deutlich. Er war es, ganz gewiss. Sie klammerte sich an den Zaun. Es stieß sie, ihm entgegenzulaufen. Sich ihm an die Brust zu werfen. Nein, nein, nicht. Nur ihm zeigen, wie sie sich unendlich freue. Ja, sie wollte ihre Freude nicht verhehlen. Er sollte sehen, wie sie sich freue. Nein, das auch nicht. Das konnte sie nicht. Das durfte sie nicht. Sie kehrte um, wieder auf die Veranda zurück. Nein, es ging nicht. Hier konnte sie ihn auch nicht begrüßen. Sie fühlte Feuer in ihren Schläfen. Sie fühlte den heißen Glanz ihrer Augen. Nicht ein Wort könnte sie jetzt sprechen. Nicht einmal die Fassung würde sie bewahren können. Sie lief in ihr Zimmer hinauf, warf sich auf das Bett und vergrub schuchzend ihr Gesicht in die Kissen. Falk wurde sehr herzlich vom Herrn Kauer begrüßt. Daß er noch existiere. Es sei doch schön von ihm, daß er sich wieder auf die Heimat besonnen hätte. Man habe ihn so lange vergebens erwartet. Falk machte sich sehr liebenswürdig. Doch, doch, er habe viel an die Heimat gedacht. Aber diese Unmenge Arbeit. Noch in den letzten Tagen habe er 30 Bogen Korrektur von seinem neuesten Roman durcharbeiten müssen. Und das sei das Entsetzlichste, was es gäbe. Nun sei er maßlos froh und fühle sich so breit auf dem Lande. Und fühle Liebe um sich. Es sei gewiss etwas sehr Schönes um die Heimat. Es war mir aber auch wirklich sehr nötig. Ich bin sehr nervös und ganz dumm geworden. Aber bei der Mutter wird es bald, sehr bald gut werden. Die Mutter ist überhaupt neben der Buchdruckerkunst die wunderbarste Erfindung. Herr Kauer war ganz glücklich, ihn wiederzusehen. Er hat ordentlich Sehnsucht gehabt, ihn zu sprechen. Auf der Provinz sei die Welt mit Brettern vernagelt. Man wisse gar nicht, was in der Welt vorgehe. Jetzt müsse er alles wissen. Falk solle ihm alles erzählen. Es wurde Wein aufgetragen. Herr Falk müsse viel trinken. Dort in Paris könne er wahrscheinlich einen solchen Wein gar nicht bekommen. Übrigens sei es ganz wunderbar, mit einem so intelligenten Zechgenossen zu trinken. Man verlor sich alsbald in ein tiefes Gespräch über Spargelzucht. Herr Kauer müsse es entschieden, mit der neuen Methode versuchen, nämlich für jede Spargelwurzel ungefähr einen Meter Erde zu lassen, dann ringsherum umzugraben. Die Tür öffnete sich und Marit trat ein. Sie war blass, sah frisch gewaschen und sehr verlegen aus. Falk sprang auf und reichte ihr beide Hände. Nein, ist das wunderbar, dass ich Sie sehe. Herrgott, wie lange ist das schon her? Wir hatten Sie nicht mehr erwartet. Sie drehte sich plötzlich um und fing etwas an, auf dem Fensterbrett zu suchen. Falk sprach weiter von den Spargeln, war aber unruhig. Kauer war sehr bei der Sache und beteuerte fortwährend seine Freude. Er habe nicht viel Glück gehabt, es sei eine Missernte gewesen. Seine Frau kränkle seit einem Jahre. Nun sei sie im Bade, wo sie den ganzen Sommer zubringen solle. Jetzt müsse er sich in der Wirtschaft mit Marit behelfen. So gut es gehe. Ja, und Falk müsse ihm nicht übel nehmen, wenn er jetzt auf ein Stündchen verschwinde. Er müsse noch einige Anordnungen treffen. Falk blieb mit Marit allein. Sie sah durch das Fenster hinaus, er tat einen kräftigen Zug aus dem Glase. Dann erhob er sich. Sie zitterte und wurde abwechselnd rot und blass. Nun, Fräulein, wie ist es Ihnen ergangen? Falk lächelte freundlich. Sehr gut, sehr gut. Sie schlug die Augen zu Boden, dann sah sie ihn fremd an. Es ist doch merkwürdig, dass Sie noch gekommen sind. Was hat Sie eigentlich dazu bewogen? Ja, Herr Gott, wissen Sie, wenn man viel gebummelt hat und sehr nervös geworden ist, ja, dann bekommt man so ein eigentümliches Schwächegefühl. Man wird zu weich und dann muss man zu der Mutter, ganz wie ein Kind zu der Mutter. Es wurde still. Falk ging sinnend umher. Ja, ich liebe meine Mutter, aber ich konnte nicht kommen. Es waren sehr wichtige Dinge, die mich zurückhielten. Sehr eigentümliche Verhältnisse. Er richtete fest seine Augen auf sie, als ob er sie sondieren wollte. Sie wurde plötzlich steif und abweisend. Ja, richtig, ich habe viel davon erzählen gehört, nämlich von den sonderbaren eigentümlichen Verhältnissen. Sie sprach mit ironischer Betonung. Falk sah sie verwundert an. Er schien übrigens darauf gefaßt zu sein. Gott, na ja, man erzählt sich sehr viele dumme Dinge. Das sei selbstverständlich. Es sei ihm furchtbar gleichgültig, was man von ihm sage. Wieder wurde es still. Falk schenkte sich ein neues Glas ein und leerte es. Sie sah ihn hart an. Sein Gesicht war blaß und eingefallen. Und in den Augen hatte er einen fiebrigen eigentümlichen Glanz. Er muss viel gelitten haben. Ihr Mitleid regte sich. Oh, Sie müssen es mir verzeihen. Nein, das wollte ich nicht. Ihnen gleich die unangenehmen Geschichten entgegenbringen, die über Sie verbreitet werden. Auch habe ich kein Recht dazu. Selbstverständlich muss man deshalb gleichgültig sein. Ja, ja. Falk schien müde zu sein. Es sei doch eigentümlich. Er sei zwei Tage gefahren. Die ganze Nacht habe er kein Auge zugemacht. Aber er habe keine Ruhe gehabt. Er musste zu ihr gehen. Musste sie sehen. Der Frühlingstag war zu Ende. Es fing an zu dämmern. Sie standen beide am Fenster. Sie sahen auf den Fluß und jenseits die bewaldeten Höhen hinan. Von dem Flusse stiegen Nebel auf und breiteten sich über die Anhöhen und krochen in den Wald hinein. Und es sah aus, als wäre der Fluß aus den Ufern getreten und wollte nun mit seiner Flut die ganze Welt überströmen. Nach und nach verschwanden die Anhöhen und der Wald. Und die weite, glanzende Nebelfläche floß mit dem Himmelshorizont zusammen. Von Herrn Kauer kam die Nachricht, dass das Stündchen noch ein Stündchen dauern würde und dass Falk um jeden Preis so lange bleiben müsse. Sie blieben allein. Falk trank unaufhörlich. Nur hin und wieder sprach er irgendein gleichgültiges Wort. Sie dürfe es ihm nicht übel nehmen, dass er so viel trinke. Es sei für ihn jetzt wirklich notwendig. Er sei sehr heruntergekommen. Ein Delirium in dessen sei noch nicht zu befürchten. Übrigens sei das alles furchtbar gleichgültig. Oh, Sie dürfen nicht glauben, dass er sentimental geworden sei. Nein, aber man könne doch ganz objektiv konstatieren, ganz einfach als eine feststehende Tatsache konstatieren, dass man nicht glücklich sei. Sie solle es nicht auf ihn beziehen. Oder vielleicht doch. Aber all das sei so dumm und so gleichgültig. Sie brauche kein Gewicht darauf zu legen. Marit trat plötzlich an ihn heran. Wissen Sie, Herr Falk, spielen wir keine Komödie. Nein, ganz offen wollen wir sprechen. Als Sie hier vor einem Jahre waren, ja, erinnern Sie sich noch? Damals, als wir uns kennenlernten. Damals haben Sie mir gesagt, dass Sie mich lieben. Sie haben es mir auch geschrieben. Ich habe alle Ihre Briefe. Sie sind mein großer Schatz. Nun, Sie wissen, wie ich zu Ihnen bin, ja? Sie wissen es ganz genau. Sie müssen gut sein. Ich habe Ihnen vertraut. Ich habe mich dem Gefühl der Liebe zu Ihnen ganz hingegeben. Ich wollte diese Liebe anfangs unterdrücken. Ich wusste, dass sie ziellos sei. Sie haben mir so oft gesagt, dass Sie selbst nur um der Liebe willen lieben. Sie haben mir ganz offen gesagt, dass Sie mir nichts versprechen können, dass unsere Liebe keine Zukunft habe. Ich wollte auch keine Versprechungen. Ich habe nichts von Ihnen erwartet. Ich liebte Sie, weil ich Sie lieben musste. Marit verwirrte sich immer mehr. Sie wollte ihm so viel sagen, aber nun presste sich alles zusammen, staute sich und drängte sich vorwärts. Ungeregelt. Zusammenhanglos. Ja, Herr Gott, nein, nicht das wollte ich Ihnen sagen. Ich will nur, dass Sie offen zu mir sprechen, dass Sie mir die ganze Wahrheit sagen. Ich habe mich so unaussprechlich gequält. Ich habe so viel gelitten. Falk sah sie verwundert an, was sie denn eigentlich wissen wolle. Oh, Sie wissen doch schon, es wird jetzt so viel in der ganzen Gegend von Ihnen gesprochen, und alle diese Reden müssen einen Grund haben. Ja, sagen Sie mir, ist das alles wahr, dass das mit der Französin und... Nein, das ist doch unmöglich. Was denn? Ich meine, das Kind. Kind? Hm. Falk ging mit großen Schritten auf und ab. Es trat ein quälendes Schweigen ein. Vom Hofe her hörte man die Stimme eines Knechtes. Plötzlich blieb Falk vor ihr stehen. Nun, ich will Ihnen die ganze brutale Wahrheit sagen. Alles, alles will ich Ihnen sagen. Ganz offen. Ja, ich werde ganz offen sein. Selbst auf die Gefahr hin, dass Sie mich nicht hören wollen und mir die Tür weisen. Freilich habe ich ein Kind. Das Kind lebte schon, bevor ich Sie kennenlernte. Ja, das Kind ist eine herrliche Sache. Es hat mich gerettet, dieses Kind. Es war wie ein festes Rückenmark, das mich wieder synthetisiert hat. Ich ging ganz auseinander. Ich verlumpte schon. Ich war schlimmer wie der Schlimmste. Nein, Sie müssen mich ruhig anhören. Ich war ein Mann, ein Männchen, und als solches hatte ich das Recht, Kinder zu zeugen. Nun, wenn Sie Ihre dumme Brüderie nicht ablegen können, müssen Sie keine Geständnisse provozieren. Marit hatte Tränen in den Augen. Verzeihen Sie, mein Fräulein, aber ich bin sehr nervös. Die Tränen flossen ihr herab. Gute, teure, Marit. Sei gut, Marit. Höre mich an, wie nur eine kluge Schwester anhören kann. Wenn du auch nicht die Hälfte verstehst, höre mich an. Herrgott, wolle sie denn weiter blinde Kuh spielen und im Finstern tappen? Das könne er nicht dulden. Dazu sei sie ihm zu fein und intelligent. Freilich habe ich einen Sohn und liebe ihn. Seine Mutter? Nein, die liebe ich nicht. Ich war, als sie mir damals in den Weg lief, in vollständiger Zerrüttung. Sie war gut zu mir. Wir lebten zusammen, und so haben wir einen Sohn gezeugt. Mein Gott, mein Gott, wie ist das möglich? Ja, es ist vieles möglich. Balk sprach mit müder Stimme und trank wieder. Er ging ein paar Mal auf und ab, dann nahm er ihre Hand. Marit, jetzt werde ich es dir ganz offen sagen. Marit, du darfst mich nicht lieben. Ich war ein Elender. Ja, ich habe deine Liebe verlangt. Ich bat und flehte dich um deine Liebe. Aber damals glaubte ich, dass ich dich glücklich machen könnte. Ich glaubte daran. Ich wollte dich zu meiner Frau machen. Und du hättest meinen Sohn geliebt. Aber das Weib hängte sich wie eine Klette an mich an. Hundertmal versuchte ich, sie abzuschütteln. Aber ich konnte nicht, und wärt's wohl auch nicht können. Falk schien sehr erregt zu sein. Marit wollte ihn unterbrechen. Nein, nein, sie soll ihn ausreden lassen. Ja, er habe dran geglaubt, dass er sie glücklich machen werde. Deshalb, nur deshalb habe er ihre Liebe groß genährt. Sie dürfe nicht glauben, dass er ein Schurke sei. Aber jetzt, jetzt sei alles vorbei. Jetzt dürfe er diese Liebe nicht mehr verlangen. Nein, es sei unmöglich. Nicht eine Unse Glück könne er ihr geben. Das sei völlig ausgeschlossen. Nur das eine. Eine Freundin, eine Schwester, solle sie ihm werden. Marit sah es wie ohnmächtig. Falk kniete vor sie hin und griff nach ihren Händen. Du sei gut, sei meine Freundin. Geliebte kannst du mir nicht sein. Nein, auch Freundin nicht. Nein, ich gehe. Ich gehe jetzt. Antworte mir. Du darfst mich nicht mehr sehen. Nicht mehr. Also, du, leb wohl, ich gehe. Falk erhob sich taumelnd. Aber in dem Augenblick sprang Marit wie verzweifelt auf. Nein, bleiben Sie, bleiben Sie. Tun Sie, was Sie wollen. Aber ich muss Sie sehen. Ich werde sonst krank. O Gott, Gott, ist das furchtbar. Falk fiel plötzlich über sie her. Nein, um Himmels Willen, nein. Sie stieß ihn weg und lief aus dem Zimmer. Falk setzte sich an den Tisch, trank die Flasche leer, starrte vor sich hin. Die Dunkelheit tat ihm wohl. Auf einmal fuhr er auf. Das ist doch merkwürdig, wie man vor einer Lampe erschrecken kann. Ich bin doch sehr nervös. Marit lächelte müde. Sie stellte die Lampe auf den Tisch. Papa muss sofort kommen. Sie bleiben doch zum Abendbrot. Ja, das will ich tun. Ich bin ein guter Mensch. Ich bin ein Gentleman. Ich darf Sie nicht Papas Vermutungen exponieren. Am anderen Tage kam Falk wieder nach Elbsfeld. Er war freundlich. Tat, als ob er froh wäre, konnte jedoch nur ungenügend eine nervöse Gereiztheit verhehlen. Nicht wahr, es ist doch nichts vorgefallen. Sie haben alles vergessen, ganz gewiss vergessen. Ich erinnere mich an gar nichts. Marit schlug die Augen zu Boden. Ja, es gehe ihm zu Zeiten so, dass er auf ganze Stunden das Bewusstsein, nein, nur das Erinnerungsvermögen verliere, ohne eigentlich betrunken zu sein. Freilich habe er gestern viel getrunken. Aber er habe doch nicht den Anschein der Betrunkenheit erweckt, oder doch? Nun, dann habe er sich nur so angestellt, um alles ungestraft sagen zu können. Das tue er nämlich oft. Falk sprach übertrieben viel und schnell. Er war sehr lustig. Marit sah ihn erstaunt an. Was ihm denn eigentlich so froh es passiert sei? Oh, er habe sehr gute Nachrichten aus dem Auslande bekommen. Sein Buch sei ins Französische übersetzt und ungemein günstig aufgenommen worden. Und er freue sich aufrichtig darüber. Er bewundere durchaus nicht die Franzosen. Aber Paris sei doch die einzige Kulturstätte in Europa. Und das oberste Tribunal in Sachen des Geschmackes. Ja, und dann, das können Sie sich nicht denken. Wie das unglaublich komisch war, das muss ich Ihnen erzählen. Marit sah ihn wieder an. Ihr Erstaunen wuchs. Was war ihm nur eigentlich? Wissen Sie, dass Papa mich gestern mit seiner Equipage hat nach Hause fahren lassen? Selbstverständlich wissen Sie es. Wir fahren also und fahren sehr schnell. Auf einmal bleiben die Pferde stehen. Sie schlagen aus, Bäumen und Viren wie die Hengste im Märchen, die plötzlich menschliche Stimmen bekommen. Der Kutscher schlägt auf sie los, aber es wird nur noch schlimmer. Nun steigt er vom Bock. Ich krieche aus der Kutsche. Wir fassen die Pferde am Zaum und versuchen, sie vorwärts zu bringen. Es geht nicht. Die Pferde werden wild und der Kutscher konstatiert zum Überfluss, dass sie nicht gehen wollen. Was ist denn um Himmels Willen geschehen? Es war so dunkel, dass man hätte Ohrfeigen austeilen können, ohne gesehen zu werden. Na, ich fasse Mut, tappe mit den Händen und Füßen vorsichtig auf dem Weg herum und glauben Sie mir, ich habe genug persönlichen Mut, die merkwürdigsten Skandale anzustellen. Aber diesmal blieb mir einfach das Herz stehen. Ich stolperte nämlich über einen Sarg und fiel mit den Knien auf ein Kadaver. Marit fuhr zusammen. Nein, das ist nicht möglich. Ja, wahrhaftig, in meiner Angst schrie ich nach dem Kutscher. Im selben Nu natürlich schäme ich mich meiner unmenschlichen Unwillkürlichkeit. Da bekomme ich aufs Neue einen furchtbaren Ruck. Ich höre deutlich ein qualvolles Stöhnen. Ich erinnere mich nicht jemals einen so tierisch unreflektierten jähnen Schreck empfunden zu haben. Aber mein Gott, Sie werden ja ganz glass. Nein, beruhigen Sie sich. Das ist ja das unglaublich Komische an der ganzen Geschichte, dass es kein Kadaver war, sondern ein wirklicher, lebendiger Mensch, der betrunken aus der Stadt in einem Sarge kam. Da er betrunken war und sehr schläfrig, hatte er den Sarg vom Wagen heruntergeschleppt, das Pferd laufen lassen und sich in den Sarg hineingelegt, um seinen Rausch in Schönheit auszuschlafen. Marit lachte herzlich. Das war wirklich komisch. Gott, wie mich das freut, dass ich Sie zum Lachen gebracht habe. Nein, Sie müssen lachen. Den ganzen Tag müssen Sie lachen. Ja, wir werden beide ganz wie Kinder sein. Und ich werde gut bleiben, wie jetzt. Oder bin ich etwa nicht gut? Ja, doch. Schön, so gut bleibe ich den ganzen Tag. Niemals werde ich mehr so garstig sein wie gestern. Falk lachte ihr zu, dann wurde er ernst. Er sah sie tief an. Gott, wie dies Menschenkind herrlich war. Marit, mein Liebling, ich möchte mich wie ein Teppich unter Ihre Füße legen. Ich möchte mich... Nein, nein, ich werde nicht mehr über diese Dinge reden. Falks Augen wurden feucht. Marit blickte mit unaussprechlicher Liebe in sein Gesicht. Er solle sich nicht quälen. Nein, das könne sie nicht sehen. Sie werde ganz krank davon. Wolle er, dass sie leide? Nein, nein, Marit, ich bin ja wieder lustig. Beide schwiegen. Ob er nicht ein wenig spazieren gehen möchte, am See entlang? Ja, das wolle er sehr gern. Es war ein herrlicher Frühlingstag. Vor ein paar Tagen war es plötzlich grün geworden. Die Bäume trieben Blätterkeime, die Saat wuchs zusehends und die Anhöhen am anderen Seeufer bäumten sich empor in der saftigen Pracht ihres jungen Rasens. Sie gingen und ihre Füße versanken im weichen, feuchten Sand. Falk schwieg. Von Zeit zu Zeit sammelte er Steine am Ufer und warf sie flach über den Seespiegel hin. Sein Gesicht wurde ernster und ernster, wie das eines Menschen, der einen tiefen Kram beherbergt. Er ging und sah vor sich hin. Dann sammelte er wieder platte Steinchen und warf sie auf das Wasser. Marit sah ihn immer trauriger an. Nein, er solle sie nicht so quälen. Warum spreche er denn nicht? Sie könne diese furchtbaren Pausen nicht aushalten. Ja, ja, ja. Falk schien aufzuwachen. Ja, gleich, sofort. Nun, er werde ihr wunderbare Dinge erzählen. Er lachte, übertrieben lustig. Also von Paris, nicht wahr? Dort habe er große Menschen getroffen. Ob sie denn überhaupt wisse, was ein großer Mensch sei? Doch. Nun, dann brauche sie wohl keine Erklärungen. Lustig sind die großen Menschen, Frau Lennmarit. Das können Sie mir glauben. Ich habe sehr viele von ihnen getroffen. Namentlich der eine. Oh, der war ungemein merkwürdig. Er hasste die Weiber, weil er sie so maßlos liebte. Er war... Verzeihen Sie mir den Ausdruck, aber er ist so bezeichnet. Er war wie ein toller Hengst. Nein, nein, sie solle solche Wörter nicht mehr von ihm hören. Nein, nein, diese Geschichten... Er wisse ja, sie sei eine gute, brave Katholikin. Und der Ausdruck stammen wahrhaftig nicht von den heiligen Vätern ab. Der große Mann also. Warten Sie doch ein wenig, ich werde nichts Schlimmes sagen. Diese Dinge gehören nur zur Psychologie dieses Mannes. Er war nämlich merkwürdig paradoxal. Er wollte alles anders tun als sonstige Menschen. So sagte er sich. Wozu soll ich mit einem Teleskop auf den Mond schauen? Das kann ich ja ebenso gut mit dem Mikroskop tun. Nein, haben Sie aber ein wunderbares Kleid an. Oh, ich liebe es sehr. Ja, erinnern Sie sich, ich liebte es schon im vorigen Frühling. Nun also der große Mann nimmt ein Mikroskop, träufelt darauf einen Tropfen Quecksilber und schaut auf den Mond. Ja, nun das Merkwürdige. Der Mond erscheint ihm selbstverständlich in sonderbarer, verschwommener Gestalt. Aber Herr Gott, sagt sich der große Mann plötzlich. Der Fleck da, ist das nicht Europa? Und dort dieses viereckige Ding? Das ist ja das leibhaftige Australien. Gott, wie Sie wunderbar lachen. Wissen Sie, Sie bekommen dabei eine so wunderbare zarte Vertiefung um die Augen. Nein, Sie haben recht, ich will zu Ende erzählen. Der große Mann zieht also mit der ihm eigentümlichen Genialität aus seinem Befunde folgende Konsequenz. Der Mond hat keine Krater. Sie wissen doch, dass der Mond Vulkane haben soll. Nun, der große Mann sagt, es sind keine Krater, keine Vulkane. Der Mond ist einfach mit einer glatten Kieschicht überdeckt und unsere Erde spiegelt sich in ihm wieder. Marit lacht wie ein Kind. Nein, wie lustig Sie nur über die großen Menschen sprechen. Haben Sie denn gar keinen Respekt vor großen Menschen? Das habe er wahrhaftig nicht. Er habe alle gesehen im Frack und im intimsten Negligé. Sie seien immer so unendlich lächerlich. Sie nehmen sich so furchtbeernst und feierlich und schlössieren in der steifen Grandetze einer gotischen Architektur einher. Ich muss dann immer an die lächerlichen Affenmenschen denken, die der Gottesherrn Professor Nietzsche sich geschaffen hat, um an ihrem Ernste seinen Spaß zu haben. Falk sah nach. Einmal nur habe er doch einen großen Menschen gesehen, einen, vor dem er sich beuge. Oh, das müssen Sie mir absolut erzählen, das ist doch ungemein merkwürdig, dass Ihnen, Herr Erik Falk, ein Mensch imponiert hat. Ja, ja, das ist wirklich merkwürdig. Ich habe tatsächlich keinen Größenwahnsinn, noch nicht. Aber ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sich mit mir messen könnte. Aber der Mann war groß. Ich habe ihn in Christiania getroffen. Der Mann sah klein aus. Er hatte eine ungeheure, stille, befangene, linkische Manier und Augen, große, sonderbare Augen. Sie hatten nicht das obligatorisch Forschende, Spionierende von den Augen sonstiger großer Menschen. Es stag in ihnen etwas von den gebrochenen Flügeln eines Vogels, eines großen, königlichen Vogels. Er hatte eine Geige und wir gingen zusammen zu einem Bekannten. Dort tranken wir Pjolter, sehr viel Pjolter, wie wir, ja, wir guten Europäern, überhaupt zu trinken pflegen. Und dann fing er zu spielen und ganz im Dunkeln. Er hatte die große Verschämtheit des überfeinen Empfindens. Niemals habe ich eine so nackte Musik gehört. Es war, als ob ich ein zitterndes Taubenherz vor mir hätte, das warm aus der Brust herausgeschnitten ist. Es war in der Musik etwas von einem unerhörten Jammer, der die Lungen zerrt und die Kehle wirkt. Marit, süße, gute Marit, und da stiegst du vor mir auf, aus diesem Jammer der Töne. Du, du warst dies Taubenherz, dieser eine, vibrierende Ton, der nach Glück schrie und in Qual erstarb. Nein, erlauben Sie, Sie müssen mich jetzt ausreden lassen, ich muss davon sprechen. Nein, das wolle Sie um keinen Preis, Sie könne solche Szenen wie gestern nicht ertragen. Er solle vernünftig sein, er sei so nervös. Falk schwieg. Marit wirkte ihre Tränen herunter. Sie gingen eine Weile schweigend. Sie haben mich gestern um Freundschaft gebeten, also habe ich als Freundin gewisse Rechte. Ja, das haben Sie, selbstverständlich. Ob er denn wirklich verheiratet sei? Nein, das bin ich nicht, ich habe nur ein Kind, das ich über allemaßen liebe. Und zu ihm will ich nun zurück, ich will mit ihm leben, irgendwo in Oberitalien. Ja, das ist wirklich mein Plan. Ich liebe das Kind so unendlich. Ich wüßte nichts, was ich so liebte. Marit wurde nervös und schwieg. Das Kind sei nämlich wirklich ganz wunderbar. Und nun fing Falk an, von dem Kinde zu reden, mit einer ganz ungewohnten Wärme und Einigkeit. Und dabei richtete er seine Augen scharf auf Marit. Marit litt sichtlich. Übrigens, das wissen Sie wohl nicht, er sei in Paris sehr krank gewesen. Er habe sich an Nikotin vergiftet, ja, an Nikotin. Er wäre wahrscheinlich zugrunde gegangen, wenn er nicht eine ganz ausgezeichnete Pflege gehabt hätte. Wer hat sie denn gepflegt? Ja, das ist eine sehr merkwürdige Dame. Sie ist sehr intelligent und spielt ganz wunderbar Klavier. Oh ja, sie hat den Verstand von einem Manne. Ist das die Mutter von dem Kinde? Oh nein, mit der Mutter habe ich nichts zu schaffen. Marit sah erstaunt zu ihm auf. Aber Sie haben doch gestern gesagt, dass Sie die Dame nicht loswerden können. Sie sagten, sie habe sich wie eine Klette an Sie gehängt. Falk wurde verwirrt. Habe ich das wirklich gesagt? Ja, das haben Sie gesagt. Sie sagten sogar, dass wir nur deshalb nicht glücklich werden können. Falk dachte nach. Da muss ich wirklich betrunken gewesen sein. Nein, ich verstehe nicht. Er stellte sich, als sei er maßlos über sich verwundert. Marit musste ihm haarklein das Gespräch von gestern wiederholen. Ja, ja, ich war wirklich betrunken. Nein, Sie dürfen nichts, durchaus nichts darauf geben, was ich in solchem Zustand sage. Dann pflege ich nämlich zu komponieren. Marit sah ihn misstrauisch an. Sie müssen mir glauben, ich pflege nämlich, wenn ich betrunken bin, die merkwürdigsten Geschichten zu erzählen. Nein, die Mutter ist verschwunden. Ich glaube, sie ist jetzt Modell oder sowas ähnliches und wohnt mit einem Bildhauer zusammen. Marit wurde sehr froh. Sie lächelte. Also war die ganze Geschichte von gestern eine Komödie? Ja, ja, beeilte sich Falk zu antworten. Aber das war eine Komödie, die ich im besten Glauben aufgeführt habe. Ich habe nämlich an alles geklaut, was ich sagte. Marit konnte es noch nicht verstehen, aber sie schwieg. Falk wurde unruhig. Nein, nein, mit der Mutter habe ich schon lange nichts mehr zu schaffen. Die Dame, die mich gepflegt hat, ist eine ganz andere. Sie heißt, Fräulein, Perriere. Zwei Wochen hat sie an meinem Bette gesessen, meine furchtbaren Launen mit der Geduld eines Engels ertragen und mir die wunderbarsten Geschichten vorgespielt. Tag und Nacht saß sie bei mir. Wohnte sie denn bei Ihnen? Falk machte ein erstauntes Gesicht. Ja, was ist denn dabei? In Europa, er unterstrich das Wort, existiert eine große Freiheit im Verkehr zwischen Frauen und Männern. Da gibt es nicht die blödsinnigen Vorurteile wie hier. Hier kann eine Dame mit einem Menschen offiziell vor aller Welt verlobt sein und hinter dem Paar müssen doch die Mutter und zwei Tanten herlaufen. Nein, in Europa gibt es keine religiösen noch konventionellen Vorschriften in Sachen der Liebe. Da ist sich ein jeder selbst Vorschrift und Gesetz. Ja, ja, dort ist es so frei, so frei, Herrgott, wie eng, wie unausstehlich eng ist es hier. Hier gibt es Gesetze und Schranken und Polizeimaßregeln. Die Menschen sind so eingezwängt in tausend idiotische, das darfst du und das darfst du nicht. Falk dachte nach. Warum haben sie sich denn gestern so heftig losgerissen? Darf man eine Schwester oder eine Freundin nicht küssen? Was ist denn dabei? Nein, das könne sie nicht. Sie würde sich selbst verachten müssen. Sie würde ihm nicht mehr frei ins Gesicht zählen können. Und würde er auch nur eine Spur von Achtung von ihr haben? Falk lachte ganz laut, mit offenem Hohn. Achtung! Achtung! Nein, wo habe er nur das Wort verloren? Was sei das eigentlich? Nein, er kenne überhaupt nicht das Wort nach einem solchen Begriff. Er kenne nur freie Weiber, die sich selbst gesetzt sind. Und dann kenne er Weiber, die Sklaven in Sinn und ihre Instinkte in idiotische Formen pressen. Und unter diesen Sklavenen unterscheide er Weiber mit starken Instinkten, die Macht und Schönheit und Herrlichkeit genug haben, um mit stolzer, sieghafter Majestät die blödsinnigen Stricke zu zereißen. Und wiederum Weiber mit schwachen Instinkt. Mit einem Wort. Das Nutzvieh, das verkauft werden könne, wie jede andere Ware, das Gehorsam sei, wie jedes andere Hausvieh. Also müsse er das Weib, das ihm ein Kind geboren und nahe zu einem anderen gelaufen sei, sehr hoch schätzen? Das nicht, denn er erkenne keine Wertschätzung. Sie sei nur dahin gegangen, wohin sie ihre Instinkt zog. Und das sei gewiß sehr schön. Nein, das ist hässlich, abscheulich. Hm, wie Sie wollen. Marit wurde sehr gereizt. Und das Fräulein, wie heißt sie doch? Perriere. Ja, dann müsste er doch Fräulein Perriere als das höchste Ideal betrachten. Warum liebe er sie dann nicht? Freilich, in der Tat sei Fräulein Perriere das intelligenteste Weib, das er getroffen. Marit zuckte auf. Dass er sie nicht liebe, komme nur daher, weil das Geschlecht, mit dem man nämlich liebe, völlig unabhängig vom Gehirne sei. Bei der Liebe pflege das Gehirn nicht, um Rat befragt zu werden. Das sind also die Weiber, die Ihnen gefallen? Marit weinte fast. Dies Fräulein Perriere sei eine schlechte Person. Ja, das wissen Sie ganz genau. Ja, 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 so urteilt man vom Standpunkt der Formel und des Katholizismus. Beide schwiegen. Falk war steif und trocken und gab deutlich zu verstehen, dass jedes Reden umsonst sei. Marit litt. Sie fühlte nur die eine Frage, warum er ihr denn gestern alle diese Geschichten erzählt habe von dem Weibe, das an ihm wie eine Glätte hänge. Die Mutter ist also von dem Kinde weggelaufen. Falk, seien Sie offen. Ich habe mich die ganze Nacht damit gequält. Ich bitte Sie sehr darum. Warum muss sie denn das durchaus wissen? Ja, ich muss, ich muss. Falk sah erstaunt zu ihr auf. Ja, ich habe Ihnen doch gesagt. Übrigens, wie könnte mich ein anderes Weib pflegen, wenn sie bei mir wäre. Marit beruhigte sich. Er hatte also kein Weib um sich. Sie war ihm fast dankbar. Von Zeit zu Zeit sah sie ihn an. Sie hatte etwas in ihrem Blick, etwas von einem Kinde, das abbitten möchte, aber zu stolz dazu ist. Falk sah hartnäckig zu Boden. Sie kamen an die Gartentür. Ob er nicht zu Abendessen bleiben wolle, Papa werde sich sehr freuen. Papa habe sie gebeten, ihn zurückzuhalten. Er habe so vieles mit ihm zu besprechen. Aber Falk konnte unmöglich bleiben. Er war sehr höflich, aber eisig kalt. Dann ging er, nachdem er sich korrekt verbeugt hatte. Marit sah ihm lange nach. Jetzt müsse er sich doch nachher umdrehen. Falk ging und sah sich nicht um. »Mein Gott, mein Gott«, seufzte Marit qualvoll auf, »was habe ich ihm denn eigentlich getan?« Sie ging in ihr Zimmer hinauf und zündete das Öllämpchen vor dem Bilde Marias an. Dann kniete sie nieder und warf sich auf den Boden vor dem mild lächelnden Antlitz der wundertätigen Jungfrau. Ende von Abschnitt 7 Erich Falk ging nicht in die Stadt. Er bog von der Landstraße ab und ging an dem See entlang. Drüben dämmerte der Wald in ein tiefes Dunkel hinein, und der See lag so klar und weich, ganz erfüllt von den ruhigen Reflexen der Abendröte. Falk blieb stehen. Wie konnte er nur so schnell vergessen, was er gestern gesprochen. Die ganze Geschichte wurde nun zu einer lächerlichen Komödie. Ja, zu einer dummen, knabenhaften, ungeschickten Komödie. Aber Marit, hm, vertraute ihm ja blind. Nein, sie hatte nichts gemerkt, sie glaubte an alles, was er sagte. Nein, sie würde selbstverständlich eine willkürliche Absicht nicht im Geringsten vermuten. Falk beruhigte sich wieder. Er legte sich am Ufer hin und schaute gedankenlos auf den See. In seinem Gehirn gärte eine dunkle Masse von Gedanken. Nur hin und wieder zuckten einzelne Assoziationen, Bilder, abgerissene Schlagworte in ihm auf. Und wieder fing er an zu gehen, langsam, angestrengt. Er wollte sich auf etwas besinnen, er musste sich aufraffen, an etwas zu denken, ja, sich etwas ganz klar zu machen. Es dunkelte. Von den benachbarten Dörfern schimmerten schon winzige Lichterchen herüber. Ab und zu hörte er ein Wagengeklapper auf der Landstraße. Dann horchte er auf das Gezirpe der Häupferchen und auf das Gequark der Frösche in den Teichen. Ja, was wollte er denn eigentlich? Er war doch kein gewerbsmäßiger Verführer. Er hatte niemals nach dem lächerlichen Ruhm getrachtet, ein Weib zu verführen, nur um sie zu besitzen. Nein, das war es nicht. Seine Gedanken wollten sich nicht weiter bewegen. Er setzte sich hin auf den Rasen und schaute hinüber nach dem schwarzen Waldsaum. Etwas dämmerte in seiner Seele und allmählich stieg ein Bild in ihm auf, das Bild einer Frau mit ihrer Grazie, dieser verfeinerten Grazie aussterbender Adelsgeschlechter. Ihm war, als strecke sie ihm ihre schmale, lange Hand entgegen und sehe ihn so lieb, so gut mit ihren Augen an. Ja, das war seine Frau, Fräulein Perriere. Falk lächelte, war aber gleich wieder ernst. Er liebte sie. Sie hatte die große Mannesintelligenz, die alles verstand, die sogar ihn verstanden hatte. Sie hatte die große, feine Schönheit, nach der er so lange, so lange gesucht. So stand sie. Falk vergegenwärtigte sich ihrer Bewegung. Damals, das erste Mal, das Zimmer im mattroten Halbdunkel. Gott, wie schön sie war. Er hatte damals gleich verstanden, dass er sie lieben musste, und er liebte sie. Ja, ganz gewiss, jetzt sehnte er sich nach ihr. Jetzt möchte er in dem großen Lehnstuhl an seinem Schreibtisch sitzen und sie auf seinen Knien halten und ihre Arme seinen Hals umschlingen fühlen. Wie kam es nur, dass er Marit niemals vergessen konnte? In dem tollsten Liebesglück sah er plötzlich das Gesicht seiner Frau in ein fremdes Übergehen, in ein kleines, schmales Kindergesicht. Er sah es sich allmählich verwandeln, bis er es plötzlich erkannte. Das war Marit. Und dann konnte er unaufhörlich dies Gesichtchen anstarren und fühlte, wie seine Hände schlaff wurden und seine Gedanken sich in die Vergangenheit zurückfanden. In die Zeit, die er mit Marit verbracht, als er gerade vor einem Jahr in die Heimat gekommen war und sie dort zum ersten Male getroffen hatte. Und wieder fühlte er deutlich die Erschlaffung in seinen Gliedern. Und wieder fühlte er die seltsame Sehnsucht nach dieser Liebe, die doch nur Schmerzen geben konnte, diese unerhörte Qual, ein Weib zu begehren und es nicht besitzen zu können. Wie glücklich war er mit seiner Frau, bevor er Marit gesehen hatte. Und nun stand sie zwischen ihnen und machte ihn traurig und wütend, weil er sie immer überwinden musste. Immer von Neuen in sich töten, wollte er zu seiner Frau gelangen. Warum war er nur wieder hergekommen? Was wollte er von Marit? Warum belog er sie? Warum quälte er sie? Wozu spielte er die ganze Komödie? Ja, wenn er das begreifen könnte. Er wollte doch etwas. Er musste doch einen Zweck haben. Irgendwo hinter allem Bewusstsein, hinter aller Logik, musste der verborgene Zweck doch liegen, der für seinen Willen im Unbewussten ausgesteckt war. War es das Geschlecht, das im Verborgenen auf ein neues Opfer lauerte? Nein, das war unmöglich. Nein, es wäre eine unerhörte Schurkerei, ein Kind zu zerstören, diese reine Taubenseele zu beschmutzen. Nein, das würde er niemals. Ja, doppelt, tausendfach unmöglich. In zwei Wochen kehrte er ja zu seiner Frau zurück. Er würde ja sonst in die scheußlichsten Konflikte mit seinem Gewissen kommen. Ja, das ekelhafte Gewissen. Da drüben in Paris zu sitzen und fortwährend zu denken, jetzt liegt sie ausgestreckt am Boden und windet sich und fleht Gott um Gnade an. Nein, nicht eine Minute würde er Ruhe haben. Nein, das wäre zu schrecklich. Er stand auf und ging langsam weiter. Es war inzwischen dunkel geworden und über den Wiesen stiegen leuchtende Nebel wie mächtige Rauchwolken dampfend und bogend empor. Falk blieb stehen, sah in dies mehr, das alles überflutete und sann nach über etwas, worauf er sich nicht besinnen konnte. Er fühlte sich in seinem Kopf wie gelähmt. Über die eine Frage, was er denn eigentlich wolle, konnte er gar nicht hinüberkommen. »Marit«, sah er plötzlich vor sich. »Ja, sie sah herrlich aus, wie sie da auf dem Steine saß, mit dem wunderbaren roten Widerschein von der Krempe ihres großen Sommerhutes. So schlank, so fein.« In seiner Seele begann ein heißes Beben. Er hörte das leise Stammeln des Geschlechtes. »Nein, das Gewissen, mein Gott Falk, musste lächeln. Der große Übermensch, der starke, mächtige, ohne Gewissen. Nein, der Herr Professor hatte die Kultur vergessen, die tausend Jahrhunderte, die sich abgemüht, es zu erzeugen. Mit dem Verstande freilich ließ sich alles wegbeweisen. Mit dem Verstande sollte man ja auch logisch genommen alles überwinden können, selbst sein Gewissen. Aber man konnte es dennoch nicht. Was nützte ihm all sein Verstand? Hinter jeder Logik klauerte doch immer wieder das furchtbar Unlogische, das doch endlich siegte. Und wieder dachte Falk an Marit und seine Liebe zu ihr. Ja, ihn interessierte das am Ende nur. Dieser, sein Fall. Dieser Fall von Doppelliebe war wirklich äußerst interessant. Das war ihm klar, er liebte beide, ja ganz zweifellos. Er schrieb doch die wütendsten Liebesbriefe an seine Frau und belog sie nicht. Und zwei Stunden später sagte er Marit, dass er sie liebe. Und belog weiß Gott auch sie nicht. Jetzt fing Falk an zu lachen. Aber hinter dem Lachen fühlte er einen beißenden Schmerz, eine merkwürdig giftige Wut. Freilich hatte er das Recht, Marit zu lieben. Warum nicht? Wer hatte es ihm verboten? Wer hatte ihm, ihm etwas zu verbieten? Sollten Moralgesetze, die von rohen Menschen, von dummen, unpsychologischen Gesichtspunkten ausgemacht waren, bindender sein als die Macht seines Empfindens? Warum sollte er sie nicht verführen, wenn er sie begehrte? Warum sollte er sie nicht besitzen, wenn er sie liebte, und sie ihn? Ja, sie liebte ihn doch. Was also verbot ihn seinen Willen? Moral? Heiliger Himmel, was ist Moral? Er kannte keine Moral, außer der seines Empfindens. Und in diesem, seinem Empfinden, war kein einziges Gesetz enthalten, das den Willen anderer Menschen hätte bestimmen wollen. Er fuhr auf. Von einem nahen Hofe her bellte ein Hund, und bellte immer lauter und heftiger. Dumme, idiotische Bestie. Falk bog in einen Wiesenpfad, der an den Kirchhof vorbeiführte. Auf dem Kirchhof rauschten die Blätter der Silberpappeln mit ihren unheimlichen Ernsten. Aus dem Dunkel hoben sich die weißen, marmornen Grabplatten wie Gespenste ab. Es war so furchtbar ernst. Dies unheimliche Rascheln der Bäume. Es war da ein Ton, der ihn an das Klappern von Totengrippen erinnerte. Ihm wurde sehr unangenehm zumute. Lächerlich, dass diese idiotischen Fabeln, die das Volk um das Leben der Toten spinnt, auf sein Gehirn noch wirken konnten. Ja, nun, er war so nervös. Seine Gedanken verwirrten sich immer mehr. Nein, er war zu müde. Er konnte keinen einzigen Gedanken logisch zu Ende führen. Wozu auch? Ja, wozu denn diese blödsinnige Logik? Das, was in seiner Seele tätig war, das hinter allem Bewusstsein lag und das er nicht kannte, das hatte ja doch eine eigene Logik, die so grundverschieden war von dieser dummen Bewusstseinslogik, und sie über den Haufen war. Vor ihm tauchten jetzt die weißen Mauern des Klosters auf. Er blieb stehen und starrte sie an. Es war da drin doch ein sonderbarer Pulsier. Er dachte an die grausigen Geschichten, die man ihm als Kind über die Zisterzienser, denen das Kloster vor Zeiten gehörte, so oft erzählt hatte. Ja, vor einem Jahr kam sie auch aus einem Kloster. Da war sie erzogen worden. Erzogen! Ha, ha, ha! Falk wurde wütend. Die Klosterweiber haben sie zerstört. Ja, zerstört. Jetzt geht sie umher in den eisernen Wickelbanden. Jetzt hat sich ihre Seele in die Nabelschnur des Katholizismus verwickelt und erwürgt sich da drin. Das arme, missgeborene Kind. Warum hat sie nicht den Willen? Sieh hier, ich liebe dich, nimm mich. Ja, ja, ja. Wieder die blödsinnige Logik des Verstandes. Und doch, er werde stärker sein als alle ihre Religionen. Er werde schon dies giftige Kraut der Christenmoral aus ihrer Fantasie ausjählen. Er werde sie zwingen, sie müsse ihm gehorchen. Er werde sie freimachen, ja, frei. Und sich auch. War er nicht ein Sklave? Ja, ein dummer Sklave seines Weibes, seines Gewissens, dummer alter Vorurteile, die jetzt wie Regenwürmer im Frühling aus ihren Löchern krochen und ihn peinigten. Oh, sie werde schon sehen, wer mächtiger sei, er oder der gekreuzigte Rabbi. Falk fühlte eine ungeheure Energie in seinem Gehirn anschwellen. Er beschleunigte seine Schritte. Schließlich lief er fast. In Schweiß gebadet kam er nach Hause. Seine Mutter erwartete ihn noch. Aber gute, liebe Mutter, warum bist du denn noch auf? Ja, sie habe immer solche Angst, wenn er die Lampen auslösche. Es passiert so viel Unglück damit. Sie wolle es lieber allein tun. Aber du kannst doch unmöglich eines jeden Abends nach Paris kommen, um mir die Lampen auszublasen. Nein, das wolle sie auch nicht. Schließlich habe er auch recht, aber die Mutter... Ja, ja, die Mutter, das ist schön, eine Mutter zu haben. Falk küsste ihr beide Hände. Übrigens, Mama, hast du etwas Kognak? Ja, den habe sie schon. Aber wozu wolle er so viel trinken? Es sei doch schrecklich, sich daran zu gewöhnen. Ob er sich denn nicht an die Schäferfrau erinnere, die Delirium bekam? Falk lachte. Nein, er wolle sich nicht gewöhnen. Er habe nur etwas Fieber und möchte die Temperatur ein wenig herabsetzen. Die Mutter holte Kognak. Falk dachte inzwischen nach. Plötzlich erhob er sich. Ein Entschluss zuckte durch sein Gehirn. Ja, Mama, ich will dir etwas erzählen. Ich habe es dir so lange verheimlicht, aber schließlich fing es an, mich zu quälen. Du musst mir nur versprechen, mich ruhig anzuhören und nicht zu weinen. Falk trank ein Glas Kognak. Seine Mutter sah ihn ängstlich, verwundert an. Ja, das verspreche sie ihm. Also, Mama, ich bin verheiratet. Die alte Frau sah aus einem Moment ganz starr. In ihren großen, klugen Augen blitzte ein Schreck auf. Du, Erik, solchen Unsinn darfst du mit mir nicht treiben. Das sei aber so sicher, wie er hier sitze. Er habe sich verheiratet, weil er das Mädchen, nein, es sei eine Dame aus vornehmer Familie, geliebt habe. Und so seien sie aufs Standesamt gegangen und hätten einen Ehekontrakt gemacht. Ohne Kirche? Ja, freilich, wozu brauchten sie Kirche? Seine Ansichten kenne ja Mama. Er habe sie niemals verborgen. Übrigens sei seine Frau Lutheranerin. Lutheranerin! Die alte Frau schlug die Hände zusammen und in ihre Augen traten große Tränen. Aber Falk nahm die Hände der alten Frau und küsste sie und sprach von seinem Glück und von der Schönheit und der Güte seiner Frau. Er sprach schnell, abgerissen. Schließlich wusste er selbst nicht, was er sprach. Aber die alte Frau wurde allmählich beruhigt. Warum er ihr das nicht schon früher gesagt? Wozu denn? Die Ehe habe für ihn keine religiöse Bedeutung. Sie habe nur die Bedeutung eines geschäftlichen Vertrages, um die ökonomische Stellung der Frau zu sichern. Und dann, ja, um die Polizei zufriedenzustellen. Ob er denn mit seiner... Das Wort wollte der Mutter nicht über die Lippen. Seiner so genannten Frau zusammenwohne? So genannten? Falk wurde sehr gereizt. Freilich, die Mutter müsse sich gewöhnen, staatliche Institutionen ebenso wie die kirchlichen zu respektieren. Übrigens bitte er sie innig darum, niemanden, absolut niemanden etwas davon zu erzählen. Das möge er durchaus nicht. Er wolle keine Einmischung in seine Privatangelegenheiten. Das würde er der Mama sehr übel nehmen. Ja, das verspreche sie ihm bestimmt. Schon in ihrem eigenen Interesse werde sie es nicht. Was würden die Menschen dazu sagen? Sie würde sich nicht auf der Straße blicken lassen dürfen. Eine Lutheranerin! Ja, ja, die Menschen. Nun aber muss ich Mama ins Bett legen. Ich werde mit der Lampe so vorsichtig sein wie ein Hypochonder. Gute Nacht, Mama. Gute Nacht, mein Kind. Jetzt fing Falk von Neum an zu überlegen. Er setzte sich. Sein Gehirn arbeitete mit ungewöhnlicher Lebendigkeit. Was trieb ihn eigentlich mit dieser furchtbaren Macht zu, Marit? War es nur geschlechtliches Verlangen? Aber dann gab es tausend schönere Weiber. Er selbst hatte ja viel schönere Weiber gesehen. Viele, die weit stärker seine sexuelle Sphäre hätten erregen müssen, als dies reine geschlechtstaube Kind. Ja, geschlechtstaub, das war der richtige Ausdruck. War es denn wirklich Liebe? Eine Liebe, wie er sie zu seiner Frau empfand? Wie er sie durch seine Frau erst kennengelernt? Das war doch unmöglich. Falk erhob sich und ging im Zimmer auf und ab. Das musste er sich doch endlich mal klar machen. Er bemühte sich, ganz, ganz reinlich zu denken. Mein Gott, er hatte schon so oft denselben Gedanken durchdacht. Immer von Neuem, immer mit neuen Argumenten, mit neuen psychologischen Subtilitäten. Ja, also. Erstens. Er lachte ärztlich auf. Er musste an einen Schulkameraden denken, der immer, wonach man ihn auch fragen mochte, mit Erstens anfing. Aber niemals über das Erstens hinauskommen konnte. Nein, Blödsinn. Ja, ja, damals, das erste Mal, als er Maritz sah. Wie merkwürdig war doch diese Halluzination von Rosenduft und etwas ungeheuer Mystischem. Mit einer rasenden Schnelligkeit wickelte sich damals eine Erinnerung in seinem Gehirne ab, an die er früher niemals gedacht hatte. Er sah ein Zimmer, einen Sarg in der Mitte, Kerzen, große gelbe Kerzen rings um den Sarg, und das ganze Zimmer ganz voll weißer Rosen, die einem betäubenden Geruch ausströmten. Dann sah er, wie sie einen Totenzug nach der Kirche bewegte, an einem schönen Sommerabend. Alle Leute trugen Kerzen, die unruhig hin- und herflackerten. Ja, das sah er. Die Kerze seines Nachbarn wurde vom Winter ausgelöscht. Nun wurde der Sarg auf einen großen, schwarzen Katafalge aufgebahrt. Acht Priester in weißen Gewändern, schwarzen Ornaten und schwarzen Dalmatiken standen herum, und überall hin verfolgte ihn der starke, mystische Rosenduft. Er hörte damals Marit sprechen. Sie ging und kam. Aber die Halluzination wurde er nicht los. Schließlich entdeckte er es. Weiße Rosen hatte Marit in ihrem Haar. Falk grübelte nach. Seine Gedanken kreisten um dieses eine Erlebnis herum. Waren es die weißen Rosen? War es die Erinnerung, die durch die Rosen hervorgerufen wurde? Weshalb hatte Marit gleich von Anfang an diesen starken Eindruck auf ihn gemacht? Wie war das geschlechtliche Empfinden mit dieser Erinnerung verflochten? Was hatte eins mit dem anderen zu tun? Das zweite Begriff war schon viel besser. Da war von Anfang an ein geschlechtlicher Eindruck vorhanden, irgendwo in der Tiefe des stummernden Unterbewusstseins, und wurde nun durch Marits Erscheinung aufgerüttet. Ja, ja, ganz zufällig. Oder auch nicht. Nicht zufällig? Also waren zwischen dem ersten bewussten Eindruck und dem zweiten schon tausend verbindende Zwischeneindrücke, die ihm nicht bewusst geworden. Hm, hm, aber das ist ja gleichgültig. Es handelt sich doch nur um Bewusstes. Ihre Hände waren sich begegnet. Er hatte den Eindruck von etwas Nacktem, das Gefühl eines ganz nackten Mädchenkörpers, der sich an seine Brust anpresste. Ein Gefühl, das über seinen ganzen Körper mit leisem, prickelnden Behaken strömte. Er konnte ganz genau konstatieren, woher es kam. Er war kaum zwölf Jahre alt und badete mit einem Mädchen zusammen. Das tat nämlich alle Kinder hier in seiner Heimat. Das verehrte Publikum, dem er das vielleicht einmal erzählen sollte, durfte durchaus nicht glauben, dass darin etwas Unanständiges läge. Nein, durchaus nicht. Man braucht doch nicht gleich immer überall Unanständigkeiten wittern. Falk wurde ganz wütend. Wie sagt der Hamlet? Den Aussätzigen gibt es. Wer ist nun der Aussätzige? Ich oder das Publikum? Selbstverständlich ihr, Kues Ego. Nun lachte er herzlich. Warum war er eigentlich so wütend geworden? Naja, das Mädchen fiel also in das Loch. Unwillkürlich dachte er an die vielen Löcher und Wirbel in dem heimatlichen See. Seine Gedanken wurden immer flatteriger. Er merkte es plötzlich und bemühte sich, sie auf einen Punkt zu sammeln. Er griff nach dem Mädchen und trug es eng angepresst aus dem Wasser heraus. Wieder fühlte er das heiße Beben in sich. Damals war sein Geschlecht geboren. Falk dachte mit seltsamer Zärtlichkeit an das Mädchen, das in ihm den Mann gezeugt hatte. Merkwürdig. Ja, ja. Aber wie kam es nur, dass er bei Marit, ja wirklich bei Marit, zum ersten Mal nach vielen, vielen Jahren diese Empfindung bekam? Warum nicht bei anderen Frauen? Warum nicht bei seiner eigenen? Das begriff er nicht. Da war wohl auch nichts zu begreifen. Ja, richtig, das war sehr interessant. Sie sprachen viel miteinander. Sie kamen gerade aus dem Kloster und sprachen viel über Religion und Askese. Ja, von Askese und von den Instrumenten zum Flagellieren, die auf dem Markt gekauft werden können. Mit welcher Andacht hatte er auf ihre Stimme gehorcht und musste dabei immerfort an einen wunderbar weichen, unerklärlichen Orgelton in der heimatlichen Kirche denken? Der Ton wurde erzeugt, wenn der Organist zwei Register zog. Er hatte sie oft gezogen. Er liebte sie. Wie hießen sie doch nur? Falk konnte sich nicht besinnen, soviel er auch nachdachte. Es wurde ihm sehr weich ums Herz. Er hörte deutlich diesen einen kombinierten Ton, der ihm schließlich ganz zu etwas Fließenden wurde, ja, zu einer seitig fließenden Masse. Er hatte deutlich die Empfindung von seitenweichen Haaren, in denen er mit beiden Händen wühlte. Er sah Marit vor sich. Nein, nein, er musste zu Ende denken. Das war der Fall, der wichtige, interessante Fall. Also aus drei dummen Eindrücken, die er auch von tausend anderen Weibern hätte empfangen können, war seine Liebe geboren. Das konnte er nicht verstehen. Unmöglich. Der Grund musste doch wohl tiefer liegen. Marit musste doch etwas an sich haben, das in das Innerste in ihm gegriffen hatte. In ein Etwas, worin das ganze Rätsel und Geheimnis seiner Natur lag. Plötzlich wusste er es, ganz gewiss. Das war seine Heimat. Ja, ganz sicher. Marit hatte etwas von seiner Heimat, etwas Weites in der Stirnform. Ja, es war in diesen Formen etwas von dem herben Flachland, das er so unendlich liebte. Diese lächerliche Heimat, die ein Idiot mit ein paar Strichen zeichnen könnte. Warum gott sich gerade in dieser Form sein feinstes, reinstes Empfinden? Warum liebte er sie so, diese Stirne mit den blonden, reichen Haaren, die so einfach, so uneuropäisch einfach gescheitelt lagen? Was ging in ihm vor? War es denn wirklich Liebe? Nein, Unsinn, er liebte nur eine Frau, seine Frau, sein herrliches, sein wunderbares Weib, das ist ein Stück von ihm geworden, Seele von seiner Seele, Geist von seinem Geist. War es also nur das Geschlecht? Ja, mein Gott, dann hätte das idiotische Geschlecht sich doch auf tausend andere Weiber richten können. Es gab von dieser Ware ja hunderttausendfach allein in Paris. Hm. Aber er war ein differenzierter Mensch. Er war die feinste Creme der europäischen Gesellschaft. Ja, er, Herr Erik Falk, die blonde Bestie. Sein Geschlecht war zart und spröde. Es war zu sehr mit seinem Gehirn verwachsen. Es brauchte Seele, und aus der Seele musste es geboren werden. Ja, und? Ja, das heißt, dass ich Marit begehre, dass ich sie haben will, dass ich sie haben muss. Denn so ist mein Wille. Falk fieberte. Er fühlte eine wahnsinnige Sehnsucht nach Marit. Jetzt lag sie da in ihrem Bette, die Hände über der Decke keusch gefaltet, vielleicht das Messingkreuz, das er so oft bei ihr gesehen hatte, in den Händen. Eine Heilige zu besitzen. Das wäre eine merkwürdige Sache. Freilich werde er es tun. Er müsse es tun. Diese unerhörte Sehnsucht fresse an ihm wie ein Gespür. Sie zerstöre ihm seine Ruhe. Mache ihn so nervös und so zerrissen, dass er nicht einmal arbeiten könne. Das müsse er tun. Er habe ein volles Recht dazu. Also bitte, meine Herren, nicht wahr? Recht oder Unrecht existieren nicht. Es sind nur leere Begriffe, die das Verhalten von Müller und Schulze zueinander regulieren. Nun, das weitere kann man sich bei Nietzsche oder Stirner nachlesen. Aber wenn wir von Recht sprechen wollen, und das müssen wir übrigens, um das dumme Gewissen zu beruhigen, das alte Erbstück, das so schlecht zu der modernen Einrichtung passen will, so spreche ich. Ich bin jedenfalls ein Mensch, der weit höhere und größere Bedeutung im Leben hat als ein Kind. Das spreche ich für die, die an Bedeutung und den Ernst des Lebens glauben. Ich bin ein Mensch, der weit raffinierter, weit mächtiger das Leben genießen kann als ein Mädchen, das später nur noch Kinder zeugen und Geflügel züchten wird. Das spreche ich, meine Herren, für die Philosophen. Ich bin ein Mensch, der durch das Mädchen direkt zerrüttet wird. Das für die Ärzte. Und infolgedessen sich in einer Art Notwehr befindet. Dies für die Juristen. Folglich habe ich recht. Dann kommt Herr X und wird sagen, Sie sind ein unmoralischer Mensch. Ich werde ihm darauf antworten, ganz liebenswürdig, mit der einnehmendsten Miene. Wieso, Herr X? Weil Sie ein Mädchen verführt haben. Nur das, nichts weiter. Nun, dann hören Sie. Ich habe Sie nicht verführt, sondern Sie hat sich mir gegeben. Kennen Sie die Stelle im Napoleonischen Kodex, wo über die natürlichen Kinder gesprochen wird? Die kennen Sie nicht? Dann sind Sie ein ungebildeter Mensch. Und Napoleon war mindestens so groß wie Moses. Dann aber hören Sie weiter. Der heiligste Zweck der Natur ist Leben zu zeugen. Und dazu ist geschlechtlicher Umgang nötig. Also, ich wollte diesen Zweck erfüllen, und demnach habe ich im Sinne der Natur durchaus, ja höchst, moralisch gehandelt. Nun kommt Herr Y. Aber, me heißt das auf Französisch, werde ich ihn anbrüllen. Gehen Sie doch zum Teufel, verstehen Sie? Ich bin ich, und damit basta. Falk wurde gereizter und gereizter. Eine wilde Wut staute sich in seinem Gehirn und verwirrte seine Gedanken. Draußen fing das Morgengrauen an. Die Welt floss in dem blauen Morgenrotwunder, und die Vögel begannen zu zwitschern. Falk trang Kognak, rauchte eine Zigarette an und wurde ruhiger. Marit, das gute, liebe Kind, und die Augen, die ihn abwechselnd erschreckt, ängstlich und wieder mit dieser innigen Liebe und Bitte ansahen. Marit, nein, das ist ein schöner Name. Ja, in Christiania hatte er Mädchen gesehen, die Marit hießen. Ja, ja, er erinnerte sich, sie hatte ihm davon erzählt. Marit, der Vater war in Norwegen gewesen und hatte den Namen für das eben geborene Mädchen mitgebracht. Süße, herrliche Marit. Er fühlte ihre Hand auf seiner Stirne. Er hörte ihre Stimme, ihn so heiß, so leidenschaftlich lieben. Mein Erik, mein Erik. Er fühlte sie auf seinem Schoße sitzen, die Arme um seinen Hals geschlungen, ihre knabenhafte Brust an seine Schultern gepresst. Falk trank und wurde immer sentimentaler. Plötzlich stand er auf, schon wieder gereizt. Ich kenne diese verlogene Bestie von Gehirn. Jetzt plötzlich wolle es sein Begehren mit dem Mäntelchen einer sentimentalen Schwärmerei behängen. Das wolle er durchaus nicht. Dafür bedanke er sich. Mille Gratis, Monseu Savo, für deine Dienste. Ich habe sie nicht nötig. Was ich tue, tue ich mit absolutem Bewusstsein. Ich liebe nur einzig allein meine Frau. Und wenn ich Marit besitzen will, so betrüge ich meine Frau nicht. Im Gegenteil. Ich gebe mich ihr wieder. Ganz wieder. Der Himmel warf Brände von Licht in das Zimmer herein. Das Licht der Lampe schrumpfte allmählich zusammen. Falk sah in den Spiegel. Sein schmales Gesicht hatte in dieser Zwitterbeleuchtung etwas Unheimliches. Seine Augen brannten wie in Fieberglut. Er setzte sich auf das Sofa. Er war sehr müde. Lächerlich, wie ihm das dumme Mädchen jetzt plötzlich gleichgültig wurde. Das war ja wirklich merkwürdig. Nicht die geringste Spur von Verlangen mehr. Ja, ja, morgen wird es schon wiederkommen. Aber es ist doch Wahnsinn, sich länger in dieser Atmosphäre aufzuhalten, sich fortwährend in ihrer Nähe zu reiben. Nein, Falk riss sich auf. Er werde gleich heute oder morgen zu seiner Frau fahren, nach Paris zurück. Er sah sich schon im Bahncoupé. Köln, Herrgott, nach einem Tag Reise. Er fühlte eine heiße Unruhe. Es dauere ja eine Ewigkeit. Am liebsten möchte er aussteigen und laufen. Laufen, so schnell er nur könne. Laufen, ununterbrochen. Drei Stunden vor Paris. Zwei Stunden. Er hielt die Uhr in seiner Hand und verfolgte die Zeiger von Minute zu Minute. Noch eine halbe Stunde. Der Atem wurde schwer und heiß. Das Herz schlug wie ein Hammer in seiner Brust. Jetzt fährt der Zug langsam in die Bahnhofshalle ein. Seine Augen überfliegen die Menge. Da, da, in dem gelben Mantel. Er hat sie erkannt. Da steht sie, forschend, suchend, erregt. Und jetzt, sie reichen sich die Hände. Flüchtig. Als hätten sie Furcht vor einem stärkeren Druck. Nun nimmt er ihren Arm und zittert vor Freude. Und sie preßt sich an ihn an, in stummer Seligkeit. Falk wachte auf. Das müsse er tun. Augenblicklich müsse er an sie telegraphieren, dass er sofort komme. Plötzlich fiel ihn eine nervöse Angst. Es kam ihm vor, als ob er überhaupt nicht mehr die Kraft zu einer solchen Reise hätte. Er setzte sich hin und ließ die Arme hängen. Nein, er würde ganz gewiss die Kraft nicht haben. Paris kam ihm vor, irgendwo in China, zwei Jahre von ihm entfernt. Immer weiter rückte es von ihm weg. Merkwürdig, dass er sich auf das Gesicht seiner Frau nicht besinnen konnte. Auf das Gesicht. Ja, Herrgott, Fräulein, Fräulein, wie habe ich sie doch nur genannt? Er fing an, mit den Fingern hin und her zu tappen. Er lief herum, aber er konnte sich nicht besinnen. Eine neue Angst befiel ihn, wie wenn er aufs Schafott gehen müsse. Er hatte doch den Namen schon irgendwo früher gehört, gelesen oder so etwas. Ja, irgendwo im Figaro, in den Verhandlungen der französischen Kammer. Na endlich, er atmete tief auf Fräulein Perrier. Er fühlte beinahe Freude. Ihm wurde es sehr leicht. Dann wurde er wieder unruhig, sehr unzufrieden mit sich. Nein, diese idiotische Komödie. Wenn man lügt, so sollte man sich wenigstens nicht auf Lügen ertappen lassen. Nun hatte er sich verraten. Marit musste ihn für einen Lügner halten. Vielleicht nicht, nein, unmöglich. Marit würde sich eher den Kopf abhauen lassen, ehe sie ihn für einen Lügner hielt. Unmöglich. Sie glaubt, dass ich betrunken war. Daran ist sie von ihrem Papa gewöhnt. Im Zimmer wurde es ganz hell. Nun müsse er sich legen. Er war sehr müde und wie sein Kopf brannte. Die Finger ganz heiß. Etwas Kühlendes. Ja, jetzt ihre Hände auf seiner Stirn. Wessen Hände? Er lachte höhnisch über sich selbst. Marits Hände. Selbstverständlich Marits Hände hätte er jetzt auf seiner Stirn fühlen mögen. Marits Hände. Draußen hörte er das laute Gezwitscher der Vögel. Er riss das Fenster auf. Eine kühle Luftwelle schlug in das Zimmer. Das tat ihm wohl. Er sah den dünnen Nebel von den Wiesen schwinden. Die Wiese lag ganz grün. Nein, violettgrün. Falk freute sich über den Ausdruck. Und oben, ganz oben, weiche, lichte, sonnengetränkte Wolken von Nebel. Unten in den Gärten, die an die Wiese stießen, sah er Baum an Baum in weißer Blütendracht. Ein großes, wallendes Meer von Weiß. Und auf der Wiese ganze Oasen von gelben Ranunkelblüten. Ende von Abschnitt 8 Abschnitt 9 von Wumus Sapiens Roman-Trilogie von Stanislaw Pschibischewski Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Teil 2 Unterwegs Viertes Kapitel Falk sprang auf. Er war angekleidet auf dem Sofa eingeschlafen. Das durch die Baumschatten des Gartens gedämpfte Tageslicht fraß an dem übernächtigten Gesicht und verlieh ihm den Ausdruck einer großen, ruhigen Traurigkeit. Seine Mutter stand vor ihm und wollte ihm ein Kissen unter den Kopf schieben. Gott, was für einen furchtbaren Traum ich gehabt habe. Aber liebes Kind, du ruinierst dich ja vollständig, wenn du ganze Nächte über aufbleibst. Nein, im Gegenteil, Mama. Ich habe sehr gut geschlafen. Ich war nur so müde, dass ich gleich da, wo ich saß, einschlief. Das können nämlich gewisse Naturen ganz vorzüglich. Ich habe von einem Briefträger gehört, der am Gehen schlief und dabei 90 Jahre alt geworden ist. Übrigens, Mama, ich werde in diesen Tagen reisen. Es ist für mich von großer Wichtigkeit, dass ich so schnell wie möglich nach Paris komme. Das konnte die Mutter nicht begreifen. Warum er denn überhaupt gekommen sei, diese lange Reise, um ein paar Tage zu bleiben? Seine Frau werde doch ein paar Wochen ohne ihn leben können. Könne er denn seiner alten Mutter nicht die Freude gönnen und noch wenigstens zwei Wochen bleiben? Ja, das möchte er sehr gern. Mama wisse doch genau, wie sehr er sie liebe. Aber er könne unmöglich länger bleiben, er... In diesem Augenblick klopfte es an die Tür. Marit trat verwirrt herein. Sie begrüßte die Mutter, indem sie ihr den Arm küßte. Falk reichte ihr mit zeremonieller Verbeugung die Hand. Marit wurde noch verwirrter. Frau Falk dürfe es ihr nicht übel nehmen, dass sie so früh störe. Aber sie sei zur Frühmesse mit Papa gekommen. Und Papa habe noch etwas in der Stadt zu besorgen. Frau Falk entschuldigte sich zehnmal, dass noch nicht aufgeräumt sei. Aber Erik, der Faulpelz, habe bis jetzt geschlafen. Denken Sie sich vor, Frau Falk fort, er ist hier im Speisezimmer eingeschlafen, anstatt sich ordentlich ins Bett zu legen. Übrigens ist das sehr gut, dass Sie gekommen sind, Marit. Sie müssen mir helfen, Erik zurückzuhalten. Er will durchaus wegfahren. Marit sah erschrocken auf. Wie, Sie wollen schon fahren? Ja, das müsse er ganz entschieden. Er müsse anfangen, ein wenig zu arbeiten. Er könne hier nichts tun. Marit saß wie erstarrt und sah mit weiten, ängstlichen Augen auf Falk. Übrigens habe es gar keinen Zweck, dass er so müßig da sitze. Das Leben sei hier so eng, so unausstehlich eng. Ja, Mama, teure Mama, du darfst mir das nicht übel nehmen. Aber ich bin an das Weide, Große, Freie, der Großstadt gewöhnt. Ich kann nicht ertragen, dass die Menschen hier sich nach mir umsehen und mich anklotzen. Und dann diese Enge, diese Enge! Marit saß nachdenklich da. Es schien, als ob sie nichts hörte. Ja, ja, Sie müssen nun gehen. Herr Falk werde doch jedenfalls zur Abschiedsvisite kommen. Aber sie durfte nicht gehen. Frau Falk deckte den Tisch und brachte den Kaffee. Falk und Marit saßen sich gegenüber. Frau Falk ließ ihre klugen, grauen Augen von dem Sohn zu dem Mädchen schweifen. Falk grübelte. Plötzlich richtete er seine Augen auf Marit und betrachtete sie aufmerksam. Es ist doch sonderbar, was Sie für eine merkwürdige Ähnlichkeit mit einem Mädchen haben, das ich in Christiania getroffen habe. Falk sprach ganz trocken, im Berichtenden der Potterton. Sie war furchtbar lieb und um die Stirn hatte sie eine Flut von rot-blonden Haaren. Das sah wie die nordische Frühlingssonne aus. Übrigens sehen Sie ziemlich angegriffen aus, Fräulein Marit. Es ist sonderbar, dass Ihr gar nicht froh werden könnt. Das macht wohl Eure Religion, die Fröhlichkeit für eine Sünde hält. Falk betonte höhnisch, das Eure. Nein, nein, Mama brauche gar nicht so empführt zu sein. Er meine es nur so ang passant. Wieder entstand ein Stillschweigen. Frau Falk sprach von ihrem verstorbenen Mann, wobei ihr die Tränen in die Augen traten. Marit erhob sich. Sie müssen jetzt gehen, Sie können auf Papa nicht warten. Bei ihm dauerten fünf Minuten immer eine Ewigkeit. Und Sie habe jetzt, wo Mama im Bade sei, sehr viel zu tun. Falk erhob sich gleichfalls, ob er sie begleiten dürfe. Ein Spaziergang würde ihm sehr gut tun. Und es sei gleichgültig, ob er die Richtung nach Johannistal oder mit Marit nach Elbesfelde einschlage. Ja, wenn es ihm Vergnügen mache. Lange gingen sie stillschweigend nebeneinander. Falk hatte den Hut in die Augen gedrückt, hielt nachlässig die Hände in den Taschen und schien tief über etwas nachzudenken. Und wieder sah Marit einmal über das andere zu ihm auf. Aber er schien es durchaus nicht sehen zu wollen. Ist es wirklich wahr, dass Sie fahren wollen? Falk sah sie an, als hätte er sie nicht verstanden. Mit kaltem, müdem Blick. Ach so, fahren, freilich. Ja, gewiss. Was soll ich denn hier machen? Sie dürfen nicht glauben, dass es ein Vergnügen sei, sich in Ihrer Nähe zu quälen. Davon habe ich jetzt genug. Ja, ich will fadern. Vielleicht heute schon. Übrigens ist mir alles egal. Und wahrscheinlich werde ich tun, was mir gerade einfallen wird. Über Marits Wangen liefen zwei große Tränen. Das dürfe er nicht tun. Alles sei Lüge, was er ihr von Liebe spreche. Das könne ein Mensch, der liebt, nicht tun. Aber um Himmels Willen, sagen Sie mir, was Sie von mir wollen. Ja, sagen Sie nur. Sie wissen doch sehr gut, dass Sie mir das größte Glück geben könnten, wenn ich Sie nur küssen dürfte. Das erlauben Sie nicht. Ich will mit Ihnen von etwas sprechen, das in mir wühlt. Das darf ich auch nicht. Also was, was? Marit weinte. Sie haben ja gesagt, dass ich Sie nicht lieben darf, dass Sie mir nichts geben können. Sagten Sie nicht, dass Sie unmöglich von mir Liebe nehmen könnten? Gott, ich habe Ihnen ja erklärt, warum ich das sagte. Übrigens, wenn auch Hindernisse vorhanden wären, verstehen Sie nicht das unendliche Glück des Augenblickes? Marit sah ihn erstaunt an. Was wollen Sie, was wollen Sie von mir? Sprechen Sie ganz offen. Was ich will, was ich will. Tja, weiß ich. Ja, Sie wollen mich verderben. Sie wollen mich ins Unglück stürzen, um dann wegzufahren, nicht wahr? Verderben. Unglück. Engländer wollen das Glück. Lächerlich, ekelhaft, dieses satte Glück von Müller und Schulze. Können Sie nicht begreifen, dass das höchste Glück in einer Sekunde liegt? Dass es ekelhaft ist, im ewigen Glück herumzuplanschen? Was ich von Ihnen will, zwei, drei Stunden Glück und dann weg, weit weg. Das Glück ist schamhaft. Man entehrt es, macht es unanständig, wenn man es lang genießt. Gott, quälen Sie mich nicht zu furchtbar. Ich kann es nicht aushalten. Wollen Sie denn, dass ich zugrunde gehe? Nein, das will ich nicht. Sprechen wir nicht mehr davon. Es ist ja Wahnsinn, dass ich immer um den einen Gedanken herumgehen muss. Das will ich nicht mehr. Ich will nichts mehr sagen. Ich will gut zu Ihnen sein. Ganz gut. Sie müssen nur nicht weinen. Nein, das dürfen Sie nicht. Falk war ganz verzweifelt. Ein tiefes Mitleid wirkte ihn. Ja, ja, weinen Sie nicht. Ich werde gut sein und vernünftig und sehr lustig. Soll ich Ihnen etwas sehr Schönes erzählen? Ja, das soll er. Sie höre ihn so gerne. Eine Weile verging. Nun, ich hatte heute einen merkwürdigen Traum. Wissen Sie, als mein Papa noch lebte, hatten wir ein kleines Gut, dicht an der russischen Grenze. Gleich hinter unserer Scheune stand der russische Grenzbeamte. So geschah es, dass ein Knecht Getreide gestohlen hatte. Mein Vater war ein wilder, strenger Mann. Er hat mich maßlos geprügelt. Besser wurde ich wahrhaftig nicht davon. Im Gegenteil, ich hasste ihn so redlich, wie nur eine Kinderseele hassen kann. Nun hatte aber mein Vater den Diebstahl und den Dieb entdeckt. Alle Knechte wurden aus dem Dorfe zusammengerufen und der Schuldige vor den Vater gestellt. Hast du gestohlen? Ja, antwortete trotzig der Knecht. Willst du ins Gefängnis kommen oder dreißig Peitschniebe empfangen? Ohne einen Laut legte sich der Knecht auf die Erde und die Exekution begann. Schlag gut zu, sonst wirst du selbst geprügelt, schrie mein Vater dem Kutscher zu. Und der Kutscher schlug mit der starken, ochsenledernden Peitsche, so viel er Kraft hatte. Nun schlag du, rief er einem idiotischen Viehknecht zu, dessen breites Gesicht sich zu einem behaglichen Grinsen verzerrte. Ein Hieb, so wuchtig, so furchtbar wuchtig. Aber mein Gott, seien Sie doch nicht so furchtbar empört, mein Fräulein. Bis jetzt ist alles in Ordnung. Also ein furchtbarer Hieb sauste auf den Körper des Unglücklichen. Er sprang auf, fletschte mit den Zähnen und legte sich wieder. Die umstehenden Knechte lachten laut auf, in heller Freude. Das hat der Viehknecht gut gemacht. Ja, er hat Kräfte wie ein Goliath. Noch ein Hieb. Noch zwei, drei, vier, fünf. Ich schrie, ich raste in mein Versteck, ich kratzte den Boden mit den Fingern. Ich stopfte mir die Ohren mit Erde voll, um nichts zu hören. Ja, ja, als Kind ist man so blödsinnig mitleidig. Die Exekution war zu Ende. Der Knecht erhob sich und fiel wieder um. Er konnte nicht gehen. Um ihn herum brach das Menschenvieh in helles Gelächter aus. Aber der Knecht hatte unerhörte Willenskraft. Er erhob sich doch und schleppte sich zum Hof hinaus. Mein Vater war zufrieden und setzte sich zum Frühstück. Ich erinnere mich, er aß viel und gut. Ich hätte wie eine Wildkatze auf ihn springen, ihn zerreißen mögen. Aber begreiflicherweise ließ ich das. In der Nacht brannte unser Hof an allen Fähigen. Ich sprang aus dem Bett und freute mich darüber, wie ich mich in meinem Leben nicht gefreut habe. Nun war mein Vater bestraft. Die Türen der Ställe wurden aufgelissen, das Vieh wurde herausgebracht. In diesem Augenblicke trat meine Mutter ins Zimmer und der Traum war zu Ende. Marit war ganz erschüttert. Hat sich denn das in Wirklichkeit so zugetragen, oder war alles nur Traum? Nun, das ist ja gleichgültig. Das Interessante ist nur die Arbeit des schlafenden Individualbewusstseins. In dem Augenblick, als die Mutter die Tür aufmachte, hat das nicht schlafende Bewusstsein die ganze Erinnerung mit einer unerhörten Schnelligkeit abgewickelt. Daran ist übrigens nichts Merkwürdiges. Hippolytein erzählte von einem Manne, der während einer Ohnmacht, die nur zwei Sekunden dauerte, ein Leben von 50 Jahren durchlebte. Das konnte Marit nicht verstehen. Das ist auch gar nicht nötig, dass Sie es verstehen. Brasserie vous, ich verstehe es auch nicht. Nun traten zu der ursprünglichen Erinnerung andere Eindrücke, und das alles hat sich so miteinander zu einem Traum verflachten. Marit gab sich nicht zufrieden. Falk soll ihr das näher erklären. Nein, Fräulein Marit, Sie werden nicht klüger dadurch. Sie müssen nur zugeben, dass die Seele ein anderes Ding ist, ganz anders, als sie sich in den rohen, ungebildeten Gehirnen der Kirchenväter widerspiegelte. Hören Sie nur weiter. Ja, also das zum Beispiel, dass der Körper des Knechtes in meinem Traum sich wand- und aufschnellte, das kam wahrscheinlich von einem anderen Eindruck her. Sie wissen doch, dass ich Naturwissenschaften studiere. Ja, damals arbeitete ich im physiologischen Laboratorium. Und habe eine Unmenge Frosche und Kaninchen bewisze ziert. Ich musste es nämlich tun, und ich habe die Tiere immer noch kolisiert. Aber einmal habe ich einen lebendigen Frosch vorgenommen, ihn mit Nägeln auf ein Brett befestigt und nun die Brust- und Bauchhöhle geöffnet. Der Frosch zuckte so stark, dass er an den Nägeln bis an die Nagelköpfe herauf rutschte. Nun schnitt ich ihm das Herz heraus. Das wollen Sie nicht hören. Im Gut sprechen wir von etwas anderem. Ob ich grausam bin? Nein, durchaus nicht. Aber es wäre blödsinnig, menschliches Schmerzbewusstsein in eine tierische Psyche zu verlegen. Oder mein Empfinden mit dem Empfindungsmaßstab der rohen Knechte zu messen, die mit herzlicher Freude der unmenschlichen Exekution an einem ihrer Brüder zusagen. Jetzt schwiegen sie beide. Sie kamen an einen kleinen Hain, der einen kleinen Abhang hinab bis an den See reichte. Es war heiß und drüben im Wald zitterte und flirrte der Mittag. Alles verschwamm in der sengenden Hitze. Der See lag schlaff und still. Eine drückende Ruhe war über die ganze Gegend gebreitet. Ob sie sich nicht etwas hinsetzen möchte? Er wollte sie ganz gewiss nicht belästigen. Er werde sich in respektabler Entfernung hinsetzen. Er legte sich im Moos lang hin. Sie saß drei Schritte weiter auf einem Stein und spielte nervös mit ihrem Sonnenschirm. Plötzlich setzte er sich auf. Warum sie denn eigentlich in die Kirche gehe? Habe sie denn nicht so viel Stolz, dort nicht hinzugehen, wo all der Pöbel hinlaufe, wo es übel rieche und die Brunst nach Glück, sich so offen und so schamlos in Gebeten an den allermächtigen Herrn offenbare? Marit dachte nach, wie sie einmal von dem schlechten Geruch und dem Schweiß all der Menschen ohnmächtig geworden war, wie man sie dann in die Sakristei getragen und ein ekelhafter Kerl ihr dort die Taille aufgerissen hatte, damit sie zu sich kamen. Ach, war das abscheulich! Aber sie schwieg. Verstehe sie denn nicht, dass darin etwas stark Verrohendes liege? Nein, das verstehe sie nicht und wolle es auch nicht verstehen. Die Religion sei ihr einziges Glück, ihre einzige Zuflucht. Ach so, sagte Falk gedehnt, sehr gut, sehr gut. Falk schien furchtbar müde zu sein. Er legte sich wieder lang ins Moos und machte die Augen zu. Auf seinem Gesicht spielten die Schatten der Sträucher ineinander. Es war der Entzug seltsamen Leidens. Marit dachte nach. Er war ein furchtbarer Mensch. Die Vorstellung der schweißriechenden Kirche wurde ihnen eher stärker und stärker. Ein Ekel überkam sie, der wuchs und wuchs. Sie verstand es nicht. Hatte er recht? Ja, und dann das ewige Herleiern von Gebeten. Sie wagte es nicht weiter zu denken. Gott, Gott, was er noch aus ihr machen werde. Auf Falks Gesicht wurde der Zug des Leidens deutlicher und deutlicher. Jetzt hätte sie sich ihm ans Herz werfen mögen und mit der Hand die grässliche Falte des Leidens glätten. Wie sie ihn glücklich sehen möchte. So glücklich, so glücklich. In Marits Augen zitterten Tränen. Mein Gott, Falk! Aber weiter kam sie nicht. Falk richtete sich erstaunend auf. Sie sah beschämt zu Boden und kämpfte mit den Tränen. Eine rollte nach der anderen herab. Falk rückte näher an sie heran. Sie schienen plötzlich aufstehen zu wollen. Nein, Herrgott, sie brauche keine Angst vor ihm zu haben. Durchaus nicht. Wenn er etwas haben wolle, müsse man es ihm freiwillig und mit Freude geben. Nein, von selbst nehme er nichts. Nein, er habe nicht die geringste Absicht, sie anzurühren. Sie könne ganz ruhig sein. Er starrte auf den See und die flirrende Mittagssitze drüben im Walde. Marit suchte wieder, das Gespräch anzuknüpfen. Warum er eigentlich gestern so schlecht zu ihr gewesen sei. Schlecht? Nein, was Sie sagen. Falk gähnte. Schlecht? Durchaus nicht. Nur betrübt sei er gewesen. Er liebe sie. Er wolle, dass sie sich in seinen Geist einlebe. Ein Stück von ihm werde. Aber im Gegenteil. Alles, was er verachte, was er für niedrig und dumm halte, das verehre sie. Alles, was er ihr sagen wolle, das könne sie nicht anhören. Er, der Freie, der Herr, könne selbstverständlich nicht ruhig ansehen, wenn das Weib, das er so unaussprechlich liebe, in so elend, niedriger Sklaverei hinlebe. Er, der für sich selbst Gott und das oberste Gesetz sei, werde ganz krank, wenn er sehe, wie jede ihrer Handlungen durch irgendeine Formel von vornherein bedingt sei. Ja, das verdirbt, zerstört sie mir, sprach er erregt. Sie lösen sich dadurch völlig von meinem Gehirne los. Geben Sie Almosen, so weiß ich ohne weiteres, Sie tun es, weil es in Ihrem Gesetzbuch steht. Seid mitleidig, auf das Ihr ins himmlische Königreich kommt. Gehen Sie zu einem Kranken, weiß ich wieder, dass irgendeine Formel Ihnen was Schönes dafür vorspricht. Für alles werden Sie entschädigt, für alles bezahlt. Fühlen Sie nicht das Niedrige, das Gemeinde dieser Handlungsweise, alles nur um des Lohnes willen, alles nur der lächerlichen, eingebildeten Freuden willen, die Sie einst im Himmelreich erwarten, ekelhaft. Marit wurde ganz blass. Falk geriet in Wut. Tun Sie doch etwas, weil Sie es müssen, nicht weil Sie es sollen. Schmeißen Sie weg, was Ihnen nicht genehm ist. Seien Sie doch Sie, nur Sie, Sie, die herrliche, wunderbare Marit. Ja, 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 in alle Ewigkeit, ja. Sie sagen, dass Sie mich lieben und eine dumme Formel genügt, um Ihre herrlichsten, gewaltigsten Instinkte zu brechen. Und nachher beten Sie dann noch zehn Rosengränze zur Jungfrau Maria, dass sie ihre Seele aus den Krallen des Bösen gerettet hat. Das soll Liebe sein, das, die Liebe, die durch eine dumme Formel gebrochen werden kann. Falk lachte mit wilden Hohnen. Marit saß stumm, zitternd an allen Gliedern. Ja, so antworten Sie mir doch, das soll Liebe sein. Antworten Sie doch, was Sie unter Liebe verstehen. Marit schwieg. Marit antworte mir, ich will dich nicht quälen. Nein, ich liebe dich bis zur Verrücktheit. Ich bin krank nach dir. Ja, ich weiß, dass du mich liebst. Ja, ich weiß es nicht. Weiß ich sicherer. Falk rückte ihr ganz nahe. Er umschlang sie. Nein, um Gottes Willen, Falk. Erik, nein. Wählen Sie mich doch nicht zu furchtbar. Pardon. Tausend mal pardon. Ja, ja. Ich habe mich wieder vergessen. Gott, ja. Es ist ja auch gleichgültig. Es soll niemals mehr vorkommen. Wollen wir nicht gehen? Falk gähnte affektiert. An seiner Seite ging Marit zerrissen von Schmerz. Sie bemühte sich vergeblich, ihn zu bemeistern. Ja, ja. Es ist alles ganz gleichgültig, wiederholte sie in ihren Gedanken. Nun auf Wiedersehen. Falk reichte ihr die Hand. Sie waren an der Gartentür angelangt. Marit zuckte auf. Er darf nicht fahren, schrie sie dir. Um Himmels Willen nicht fahren. Sie griff nach seiner Hand. Sie fahren nicht, Falk. Nein, Sie dürfen nicht fahren. Machen Sie, was Sie wollen. Aber fahren Sie nicht. Ihre Lippen bebten. Sie konnte sich nicht mehr beherrschen. Fahren Sie nicht. Sie machen mich sonst unglücklich. Ihre Stimme brach. Falk sah sie kalt und hart an. Ja, das weiß ich nicht. Das hängt von den Umständen ab. Jedenfalls werden Sie noch von mir hören, bevor ich fahre. Er sagte kurz Adieu und ging. Fünftes Kapitel Es war Nacht. Draußen raste ein starker Wind. Von Zeit zu Zeit peitschte er gegen die Fenster dicke Regenschauer, die an den Scheiben winzelnd niederflossen. Marit saß halb angekleidet auf ihrem Bette. Sie hatte nicht Kraft genug, sich auszukleiden. Wozu auch? Sie kannte es von vielen Nächten her. Sie würde sich hinlegen. Das Bett würde mit ihr im Zimmer herumtanzen. Dann würde sie sich aufrichten und die Kissen zurechtrücken und in die finstere Stube hineinstarren, dann ganz aufstehen und die Stirne gegen die Fensterscheiben pressen. Und so wieder von Neuem. Stier brütend, gedankenlos. Das ist alles gleichgültig. Alles umsonst. Sie wiederholte dies in ihren Gedanken mit immer neuem Schmerz. Vor dem Bilde der wundertätigen Maria brannte das rote Öllämpchen, das sie immer von Neuem gefüllt hatte. Und das gespenstische Licht erleuchtete zur Hälfte das Zimmer. Der Docht kippte um, und die Flamme fraß an dem Öl. Ein schlechter Geruch qualmte durch das Zimmer. Die schweißige Kirche mit dem üblen Geruch. Unwillkürlich dachte sie an Falks Worte. Sie löschte die Flamme aus. Nun war es ganz dunkel. Sie stierte gedankenlos in die öde Leere des Dunkels. Mein Gott, was wollte er nur mit ihr? Was wollte er nur? Eine glühende Blutwelle schoss in ihr Gesicht. Sie ahnte es. Sie verstand es nicht. Da, mit einem Male, fühlte sie seine suchenden Lippen. Es war ihr, wie wenn sich eine zackige Blitzschlange durch ihre Brust gebohrt hätte. Sie konnte nicht denken. Sie fühlte nur den wilden, begehrlichen Schauer durch ihren Körper zucken. Sie stemmte beide Hände zwischen die Knie, beugte sich von über und zog die Beine an sich. So sah sie zusammengekauert auf dem Rand des Bettes und horchte mit ängstlichem Schmerz auf das Unbekannte. Furchtbar. Was war das? Das kam so oft immer von Neuem. Sie fürchtete es. Sie zitterte davor. Oh, wie gerne, oh, wie gerne möchte sie ihm um den Hals fallen. Heiß, wild, in stummer Leidenschaft. Und ihn küssen. Ja, küssen. Aber dann kam es wieder und machte sie verrückt. Die Sinne vergingen ihr. Alles tanzte dann in Kreisen um sie herum. Das war die Sünde. Sünde, 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 sie riss sich auf. Sie flog an allen Gliedern, tastete zitternd nach den Streichhüttern, fand sie nicht. Sie warf sich vor dem Bett auf die Knie. Sie suchte sich zusammen zum Gebet. Aber sie konnte keine Worte finden. Lächerliche Formen. Hörte sie deutlich einen hinter sich höhnen. Entsetzt drehte sie sich um. Nein, es war in ihr. Falk hatte in ihr besprochen. Alles tun sie um der eingebildeten Himmelsfreuden willen. Seien sie doch sie selbst. Gott, Gott, stöhnte sie laut. Plötzlich kam es ihr vor, als hätte jemand ihr verboten, zu beten. Sie versuchte, sich zu zwingen. Sie rang nach Worten. Nein, es ging nicht. Kein Wort. Maria hatte sie verlassen. Wofür strafte sie nur Gott so grausam? Was hatte sie denn getan? Lächerliche Formen. Die Brunst nach Glück. Übel riechende Kirche. Seine Sätze sausten ihr im Kopf. Jagden überstürzten sich. Eine trostlose Müdigkeit ließ sie ganz in sich zusammensinken. Und er sagte, dass sie ihn nicht liebe. Wie sagte er doch nur? Ja, die Formel sei stärker als ihre Liebe. Nein, nein, er solle es sehen. Sie wolle ihn lieben. Sie wolle ihn umarmen. Ja, sie wolle ihn lieben. Möge Gott sie verdammen, in die tiefste Hölle stürzen. Aber sie werde ihn lieben. Sie riss sich auf und ging ans Fenster. Sie versuchte zu denken. Draußen brauste der Frühlingswind und heulte in den Bäumen. Sie fühlte wieder seine Arme um ihre Nacken. Sie widerstrebte nicht. Sie gab sich ihm. Sie so mit allen Poren das giftige Glück in ihren Körper. Sie ließ sich nehmen. Sie gab sich ihm. Oh, ihm, so heiß, so warm. Nein, nein. Endlich fand sie die Streichhölzer. Sie machte Licht. Ein schwankender Streifen fiel auf das Gesicht der byzantinischen Madonna. Marit blieb gebannt stehen, willenlos, ohne sich rühren zu können. Sie starrte mit wachsendem Entsetzen. In dem fiebernden Hirn des Kindes verschob sich das Antlitz der Gottesmutter zu einem höhnischen Grinsen. Dann zu schmerzvollem Mitleid. Und nun zu furchtbarem, strafenden Ernst. Sie wollte sich niederwerfen. Sie konnte nicht. Sie war wie eingeburzelt in dem Boden. Angst schweißdraht ihr auf die Stirn. Sie keuchte. Das Entsetzen schnürte ihr das Herz zusammen. Endlich zeigte ihr die Unbefleckte, das alte, holdselige Lächeln. Unter dem Bett her kam ein rauschendes Knistern. Verstört sprang sie zur Seite. Sie wagte nicht, Atem zu holen. Nein, es war nur die Tapete. Sie wollte fliehen. Das ganze Haus saß voll von Gespenstern. Sie horchte zitternd, gespannt. Es war ganz still. Gott, wie unheimlich, wie gräßlich unheimlich. Sie müsse fliehen. Weit, weit weg. Zu ihm. Oh, zu ihm. Nein. Beten. Nein, das konnte sie nicht. Etwas stag in ihr, das ihr die Hände auseinanderbog. Und wenn sie es versuchte, stieg der Schweißgeruch der Körche wieder auf. Und sie hörte seinen Hohn. Oh, wie unglücklich sie war. Und er hatte sie dazu gemacht. Nein, nicht er. Er war ja selbst zu unglücklich. Was sollte sie nur anfangen? Alle, alle hatten sie verlassen. Sie warf sich auf das Bett und verkrub das Gesicht in den Kissen. Ein krampfhaftes Schluchzen warf sie hin und her. Das beruhigte sie. Er war so gut. Sie werde ihn so heiß bitten, dass er nichts von ihr verlangen möge. Nur bei ihr bleibe und mit ihr spreche. Aber er bleibt ja nicht. Er geht ja fort. Sie sprang auf. Ja. Er ist schon fort. 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 Sie lief in jagender Unruhe im Zimmer herum. Sie presste den Kopf mit beiden Händen. Ja, sie wußte es ganz genau. Weg. Er ist weg. Und verneuerte sich ein langes, würgendes Schluchzen aus ihrer Kehle. Nein, nein. Es ist unmöglich. Er ist so gut. So gut. Er geht nicht von mir. Erik, Erik, wimmerte sie. Ich bin bei dir. Ich will alles tun. Nur geh nicht weg. Ihre Gedanken verwirrten sich. Sie horchte auf ihr eigenes Schluchzen. Nicht beten. Nicht beten. Ich will kein Himmelreich. Ich will ihn. Ihn. Aber die Unruhe wuchs und schäumte und kochte. Sie konnte diese Qual nicht länger aushalten. Gott, diese grinsenden Schatten an der Wand und dies strafende Gericht der Jungfrau. Sie mußte fort. Sie zog sich fiebernd an und lief in den Park hinunter. Der kalte Wind beruhigte sie. Ihr wurde merkwürdig leicht. Sie dachte an nichts. Nein, sie konnte wirklich nicht denken. Sie ging in der Parkallee auf und ab. Und es wurde kälter und kälter. Heftige Regenschauer durchnästen sie bis auf die Haut. Sie ging wieder hinauf und legte sich ins Bett. Plötzlich, im Einschlafen, sah sie deutlich Falks Gesicht. Er starrte sie an. Dann verzog sich sein Gesicht zur teuflischen Fratze. Er biss sie mit seinen Vampiraugen. Er fraß förmlich an ihre Seele. Sie sah entsetzt hin. Sie wollte sich vor ihm verkriechen. Aber es war, als hätte eine ganze schwere Welt sich auf ihr Herz gelegt. Sie mußte ihn unverwandt anstarren. Mit letzter Kraft raffte sie sich auf. Das Gesicht schwand. Nur ein höhnisches Grinsen sah sie auch in den verschwimmenden Zügen. Sie holte tief Atem und setzte sich hoch. Sie horchte. Etwas war in ihr, das sprechen wollte. Es bäumte sich. Und höher und höher. Ein grausiges Geheimnis werde sie nun hören. Falks Seele. So hatte sie ihn niemals gesehen. Ihr Gehirn rang nach Klarheit. Mit unheimlicher Angst furchte sie auf ihre Zweifel. Da. Hatte er gelogen? Er? Ja, sie hörte ihn. Wie er jenen Namen zu ihr sprach am ersten Abend. Fräulein Perrier. Nein, er lügt nicht. Aber. Was, was? Was war es? Sie konnte nicht mehr denken. Sie war zu müde. Sie lag und starrte in den Schatten. Draußen war es still geworden. Draußen hatte sich der Wind gelegt. Auf dem holdgeneigten Antlitz der wundertätigen Jungfrau spielte der Schimmer der Kerze. Nein, sie dachte an nichts mehr. Vor ihren Augen war ein großes, helles Feld mit Blumen. Und von Weitem sah sie Falk ankommen. Und jetzt ging sie zu ihm. Er war so gut. So gut. Sechstes Kapitel Am nächsten Tage war ein wunderbarer Morgen. Über der ganzen Gegend lag der tauglänzende Sonnenschein und von den Feldern löste sich in silbrigen Schwaden der Nebel. Marit ging zur Frühmesse. Sie war sehr bleich, aber aus dem abgequälten, vergrämten Kindergesicht sprach eine überirdische Ruhe. Sie ging in den Händen den Rosenkranz und flehte den Heiligen Geist um die Gnade der Erleuchtung an. Als sie in die Klosterkirche eintrat, hatte der Priester soeben das Heilige Amt der Messe in einer Nebenkapelle begonnen. Marit kniete nieder vor dem Hochaltar und betete ein inbrünstiges Gebet. Seitwärts in einem Beichtstuhl saß ein junger Priester und betrachtete sie neugierig. Er hatte gleichfalls einen Rosenkranz in den Händen und seine Finger glitten mechanisch von einer Perle zur anderen. Marit stand auf und trat an dem Beichtstuhl. Die Beichte dauerte lange. Plötzlich erhob sich Marit, ging mit scheuen Schritten an eine Bank unter dem Orgelkorps, setzte sich hin, verbarg ihr Gesicht in den Händen und fing an zu weinen. Der schamlose Mensch, sie nach solchen Dingen zu fragen! Nein, sie mochte nicht daran denken. Ihr Kopf war ganz wirr. Sie hatte den Priester nicht verstanden. Es war unmöglich. Ein Diener Gottes konnte nicht solche Fragen stellen. Dunkle Schamröte stieg in ihr Gesicht. Der rohe Sohn eines Knechtes! Ja, sie wusste, er war ein Bauer. Erik hatte Recht, dass er so wütend gegen die Priester war. Sie stammen alle von Knechten. Aber alle Menschen sündigen. Ein Priester kann irren. Er meinte es wohl gut. Er wollte gewissenhaft sein. Aber die innerste Seele Marit brannte vor Scham und Empörung. Sie weinte. Sie fühlte sich getreten wie ein Wurm. Nicht Gott, nicht Maria, nicht Priester. Niemand, niemand wollte ihr helfen. Alle hatten sie verlassen. Oh Gott! Gott allwissender, barmherziger Gott! Wie unglücklich, wie elend, wie krank sie war! Der Messdiener läutete dreimal. Nein, jetzt konnte sie den Leib Christi nicht nehmen. Jetzt nicht. Sie wollte es nicht. Sie sah sich verstört um. Kirche? Nein, diese Kirche, dieser Geruch von Schweiß und schlechten Speisen. Falk hatte Recht. Kein Mensch konnte es darin aushalten. Marit verließ die Kirche. Sie blieb unschlüssig stehen. Könnte sie wohl zu Frau Falk gehen? Nein, unmöglich. Wie würde das aussehen? Oh, sie hatte die scharfen Augen gemerkt, die Frau Falk auf sie und Erik richtete. Und Erik kommt ja heute heraus. Ja, ganz gewiss. Er ist so gut. Jetzt würde sie ihm ruhig zuhören. Ja, er hatte Recht. Die Priester sind Söhne von Knechten. Sie werden es nur, um gut und leichter Brot zu haben. Hatte Falk nicht gesagt, es sei statistisch bewiesen, nur Knechte und Bauern lassen ihre Söhne Priester werden. Und plötzlich erinnerte sie sich, Wort für Wort, was Erik ihr vor einem Jahre erzählt hatte. Er hatte eine Verwandte, die sieben Kinder und ihre alte Mutter ernähren musste. Der Mann war Maurer, war von der Leiter herabgestürzt und gestorben. Es war, als Falk noch aufs Gymnasium ging. Und nun hörte Marit ganz deutlich Falks Stimme. Ich trat in eine kleine ärmliche Stube. Ob ich die Tote sehen wolle? Nein, ich mag keine Toten sehen. Das ist unangenehm. Sie solle zum Priester gehen, ihm die Lage erzählen. Dann werde der dem Begräbnis umsonst beiwohnen. Ja. Sie ging also zum Priester. Aber der Priester? Was sagte der? Damals wollte sie es nicht glauben. Jetzt wusste sie, dass es Wahrheit gewesen. Nein, Erik log nicht. Hinter der Klosterkirche floss ein schmaler Streifenwasser. Ein kleiner Nebenfluss, über den eine Brücke führte. Marit blieb auf der Brücke stehen und schaute in das Wasser. Was sagte doch der Priester? Wieder hörte sie deutlich die höhnende, zynische Stimme Falks. Gibst du mir drei Taler, so werde ich die Leiche begraben. Sonst kann er ja ohne Priester begraben werden. Das kostet viel weniger. Marit musste unwillkürlich an den Beichtstuhl denken. Ein Schauer von Ekel schüttelte sie. Sie ging gedankenlos weiter. Oh, wenn er jetzt käme. Er macht doch sonst Spaziergänge am frühen Morgen. Wenn sie ihn jetzt träfe. Ihr Herz fing an, heftig zu schlagen. Jetzt, jetzt würde sie ihn anhören. Ihn alles sagen lassen. Ihm noch Fragen stellen. Aber sie wartete vergebens. Den ganzen Tag vergebens. Falk kam nicht. Sie war schon hundertmal durch den Garten gegangen und später auf die Landstraße. Aber kein Mensch war zu sehen. Nur hin und wieder war eine Staubwölke aufgestiegen, flog ihr näher und dann erkannte sie ein Vorwerk aus dem Nachbardorfe. Morgen wird er kommen, dachte sie und kleidete sich aus. Sie hatte kein Licht angesteckt, denn sie fürchtete sich vor dem Bild der heiligen Jungfrau. Sie wollte es nicht sehen. Unschlüssig blieb sie vor dem Bett stehen. Beten? Sie fragte sich noch einmal. Beten? Die lächerliche Brunst nach Glück, die schamlose Brunst nach Glück, höhnte es in ihren Ohren. Sie stieg ins Bett mit horchender Angst. Ob sie der allwissende Gott wohl auf der Stelle strafen werde? Sie lag horchend, lauernd. Nein, nichts. Die Uhr tickte und zerriff die tiefe Stille. Sie war sehr müde und schon im Halbschlaf. Ihr Gehirn war wie gelähmt. Nur noch einmal dämmerte die Frage in ihr auf, ob er morgen wohl kommen wird. Und wenn er weggefahren ist? Nein, nein, sie war ganz sicher. Sie wusste es. Jetzt, wo sie sein, ganz sein war, wo sie nur in seinem Geiste lebte, jetzt war er nicht weggefahren. Merkwürdig, wie sicher sie das wusste. Aber auch den ganzen folgenden Tag erwartete sie Falk vergebens. Den ganzen, endlosen, furchtbaren Tag. Ob sie diese unerhörte Sehnsucht wohl noch lange aushalten könnte? Unwillkürlich sah sie in den Spiegel. Ihr Gesicht sah ganz zerstört aus. Die Augen glühten von den schlaflosen Nächten und waren blau umrendert auf den Backen brannten hektische Flecke. Ein tiefes Mitleid mit sich selbst erfasste sie. Wie er sie nur so unmenschlich quälen konnte. Warum strafe er sie so schrecklich? Sie fühlte sich wie ein Kind, das ungerecht geschlagen wird. Sie versuchte nachzudenken, aber sie konnte die Gedanken nicht sammeln. Alles ging ihr wirr im Kopf herum. Was ging nur mit ihr vor? Deutlich hörte sie fortwährend einzelne Worte, einzelne abgerissene Sätze aus seinen Reden. Sie wurden allmählich wie zu einem großen Schlinggewächs, das sich über ihren ganzen Seelenboden ausbreitete, alles überwucherte und mit tausend Tranken immer höher bis empor in ihren Kopf kletterte. Sie war so eingesponnen in dieses wuchernde Netz der starken Schlingfäden, dass sie sich vorkam wie in ein Gitter eingeschlossen, dessen Wände immer enger wurden. Überall die gitterigen Käfigmaschen, eine neben der anderen, immer pressender, von vier Seiten her. Gott, Gott, was ging in ihr vor? Falks große Geist. Stück für Stück ging er in sie über. Sie dachte mit seinen Wörtern, mit demselben Ton, demselben heißen halben Lachen, das in seiner Sprache war. Sie sträubte sich, sie wehrte sich mit allen Kräften, aber plötzlich übermannte sie ein grinsender Gedanke. Ihr war, als hätte er ihr alles Heilige, alles Schöne um sie her, brutal entkleidet. Hu, diese scheußliche Nacktheit! Gestern in der Kirche, wie kam es nur, dass sie plötzlich hinter der Glorie des Gottesdieners das brutale Gesicht entdeckt hat? Dass sie so widerlich an das Gesicht eines Knechtes erinnerte. Und jetzt, jetzt, was war es denn, um Himmels Willen? Sie wollte es nicht sehen, aber immer wieder musste sie darauf hinstarren. Ja, wie kam es nur? Der ganze Ausdruck des Heiligen, Überirdischen, verschwand auf einmal von dem Bild der byzantinischen Madonna. Und Marit starrte in das blöde Lachen einer kindisch bemalten Puppe. Nein, war das wild lächerlich! Christus war der feinste, edelste Mensch der Weltgeschichte. Ja, Mensch, mein Fräulein, seien Sie nicht so empört, aber es ist so. Und nun hastete durch ihren Kopf eine Scharfe von Argumenten, Syllogismen, Gotteslästerungen. Nein, sie konnte nicht mehr daran denken. Und nun saß sie und saß in einer stumpfen Ohnmacht. Alle Welt hatte sie verlassen, auch er. Als sie in das Speisezimmer hinunterkam, war es schon Abend. Marit, ich muss zu Mama ins Bad. Ihr Zustand hat sich verschlimmert. Es wird wohl nicht gefährlich sein, aber ich bin doch unruhig. Herr Kauer langte sich eine Schnitte Brot und bestrich sie bedächtig mit Butter. Mama, Mama, ja, sie hatte alles vergessen. Es war ihr alles gleichgültig. Sie fühlte über sich ein dumpfes, lauerndes Verhängnis. Eine riesige Sturzwolke, die eine ganze Welt begraben wollte. Ja, und dann hat der Herr Landrat uns für morgen Abend eingeladen. Marit zuckte freudig auf. Dort würde sie Falk sehen. Er war ja mit dem Landrat gut Freund. Ja, Papa, ich möchte sehr gern zum Landrat. Ja, Papa, wir wollen fahren. Aber Herr Kauer wollte schon am frühen Morgen reisen. Marit ließ nicht nach mit Bitten. Sie kommen nirgends hin. Sie möchte so gern wieder einmal recht viele Menschen sehen. Kauer liebte seine Tochter. Er konnte ihr nichts abschlagen. Nun, dann kann ich mit dem Nachtzug fahren, aber dann musst du allein nach Hause. Das sei doch nicht das erste Mal. Sie sei doch ein erwachsenes Mädchen. Kauer aß und dachte nach. Warum kommt denn Falk nicht mehr? Ich habe ordentlich Sehnsucht nach dem Burschen. Ja, ein merkwürdiger Mensch. Die ganze Stadt ist in Aufregung über ihn. Er macht aber auch wirklich tolle Sachen. Gestern begegnet er seiner Mutter, wie sie ein Schwein nach Hause treibt, das sie auf dem Markt gekauft hatte. Sie konnte nämlich keinen Dienstmann bekommen. Was macht man, Falk? Er nimmt das Schwein am Seil, treibt es durch die ganze Stadt, von einer Straße zur anderen. Die Mutter hinter ihm her. Ja, und als die Leute ihn nun ganz verdutzt anglotzen, klemmt er sich ein Monokel ins Auge und treibt das Schwein mit einer Majestät und Ehrfurcht. Marit lachte. Ha, ha, ha. Herr Kauer konnte sich nicht beruhigen. Ein Schweinetreiber mit Monokel. Wunderbar. Und abends? Na ja, weißt du, das geht doch über das Maß. Er hat dem Gymnasialdirektor eine Ohrfeige angeboten. Warum denn? Ja, ich weiß nicht, aber es ist wirklich Tatsache. Aber denk dir doch, Marit, dem Direktor... Ja, ja, er ist ein merkwürdiger Mensch. Aber das Merkwürdigste, dass man ihn trotzdem lieben muss. Schade um den Menschen. Er soll in diesen Tagen furchtbar trinken. Es wäre doch wirklich schade, wenn er sich durch Trinken ruinierte. Marit rüchte auf. Trinkt er denn wirklich so viel jetzt? Ja, man sagt. Marit dachte an seine Worte. Er trinke nur, wenn er sich unglücklich fühle. Und der Vater trinkt doch manchmal auch. Sie fühlte eine merkwürdige Freude. Es war ihm also nicht gleichgültig. Morgen, morgen werde sie ihn sehen. Ende von Abschnitt 9 Abschnitt 10 von Humo Sapiens Roman-Trilogie von Stanislaw Pschibyshevsky Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Teil 2 Unterwegs Unterwegs Siebendes Kapitel Marits ganzes Gesicht leuchtete vor Freude auf, als sie unter den Gästen des Herrn Landrats Falk erblickte. Aber Falk hatte keine Eile, sie zu begrüßen. Er stand mit dem jungen Arzt und war in ein Gespräch vertieft. Und doch hatte er sie gesehen. Sie hatte seinen spürenden Blick gemerkt. Erst später begrüßte er sie kalt und steif im Vorbeigehen. Herrgott, wo steckten Sie so lange? Herr Kauer schüttelte herzlich Falks Hand. Ich hätte so gerne vor meiner Abreise noch mit Ihnen gesprochen. Abreise? Ja, ich muss heute Nacht zu meiner Frau fahren und vertraue Marit ihrem Schütze an. Der junge Arzt mischte sich in das Gespräch. Er wollte absolut wissen, wie weit jetzt eigentlich die Forschung auf dem Gebiete der Nervenanatomie gediehen sei. Herr Falk sei doch Spezialist darin. Ja, damit habe er sich schon lange nicht mehr befasst. Jetzt sei er Literat und Schreibromane, aber einige Aufklärungen könne er ihm geben. Direkte Kontakte gäbe es nicht? Ja, mein Gott, wie pflanze sich der Nervenstrom denn fort? Nein, das ist ja eine Revolution. Marit saß in der Nähe. Sie furchte gespannt hin, während sie der Frau Gerichtsredin, die sie nach dem Wohlbefinden der Mama befragte, gleichgültig zerstreute Antworten zuwarf. Worte. Fremde, gelehrte Worte. Golgi. Ramon und Kajal. Kölliger. Granulöse Substanz. Arborisation Terminale. Flogen sie ihr herüber. Nein, davon verstand sie kein Wort. Erik wusste alles. Wie klein kam ihr da kluger Arzt vor, der auch alles wissen wollte und beständig mit seinem Wissen brate. Wie ein Schulbube stand er da. Ein freudiger Stolz erfüllte sie mit heißem Jubel. Der Mann liebte sie. Wie schön, wie herrlich er dastand. Sie abwebte heftig. Man setzte sich zu Tisch. Das Gespräch wurde allmählich allgemeiner. Man kam auf wichtige Tagesfragen. Marit saß Falk gegenüber. Sie suchte seinen Blick zu erhaschen, aber er wich immer aus. Wollte er sie denn nicht sehen? Und doch hatte sie sich niemals so nach seinem Blick gesehen. Man sprach über die letzten Veröffentlichungen der Ansiedlungskommission in der Provinz Posen. Nun, das könne er gar nicht verstehen. Falk sprach schnell und eindringlich. Man dürfe ihm nicht vorwerfen, dass er mit den Polen kokettiere. Durchaus nicht. Aber er verstehe es einmal nicht. Man solle ihm nämlich den Widerspruch klar machen. Auf der einen Seite fühlte sich Preußen als die mächtigste Nation Europas. Nicht wahr? Ja, das werde in jeder offiziellen Rede betont. Und man spreche in den offiziellen Kreisen doch sehr viel. Wie reimt sich das nun damit zusammen, dass die Preußen so ungeheuer die lächerlichen drei bis vier Millionen Polen fürchten? Ja, Fürsten. Man verbiete doch die polnische Sprache in den Schulen. Man unterdrücke, wo man könne, das polnische Element. Mache absichtlich einen großen Teil der eigenen Untertanen zu Idioten und Kretanks. Denn er wisse aus eigener Beobachtung, dass die Kinder polnisch vergessen und ein grässliches Religion annehmen, das überhaupt keine Sprache sei. Man kaufe die Güter an, parzelliere, zerstücke sie, siedle überall arme und meistens faule deutsche Kolonisten an, die niemals imstande seien, die sprichwörtliche Kraft des polnischen Bauern zu ersetzen. Die Kolonisten kämen schließlich ganz und gar in Armut, obwohl man ihnen die denkbar größten Erleichterungen mache. Der Rassenhass werde geweckt. Warum tue man das alles? Ist es wirklich Furcht? Nein, das verlanget das Interesse des Reichs, die Sicherheit des Landes. Die Polen seien wie Würmer, die überall hineinkrochen und das starke germanische Element zersetzen, warf der Landrat ein, der ein Mitglied der Kommission war. Gut, schön. Dann aber solle man die dumme Phrase von der Macht und Stärke des preußischen Staatsbewusstseins und dergleichen mehr aufgeben und einfach sagen, wir sind ein schwacher Staat, wir sind kein Staat. Ein Haufen Polen genügt, uns zu polonisieren und schließlich aus dem polonisierten Preußen ein glorreiches polnisches Reich zu machen. Und darum sind wir genötigt, die Polen auszurotten. Falk wurde erregt. Gut, das verstehe ich. Wir sind keine Nation. Wir wollen eine werden. Und diesen Zweck heiligt die Geschichte. Dann müsste man sagen, ob moralisch oder nicht, das ist uns gleichgültig. Die Geschichte kennt keine Moral. Ja, so sollten wir sagen, meine Herren, ganz frech, und dann sollten wir kalt lächelnd das Resümee ziehen. Wir sind eine in drei Kriegen zusammengetrommelte Nation. Wir sind eine aus der Kriegsbeute zusammengewürfelte Nation. Das heißt, keine Nation. Das Resümee sei ganz falsch, unterbrach der Herr Greifs Physikus. Er schien sehr aufgebracht, ganz, ganz falsch. Die Preußen hätten nur mit einem sehr unruhigen und unzufriedenen Element zu tun. In Polen könne es jeden Tag zu neuen Wirrungen kommen, ganz Deutschland. Die ganze Reichseinheit könne dann in Frage kommen, denn die Sozialdemokraten lauerten ja bloß auf eine günstige Gelegenheit. Nein, was Sie sagen, Herr Greifs Physikus, wollen Sie denn, Sie, den Polen ein Waffendepot einrichten? Oder glauben Sie etwa, dass der Reichslieferant, Herr Isidor Löwe, von dem Polen Bestellungen annehmen wird? Na, er hat sich allerdings auch den Franzosen angeboten. Aber die Polen sind nicht kreditfähig, da liegt der Hund begraben. Und ich bitte Sie, drei preußische Kanonen würden genügen, das mit Heugabeln, Sansen und Jagdgewehren bewaffnete polnische Heer an fünf Minuten von der Erde wegzublasen. Diese ganze Politik, gerade diese kleinliche, heuchlerische Angstpolitik ist übrigens psychologisch ganz roh. Sehen Sie sich nur in Galicien um, da haben die Polen ihre Schulen, ja sogar Universitäten mit polnischer Unterrichtssprache, ganz wunderbare, papstgetreue Universitäten, die nach dem Spruch geleitet werden, dass die Wissenschaft die ergebenste Markt der Kirche sei. Das ist gewiss schön, und ein schöner Anblick ist es, wenn die Professoren in ganz wunderbare Amtstracht in die Kirche gehen. Man hat den Polen auch erlaubt, in schöner, oh sehr schöner Nationaltracht den polnischen Landtag zu besuchen. Niemals habe ich schönere und schöner gekleidete Menschen gesehen, wie auf dem Landtag in Lemberg. Die Konsequenz, meine Herren, die Polen sind ausgezeichnete österreichische Untertanen. Geduldig, schmiegsam, sanft, die wahren Gotteslämmer. Haben Sie jemals von Unruhen gehört, die in Galicien durch Polen angestiftet wären? Nein, im Gegenteil. Überall, wo es gilt, ein Reichshydra die Köpfe abzusengen, da bedient man sich mit Vorliebe der Polen. Und sie sind auch immer frisch, wie Schiller sagt, zur Hand. Ob Falk denn gar nichts von der Tschechenpolitik gelernt habe, fragt erregt der Landgerichtsrat, der auch ein Mitglied der Ansiedlungskommission war. Ja, er habe sehr viel gelernt und wisse daher, dass diese Politik ganz anders sei und nichts mit der soeben besprochenen zu tun habe. Die ganze Tschechenpolitik sei nämlich eine Politik ökonomischer Interessen. Daß die Deutschen in Österreich so viel Plage mit den Tschechen haben, komme daher, daß die tschechische Industrie in einem wunderbaren Aufschwung begriffen sei. Sie suchen nach einem möglichst weiten Absatzgebiet, müsse demgemäß die Deutschen überall verdrängen. Denn es sei ja klar, tschechische Produzenten, tschechische Konsumenten. Auch die Deutschen gingen zu deutschen Produzenten. Dann also, warf Herr Kauer ein, würde die Geschichte sich so darstellen, dass die Preußen tschechische Politik treiben. Die Preußen können ja neben dem Patriotischen ein vorwiegend ökonomisches Interesse daran haben, dass sie die Polen unterdrücken. Bien, gut, sehr gut. Dann aber ist die ganze, ich will nun annehmen, Interessenpolitik noch viel dümmer als die Angstpolitik. Ich bitte Sie, die deutsche Industrie will sich in der Provinz Posen ein Absatzgebiet schaffen. Nun kommt die Ansiedlungskommission, kauft die Güter an, die Gutsbesitzer zerstreuen sich natürlich in alle Winde und die eigentliche Kaufkraft ist gelähmt. Die Güter werden zerstückelt und mit armen Kolonisten besetzt, die überhaupt nichts konsumieren können, denn was sie nötig haben, produzieren sie selbst. Wer soll nun konsumieren? Die polnische Industrie, die keine ist, weil sie völlig zerstört wird, dadurch, dass man ihr die eigentlichen Konsumenten entzogen hat, liegt brach. Die deutsche Industrie hat nicht den geringsten Nutzen. Was bleibt, meine Herren? Blödsinn bleibt, ein unerhörter Blödsinn. Empören Sie sich nicht, meine Herrschaften, aber ist es etwa nicht blödsinnig, mit ganzer Kraft dafür zu sorgen, dass ein großes Stück Land eigenes Land verarmt? Falk wurde noch erregter. Sein Blick streifte das glühende Gesicht Maritz, die jedes seiner Worte zu verschlingen schien. Ja, die ganze Politik, Falk zerbrach nervös ein Stückchen Brot in Krümelchen und ordnete sie mechanisch zu Reihen. Diese ganze preußische Politik, meine Herrschaften, ist für mich aus psychologischen und sozialpolitischen Gründen völlig unbegreiflich. Oder, nun, sie ließe sich vielleicht begreifen, etwa wie ich eine dumme und daher verfehlte Börsenspekulation begreifen kann. Aber eine Polen-Politik finde ich wirklich völlig unbegreiflich. Völlig, meine Herrschaften. Die Vatikanische. Wieder streifte sein Auge flüchtig Maritz' Gesicht. Bitte, Hochwirten, keine Besorgnis. Sie werden völlig einig mit mir sein. Nein, wirklich, bitte. Fällt mir nicht im Trauma ein, irgendein religiöses Thema anzurühren. Nicht eine einzige Frage, in der ein Papst nicht unfehlbar ist. Ich werde lediglich von Politik zu sprechen haben. Und in der Politik soll ja auch Papst Leo nicht unfehlbar sein. Nicht wahr? Nein? Also nein. Ich habe den Papst Leo gesehen, Leo den 13. In Rom. Er ist der schönste alte Herr, den ich mir denken kann. Er hat ein unglaublich feines, aristokratisches Gesicht und sehr feine, weiße Hände. Er macht auch gute Gedichte. Oh ja. Sie sind in echten citronianischen Latein verfasst. Gewisse nach ambrosianischen Küchenlatein schmeckende Wendungen sollen durchaus nicht ihren Wert beeinträchtigen, sagten mir wenigstens die Philologen. Nun hat Papst Leo die gewiss sehr schöne Eigenschaft, sich als geborener Beschützer sämtlicher Unterdrückten zu fühlen. Die Polen stehen seinem Herzen wohl am nächsten, denn sie werden am meisten unterdrückt. Aber ich kann mir das Erstaunen der Polen denken, also hören Sie nur, als Bismarck so ein paar tausend polnische Familien aus Preußen vertrieben hatte, bekam er den höchsten päpstlichen Orden. Ja, der Christusorden ist sehr schön und auch sehr wertvoll. Nun weiter, kaum ist die Kunde von den wahnsinnigen Worten verklungen, welche die Russen mit Zustimmung der russischen Regierung an dem polnischen Uniten in Große begangen hatten. Fußnote Anmerkungen des Verfassers Große ist ein Ort in Russisch Polen, der Ende des Jahres 1893 Schauplatz der wüstesten Barbareien gewesen ist, und zwar, weil die Einwohner sich sträubten, ihre unhärte Kirche an den Staat für den staatlich religiösen Kultus abzutreten. Nach absolut authentischen Berichten wurden acht Menschen tot gepeitscht, 40 durch das Peitschen tödlich verwundet, 18 Frauen wurden vergewaltigt, darunter ein zwölfjähriges Mädchen, das von vier Kosaken schließlich zu Tode gemardert wurde. Ende der Fußnote Übrigens Morde, die sich jeden Tag in Litauen wiederholen. So erlässt der Papst eine Enzyklika an die Bischöfe Polens, in der er das große Wohlwollen des Zarrats mit vielen Lobe preist. Ja, bitte sehr, es steht ausdrücklich da, der Zar sei von den innigsten Wohlwollen gegen die Polen erfüllt. Er wolle nur ihr Bestes. Nein, Hurwürden, nehmen Sie's nicht übel, aber es gefiel mir gar nicht, als Sie in Ihrer letzten Predigt beweisen wollten, daß der Papst von Neuem sein väterliches Herze für die Unterdrückten in unerhörten Glanz erstrahlen ließ. Das ist oberflächliche Schätzung. Die Sache hängt ganz anders zusammen. Der Papst ist durch die Franzosen bestimmt, mit denen er sehr sympathisiert. Ja, er ist durch die Franzosen Politik veranlasst, fortwährend mit den Russen zu kokettieren. In der ganzen Enzyklika, die ich sehr aufmerksam durchgelesen habe, finde ich kein väterliches Herze. Im Gegenteil, Recht, Ruhe, vatikanische Interessen. Und da ich der katholischen Kirchengemeinde angehöre, so schmerzt es mich aufs tiefste, dass die Kirchenpolitik so unschön, ja, ich will Liebe für sehr irdische Interessen braucht. Alle Anwesenden sahen sich an. Sie wussten nicht, was sie dazu sagen sollten, das war doch unerhört kühn gesprochen in Gegenwart des Klosterpfarrers. Alle Augen richteten sich abwechselnd auf Falk und den Pfarrer. Marit hatte klopfenden Herzens zugehört, den Mund halb offen, stockenden Atems, sah sie da und erwartete die Explosion. Der Pfarrer war kirchlichen Fragen mit ihrem Verstande, der von der Heresie des Auslandes angesteckt ist, zu lösen und noch viel weniger sind sie berechtigt, darüber zu höhnen. Falk verlor nicht einen Augenblick seine Ruhe. Ja, Hochwirten, es ist sehr schön, was sie da sagen. Mich geht es auch am Ende gar nichts an, was sie oder der Papst oder die deutsche Regierung treiben. Das ist mir völlig gleichgültig. Aber ich erlaube mir daran zu zweifeln, ob die Kirche wirklich die ganze Weltweisheit von der Vorsehung in Pacht genommen hat. Ich erlaube mir tatsächlich ganz hervorragend daran zu zweifeln. Sie hat sich ja neulich in der Frage des Darwinismus oder vielmehr in dem Streit um das Evolutionsprinzip ganz unsterblich blamiert. Und dann, ja, können Sie mir sagen, auf welchem Konzil die Unfehlbarkeit des Papstes in Dingen der Politik proklamiert worden ist? Ja, ja, ich weiß ja gut, dass nach der Tradition auch diese Art Unfehlbarkeit besteht, aber ich dächte, dass die päpstliche Nepotenwirtschaft im Mittelalter nicht gerade die beste Empfehlung für diese Art Unfehlbarkeit sein dürfte. Übrigens ist das ein Thema, das zu erregten Diskussionen führen könnte. Und das möchte ich um jeden Preis verhüten. Man versteht sich oder man versteht sich nicht. Unter Gesellschaft irgendwelche Suggestionen aufzudrängen, fühle ich mich nicht berufen. Es wurde still. Nur der Redakteur des Kreisblattes, der im Geruche sozialdemokratischer Ideen stand, schien sehr froh zu sein. Er wollte Falk durchaus noch weiter treiben. Der Mann nahm ja kein Blatt vor den Mund. Der sprach, wie ihm der Schnabel gewachsen war. Ja, sagen Sie, Herr Falk. Sie sind ein Ultra-Revolutionär, wie ich sehe. Sie leben nun in einem monarchischen Staate. Selbstverständlich sind Sie mit einem solchen Zustand nicht zufrieden. Was, sagen Sie, zu einer monarchischen Staatsverfassung? Der Redakteur freute sich schon darauf, seine Ideen vor den reaktionären Elementen bestätigt zu finden. Hm, wissen Sie, Herr Redakteur, Sie stellen mir da eine verfängliche Frage. Ich war einmal in Helsingburg. Und zwar mit einem Freunde, der ein Anarchist, zugleich aber auch ein großer Künstler ist. Wir standen auf dem Trajektschiff und sahen auf ein prächtiges, altertümliches Schloss, das schon Shakespeare im Hamlet erwähnt. Wissen Sie, was mein Freund, der Anarchist, sagte? Ja, er sagte, dass das, was er nun sagen wolle, mich gewiss sehr befremden werde. Aber er müsse zugestehen, dass derartige Prachtwerke nur unter einer monarchischen Herrschaft möglich seien. Ja, ganz gewiss. Sehen Sie doch nur die Herrschaft der Burg wohnen in Frankreich an und vergleichen Sie damit die Herrschaft der Ersten Republik. Sehen Sie sich das Zweite Kaiserreich und die unendlich reichen Kunsttraditionen an, die in ihm entstanden sind und die nur in dem Glanze, der Verschwendung und der Wollust eines königlichen Hofes gedeihen können. Nun haben Sie hier in Preußen einen Friedrich Wilhelm IV., in Bayern einen Maximilian und einen Ludwig. Nehmen Sie zur Hand die Kunstgeschichte, ja, die Geschichte der Artverfeinerung, der Veredelung des Menschengeschlechtes und Sie werden selbst entscheiden können. Nein, ich will keine Demokratie. Sie verflacht und verpöbelt die Menschheit, macht sie roh und lenkt sie in bornierte Interessenwirtschaft. Da kommen die Krämer zur Herrschaft, die Klione, die Gerber und Bauern, die alles hassen, was schön ist, was hoch steht. Nein, ich will nicht die Plepäer Instinkte gegen alles höher geartete Entfesselt wissen. Die ganze Gesellschaft schien auf einen Schlag mit Falk ausgesöhnt zu sein. Aber nun kam der Rückschlag. Er sympathisiere trotzdem mit allen revolutionären Ideen. Ja, das tue er wirklich. Selbst sei er nicht tätig. Dazu interessiere ihn das Leben viel zu wenig. Er sehe nur zu und verfolge die Entwicklung etwa wie ein Astronom, in dem Okular seines Telekopes die Bahn eines Sternes verfolgt. Ja, er sympathisiere wirklich mit den Sozialdemokraten. Er habe nämlich einen Glauben der auf folgenden Prämissen beruhe. Die postulierte ökonomische Gleichheit sei durchaus nicht mit einer Gleichheit der Intelligenzen zu verwechseln. Er sei nun überzeugt, dass in einem Zukunftsverbande der Menschen sich eine Oligarchie der Intelligenzen ausbilden werde, die nach und nach zur Herrschaft gelangen müsse. Dann werde freilich der Lauf der Dinge von neuem seinen Anfang nehmen. Aber er hoffe, dass eine solche Herrschaft ein besserer Anfang sei, als der der jetzigen Kulturepoche, die mit wilder Barbarei begonnen habe. Die herrschende Klasse sei verarmt, durch Inzucht und übergroße Verfeinerung entartet. Die Gefahr einer rohen, ekelhaften Parvenu-Herrschaft, die Herrschaft von Geldbrotzen und unsauberen Händen stehe bevor. Nein, tausendmal nein, das möchte er nicht erleben. Lieber stürzen. Er sei mit Freuden dabei. Der Redakteur erholte sich. Er schien zufriedengestellt. Nur noch eine Frage. Was Falk wohl zu der jetzigen Regierung meine? Die jetzige Regierung sei der Kaiser und für den Kaiser habe er viel Sympathie. Ja, wirklich, er gefalle ihm außerordentlich. Er habe neulich den Hauptmann der Brandmannschaft urplötzlich zum Oberbrandmeister ernannt. Und warum? Weil er den Schlossplatz bei einer Parade so vorzüglich abgesperrt hatte. Die Ernennung sei nicht nach den bürokratischen Prinzipien ausgefallen. Aber darin, die geben das Schöne. Die Willkür. Die große Seele. Kurz alles, was so ungemein zu schätzen sei. Nein, er habe wirklich sehr viel Sympathie für den Kaiser. Und ertrinkte auf das Wohl des deutschen Kaisers. Die Anwesenden sahen sich vertutzt an. Aber alle erhoben sich und stimmten in den Trinkspruch ein. Der sozialdemokratisch angehauchte Redakteur glaubte, unter den Tisch fallen zu sollen. Aber er begnügte sich mit einem nichtssagenden Grinsen. Die Tafel wurde abgebrochen. Falk fühlte instinktiv zwei brennende Augen auf sich gerichtet. Er sah nach der Seite und traf Marits Blick, der bewundernd an ihm hing. Sie schlug die Augen zu Boden. Falk ging auf sie zu. Sie waren sich ganz nahe. Sie wurden durch die vielen Menschen, die sich aus dem Speisezimmer drängten, vorgeschoben und eng aneinandergepresst. Falk überrieselte ein warmer Strom. »Erik, Sie sind ein herrlicher, ein großer Mensch.« Eine dunkle Flutwelle färbte ihr Gesicht. Falk sah sie heiß an. Ein Glanz von Stolz und Liebe verklärte ihre Züge. »Sie sind ja ein Teufelskerl,« kam er Kauer an. »Das nenne ich männlich sprechen. Unser einer möchte auch mal dies und jenes sagen, aber wir wagen es nicht. Verderben Sie mir nur das Mädchen nicht. So revolutionär dürfen Sie zu ihr nicht sprechen.« Falk wollte etwas einwenden. »Nun, nun,« begütigte Herr Kauer, »ich habe zu Ihnen unbedingtes Vertrauen. Sie haben das Herz auf der Zunge. Leben Sie mir wohl. In einer Woche bin ich zurück. Sie dürfen mir nicht wegfahren. Verstehen Sie?« Herr Kauer ging. »Oh, wie Sie herrlich gesprochen haben. Sie glauben gar nicht.« Marit sah Falk voll Bewunderung an. »Oh nein, Fräulein Marit, das war gar nicht herrlich gesprochen. Gegen jeden dieser Sätze ließen sich tausend Einwände machen. Aber das mag wohl gut sein für die Herren, die ihre Weisheit aus dem Kreisplatz schöpfen und höchstens noch aus irgendeiner konservativen Zeitung, die nur Gott und den Kaiser im Munde führt.« »Übrigens, das vom Papste fanden Sie auch gut gesprochen.« Marit beeilte sich zu antworten, »Ja, gewiß, Sie habe jetzt viel, sehr viel über alle diese Sachen nachgedacht, und Sie müsse ihm völlig recht geben.« »Ja, er habe in den meisten Dingen recht.« »Das habe Sie nun eingesehen.« Falk sah sie verwundert an, und darauf war er nicht gefaßt gewesen. Das war wirklich eine merkwürdige Metamorphose. »Warum sind Sie diese ganzen zwei Tage nicht gekommen? Ich habe Sie fortwährend erwartet und mich unerhört gequält. Ja, ich habe mich sehr gequält. Das muss ich Ihnen offen sagen.« »Liebes, gutes, gnädiges Fräulein, das werden Sie wohl am besten wissen. Ich wollte einfach die Ruhe Ihres Gewissens nicht stören. Ja, und dann, wissen Sie, ich bin sehr nervös und darf mich nicht allzu sehr der süßen Qual hingeben, sonst könnte der Strang reißen.« Falk lächelte. Inzwischen gesellte sich zu Ihnen der Redakteur. Er konnte den Trinkspruch auf den deutschen Kaiser nicht verdauen und wollte nun Falk aufs Glatteis führen. Er möchte doch wissen, wie sich er Falk zu den anarchistischen Mordtaten stelle. Er sei doch ein Seelenkern, ein Psychologe. Wie wolle er die erklären? »Ja, Sie sind servisbegierig, Herr Redakteur. Sie verlangen wohl nicht von mir, dass ich hier mein politisches Credo ablege. Aber wir können ja die Dinge von einer Vogelperspektive aus betrachten. Ich begreife die anarchistische Propaganda der Tat. Denn um diese handelt es sich ja hier sehr gut. Ich begreife sie als eine unerhörte Empörung gegen die soziale Gerechtigkeit. Ja, wir Satten, wir, die das Privileg haben, nicht zu arbeiten. Oder wenigstens uns eine Arbeit auszusuchen, die uns ein Genuss ist. Wir nennen es Gerechtigkeit, wenn unsere Brüder in Christo um vier oder fünf Uhr morgens aufstehen müssen. Zwölf Stunden ununterbrochen Tagelöhnern uns Privilegierte bedienen. Nun, ich brauche Ihnen wohl nicht aufzuzählen, welche Dinge wir als sozial gerecht ansehen. Aber Sie müssen begreifen, dass es Menschen gibt, die sich damit nicht aussöhnen können. Die sich gegen eine solche Gerechtigkeit in naiver Wut auflehnen. Nun, die Wut kann, wenn sie durch gewisse Umstände noch begünstigt wird, wie zum Beispiel vergebliches Suchen nach Arbeit, also Arbeitslosigkeit oder Hunger oder Krankheit, sich zu einer Höhe steigern, dass sie geradezu in Wahnsinn umgibt. Und nun nehmen Sie einen Menschen, der Tag aus, Tag eins, solche Beispiele unerhörter sozialer Grausamkeit ansieht. Nehmen Sie einen Menschen, der Zeuge ist, wie die Arbeiter bei einem Streikaufruhr wie Hunde totgeschossen, wie sie durch gewaltige Kapitalien ausgehungert und in ihrem berechtigten Widerstande lahmgelegt werden. Glauben Sie nicht, dass solche Beispiele dieser, unseren sozialen Gerechtigkeit genügen, um bei einem Menschen, der ein starkes Herz hat, eine Rachsucht zu erzeugen, die sich blindlings an dem ersten Besten von den sozial Privilegierten sättigen will, sättigen muss. Unser Herz ist abgestumpft, mein Herr. Unser Herz ist schwach und burniert, wie unsere Interessen es sind. Es hat Auge und Ohr nur für unsere eigenen kleinlichen Zustände. Aber nehmen Sie einen Menschen, der stark und überschwänglich und kindlich genug ist, um sich als eine ganze Welt zu fühlen, ja, nehmen Sie beispielsweise jenen Henri. Was hat ihn zu seinen Mordtaten getrieben? Ein Herz, ein großes Herz, dessen Macht wir abgestumpften kleinen Egoisten nicht begreifen können. Ein Herz, das mit furchtbarer Resonanz auf all den Jammer, all die Ohnmacht ringsherum antwortet. Er wurde zum Verbrecher, freilich, aber er war kein gewöhnlicher Verbrecher. Er war Verbrecher aus Empörung, ein Entrüstungsverbrecher. Das ist ein großer Unterschied. Im Effekt natürlich kommt es auf dasselbe hinaus. Aber wir sind doch wohl in unserer Urteilskraft schon so weit vorgeschritten, dass wir nicht nach dem Erfolg, sondern nach Motiven, Kategorien zu bilden, anfangen können. Um Falk herum hatte sich eine Gruppe gebildet, die aufmerksam zuhörte. Der Redakteur hielt jetzt die Gelegenheit schon günstig, Falk vor den reaktionären Elementen bloßzustellen. »Sie entschuldigen also die anarchistischen Mordtaten vollkommen?« Der Redakteur grinste schadenfroh. »Sie hätten also Henri ohne weiteres begnadigt?« Falk überflog die um ihn stehenden Menschen mit den Augen und sagte sehr ruhig. »Nein, das hätte ich nicht getan. Ich gehöre selbst zu den Privilegierten, riskiere also im nächsten Augenblick bei einer Explosion in die Luft zu fliegen. Befinde mich also in einer Art Notwehr, die den Tod Henri's unerlässlich macht. Gleichzeitig aber sage ich mir, von meinem Standpunkt habe ich Recht. Aber Henri hatte von seinem auch Recht. Er ging durch die soziale Gerechtigkeit oder vielmehr soziale Willkür zugrunde, die allein Macht und Recht gibt. Sie werden sich wohl aber denken können, dass die soziale Willkür sich ebenso gut auf Henri's Seite stellen könnte. Und dann würde Henri als ein großer Held gepriesen werden. Nehmen Sie zum Beispiel einen Krieg. Ist es nicht ein gewaltiger Massenmord? Aber im Kriege zu morden ist süß und ehrenvoll, wie jener Römer singt. Naja, das gehört nicht zur Sache. Aber ich bitte Sie, mich nicht misszuverstehen. Wir sehen die Dinge von einer Vogelperspektive aus. Ich sage nur, ich kann eine solche Empörung verstehen. Wir haben nämlich alle die psychischen Keime in uns, aus denen sich nachher die intensivsten Formen von Mord, Raub usw. entwickeln können. Dass Sie es nicht tun, ist reiner Zufall. Übrigens glaube ich, dass wir solche Empörung alle verstehen können. Wie oft hat nicht ein jeder von uns sich diesem Gefühl schon hingegeben? Falks scharfe Augen entdeckten den Direktor, der etwas abseits stand. Sehen Sie, meine Herren, ich ging zum Beispiel vorgestern in meiner Empörung so weit, dass ich der so hochgeschätzten, so wohlverdienten Person des Herrn Direktors Ohrfeigen angeboten habe. Die Umstehenden sahen sich unwillkürlich mit diskretem Lächeln nach dem Direktor um. Ja, ich bereue es aufrichtig, aber im Moment einer intensiven Gefühlsaufwallung habe ich es getan. Weswegen? Ja, meine Herren, wenn man über die Schriften eines Mannes empört ist, so geht man wahrhaftig nicht in die Schule und lässt seinen Grimm vor dummen Knaben in etwas unzivilisierten Ausdrücken freien Lauf. Nein, das tut ein Gentleman nicht. Vielleicht ist das hierzulande Sitte, aber ich bin an europäische Sitten gewöhnt. Ja, richtig, Herr Redakteur. Sie haben recht, wenn Sie mich an das Resümee erinnern. Das Resümee, hm, ja, das Resümee. Ich begreife den Anarchismus als Propaganda der Tat. Ich kann ihn mir erklären. Ich kann alle psychischen Bestandteile, aus denen sich die Idee eines politischen Mordes entwickelt, einem nach dem anderen prüfen, zerlegen, verstehen, ebenso wie ich die Affektformen verstehen, zerlegen und betrachten kann, die in ihrer gesteigerten Intensität zum gewöhnlichen Wahnsinn werden, zu einer Manie, einer Melancholie und so weiter und so weiter. Nein, mit Falk ließ ich nichts anfangen. Er war glatt wie ein Mal. Der Redakteur entfernte sich beschämt. Marit stand die ganze Zeit an Eriks Seite. Sie fühlte sich ihm so nahe, so nahe, sie war glücklich und stolz. Er wandte sich so oft an sie, sprach beinahe zu ihr. Ja, er hatte das schöne, große, herrliche Herz, von dem er sprach. Er hatte das stolze Herz der Empörung und des Mutes. Für einer ganzen Welt bekennt er offen und mutig, was er denkt. Und wie schön er war an dieser Atmosphäre, dicker, dummer Menschen. Wie herrlich sein geistvolles Gesicht und die feinen, diskreten Gebärden, mit denen er seine Worte begleitete. Ein mächtiges Jubelgefühl erfüllte ihre ganze Seele, das Gefühl einer grenzenlosen Hingebung. Sie zitterte und ihr Gesicht färbte sich purpurrot. Falk verschwand auf einen Augenblick. Wollen wir nicht gehen, flüsterte er Marit ihm zu, als er zurückkam. Marit erhob sich. Es war Sitte hier im Hause, ohne die üblichen Abschiedsformen zu gehen. Der Landrat war nervös und liebt es, wenn die Menschen gingen und kamen, ohne ein Wort zu sagen. Achtes Kapitel Als sie beide vor die Tür traten, wurde Falk ein wenig unruhig. Er hat den Kutscher nach Hause geschickt. Die Nacht sei so herrlich, er möchte sie so gern zu Fuß nach Hause begleiten. Für sie wird es auch gut sein, wenn sie sich ein wenig von der stupiden Gesellschaft in freier Luft erhole. Falks Stimme zitterte ein wenig. Marit sprach kein Wort. Eine dunkle Beklommenheit benahm ihr fast den Atem. Sie traten aufs freie Feld, beide nachdenklich, schweigend. Nun war der Augenblick gekommen, wo man in die Seele des Wesens, das man liebt, hineinschauen kann, wie in die eigene. Falk fühlte ihre Seele wie eine Roulette-Kugel von einer Grenze, von seiner Suggestionen zur anderen hin- und herrollen. Ob sie nicht seinen Arm nehmen wolle. Der Weg sei sehr schlecht, er habe viele Löcher, man könne sich sehr leicht den Fuß verstauen. Sie nahm stumm seinen Arm. Er presste ihn sehr fest an seine Brust und fühlte, wie sie bebte. Falk wusste, dass er jetzt nicht sprechen könne. Seine Stimme würde umkippen. Er kämpfte gegen diese Aufregung. Aber seine Unruhe wuchs und wuchs. Nein, er raffte sich auf. Nein, jetzt nicht. Das erinnerte ihn an die Art der Bauern, die gleich mit beiden Händen teppisch zugreifen. Der Mond goss fahle Ströme Licht auf die Wiesen. In der Ferne sah man hoch aufgeschichtete schwarze Haufen Torf. Falk versuchte sich zu bemeistern. Er wollte das Glück, das er jetzt genießen konnte, weiter hinausschieben. Er wollte es langsam genießen. Sie blieben stehen und betrachteten die Landschaft. Dann gingen sie wieder, sahen sich aber nicht an. Es war, als ob sie eine Art Scham voreinander empfänden. Jetzt blieb Falk wieder stehen. Merkwürdig jedes Mal, wenn ich die Torfhaufe sehe, muss ich immer an einen sonderbaren Mann aus meinem Heimatdorf denken. Er war Torfstecher bei meinem Vater. Selbstverständlich trank er wie fast alle unsere Knechte und hatte eine große, fixe Idee. Falk suchte instinktiv, die geschlechtliche Konzentration durch Erzählungen zu lockern und zu zerstreuen. Dann würde er das Mädchen desto sicherer nachher überrumpeln können. Sie wissen, aus dem Torfmoor steigen zu Zeiten Irrlichter auf, die sich mit fabelhafter Geschwindigkeit hin und her bewegen. Der Mann setzte sich nun in den Kopf, dass die Irrlichterseelen von verstorbenen Freimaurern seien. Damals erschien auch die berühmte päpstliche Enzyklika, in der geschrieben steht, dass die Freimaurer von Bösem besessen seien. Nun lief der Mann die ganze Nacht herum und schoß nach den Irrlichtern aus einer alten Pistole. Mit somnambuler Sicherheit sprang er über die breiten Torfgräben, kroch durch den Motter und das dichteste Gestrüpp wie ein Sumpftier, versank manchmal bis zum Halse in dem Morast, arbeitete sich wieder heraus und schoß unaufhörlich. Es lag darin eine furchtbare Tragik. Ich habe ihn einmal nach einer solchen Nacht gesehen. Seine Augen waren herausgequollen und mit Blut unterlaufen. Der Kot saß fingerdick auf seinen Kleidern. Er war ganz durchnäßt. Das dicke Sumpfwasser troff von ihm herab. Seine Haare waren zu Strähnen durch den Kot zusammengeklebt. Aber er war glücklich. Er schwang die Pistole hin und her und sprang und schrie vor Glück. Er hatte nämlich in dieser Nacht eine freie Maurerseele mit einem Zwanzigfennigstück geschossen. Als er zusah, war von dem Irrlicht nur ein Häufchen Teer übrig. Die Pistole war seitdem sein Heiligtum. Aber einmal wurde er ins Gefängnis eingesperrt, weil er seinen Sohn nicht in die Schule schickte. Der Junge blieb allein zu Hause, die Mutter nämlich war längst weggelaufen, und hütete auf den Torfwiesen die Ziege, den einzigen Reichtum des Torfstechers. Ja, nun fiel dem Jungen ein, die Pistole zu holen, um das Kind des Nachbarn, das er auch behüten sollte, in Angst zu setzen. Er drehte die Pistole mit der Mündung nach seinem Mund zu und hielt ein brennendes Streichholz in die Nähe der Pfanne. »Pass auf, jetzt schieße ich mich tot!« Er hielt das Streichholz immer näher. Das Kind bekommt Angst, fängt an zu schreien, und in dem Augenblick entlädt sich die Pistole. Der Junge bekommt die ganze Ladung in den Mund. Ich kam gerade aus der Schule und war Zeuge der Szene, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Der Junge lief in wahnsinniger Angst herum, das Blut quoll ihm aus Nase und Mund, und bei jedem Todesschrei schoss und gobelte der Gischt in dunklem Strom hervor. Das Kind verstand nichts und lachte herzlich über die tollen Sprünge. Nur die Ziege schien es verstanden zu haben. In wilder Angst hatte sie sich von dem Pflock, an dem sie angebunden war, losgerissen. Sie sprang, nein, wissen Sie, das können Sie sich wirklich nicht vorstellen, sie sprang über den langen, schmächtigen Jungen weg, und dann über einen weiten Graben und wieder zurück. Es war furchtbar. Marit war ganz aufgeregt. »Das muss grässlich gewesen sein. Ist der Junge gestorben? Ja, er starb. Wieder gingen sie stillschweigend nebeneinander her. Sie waren sich ganz, ganz nahe. Herr Gott, sahen Sie heute wunderbar aus. Sie hatten im Gesicht einen Ausdruck. Wissen Sie, einen Ausdruck, den ich erst einmal bei Ihnen gesehen habe? Ja, einmal vor einem Jahre. Wir waren so froh wie Kinder und so glücklich. Weiß Gott, es war schön. Und dann standen wir abends auf der Veranda. In der Ferne hörten wir die Klosterglocken zum Ave Maria läuten. Und sie standen da und sahen vor sich hin mit dem Ausdruck einer unaussprechlichen Innigkeit und Seligkeit. Es war wie ein Meer von Lichtem Golde um sie her. Und heute sah ich es wieder. Falk bebte. Ich sah sie heute den ganzen Abend an. Ich bewunderte sie und war glücklich und fühlte sie ganz nah bei mir. Bei mir! Er presste sie noch fest an sich. Seine Stimme keuchte fast. Marit, ich liebe dich, ich! Seine Hand umschlang die Ihre. Sie fühlte, wie heiße Ströme in sie übertraten. Ich bin nur deines Weges hergekommen. Ich lag da in Paris und sehnte mich wie verrückt nach dir. Ich musste kommen. Und jetzt, weißt du, jetzt habe ich eine krampfhafte Lust, dich auf meine Hände zu nehmen und an mein Herz so wild, so wild zu pressen und deine Brust an meiner Atmen, dein Herz an meinem Klopfen zu hören. Sie, Marit, mein Gold, mein Alles, ich werde alles, alles für dich tun. Du darfst dich nicht sträuben. Du gibst mir ein unnennbares Glück. Du gibst mir alles dadurch. Sie, ich habe so gelitten. Mein süßes Mädchen, meine Sonne, gib mir das Glück. Um sie beide herum flocht sich enger und enger die heiße, geschlechtliche Atmosphäre. Sie konnte kaum atmen. Ich war so maßlos unglücklich die ganze Zeit, weil ich dich so endlos liebe. Niemals habe ich ein Wesen vor dir so geliebt. Sie fühlte über sich zwei abgründige Augen, wie zwei Sterne leuchten. In ihrem Kopf wurde es wirr. Sie konnte nicht denken, verstand nur seine heißen, keuchenden Worte, die wie heiße Bluttropfen in ihre Seele niederfielen. Und über sich sah sie zwei abgründige Sterne, die sie lenkten und zogen und an ihr zerrten. Sie fühlte, wie er sie umschlang, wie er ihren Mund suchte und fühlte seine heißen, fiebernden Lippen, wie sie sich in ihre Lippen saugten. Sie sträubte sich nicht mehr. Ihre ganze Seele warf sich in den einen Kuss. Sie umschlang ihn. Es war wie ein Jauchzen, das mit wilden Sprüngen über einen Abgrund tanzt. Sie küßte ihn. Falk hatte diese wilde Leidenschaft nicht bei ihr vermutet. Eine heiße Dankbarkeit stieg in ihm auf. Du wirst mein sein, Marie. Du wirst es, wirst. Ja, das musste wohl sein. Sie fühlte es. Das musste sein. Die Augen. Die furchtbaren Augen über ihr. Und die Stimme. Es klang wie ein Befehl. Nur lass mich, jetzt, lass mich, zur Besinnung, lass. Sie gingen wieder schweigend nebeneinander, zitternd mit verhaltenem Atem. Du wirst mein sein. Wie, wie, was? Falk schwieg. Den Rest des Weges sprachen sie kein Wort. An der Gartentür reichten sie sich stumm die Hände. Ende von Abschnitt 10 Abschnitt 11 von Homo Sapiens Romantrilogie von Stanislaw Pschibyshevsky Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Teil 2 Unterwegs Neuntes Kapitel Falk ging. Er blieb auf dem Wege stehen. Ob er nicht zurückkehren soll, sie auf seine Hände nehmen und auf ihr Zimmer hinauftragen. Ja, sie bitten, nur vor ihrem Bett kauern dürfen, mit ihr zusammen wilde Gebete stammeln. Er prüfte sich plötzlich, ob dies wirklich ein unüberwindliches Verlangen in ihm sei, oder nur die Absicht, Marit, neue Suggestionen seiner großen Leidenschaft zu geben. Ja, ob er wirklich dies verlangen habe, oder sei es gar nur eine Autosuggestion. Er prüfte sich und prüfte, aber er konnte wirklich nicht unterscheiden. Er hatte so viele Pläne geschmiedet, wie er sie erobern könnte, so viele Worte, sich selber vorgesprochen, so viele Gefühle erdichtet und erlogen, dass er nicht mehr unterscheiden konnte. Was echt daran und was, ja, wie sollte er es nennen, künstliches Wachstum war. Die Suggestionen, mit denen er auf sie einwirken wollte, wurden zu Realitäten, oder sie nahmen wenigstens die Form realer Gefühle an. Die Worte, die er früher mit dem Gehirne erfunden hatte, bekamen jetzt geschlechtliche Wärme. Er hatte so oft Gefühle gespielt, bis er sie tatsächlich in sich erzeugt hatte. Ihm kam es vor, als hätten sich gewisse Gehirnstellen einen neuen Blutumlauf geschaffen. Warum denn komme sein Herz in diese Zuckungen, wenn er jetzt Liebesworte wiederholte, die er früher kaltglütig, ohne die geringste Spur von seelischer Erregung hundertmal gesprochen hatte? Falk verlor sich in psychologische Untersuchungen über die Formen einer Liebe, die durch Autosuggestion erzeugt werde. Er dachte nach, wie er sie schildern würde. Ja, er könne an nichts anderes denken. Er müsse sein Gehirn beruhigen. Also, er habe einen Auftrag von einer psychologischen Zeitschrift. Ja, Zeitschrift für wissenschaftliche Psychologie. Wie werde er es nun klar machen? Nun, ein oft wiederholter, im Gehirne wiederholter Zustand hat sich mit neuen Blutbahnen verknüpft, auf diese so lange eingewirkt, dass ein regelmäßiger Blutumlauf entstanden ist. Und so wurde der Gedankenzustand zu einem sinnlichen Zustand. Ja, so. Das würde wohl stimmen. Es wurde ein sinnlicher Effekt durch reine Gedankensuggestion erzeugt. Er hörte einen Wagen dicht an ihm vorbei rollen. An den Seiten brannten Laternen und er sah, wie der Wagen an einer scharfen Straßenkrümmung umbog. Dann sah er nur noch die Lichter, sich in schnellem Laufe weiter bewegen. Er verfolgte sie, bis sie in dem Wald verschwanden. Unwillkürlich musste er an die Irrlichter des Torfstechers denken. Dann sah er sich um. Dort lag Maritz Haus. Ja, er könnte hineingehen. Vielleicht erwartete sie ihn. Vielleicht würde sie sehr glücklich sein, wenn er jetzt so plötzlich erschiene. Vielleicht geht sie im Park herum, um sich abzukühlen. Oder ist an den See gegangen, um sich auf den großen Stein zu setzen, auf dem sie beide so oft zusammen saßen. Ja, dicht an dem Graben, an der Schlucht, wo der Boden ringsherum so tief aufgerissen war. Merkwürdig diese Schlucht. Ob das wohl ein altes Flussbett sein könnte? Nun ging er, blieb stehen, ging wieder. Sein Gehirn war sehr ermüdet. Und doch diese eigentümliche Tendenz zu grübeln. Wieder dachte er an dem psychologischen Aufsatz. Nein, das ließe sich wohl besser für eine Novelle verwerten. Also, der Mann hat diese autosuggestive Liebe. Bien, gut. Nun aber hat er nebenbei noch eine wirkliche Liebe, die er beständig fühlt. Ja, ganz so, wie man ein krankes Organ in seinem Körper fühlt. Er liebt also gleichzeitig. Das heißt, er liebt beide. Nur, die eine ist zuerst ins Individuelle getreten und trat später ins Gehirn. Die andere hat den umgekehrten Weg genommen, und das Urewige in unserem Helden fängt allmählich heftig an zu reagieren. Ja, Falk fühlte deutlich, wie es reagierte. Aber gleichzeitig empfand er eine große, satte Müdigkeit. Jetzt war ihm Merkwürdig wieder ganz gleichgültig. Nur ein Vorschmack des Geschlechtes, und schon war er satt. Morgen werde freilich eine Reintegration eintreten. Aber es war eine unleugbare Tatsache, dass er sich heute Abend, ja, heute Abend, den 28. April satt fühle. Also liebte er Merkwürdig nicht, denn dieses Gefühl hat er niemals bei seiner Frau empfunden. Nein, niemals. Ja, und die ganze Zeit nach der Umarmung vorhin. Er hatte deutlich gefühlt wie eine Art, ha, Scham. Ja, Scham, wie nach einem Verbrechen. Scham vor sich selbst und vor ihr, zwischen ihnen hin und her wugte. War es Glück? Nein. War es Schmerz? Ja, ganz gewiss, Schmerz und Scham. Aber die echte, nicht die suggerierte Liebe. Die Liebe, die entsteht, weil sie entstehen muss. Die Liebe, die kein Gehirn hat, kein Denkorgan, nur zwei Herzbeutel und eine Aorta. Diese Liebe kennt keinen Scham. Nein, gewiss nicht. Er dachte an sein Liebesverhältnis zu seiner Frau. Sie nahmen sich, weil sie sich nehmen mußten, und waren glücklich. Was ist es also? Ja, was ist es? Nun bitte, Herr Erik Falk, Sie sind Angeklagter und Ankläger zugleich. Sie sind Herr Falk und Herr X. Also, Herr X, Sie beschuldigen mich, dass ich ein Mädchen verführt und somit zerstört habe. Nun hören Sie, Sie sind ein intelligenter Mensch, und ich kann vor Ihnen mit einem Arsenal von Gründen vorfahren. Also, or la méthode point de salut. Methodisch und systematisch, Herr X. Primo entstand in mir die Suggestion, dass ich dieses Mädchen besitzen muss. Da nun eine ähnliche Suggestion niemals vorher in mir entstanden ist, so muss ich sagen, diese Suggestion ist eine außergewöhnliche, und infolgedessen verdient sie eine ganz besondere Aufmerksamkeit. Falk untersuchte petantisch, ob er etwas nicht exakt genug präzisiert habe. Ja, es ist also eine außerordentliche Suggestion. Wie sie entstanden ist, weiß ich nicht. Ich kann nämlich tausend Dinge nennen, die Sie erzeugt haben mögen. Ich nenne sie zuweilen auch, aber ich weiß, dass mein Gehirn mich belügt, dass ich sozusagen der Hahnreihe meines Gehirns bin. Und so sage ich, den Ursprung dieser Suggestion kenne ich nicht. Ich vermag nur, ihren Charakter zu erkennen. Sie ist eine geschlechtliche Suggestion. Sie war es von Anfang an. Falk dachte an eine Reihe von Gefühlserlebnissen, die in dieser Richtung lagen. Zuerst am dritten Tage ihrer Bekanntschaft. Sie war auf dem Bahnhof gewesen, um einen eiligen Brief in den Kasten des Zuges zu werfen. Er hatte sie in der Stadt getroffen. Ja, an dem Eckhaus, in dem der Uhrmacher wohnt. Sie wurde verlegen, und er auch. Warum wurde er verlegen? Er hatte sich gleich erstaunt danach gefragt. Dann begleitete er sie und sprach viel. Ja, worüber sprach er doch gleich. Richtig. Über Religion. Halt, da liegt ein wichtiges Argument. Herr X, bitte können Sie mir sagen, warum ich gleich von Anfang an, ohne ein klares Bewusstsein des Endzweckes, mich darauf kapriziert habe, Ihre religiösen Dogmen zu zerstören. Ja, bitte sehr, Sie kennen mich doch und wissen, dass es mir absolut gleichgültig ist, ob ein Mensch glaubt oder nicht. Sie wissen auch, dass ich selten von meinen Ideen spreche, weil ich es als unfein betrachte, Suggestionen aufzudrängen. Nun sehen Sie, Herr X, bevor ich dessen bewusst war, arbeitete schon mein Geschlecht mit folgerichtiger Logik in mir und argumentierte so. Solange sie Religion hat, werde ich sie niemals besitzen. Folglich ist das Religiöse in ihr der erste und wichtigste Angriffspunkt. Sie können mir wirklich glauben, Herr X, ich kann Ihnen versichern, dass ich nicht einen Augenblick daran dachte, das Mädchen zu besitzen, bevor ich nicht an jenem Tage die Stimme des Blutes zu hören bekam. Sehen Sie, es war gerade am Kirchhof, dicht unter der Birke, deren Zweige über den Zaun hängen, da merkte ich plötzlich, es mag wohl etwas Persönliches in meine Rede gekommen sein, wie meine Stimme eine sonderbare Tendenz bekam, ins Flüstern, ins Vertrauliche Raunen umzukippen. Und dann fühlte ich ein eigentümliches Glühen um meine Augen, und die Haut unter den Augen fühlte ich sich in kleine Fälchen liegen, wodurch der Ausdruck meiner Augen etwas Faunhaftes bekommt. Dieses letzte fühlte ich deutlich, weil ich diese Fälchen zuerst bei meinem Vater gesehen habe, als er sich in unsere Gouvernante verliebte. Ich habe sie dann ganz vergessen, bis ich sie einmal plötzlich vor drei Jahren in einer Art Vision wieder deutlich vor mir sah. Seitdem denke ich immer an sie. Ja, nun wußte ich bestimmt, es ist das Geschlecht. Und nun wuchs es in mir, und wuchs unaufhörlich, und ließ mir keine Ruhe. Und nun muß ich, ja, ich muß. Warum? Ich weiß es nicht. Ja, ja, ich kenne Sie, Herr X. Sie interessiert das Thema. Sie möchten Ihre Weisheit glänzen lassen, die Frage lösen und mit Gründen belegen. Ja, ist gut. Ich kann nämlich folgendermaßen argumentieren. Die Periode des Weibes ist von dem Einfluss des Mondes abhängig. Wieso, werden Sie erstaunt fragen. Hören Sie also. Das erste Lebewesen war ein Seetier. Der Mond hat bekanntermaßen einen großen Einfluss auf das Wasser. Und selbstverständlich wird der Einfluss, der auf das Medium einwirkt, sich auch auf das Lebewesen, das in diesem Medium lebt, erstrecken. Das Lebewesen verjärbt nun diesen regelmäßig wiederkehrenden Einfluss auf seine Nachkommen, als eine fertig organisierte Eigenschaft. Grott errat Demonstrantum. Ja, gut, sehr gut. Ich weiß, dass Sie durchaus nicht so entfernte Gründe an den Haaren herbeiziehen, sagen Sie. Nun gut, also an den Haaren herbeizuziehen brauchen, aber auch die nächsten Gründe haben denselben Wert. Falk drehte sich um. Ihm war, als hörte er den Redakteur hinter seinem Rücken grinsen. Dann glauben Sie wohl am Ende an die vierte Dimension? Ja, wissen Sie, Herr Redakteur, Sie sind ein Mann der positiven Ideen und des positiven Lebensgangs. Sie sind ein Rationalist und ein Materialist. Ich ehre Sie und schätze Sie sehr hoch. Aber solange Sie mir die Nicht-Existenz dreier Wesen zwischen uns beiden, uns, groß gedacht, weil wir uns gegenseitig zu schätzen wissen, Ja, solange Sie die nicht beweisen können, werde ich auch nicht aufhören, die Möglichkeit einer solchen Dimension zuzugeben. Weil Sie das nicht sehen, noch riechen, noch hören? Nun, das ist kein Beweis. Man kann nämlich hundert Sinne in latenten Zustände haben, die sich später einmal im Menschengeschlecht entwickeln werden. Wissen Sie zum Beispiel, dass man neulich einen neuen Sinn gefunden hat, der sich Organsinn betitelt? Nun, man wird bald noch mehr neue Sinne finden, so zum Beispiel einen Individualsinn, der das riecht und hört, was Sie selbst nicht riechen oder hören können. Daran glauben Sie nicht? Ja, dann erklären Sie mir folgende Tatsache. Ich träume, die Tür wird aufgelissen. Ein Mann tritt herein. Ich springe erschreckt vom Bett. Kein Mensch im Zimmer. Erst nach etwa drei Minuten kommt wirklich mein Bekannter. Nun bedenken Sie, das Haus, das ich damals bewohnte, war hundert Meter weit vom nächsten Hause entfernt. Vor meinem Hause war eine Wiese, die alle Schritte fast unhörbar machte. Und doch hat etwas in mir die Schritte meines Bekannten auf eine Entfernung von drei Minuten gehört. Also, mein Herr, eine Entfernung, auf die ein Mensch in wachem Zustand ganz unmöglich, auch nur ahnend etwas hören kann. Es hört also etwas in mir, was ich nicht höre, nicht wahr? Ja, aber die Nicht-Existenz, bitte, bitte, ich bin ganz ungeduldig. Sehen Sie, die können Sie mir nicht beweisen, aber trösten Sie sich, Sie sind trotzdem ein großer Mann. Sie können ruhig unserem Herrgott als Schaufel dienen, mit der er den Menschenverstand in die Köpfe schaufelt. Falk wurde müde. In seinem Gehirne fing sich alles an zu verwirren. Er wiederholte sich nur, wiederholte seine eigenen Worte und Sätze. Plötzlich sah er das Kloster vor sich. Merkwürdig, dass er den Kirchhof vorher nicht gesehen hatte. Marit! Marit! Herrgott, wie kam er jetzt nur auf Marit? Er wurde nervös. Warum er sich nur so plötzlich an Marit erinnerte? Er dachte nach, blieb stehen, ging eine Runde, merkte es, ging wieder, wurde ärgerlich, wurde wieder eifrig im Denken, Schweiß trat ihm auf die Stirn. Plötzlich hatte er es. Er war ganz glücklich. Sehen Sie, Herr Redakteur, Sie, Allwisser, Sie, drittes Auge unseres lieben Herrgottes, sehen Sie sich doch nur diesen Fall an. Ich bitte Sie, mit welcher Beziehung steht Marit zu diesem Kloster? Ja, selbstverständlich, Sie war in einem Kloster erzogen, daran habe ich früher gedacht, nicht heute. Aber sagen Sie mir, wie kam wohl die Beziehung jetzt in meine Seele? Sie wissen es nicht, nun, ich werde es Ihnen sagen. Sehen Sie, ich habe eine große Wut gegen die Klöster im Allgemeinen, weil mir ein Kloster meine Marit verpfuscht hat. Und nun brauche ich ein Kloster nur zu sehen, und so verdenke ich an Marit. Und wenn ich hunderttausend Klöster sehe, würde ich immer und jedes Mal an Marit denken. Da drin, in dem erstaunlichen Wundersinn, hat sich sofort eine unlösliche Verbindung gebildet. Verstehen Sie? Und dann ging ich, als ich darüber nachdachte, ganz unbewusst hier auf dem Wege, in der Runde, bis ich es merkte. Wissen Sie weshalb? Weil ich beim Denken im Zimmer herumzugehen pflege, und ich denke fast immer im Zimmer. Sehen Sie, mein Herr, gehen Sie ins physiologische Laboratorium und merken Sie auf. Ich nehme hier eine Ratte. Nun trage ich ihr ganze Gehirnteil ab, bis an die Brücke. Selbstverständlich wissen Sie wieder nicht, was Brücke im Gehirn heißt. Ja, das muss ein Mensch wissen, der Anspruch auf Bildung erhebt. Nun sehen Sie, die Ratte ist ganz dumm. Sie fühlt nichts, hört nichts, sie empfindet nichts. Sie ist einfach geistig tot. Nun sollen Sie ein Wunder schauen. Ich nehme eine Katze und prügle sie. Die Katze miaut. Sehen Sie, sehen Sie, wie die Ratte unruhig wird, wie sie weglaufen will? Wissen Sie nun, was der erstaunliche Wundersinn, der Individualsinn ist? Übrigens sind Sie mir der gleichgültigste Mensch von der Welt, verstehen Sie? Das heißt, Sie sind ein Esel. Aber Falk konnte sprechen, was er wollte, denken, woran er wollte, um sich abzulenken und absichtlich zu zerstreuen. Durch alles schimmerte ein heißer Untergrund. Marit. Marit. Plötzlich fühlte er einen heftigen Ruck. Denk zu, ein normaler Mensch. Er ging in Fieberschauern. Angst stieg in ihm auf. Ihm war, als rolle er in einen öden Abgrund und alles wurde weggefegt von der Welt. Nun hörte das Denken auf und nur das furchtbare, fieberische Angstgefühl wurde immer wüster. Alles schwarz, öde, trostlos. Dann wurde wieder Licht in seinem Kopfe. Das Leben, das nun kommen sollte, mit dieser Unruhe, dieser ewigen Qual und Sehnsucht, rollte sich vor seinem Blicken auf. Ja, wozu denn? Wozu? Wozu das alles? Wozu quäle ich mich? Wozu all diese Anstrengungen? Dies ganze Hin- und Herrennen, nur um das lächerliche Lust des Geschlechtes zu befriedigen? Er lachte höhnisch. Ist es nicht idiotisch? Aber wieder fühlte er die Angst, eine unerhörte, wahnsinnige Angst, wie er sie niemals vorher gefühlt. Und mit starren, aufgerissenen Augen keuchte er hervor. Warum? Warum? Er sprang über den Graben mit Jemrug und kam zur Besinnung. Ihm war, als würde er von Bestien gelst. Nun musste er denken, ganz vernünftig und logisch denken. Das würde ihn beruhigen. Aber immer griff durch all sein Denken das furchtbare Warum hindurch. Er suchte sich das vorzustellen. Er sei also ein Instrument in der Hand eines Dinges, das er nicht kenne. Das in ihm tätig sei. Das tue, was es wolle. Und sein Gehirn sei nur ein ganz gewöhnlicher Handlanger. Wenn er jetzt Marit verführe, so sei es nicht seine Schuld. Nein, durchaus nicht. Er müsse es tun. Es sei seine fixe Idee. Nicht wahr, Herr Falk. Es ist eine ganz fest Ring an Ring gereite Kette, an die sich immer neue Ringe mit Notwendigkeit anreihen. Irgendeine psychische Spiralfeder, ein psychisches Ohrwerk wurde aufgezogen, durch tausend äußere Umstände aufgezogen. Und nun müssen sich die Ringe und Räder meiner Handlung eben drehen. Gut. Ich widerstrebe. Ich kämpfe dagegen. Aber selbst das Widerstreben ist von vornherein bestimmt. Und da ich unterliege, so unterliege ich eben. Ich muss. Ja, er sei Akteur und Zuschauer zugleich. Sei zugleich auf der Bühne und sitze im Parkett. Nein, er sitze über sich und konstatiere mit einer Art Übergehirn, dass in seinem gewöhnlichen Gehirne etwas vorgehe. Falk überkam eine furchtbare Traurigkeit. Nein, wozu quäle er sich nun? Er könne ja nicht ankämpfen. Er müsse die Hände in den Schoß legen. Er müsse alles gehen lassen, wie es wolle. Nein, wie es müsse. Ja, müsse. Müsse. Falk war sehr abgespannt. Wie ein Regenbogen. Nach einem Gewitter erschien ihm plötzlich das Gesicht eines Knaben. Ein Gefühl der Sehnsucht übermannte ihn. Ein würgendes Mitleid mit sich selbst. Eine Sehnsucht nach Menschen. So kam er in die Stadt. Er musste vor dem Hause des Landrats vorbei. Aus der Tür traten gerade der Redakteur und der junge Arzt. Wohin sind Sie denn so plötzlich verschwunden? Falk wurde etwas verwirrt. Er habe Fräulein Kauer nach Hause begleitet. Der Kutscher sei nämlich sinnlos betrunken gewesen und da wäre es nicht ratsam gewesen, ihm das junge Mädchen anzuvertrauen. Ob er nicht bei Pflaumen noch einen Schlafpunsch nehmen möchte. Falk besann sich. Wieder fühlte er die lauernde Angst. Nur nicht allein sein. Nein, um Gottes Willen nicht. Ja, das will ich sehr gerne. Elftes Kapitel Fußnote. Die Kapitelzählung des Originals ist falsch. Dort wird nach Kapitel 9 gleich mit 11 fortgeführt. Ende Fußnote. Das Restaurant war trotz der vorgerückten Stunde nicht geschlossen. Pflaumen hatte noch Gäste und so gingen sie hinein. Der Redakteur bestellte Wein. Ich freue mich sehr, sagte er, dass wir uns noch getroffen haben. Es war ja furchtbar interessant, wie Sie heute bei Landrats aufgetreten sind. Aber verzeihen Sie mir, Sie urteilen doch wohl ein bisschen zu sehr in Bauschenbogen. Ja, freilich habe ich das getan. Das tue ich oft. Das ist selbstverständlich. Jedes Ding hat wirklich sehr viele verschiedene Seiten, die, verstehen Sie, nicht nebeneinander zur behaglichen Übersicht da liegen. Nein, mein Herr, im Gegenteil. Es gibt die verschiedensten Beleuchtungen. Ein Ding ist wie ein Hektogon. Eine Fläche bekommt da volles Licht. Und nun sehen Sie, das ganze menschliche Urteil beruht darauf, dass nur diese eine Fläche berücksichtigt wird. Und vielleicht noch drei oder vier, die am nächsten liegen. Falk trank das Glas aus. Für seinen Verstand gäbe es überhaupt kein Urteilen. Er könne von keinem Dinge Sicheres aussagen. Wenn er überhaupt urteile, so geschehe es lediglich, weil er sich doch irgendwie verständigen müsse mit den Menschen. Und dann urteile er ebenso wie alle anderen Menschen. Das heißt, er gehe von gewissen Prämissen aus, von denen er wisse, dass sie als gegeben gelten und siehe dann die Konsequenzen. Für ihn selbst aber gäbe es keine Prämissen und daher auch nichts gegebenes. Er bitte also, den Herrn Redakteur seine Meinung nicht als absolute hinzunehmen. Der Redakteur schien das nicht zu verstehen und trank aus Mangel einer Antwort Falk zu. Der junge Arzt forschte wissbegierig und trank sehr eifrig. Plötzlich bekam er Lust, den Redakteur zu ärgern. Falk ulgte so ausgezeichnet. Was meinen Sie wohl, aber in allem Ernste, von einem sozialen Zukunftsstaat? Der Redakteur zwinkelte mit den Augen. Er merkte die boshafte Absicht. Was ich dazu meine, sagte Falk. Ja, ich habe doch schon beim Landrat meine Meinung, die auf gegebenen Wertschätzungen beruht entwickelt. Mich interessiert übrigens dieser ganze Staat nur insofern, als er freilich wieder nur, wenn die Prämissen richtig sind, Herr Doktor, ja nur insofern, als er auf dem Gebiete, auf dem ich tätig bin, gewisse Reformen mit sich bringen kann. Sehen Sie, dann wird zum Beispiel der Staat auch für die Künstler die sozialen Lebensbedingungen schaffen. Und dann können Sie überzeugt sein, dass viele Menschen, die jetzt auf Fort-de-Mieux Künstler geworden sind, weil es heutzutage das bequemste Brot ist, dann lieber Aufsichtsbeamte in irgendeinem Magazine werden, oder sie sonst bei vier- bis sechsstündiger Arbeitszeit und gesellschaftlicher Gleichheit irgendwie nützlich machen. Künstler werden nur diejenigen sein, die es müssen. Der Redakteur, der nun hinter jedem Worte Falks ulkwitterte, warf gereizt ein. Sie scheinen von den Künstlern auch nicht viel zu halten. Nein, wirklich nicht, und zwar, weil es fast keine Künstler gibt. Oder wenn es welche gibt, so verpfuschen sie sich augenblicklich, sobald sie ihre Ware auf den Markt tragen müssen. Für mich ist nur der ein Künstler, der nichts anderes imstande ist zu schaffen, als unter dem unerhörten Zwange einer sozusagen vulkanischen Eruption der Seele. Nur der, bei dem sich alles, was im Gehirne entsteht, schon vorher in den warmen Tiefen des Unbewussten, wollen wir es nennen, glühen, vorbereitet und lange, lange gesammelt hat, der nicht ein Wort, nicht eine Silbe schreibt, die nicht wie ein zuckendes, aus der Seele herausgerissenes Organ ist, mit Blut gefüllt, zum Ganzen strömend, heiß, tief und unheimlich wie das Leben selbst. Nun, solche Künstler habe er doch wohl nie getroffen. Oh, doch, doch, aber nur unter den Verachteten, den Unbekannten, den Gehassten und Verlachten, die der Haufen für Idioten erklärt. Falk trank hastig. Ja, freilich, und einen von den Größten sah ich verkommen und zugrunde gehen. Das war einer, mein Schulkamerad, er war der schönste Mann, der mir begegnet ist. Er war brutal und zwar fein und hart, er war Granit und Ebenholz und immer schön. Ja, er hatte die große grausame Liebe und die große Verachtung. Falk sann nach. Ja, er war sehr merkwürdig. Wissen Sie, das Charakter siert ihn. Wir bekamen einmal das Aufsatzthema, wie Helden nach dem Tode geehrt werden. Wissen Sie, was er schrieb? Was wohl die größte Ehre für einen Helden wäre? Nun? Ja, er schrieb, die schönste Ehre, die er sich für einen Helden denken könnte, würde sein, wenn ein Schäfer die Gebeine des betreffenden Helden zufällig ausschatte, dann aus den hohlen Knochen eine Flöte machte und auf ihr sein Lob bließe. Ein andermal schrieb er über das Thema, welchen Nutzen die Kriege bringen, dass die Kriege eine große Wohltat für die Landwirte seien, dass sie nämlich mit den Leichen der gefallenen Krieger ganz ausgezeichnet den Boden düngten. Leichendünger sei viel besser als Superfassade. Ja, erlauben Sie, das ist brutal, aber brutal wie die Natur selbst. Das ist Hohn, aber der furchtbare Hohn, mit dem die Natur mit uns spielt. Ja, mein Herr, das ist der erhabene, höhnende Ernst der Natur selbst. Der Redakteur schwieg beleidigt. Wolle Herr Falk mit ihm rücktreiben? Das sei doch wirklich nicht schön. Nein, das wolle er gar nicht. Er habe überhaupt noch nie mit einem Menschen gulgt. Am wenigsten mit dem Herrn Redakteur. Ja, dann sind es doch nur persönliche Ansichten, die auch nur für einen Menschen gelten können. Falk empfand eine merkwürdige Gereiztheit, die er nicht begreifen konnte, aber er beherrschte sich. Ja, freilich, meine Ansichten gelten nur für mich. Ich bin ich und somit meine eigene Welt. Nun, Herr Falk, scheine merkwürdig hohe Ansichten von sich zu haben. Ja, die habe ich und die sollte jeder Mensch haben. Wissen Sie, da ist in Dresden ein Mensch, der sich Heinrich Puder nennt. Man hält ihn im Allgemeinen für einen Scharlatan. Und er macht ja allerdings durch sonderbare Schwullen von sich reden. So zum Beispiel hat er neulich von den Staatsanwälten verlangt, dass sie das Spielen Chopin'scher Musik verbieten sollen, weil sie aufreizend und sinnlich sei. Aber trotz all der Schwullen steckt in ihm doch eine merkwürdige Kraft. Kürzlich hat er in München eine Ausstellung eigener Bilder veranstaltet. Die Bilder sollen lächerlich und kindisch sein. Ich weiß es nicht, ich habe sie nicht gesehen. Aber zu der Ausstellung hat er einen Katalog geschrieben, in dem es heißt, Ich bin Heinrich Puder. Ich bin ich. Ich bin weder ein Künstler noch ein Nichtkünstler. Ich habe keine anderen Attribute als nur die, dass ich ich bin. Sehen Sie, das ist gut gesagt. Nein, Sie irren, Herr Doktor. Das ist keine übermäßig anspruchsvolle Bedeutung. Denn sobald ich Mensch bin, bin ich eben ein bedeutendes, unheimlich bedeutendes Stück Natur. Wenn ich nun sage, hier sind meine Bilder. Das ist absoluter Größenwahnsinn, warf der Arzt ein. Er zieht die Menschheit. Es erzeugt die großen Individuen, an denen es in unserer Zeit zu furchtbar mangelt. Es gibt Kraft und Macht und den heiligen Verbrechermut, der bis jetzt noch alles Gewaltige geschaffen hat. Ja, das hat er sicher, Herr Redakteur. Nur das größenwahnsinnige Bewusstsein hat die große Energie und Grausamkeit, den Mut zur Zerstörung, ohne den nichts Neues und Herrliches zustande kommt. Übrigens, ist es gleichgültig, ob man es hat, die Hauptsache, dass man es haben muss. Ja, muss. Wieder stieg in Falk die Unruhe und die Angst tot. Nein, es ist doch furchtbar blödsinnig, uns die Zeit mit dummen Gesprächen zu vertreiben. Dies leere Strohdreschen. Nein, zum Teufel, lustig, trinken wir. Die Lebensrätsel. Hi, Herr Wirth, noch eine Flasche. Und es wurde getrunken. Falk war sehr nervös. Seine Stimmung teilte sich den anderen mit. Man trank sehr hastig. Bald hatte der Redakteur über das Maß getrunken. Ja, er liebe Falk über alles. Er werde sich glücklich schätzen, ihn zum Mitarbeiter zu haben. Falk hatte ihm bestimmt versprochen, von Paris aus regelmäßig Berichte an sein Kreisblatt zu schicken. Der Arzt kicherte. Elbsfelder Wochenblatt, zwei Spalten Annoncen, regelmäßige Berichte aus Paris. Ha, 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 ha. Wo liegt das Tor, Paris? Der Redakteur fühlte sich tödlich beleidigt. Falk bräuchte in sich hinein. Eine unendliche Sehnsucht nach seiner Frau löste sich in ihm. Ja, ihre körperliche Wärme, ihre Hände und Arme. Merkwürdig, wie ihn Marit ganz verlassen hatte. Keine Spur von Verlangen. Er brach auf. Als er nach Hause kam, war es schon Tag. Er kühlte sich die Augen im Waschbecken und öffnete das Fenster. Dann schrieb er folgenden Brief. Mein teures, über alles geliebtes Weib. Ich bin betrunken von meiner Liebe. Ich bin krank und elend vor Sehnsucht nach dir. Nichts kümmert mich auf dieser Welt, außer dir, dir, dir. Du liebst mich. Sag mir, wie du mich liebst. Du mein, mein alles. Und wenn ich bei dir bin, wie werde ich dich finden? Wie wirst du zu mir sein? Bin ich dir noch immer, dein großer, schöner Mann? Warum ist dein letzter Brief so traurig? Wie alles in mir nach dir stöhnt, wie ich nach dir verlange. Sag mal, bin ich das für dich, was du für mich? Das Licht, das Leben, die Luft, alles, alles, worin alleine ich leben kann. Dann siehst du, jetzt, jetzt weiß ich sicher, nie habe ich etwas sicherer gewusst. Ich kann nicht ohne dich leben. Nein, wirklich nicht. Nur lieb mich. Lieb mich über dein Können hinaus. Nein, so viel du kannst. Du kannst sehr, sehr viel. Nur lieb mich. Lieb mich. Eine ganze Literatur werde ich für dich schreiben. Bloß damit du was zu lesen hast. Dein Clown werde ich sein. Damit du was zu lachen hast. Unter deine Füße werde ich kriechen. Wie ein Sklave werde ich dich bedienen. Die ganze Welt werde ich vor dir auf die Knie zwingen. Nur lieb mich. Wie du mich geliebt hast. Wie du mich vielleicht noch immer liebst. Ich werde mit absolutester Sicherheit in zwei Tagen von hier wegfahren. Dein Mann. Als Falk aber ausgeschlafen hatte, machte er aus den zwei Tagen fünf. Worauf er den Brief zur Post trug. Ende von Abschnitt 11 Abschnitt 12 von Homo Sapiens Roman Trilogie von Stanislaw Pszczepiszewski Falk und Marit standen sich verlegen gegenüber. Er hatte sie vom Landweg aus am See entlang gehen sehen und sie eingeholt. Ich habe doch unglaublich scharfe Augen, sagte er, ihr die Hand reichend. Ja, das haben sie. Es war ziemlich schwer, mich hier zu entdecken. Schweigen. Der Nachmittag neigte sich zum Abend. Der Himmel war bewölkt. Die Luft drückte. Sie setzten sich ans Ufer. Falk schaute auf den See. Merkwürdig, wie tief still das Wasser heute ist. Wissen Sie, diese Ruhe, diese schwere Ruhe, die schon jenseits aller Ruhe liegt, habe ich nur einmal in meinem Leben gesehen. Wo war denn das? Ja, als ich in Norwegen war. An irgendeinem Fjord. Den Namen habe ich vergessen. Oh, es war unheimlich schön. Wieder trat Schweigen ein. Marit wurde unruhig. Wie sind Sie denn gestern nach Hause gekommen? Oh, sehr gut, sehr gut. Das Gespräch wollte nicht vorwärts. Nein, Fräulein Marit, es ist doch zu spül hier. Im Zimmer ist es tausendmal besser. Und sie gingen nach Hause. Falk versuchte intim zu werden. Das sei gestern der herrlichste Abend gewesen, den er jemals erlebt. Marit schwieg, sah ihn ängstlich an. Falk verstand sie. Dieser dumme Widerstand störte ihn im höchsten Grade. Er musste heute die Geschichte zum Abschluss bringen. Er fühlte das als unabwendbares Verhängnis. Aber er war schlaff. Er fühlte nicht die Energie, ihren Widerstand zu brechen. Er musste irgendein Reizmittel haben. Ja, er kannte es. Nach dem zweiten Blase fing es ja immer an, in ihm zu gären und zu arbeiten. Dann kam ihm die berauschende Kraft, die keine Hindernisse kennt. Marit, haben Sie nichts zu trinken? Ich habe viel Staub geschluckt. Marit brachte Wein. Falk trank hastig. Dann setzte er sich in den Armstuhl und sah sich da an. Marit schlug die Augen zu Boden. Aber was haben Sie, Fräulein Marit, ich kenne Sie gar nicht wieder. Haben Sie denn ein Verbrechen begangen, oder was? Marit sah ihn kummervoll an. Nein, Falk, Sie werden gut sein. Sie werden das nicht wieder tun. Die ganze Nacht durch habe ich mich so unerhört gequält. Sie sind ein furchtbarer Mensch. Bin ich? Fragte Falk gedehnt. Nein, was Sie sagen. Ja, Sie brauchen nicht zu spotten. Sie haben mir alles genommen. Ich kann nicht mehr beten. Fortwährend muss ich an die furchtbaren Worte denken, die Sie mir gesagt haben. Ich kann nicht mehr denken. Immer höre ich Sie in mir sprechen. Sehen Sie, Sie haben mir die Religion, Sie haben mir die Scham genommen. Nun, dann kann ich wohl gehen. Nein, Erik, seien Sie gut. Tun Sie es nicht mehr. Es quält mich so schrecklich. Tun Sie, was Sie wollen. Höhnen Sie, spotten Sie. Nur das nicht mehr. Verlangen Sie es nicht mehr von mir. Das kleine Kindergesicht war so vergrämt, ein schwerer Kummer sprach aus ihm, dass Falk unwillkürlich tiefes Mitleid empfand. Er stand auf, küsste ihr schweigend die Hand und ging im Zimmer auf und ab. Gut, Marit, ich werde gut sein. Nur das eine. Einzige. Nenne mich du. Siehst du, wir stehen uns doch so nah. Wir sind am Ende wie Bruder und Schwester zueinander. Du wirst es tun, nicht wahr? Falk blieb vor ihr stehen. Ja, sie wolle versuchen, ob sie es fertigbringe. Dann siehst du, Marit, ich kann mir wirklich nicht helfen. Ich liebe dich so, dass ich völlig von Sinnen bin. Siehst du, den ganzen Tag gehe ich herum. Nur mit dem Gedanken an dich. In den Nächten kann ich nicht schlafen. Ja, ich gehe herum wie ein drehkrankes Schaf. Na und dann, was soll ich tun? Ich muss selbstverständlich trinken gehen, um mich zu beruhigen. Dann sitze ich unter diesem blödsinnigen Menschen in der Kneipe und höre sie das dumme Zeugreden. Bis ich körperliche Schmerzen empfinde. Und dann gehe ich weg. Und dann von Neuem dieselbe Qual, dieselbe Unruhe. Nein, mein Täubchen, du kannst nichts dafür. Ich weiß, ich mache dir auch keine Vorwürfe. Aber du zerstörst mich einfach. Ja, ich weiß, ich weiß, du könntest mir alles geben. Alles. Nur das eine. Einzige. Dass die Größe der Liebe ausmacht. Dass überhaupt ein Unterpfand der Liebe ist. Nur das nicht. Ja, siehst du, du kannst reden, was du willst. Aber wir stehen hier einfach vor dem einzigen Dilemma. Ist die Liebe nicht groß, dann hat sie selbstverständlich Vorbehalte, Bedingungen, Voraussetzungen. Ist die Liebe groß, das heißt, ist sie wirklich Liebe. Denn das andere ist keine Liebe. Eine Liebschaft, eine Neigung. Was du willst, nur keine Liebe. Also ich meine, ist Liebe Liebe, dann kennt sie keine Vorbehalte, keine Skrupel, keinen Scham. Sie gibt einfach alles. Sie ist vernunftlos, skrupellos. Sie ist weder erhaben noch niedrig. Sie hat keine Verdienste noch Makel. Sie ist eben Natur. Groß, gewaltig, machtvoll, wie die Natur selbst. Falk kam in Stimmung. Ja, ich liebe unendlich diese Naturen, diese kühlen, mächtigen Gewaltnaturen, die alles niederreißen, zertreten, um dahin zu gehen, wohin sie die Instinkte stoßen. Denn dann sind sie wirkliche Menschen. Das Innerste, das große Heiligtum der Menschheit sind die starken, mächtigen Instinkte. Oh, ich liebe diese Adelsmenschen, die Mut genug und Würde haben, ihren Instinkten zu folgen. Ich verachte unendlich die Schwachen, die Moralischen, die Sklaven, die keine Instinkte haben dürfen. Er blieb vor ihr stehen. Sein Gesicht kleidete sich in ein höhnendes, schmerzliches Lächeln. Mein gutes, teures Kind, ein Adlerweibchen wollte ich haben, mit mir in meine wilde Einsamkeit hinauf, und bekam ein Täubchen, das noch obendrein verrostete, blödsinnige Moralfußketten anhat, eine Löwin wollte ich, und bekam ein ängstliches Kaninchen, das beständig tut, als sähe es den aufgestarrten Rachen einer Riesenschlange vor sich. Nein, mein Täubchen, mein Kaninchen, Falk lachte höhnisch, hab keine Angst, ich werde dir nichts tun. Marit brach in ein krampfhaftes Schluchzen aus. Marit, um Gottes Willen, weine nicht, Herrgott, weine nicht, ich werde ganz verrückt, wenn du so weiterweinst. Ich wollte dir nicht wehtun, aber alles zittert, stöhnt in mir, nach dir, nach dir, mein süßer, heiliger Liebling. Marit schluchzte unaufhörlich. Nein, Marit, lass, ich werde dir so wunderbare Dinge erzählen, ich werde dir alles geben, ich werde nun so gut, so gut sein. Falk kniete hin, er küßte ihr das Kleid, die Arme, er nahm ihr die Hände vom Gesicht, küßte ihr die Tränen von den Fingern, leidenschaftlich. Weine nicht, weine nicht, er umschlang sie, zog sie an sich, küßte ihr die Augen, presste ihr Gesicht in seine Arme, streichelte und küßte ihren blonden Kopf. Mein teures, süßes Kind, mein einziger Liebling, mein... Sie presste sich an ihn, ihre Lippen fanden sich in einem langen, wilden, ächzenden Kuss. Sie riecht sich endlich los. Falk stand auf. Nun ist alles gut. Lach mir ein bisschen. Lach, mein Liebling, lach. Sie versuchte zu lächeln. Falk schien sehr lustig zu sein. Er erzählte eine Menge Anekdoten, machte gute und schlechte Witze. Plötzlich trat eine Pause ein. Eine schwüle Unruhe schwoll wie eine Luftwelle an und schien das ganze Zimmer zu erfüllen. Beide sahen sich scheu in die Augen und atmeten schwer. Es dummelte. Ein Dienstmädchen kam und rief Marit weg. Falk stierte ihr nach. In seiner Seele empfand er plötzlich eine gierige Grausamkeit. Es war da etwas Hartes, Verbissenes. Es war da ein Stein, der rollte. Der wusste, dass er in einen Abgrund stürzt. Aber der wusste, dass er fallen muss. Es wurde dunkler und dunkler im Zimmer. Die kurze Dämmerung färbte alles ringsum mit schwerem, schwimmenden Schatten. Der Himmel war bewölkt. Es war unerträglich schwül. Falk stand auf und ging unruhig auf und ab. Marit blieb so lange aus. »Bitte zu Tisch!« Falk schrage auf. Mitten in seinen Grübeln war die Stimme gefallen. Wie losgerissen vom Körper. Eine Stimme schwebend in der Luft und plötzlich laut war. »Nein, bedarfst mich nicht zu erschrecken, liebe Marit. Ja, ich bin doch beinahe zu nervös.« Er nahm Marits Arme und presste ihn an sich. Sie küssten sich. »Pssst! Mein Bruder ist auch da!« Bei Tisch erzählte Falk wieder. Weder er noch Marit konnten etwas essen. Umso eifriger aß der kleine Bruder, dabei ganz in seinen Katechismus verzunden. Sie ließen ihn bald allein. Sie kamen wieder in den Salon zurück. Auf dem Tisch brannte die Lampe und füllte das Zimmer mit Licht. Ob sie nicht einen Lampenschirm habe, er könne das brutale Licht nicht vertragen. Marit brachte den Schirm. Das Gespräch stockte fortwährend. »Du darfst mir nicht übel nehmen, Marit, wenn ich heute länger bei dir bleibe. Ich kann ja doch nicht schlafen. Und wann, weißt du, wenn ich so allein bin?« »Ich störe dich doch nicht.« Marits Gesicht färbte sich mit hektischer Röte. Sie konnte nicht sprechen. Sie nickte ihm nur zu. Sie saßen eine Weile schweigend. Das ganze Dorf schlief. Das große Haus war wie ausgestorben. Das Gesinnte hatte sich schon zur Ruhe gelegt. Die Spüle war fast unerträglich. Eine stickige Ruhe lastete auf beiden. Die dumpfe Luft draußen drückte bis ins Zimmer. Und das regelmäßige Ticken der Uhr verursachte beinahe einen körperlichen Schmerz. Es ist merkwürdig, wie man hier einsam ist. »Es ist unheimlich.« »Hast du nicht manchmal Angst, wenn du so ganz allein in diesem großen Hause bist?« »Ja, ich empfinde es furchtbar stark.« »Manchmal fühle ich mich hier so einsam und so verlassen, als wäre ich ganz allein auf der Welt.« »Dann bekomme ich eine so grässliche Angst, dass ich mich in die Erde vergraben möchte.« »Aber heute fühlst du dich nicht verlassen.« »Nein.« Wieder trat eine Pause ein. Eine lange, schweratmige Pause. »Hör mal, Marit.« »Du hast doch die Gedichte, die ich dir im vorigen Frühling geschrieben habe.« »Ich möchte sie so gerne wieder lesen.« »Ja, ich habe sie auf meinem Zimmer.« »Ich werde sie sofort herunterholen.« »Nein, Marit, ich werde mit hinaufgehen. Es ist viel gemütlicher in deinem Zimmer. So wunderbar gemütlich. Hier ist es so unheimlich. Und ich, siehst du, bin sehr, sehr nervös.« »Ja, aber es könnte jemand hören, dass du mitgehst. Das würde mir schrecklich sein.« »Oh, er werde ganz still, ganz leise gehen. Kein Mensch solle ihn hören. Übrigens schlafe das ganze Haus.« Sie sträubte sich noch. »Süßes Träubchen, du brauchst wirklich keine Angst zu haben. Ich werde dir nichts tun. Nichts, gar nichts. Ich werde still neben dir sitzen und die Gedichte lesen.« Es donnerte. »Ja, ganz still. Und wenn das Gewitter vorbei ist, werde ich ruhig nach Hause gehen.« Sie traten in Marits Zimmer. Sie fühlten sich wie festgewurzelt. Es war zwischen ihnen eine Atmosphäre, die zu leben schien. Plötzlich fühlte sich Marit von ihnen umschlungen. Vor ihren Augen quirlten feurige Blasen. Wieder sah sie das heiße Jauchzen über dem Abgrund tanzen. Sie flocht ihre Arme um ihn und stürzte sich kopfüber in das grausige Glück. Auf einmal schrak sie hoch. »Nein, Erik, nur das nicht. Erik, nein, nein!« Sie keuchte. Falk ließ sie los. Er bewältigte sich mühsam. Eine lange Pause. »Hör mal, Marit«, seine Stimme klang rau und hart. »Nun müssen wir uns trennen. Siehst du, du bist feig. Du bist ein Täubchen, ein Kaninchen. Und ich bin ein guter Mensch. Ich bin der gute, liebe Erik.« »Nun, Marit, du hast nicht den Mut, mir zu sagen, geh und lass mir mein reines Gewissen. Lass mir die blödsinnige Jungfräulichkeit. Diesen Mut hast du nicht. Nun bin ich aber ein Mann. Und so gehe ich, mag kommen, was will.« »Ja, ich gehe. Ich lasse dir deine Moral. Ich lasse dir dein religiöses Gewissen. Ich lasse dir deine Jungfräulichkeit. Und erspare dir die sogenannte Sünde. Nun sei glücklich, sehr, sehr glücklich.« Das Gewitter wurde lauter. Im Fenster sahen grüne Furchen von Blitzen. Falk wandte sich zur Tür. »Erik, Erik, wie kannst du so grausam, so tierisch grausam sein?« Der ganze mühsam unterdrückte Jammer ihrer Seele brach empor. Sie krümmte sich vor Schmerz. »Erik, Erik«, wimmerte sie. Falk kriegte eine wahnsinnige Angst. Er lief zu ihr, nahm den zuckenden Mädchenkörper in die Arme. »Nein, Marit, nein, es ist ja Wahnsinn. Ich bleibe bei dir. Ich werde dich niemals verlassen. Ich kann ja nicht weg von dir. Siehst du, ich glaubte, ich könnte. Aber ich kann nicht. Ich muss bei dir sein. Ich muss. Ich werde dich niemals verlassen. Nein, Marit, du mein einziges Glück.« Der Donner wälzte sich immer näher. »Ich bleibe bei dir. Immer, ewig. Du bist mein Weib, meine Braut. Alles, alles.« Eine wüste Inbrunst fing in seinem Kopf zu wirbeln. Und er wiegte sie in seinen Armen hin und her und sprach unaufhörlich von dem großen Glück und vergaß alles. »Ja, ich werde dich glücklich machen. So glücklich, so glücklich.« Eine Sturzregenwelle klatschte gegen die Fensterscheiben. Nun waren sie wirklich allein in der Welt. Der Regen, die Blitze umgitterten sie. Marit umschlang ihn. »Erik, wie gut du bist. Ja, nicht weg. Wir bleiben immer zusammen. Wir werden so glücklich sein.« »Wir bleiben immer zusammen«, wiederholte Falk, wie abwesend. Plötzlich kam er zur Besinnung. Wieder fühlte er das harte Grausame in sich, den Stein, der in Abgründen stürzt. Er preßte sie fester und fester. Sie hörten nicht das Donnern. Sie sahen nicht das Feuer des Himmels. Alles drehte sich. Alles verschmolz zu einer großen, tanzenden Feuerkugel. Falk nahm sie. Das Gewitter schien sich verziehen zu werden. Es war drei Uhr morgens. »Nun musst du gehen.« »Ja.« »Aber nicht auf der Landstraße. Du musst am See entlang gehen und dann über den Klosterzaun klettern. Man könnte dich sonst sehen, und morgen würde die ganze Stadt davon reden.« Als Falk an den See kam, zog ein neues Gewitter herauf. Er sollte sich eigentlich irgendwo unterstellen, aber er hatte keine Energie dazu. Es war ja übrigens auch gleichgültig, ob er ein bisschen nass würde. Der Himmel bedeckte sich mit dickem Gewölk. Die Wolken balten sich zusehends zu schwarzen, hängenden Massen. Ein langer, krachender Donner folgte auf einen Blitz, der wie ein glühender Graben den ganzen Himmel auseinanderlässt. Wieder ein Blitz und Donner. Und dann ein Platzregen, wie ein Wolkenbruch. Im Nu fühlte Falk Wasserströmen über seinen Körper schießen. Es war aber kein sonderlich unangenehmes Gefühl. Plötzlich sah er eine ungeheure Feuergabe aus dem Wolkenhaufen spritzen. Er sah sie sich in sieben Blitzespalten und im selben Augenblick eine weite, lichterlohen Flammen stehen. Sie war von oben bis unten zerfetzt und fiel auseinander. Leben und Zerstörung Der Schreck hatte seine Logik aufgerüttelt. Er musste auch das Angstgefühl beschwichtigen, das schon wieder in ihm hochwollte. Ja, freilich. Hm. Zerstörung muss es geben. Marit. Ja. Zerstört. Falk hatte plötzlich dieses deutlich blitzhelle, visionäre Bewusstsein, das er Marit zerstört habe. Warum auch nicht? Ich bin Natur und zerstöre und gebe Leben. Ich schreite über tausend Leichen, weil ich muss. Ich zeuge Leben über Leben, weil ich muss. Ich bin nicht ich. Ich bin du. Gott, Welt, Natur. Oder was du bist, du ewiger Blödsinn, ewiger Hohn. Ich bin kein Mensch. Ich bin der Übermensch. Gewissenlos, grausam, herrlich und gütig. Ich bin Natur. Ich habe kein Gewissen. Sie hat es nicht. Ich habe keine Barmherzigkeit. Sie hat keine. Ja, der Übermensch bin ich. Falk schrie die Worte. Und er sah sich als die tödliche Feuergabe, die da aus dem schwarzen Gewölk gespritzt war. In sieben Blitze hatte er sich gespalten und ein Täubchen am Wege zerfetzt. In tausend Blitze müsse er sich noch spalten und noch tausend Täubchen, tausend Kaninchen zerreißen. Und so werde er ewig gehen und zeugen und töten. Weil es nötig ist. Weil ich muss. Weil meine Instinkte es wollen. Weil ich ein Nicht-Ich bin. Ein Übermensch. Braucht man sich darum zu quälen. Lächerlich. Weiß der Blitz, warum er tötet? Und hat er Verstand? Kann er seine Brunst lenken? Nein. Nur konstatieren, dass er dort und dort eingeschlagen hat. Ja. Konstatieren. Protokollieren. Wie Sie wollen, Herr X. Und ich konstatiere und protokolliere, dass ich heute ein Täubchen getötet habe. Die Atmosphäre war so mit Elektrizität überladen, dass um ihn her ein Meer von Feuer zu schwanken schien. Und er ging, eingehüllt in den wilden Sturm, er ging und grübelte. Und mitten in diesem Zürn des Himmels ging er selbst als eine zürnende, unheimliche Macht einher. Ein Satan, auf die Erde geschickt, mit einer Hölle von Qualen neue schaffende Zerstörung über sie auszusehen. Plötzlich blieb er vor der Schlucht stehen. Sie war ganz mit Wasser gefüllt. Ein Gießbach schien entsprungen zu sein und strömte reißend dem See zu. Umgehen konnte er ihn nicht. Da würde er auf die verfluchte Landstraße kommen. Übrigens ist es ja gleichgültig. Bisschen mehr Wasser, bisschen mehr Schüttelfrost und Fieber. Nein, das tut nichts. Das tut alles nichts. Alles ist gleichgültig. Ganz, ganz gleichgültig. Und er wartete durch den Gießbach. Das Wasser reichte ihm bis über die Knie. Als Falk nach Hause kam und sich zu Bette legte, fiel er in ein heftiges Delirium. Die ganze Nacht lag er und warf sich hin und her in den wüstesten Fieberfantasien. 13. Kapitel Falk wachte gegen Mittag auf. Er konnte seinen Kopf nicht aus den Kissen heben. Er war schwer wie eine Bleikugel. Und sprühende Funken tanzten vor seinen Augen. Mühsam schob er die Kissen zurecht, setzte sich schließlich hoch und versuchte, einen Gegenstand ins Auge zu fassen. Es gelang ihm. Aber eine furchtbare Zwangsidee legte sich auf seinen Organismus. Er war wie hypnotisiert. Er musste Marit etwas sagen. Was? Er wusste es nicht. Aber es war etwas. Er musste um jeden Preis hin zu ihr. Er musste ihr etwas sagen. Mit übermenschlicher Anstrengung kroch er aus dem Bett. Ja, er mußte etwas sagen. Er kontrollierte sich. Das war gewiß eine Zwangsidee. Ja. Aber trotzdem, er mußte hin zu Marit. Er stand auf, mußte sich aber wieder setzen. Die Sohlen berührten die Diele. Eine wohltuende, beinahe schmerzhafte Kälte prickelte durch seinen Körper. Oh, wie das gut war. Ein wenig Luft mußte er noch haben. Ein wenig Morgenluft. Ja, wie spät war es eigentlich? So spät. So spät. Aber es wird wohl kühl sein draußen. War wirklich ein Gewitter gewesen? Oder hat er es nur geträumt? Seine Kleider lagen in einer Wasserware auf dem Boden. Eine große Angst ergriff ihn. Nein, nein, die Mutter kann es nicht gesehen haben, sonst lägen die Sachen nicht mehr hier. Er fühlte sich kräftiger, ging an den Kleiderschrank und tauschte den Anzug. Gott, Gott, wie der Kopf ihm schmerzte. Mühsam zog er sich an. Wie ein Dieb schlich er sich an die Tür des Zimmers, das die Mutter bewohnte. Sie war nicht da. Falk atmete auf. Es tat ihm weh. Nur das eine sagen. Marit sagen. Dann werde ich wieder ins Bett kriechen. Dann kann ich krank sein. Aber nur sagen. Er ging hinaus. Als Marit ihn sah, sprang sie bestürzt auf. Falk lächelte gezwungen. Nein, es ist nichts. Ich habe mich nur ein wenig in der Nacht erkältet. Ich habe ein wenig Fieber. Übrigens sollte ich zu Hause geblieben sein. Aber ich musste durchaus her zu dir. Ich weiß nicht, warum. Gib mir schnell etwas Kognak. Er trammkastig ein großes Glas Kognak aus. Siehst du, ich bin aufgestanden. Es ging so furchtbar schwer. Aber wenn ich auf dem Totenbette läge, hätte ich zu dir gemußt. Oh, der Kognak hat sehr gut getan. Er setzt die Temperatur herunter. Das ist nämlich meine stehende Redensart. Ich begreife nur nicht, warum nicht liegende. Falk fing an zu faseln. Aber er beherrschte sich wieder. Marit sah ihn entsetzt an. Nein, nein, lass mich. Siehst du, es ist so schrecklich unheimlich, was für ein Tier so ein Übermensch ist. Ich bin nämlich ein Übermensch. Das verstehst du doch. Da bekomme ich plötzlich wahrscheinlich im Schlafe so Eingebungen. Ich erwache. Ich weiß nichts von der ganzen Geschichte. Ich erinnere mich nur an das Endergebnis. Nein, ich erinnere mich nicht, denn ich weiß nicht, ob ich etwas Ähnliches geträumt habe. Aber ich weiß, dass ich zu dir kommen musste. Ich bin krank, sehr krank. Aber ich musste zu dir. Wieder verließen ihn die Kräfte. Eine Feuergarbe, sah er vor seinen Augen. Eine rötlich-grüne Feuergarbe. Sie spaltete sich in sieben Blitze und zerfetzte eine Weide. Marit starrte ihn an, in wachsender Verzweiflung. Erik, mein Gott, was ist dir? Du bist krank. Du musst nach Hause zurück. Oh Gott, Gott, was starrst du mich so grässlich an? Nein, lass nur. Am Wege steht eine Weide. Sie ist in zwei Teile gespalten. Als ich ging zu dir, ja, zu dir, nicht wahr? Ich bin doch bei dir. Ja, richtig. Als ich zu dir ging, da habe ich die Weide untersucht und in dem Stamm nach dem Donnerkeil gesucht. Das tat ich immer als Kind. Ein Blitz, tausend Blitze töteten das Täubchen. Aber was ich dir sagen wollte, ich muss dir nämlich etwas sagen. Gieß mir noch Kognak ein. Erik, um Himmels Willen, du musst nach Hause. Ich werde sofort anspannen lassen. Ich bringe dich nach Hause. Marit lief hinaus. Was er doch sagen mußte. Mußte. Täubchen und Blitze. Dann Haus. Traum. Leben. Zerstörung. Ja, Zerstörung. Er. Ein Sturmurkan. Ein Übermensch, der über Leichen streitet. Und Leben zeugt. Ja. Ja, zerstören. Eine wilde, jauchzende Grausamkeit wuchs in ihn empor. Eine freudige, wahnsinnige Lust zur Qual. Das mußte er sehen. Ja, das, wie der Frosch sich unter seinem Skalbell wand, wie er an den vier Nägeln bis an die Nagelköpfe hinaufrutschte. Dann das Herz herausschneiden. Wie es auf dem Tische zuckt. Wie es springt. Vor Falks Augen fingen die Gegenstände an zu tanzen. Marit stand vor ihm, reisefertig, in ratloser Angst. Komm, Erik, komm, mein einziger, komm. Sie küsste ihn auf die Augen. Noch, noch einmal. Er bettelte wie ein kleines Kind. Komm jetzt, komm, mein süßer, einziger Mann, du. Nein, noch. Lass. Ich muß dir etwas sagen. Da, setz dich hin. Mir gegenüber. Auf den Stuhl. So, Marit, hör mal. Ich bin gar nicht dein Mann. Ich bin verheiratet. Ja, wirklich. Verheiratet. Meine Frau ist in Paris. Ja, richtig. Verlein Perriere ist meine Frau. Das ist sie wirklich. Glaubst du nicht? Nein, warte mal. Mein Ehekontrakt. Er fing an, nervös in den Taschen herumzusuchen. Plötzlich kam er zur Besinnung. Er lächelte blödsinnig. Nein, du, was hast du da im Kopf für schwarze Löcher? Du siehst ja wie ein Totenkopf aus. Nein, sieh mich nicht so an. Sieh mich nicht an. Nein, lass. Lass. Ich gehe. Ich gehe. Falk duckte sich in wachsender Angst. Ich gehe. Ich gehe schon. Er winselte wie ein Tier. Ich gehe. Ja. Ja. Er lief hinaus. Nein, steigen Sie hier ein, rief der Kutscher. Ich fahre Sie. Einsteigen. Ja, so, einsteigen. Falk stieg. Falk stieg in die Ecke Page, die da wartete. Wo ist nur mein Hut? Nein, der Hut ist nicht da. Falk hielt ihn in den Händen. Ist das aber selten. Ist das aber seltsam. Marit saß im Zimmer mit dem Hut auf dem Kopf. Sie war völlig gelähmt. Da fuhr er. Ja. Wirklich? Nein. Doch. Doch. Ja. Kein einziger Gedanke. Sie war also tot. Nein, sie träumte. Nein, sie träumte nicht. Und wieder sah sie deutlich, wie schon einmal Falks Gesicht. Es biss sie mit saubenden Vampiraugen. Es fraß an ihrer Seele mit grinsendem Hohn. Lügner. Sie wußte, sie sah es. Jetzt endlich hatte er die Wahrheit gesagt. So sah sie wohl eine Stunde lang. Er war also verheiratet. Verheiratet. Wiederholte sie kalt und rau. Sie fühlte, wie ihr Inneres zu Eis gefrohr. Alles kroch in ihr auf einem Punkt zusammen. Die Wärme schwand und schwand. Alles schrumpfte auf den einen kleinen winzigen Punkt zusammen. Verheiratet. Sie sah seine unheimlich glühenden Augen. Ihr Kopf verwirrte sich. Sie sprang auf. Nein, wie hatte sie das nur vergessen können? Sie entkleidete sich schnell. Ihr Blick fiel in den Spiegel. Nein, mit dem Hut auf dem Kopf konnte sie doch unmöglich in die Küche gehen. Das wäre betrollig. Sie lächelte stumpf vor sich hin. Sie ging in die Küche. Es sollte Brot gebacken werden. Sie ordnete es an. Sie war mit fiebernder Unruhe tätig. Dann kam sie in die Stube zurück. Über dem Sofa hing ein Bild, das nur aus Buchstaben stand. Es war da in so merkwürdigen Schnirkeln und mit grellen, byzantinischen Initialen das Vaterunser gedruckt. Sie betrachtete es aufmerksam. Wie abscheulich dieser Drache um das U. Sie las. Und verzeih uns unsere Sünden. Nein, warte mal, Marit. Sie setzte sich auf den Stuhl. Ja, da saß Falk. Nun sagte er. Verheiratet klang sie ihr stahlart an den Ohren. Ja, wirklich. Verheiratet mit Fräulein Perrier. Sie ging ans Fenster und schaute hinaus. Wie der Tag lang dauert. Ja, bis zum 21. Juni werden die Tage immer länger. Sie sah auf die Uhr. Es war fünf Uhr nachmittags. Nun wird der Bruder gleich vom Turnen kommen. Sie musste ihm Kaffee besorgen. Ein Wagen rollte in den Hof. Du, Marit, Falk ist furchtbar krank. Der Bruder erzählte hastig, sich überstürzend. Als Hans ihn nach Hause gebracht hat, musste er aus dem Wagen gehoben werden. Er konnte keinen Menschen erkennen. Seine Mutter weinte furchtbar. Und dann kam der Kreisphysikus. So, Falk ist krank. Marit wollte dem Bruder erzählen, dass Falk verheiratet sei. Aber sie bezwang sich. Nun wird seine Frau kommen. Und wird den armen, nikotinvergifteten Mann pflegen und seine Launen wie ein Engel ertragen. Ja. Sie ging in ihr Zimmer hinauf. Man solle sie nicht stören. Sie werde sich ein bisschen schlafen legen. Falk ist furchtbar krank. Er musste getragen werden. Seine Mutter weinte. Marit lief unruhig hin und her. Ich muss zu ihm gehen. Sofort. Er wird sterben. Ihr Kopf war zum Gersten. Sie griff mit beiden Händen hoch. Verheiratet, verheiratet, dröhnte es fortwährend. Ich werde dich so glücklich machen, so glücklich und werde dich niemals verlassen. Eine weinende Butch stieg ihr würgend in die Kehle. Gott, Gott, wie er gelogen hatte. Und eine Scham und schäumende Empörung. Herrgott, war's denn wirklich geschehen? Ja. Oh ja. Glück. Sie fühlte, wie er leise ihren Körper wiegte, hin und her. Sie fühlte seine heißen, gierigen Lippen. Auf ihrem ganzen Körper. Sie sah sich entkleidet. Er umfing sie. Und aus allen Ecken tauchten grässliche Gespenster. Wilde, lachende, verzerrte Masken, Gesichter, die sie angrinsten und anspielen. Sie kroch in sich zusammen. Sie warf sich auf das Bett, vergrub sich in die Kissen. Mit eigenen Nägeln sich ein Grab aufscharren. Oh, Schande, Schande! Auf den Jammer des Menschenkindes klürzte die Madonna mit blödem Lächeln. Es dämmerte. Jenseits des Sees verschwand die Sonne hinter den Gipfeln des Waldes und goss blutrote Lichter über die Spitzen der Bäume. Marit furchte. Sie hörte das Klappern des Storches und das Lachen der Mägde, die unten vor dem Hause Kartoffeln zum Abendbrot schelten. Dann hörte sie singen. Es war ihr Bruder. Dann schlief sie ein. Als sie aufwachte, war es Nacht. Sie setzte sich auf den Bettrand, dachte nach. Aber die Gedanken zerstreuten sich fortwährend. Sie stierte gedankenlos in das Zimmer hinein. Sie war verdammt, von Gott verstoßen. Nun war alles gleichgültig, alles. Sie dachte nach, was wohl nicht gleichgültig wäre. Nein, es war nichts da. Falk ist krank, aber Falk hatte sie betrogen. Er versprach ihr Glück, endloses Glück, und er war verheiratet. Jetzt kommt seine Frau und wird ihn pflegen. Seine Marit ist verdammt. Wenn sie zu ihm geht, wird sie weggejagt. Und dann wird sie draußen wie ein Hund im Regen stehen, vor der Tür zusammengekauert. Nein, sie hatte kein Recht auf ihn. Nichts, gar nichts auf der Welt. Nun ist alles weg. Vater weg. Mutter weg. Gott gibt es nicht. Ja, das hat Falk gesagt. Falk hat recht. Sonst würde Gott sein Kind nicht so entsetzlich quälen können. Alles weg. Endlich stand sie auf. Sie machte Licht. Sie wollte ihr Haar ordnen. Sie trat vor den Spiegel. Oh Gott, wie sie aussah. Nein, wie mager. Wie mager. Oh, es ist ja gleichgültig. Das ganze Haus schlief. Das Glück, das endlose Glück. Ja, er hat es mir gegeben. Sie nahm Hut und Mantel und ging an den See. Sie setzte sich auf den Stein. Kap der guten Hoffnung hatte sie ihn genannt, als sie hier Tag aus, Tag ein auf Erik wartete. Im Walde gegenüber stand das kleine Fischhäuschen. Ein Licht, ein winziges Pünktchen, kroch aus dem Fenster heraus und versank seltsam, zerfetzt in den zitternden Wellen des Sees. Zerfetzt. Sie starrte auf das Licht und auf das schwarze Wasser. Wie es zog, wie das Wasser an ihr zog. Alles, alles ist gleichgültig. Sie war allein, kein Mensch ihr eigenst. Sie war im Wind und Wetter wie ein Hund vor die Tür gejagt. Ja, nun kommt die Frau. Sie nimmt ihn weg. Und ich bleibe allein. Allmächtiger, barmherziger Gott. Allein. Nein. 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 Genug. Zu Ende. Er fährt weg. Kein Vater. Keine Mutter. Kein Gott. Ihre Angst wuchs und wuchs. Sie nestelte fiebernd am Kleide. Plötzlich stieg ein furchtbarer Gedanke in ihr auf. Die Welt geht zugrunde. Alles, alles wird zugrunde gehen. Die Sündflut. Sie sprang je auf. Da war ein Strudel. Da ist es tief. Ein Knecht ist da im vorigen Jahr ertrunken. Mit beiden Pferden. Sie lief dahin. In ihrem Kopf dröhnte es und brauste. Sie sah nichts. Sie hörte nichts. Etwas war in ihr, das sie trieb. Sie brauchte nur zu rennen. Sie rannte. Ja, hier. Nein. Noch die kleine Biegung. Da. Da. Sie schrie gel auf im Wasser. Wild. Sie rang. Leben. Der Strudel. Seligkeit. Vierzehntes Kapitel. Nach einer Woche kam Falk wieder zu Bewusstsein. Vor seinem Bette saß seine Frau und schlief. Er war gar nicht erstaunt. Er betrachtete sie. Sie war es. Er sank in die Kissen zurück und schloss die Augen. Nun war alles gut. Eine rötliche Feuergabe sah er plötzlich, die sich in sieben Blitze spaltete. Dann sah er eine Weide am Wege auseinanderfallen. Marit war wohl tot. Er schlief wieder ein. Ende Kongsvinger, Norwegen Juni 1894 Ende von Teil 2 Unterwegs Ende von Abschnitt 12 Er schlief. Einer Fried, es hat sich über das Sp2016. Er steigiert gut. Er schliefst Reicht. Vielen Dank.